liebe freunde ich glaube ich bin online und ich glaube ihr seid auch online schön dass ihr da seid willkommen zum mega stream crusader kings 3 hört ihr mich seht ihr mich ja offensichtlich sehr schön so ein langer nachmittag und abend wartet auf uns technisch ist alles wird vorbereitet wir werden uns jetzt hier so langsam sammeln unseren charakter gestalten und ein bisschen über die strategie sprechen die geplant ist die ich mir überlegt habe ja 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 so ok wartet mal ich habe ein bisschen käffchen mehr mitgebracht wir fangen das mal hier ganz ruhig an schon gleich vorab die info für diejenigen die ich glaube es ist habe ich ja noch nirgendwo gesagt wir spielen diesmal im heidigen römischen reich und ich starte als graf von pilsen in böhmen das ist das wichtigste und das große ziel erstmal muss es natürlich sein irgendwie in böhmen zu wachsen und idealerweise das fürstentum das herzogtum böhmen zu übernehmen genau der graf von pilsen wir starten alle mit jeweils zwei grafschaften pia in österreich maurice in münchen oder neben münchen in bayern sepp in aachen glaube ich und denzel in lüneburg ja ob maurice wieder als meinen basal end wird ja das wäre doch mal so eine eine nebenquest für diesen für diesen nachmittag für diesen abend der heimlich das heimliche ziel wird es vermutlich von den meisten sein irgendwie kaiser zu werden das geht ja an so einer wahlmonarchie ist das ja durchaus im bereich des möglichen ich denke schon dass einer von uns in acht stunden das schaffen könnte kaiser werden easy ja prinzip easy naja ganz so easy auch nicht als graf brauchen wir ein bisschen maurice ist neben münchen irgendwo in bayern startet das problem sind natürlich die anderen spieler die das erst mal verhindern wollen die erstarren geradezu in ehrfurcht vor meiner ck3 erfahrung naja ich bin das man muss dazu sagen klar ich habe ein bisschen erfahrung aber singleplayer und multiplayer sind zwei komplett verschiedene angelegenheiten du musst halt ständig unter druck entscheidung treffen einigermaßen schnell und das ist wie würde ich mal sagen nicht ganz so meine stärke insofern glaube ich nicht dass es da irgendwie unglaublichen vorsprung gibt ja konter gegen spion und attentäter es gibt jetzt eine regel ich war nicht unbedingt für diese regel aber mori selbst hat sie ins spiel gebracht und wir werden das jetzt auch so handhaben der hauptcharakter plus der haupt erbe darf nicht umgebracht werden das ist das ist sozusagen die neue regel und das ja würde ich sagen macht das spiel auf jeden fall etwas stabiler man wird nicht gleich raus gemäuchelt ich will wir gehen gleich mal aber wir dürfen die zeit nicht verpennen pass mal auf ich will mal ganz grundsätzlich die strategie sagen wir werden nachher im spiel wenig miteinander sprechen können ich lese natürlich stets den chat oder versuche es aber wir sind oder haben hauptsächlich einen offenen kanal man kann kurz natürlich mit dem chat sprechen aber dazu muss ich mich immer muten und end muten das ist auch da kann auch viel schiefgehen also mal ganz kurz wir starten als graf von pilsen mit zwei grafschaften das erste ziel muss es sein grafschaft für grafschaft in der nachbarschaft erobern der große feind ist der herzog von böhmen der sehr mächtig ist das heißt wir müssen erstmal wirklich mächtiger werden herzog von mehren vorher werden und dann irgendwann das herzogtum claimen um ihn zu besiegen und selber herzog von böhmen zu werden um das königreich böhmen zu gründen das ist sozusagen dass das große ziel ich sag mal bis zum mitgehen das problem ist also wie will ich das angehen mit zwei punkten erstens vor allem mit diplomativen ich werde versuchen durch diese bündnis perks und durch freundschaft und und solche geschichten sehr viele kleine bündnisse zu bekommen mit benachbarten grafschaften und idealerweise mit herzogen um dann relativ schnell auch in der lage zu sein wirklich angreifen zu können wir haben am anfang werden wir nur 350 männer haben mit zwei grafschaften ist das sehr wenig wir brauchen also bündnispartner ein bisschen gehe ich auch auf renkes spiel weil später wird noch das thema druckmittel fingieren eine rolle spielen und vielleicht nutzen wir die möglichkeit über druckmittel vom also beim papst druckmittel zu fungieren um wir um über den papst ansprüche zu bekommen das könnte noch ein punkt sein alternativ gibt es noch eine andere möglichkeit dazu kommen wir dann noch also aber hauptweg ist diplomatie so das ist das ist sozusagen erstmal das grundsätzliche und jetzt gehen wir mal rein und design uns den charakter ich bin hier schon im charakter designer drin wichtig ist nachher dass die leute die jetzt ein bisschen mitbekommen was ich hier grundsätzlich plane dass die vielleicht für die anderen die dann im chat dazu kommen ein bisschen fragen beantworten weil ich kann über diese große strategie dann nicht mehr groß philosophieren weil wie gesagt wir sind dann komplett offen da im channel so ok passt auf das wichtigste sind jetzt erstmal die stats ich habe mich diesmal ein bisschen vorbereitet ich werde mal einen 30 jährigen ungefähr spielen gewicht ist egal machen wir so ein bisschen leicht übergewichtig ausbildung ist entsprechend eine graue eminenz so persönlichkeitseigenschaften habe ich mir überlegt maßvoll maßvoll ist deshalb gut weil das ein tugend hat für katholiken ist wir brauchen frömmigkeit wenn wir mit dem papst ein bisschen was machen wollen verwaltung können wir auch ganz gut brauchen dann nämlich ruhig ruhig bringt diplomatie und renkespiel was wir beides wollen außer im komplett aufdeckung chance ist also ein bisschen defensiv das ganze noch und wir nehmen als letztes noch was habe ich mir aufgeschrieben gesellig gesellig bringt noch mal diplomatie und komplottstärke für persönliche komplotte plus 15 prozent das ist genau richtig genau das was wir brauchen das sind diese stats ihr lieben vielen vielen dank für für die abo verschenkungen und überhaupt ich werde heute wenig zeit haben mich dafür zu bedanken entschuldige ich mich gleich mal vorweg aber dennoch ich schätze das sehr so andere eigenschaften nehmen wir keine und jetzt machen folgendes wir sind nicht verheiratet aber wir haben zwei kinder warum mache ich das weil ich sofort damit gleich zwei bündnisse vielleicht schließen kann plus dadurch dass ich mich selbst noch verheiraten kann ein drittes bündnis bekomme so jetzt gehen wir mal hoch diplomatie noch auf 17 renkespiel will ich ein bisschen hoch bringen damit wir da nicht ganz ahnungslos sind krieg führung auf 8 das habe ich mir überlegt bildung kann auf 5 bleiben kampfgeschick auch verwaltung denke ich 8 auch nicht schlecht so wir kamen noch können noch ein bisschen was machen 387 dann gehe ich noch mal auf diplomatie 18 vielleicht sogar 19 18 ist schon gut gehen wir noch mal renkespiel das wäre zu viel 14 ja 19 diplomatie ist eine spitzen sache ja machen wir noch mal krieg führen geht auch nicht da kommen wir auf 99 jetzt können wir vielleicht noch ein jahr unterstellen auf 28 27 26 sogar möglich 25 wow geil ach quatsch wenn man die jünger ist ach so wenn man jünger ist wartet mal okay älter und jünger hat das ist okay das ist interessant das problem ist man hat dann weniger punkte im diplo baum die man schon erlebt hat da lassen wir mal bei 30 okay alles klar so das zu den stats das ist erstmal das wichtigste wie keine anderen eigenschaften das genügt mehr die anderen holen wir uns über den baum die sind wir zu teuer okay ja genau renkespiel als schutz auch sinnvoll ja das aussehen ist viel wichtiger so was machen wir wir heißen also wir heißen albert nicht nicht abert albert von steinwald und suchen uns jetzt irgendwie ein schönes irgendwas mit einem baum oder so das wäre gar nicht so schlecht aber bäume gibt es hier möglicherweise nicht bayerisch wollen wir nicht aussehen das sieht ganz eindrucksvoll aus haben die keine bäume das wäre dass man das nicht auswählen kann ist auch echt lästig ja gut das sieht nicht aus ansonsten nehme ich einen löwe das sieht ein bisschen venezianisch aus ich kann mich nicht entscheiden leute die schwierigste entscheidung überhaupt nichts gefällt mir luka ich kann die 400 punkte auch überschreiten aber wir haben das intern als regel gesetzt 400 punkte stein leon ist nicht gut ich das ist eine kleine anspielung die man verstehen muss sich aber jetzt nicht aufkläre ok es gibt nichts super cooles schaut mal hier plötzlich so ein ehrenpunkt ja den hätte ich mal nehmen sollen warum habe ich das weiter geklickt der ist der so ganz cool dass plötzlich fische es gibt irgendwo auch symbole ja ich liebe es am besten ist wenn man dann gerade weiter klickt wenn man es was gefunden hat was man geil findet so jetzt pass auf jetzt eins und den nächsten zehn nämlich zwei eins zwei drei drei kronen drei kronen finde ich gut das nehme ich grafschaft herzog könig kaiser ach sieht irgendwie hässlich aus ne doch nämlich wir wollen drei kronen haben so so jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum aussehen das ist erstmal grundsätzlich ok wir passen an wichtig ist körper ist gar nicht so wichtig wie spät haben wir es wie viel zeit kann ich mir lassen ich kann mir noch ein bisschen zeit lassen keine haare ich würde ich würde gerne so ein bisschen mich an dem historischen wallenstein orientieren dazu müssen vor allem erstmal den haarschnitt irgendwie hinkriegen ich gucke mal ganz kurz hin auf mein bild kurze haare mit geheimratsecken das gibt es wahrscheinlich nicht wir gucken mal ob es irgend so was gibt lang glatt kurz wellig gott es gibt hier keine vernünftigen kurzen haar ernsthaft ist ein trauerspiel steppenreiter kein haar geht auch nicht ok das warte mal ausrasiert ausrasierte seiten ja das ist noch am ehesten aber es sieht alles nicht so wirklich gut aus herzog könig kaiser gutes motto ok kurz und wellig trifft es vielleicht noch am besten ja es gibt änderung an regeln mord am hauptcharakter und am ersten erben ist nicht erlaubt so bad ganz wichtig wir brauchen so ein ja leider gibt es auch nicht so ein man kann keinen wallenstein nachbauen das ist auch ein trauerspiel das ist vielleicht am ehesten noch ja das trifft es noch am ehesten den geraden spitzbad nehme den naja 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 wir nehmen den so ist was wollen wir noch verändern der sieht überhaupt nicht so aus ich wüsste auch nicht weit mal wie kann man die haarfarbe kann man doch bestimmt auch verändern oder ach ja hier da gehen wir mal ins dunkle hinein so spitze nase wollen eine spitzere nase kann man das hier mit drehen kann man doch irgendwo ne ne kann man nicht man sieht es nur dort squatview gibt es nicht weil wir zu fünft sind größe der nase länge der nase markantheit der nasenspitze leute mich machen diese einstellung völlig fertig muss ich ehrlich gesagt sagen ich finde das komplett over the top also das sieht überhaupt nicht aus wie der historische wallenstein aber egal wir haben irgendwie eine orientierung größe der nase ne große nase wollen ganz spitze nase länge lang das ist nur der nasenrücken naso labiale einzelheiten interessieren uns nicht profil denn ah hier adlernase ah nee das ist okay das ist diese nase die stirn höher machen ja das das ist eine gute idee das sollten wir machen gesichts schnitt oder kopf und hals wo geht das breite höhe des kopfes länge des ja ein bisschen höher ist auf jeden fall eine gute sache gesichtsausschnitt breite der wangen bisschen schmaler alles breite der stirn da haben wir so ein bisschen geheimratsecken höhe der stirn hier haben wir es ganz markante schläfen bisschen eingefallen im vorfeld bauen kann man kann man das irgendwie ach man kann dna kopieren oder sowas geht das das wusste ich gar nicht stimmt hier steht dna kopieren wüsste jetzt gar nicht wie man das rein geht dann so wisst ihr was das lassen wir jetzt einfach so jetzt ist nur die frage wisst ihr was wir nehmen aber augenfarbe blau einfach nur so oder blau bisschen markante irgendwas okay das lassen wir jetzt so damit bin ich jetzt erstmal zufrieden wie spät haben wir es 52 alle sind irgendwie am start und quatschen ihren schätzt damit sind wir erstmal mit dem wichtigsten du ich glaube ich wir könnten abschließen als textdatei copy and paste ist idioten sicher ja gute idee was 7 uhr 30 bis beginn was was heißt das erinnert im moment an oliver reed als atos in den drei musketieren das stimmt so ein bisschen äh grafschaftswappen lassen wir mal das historische von pilsen das ist doch in ordnung so sieben minuten dreißig ah ja 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 alles klar äh stichwort ich muss mal kurz mein mein handy holen das habe ich noch liegen gelassen das letzte was mir noch fehlt in der vorbereitung ähm ja das ist super ähm erster schritt wäre aber links nachbar grafschaften erobern das ist im wesentlichen die strategie aber das ist hast du sehr gut gemacht prima ok ihr lieben ja ich sag's noch mal wir werden ich werde im chat sehr sehr wenig mit euch sprechen können ähm das ist wir werden auch es gibt diesmal bei der games da auch keine werbepausen das heißt auch da gibt es nicht die möglichkeit irgendwie groß meine lagebesprechung zu machen ich werde aber versuchen diesmal etwas öfter wobei es ist sehr nervig ähm mich quasi für die anderen muten wenn ich nur um nur mit euch zu sprechen da sage ich dann immer vorweg chat oder hi chat dann wisst ihr jetzt spreche ich nur mit euch das ist zumindest der plan ob das gelingt weiß ich nicht genau ja äh naja wir werden schon noch mal also pinkelpause ist natürlich jederzeit möglich es wird auch kleine pausen geben aber die pausen wird dann Maurice wieder nutzen was finde ich auch gut äh wieder quasi jedes land sich einmal anzugucken und jeder kann dann kurz erklären was er so macht und solche geschichten gut an dieser stelle dann weil wir langsam vermutlich durchstarten werden ähm will ich nochmal den moderatoren die moderatoren gesondert grüßen die heute hier dabei sind ähm ben daxon de la vigo und mr serfim vielen vielen dank dass ihr den ganzen stream oder teile des streams wie auch immer hier mit mir gemeinsam verbringt und das ganze ein bisschen organisatorisch begleitet ähm danke an die die zuschauer die jetzt hier in den letzten minuten abonniert haben gespendet haben unterstützt haben wir wissen mache ich hier keine nervigen sound alert und während der nächsten acht stunden werde ich auch kaum gelegenheit haben mich zu bedanken ich hoffe das ärgert euch nicht aber ich sehe natürlich jeden der mich irgendwo unterstützt und freue mich darüber denzel ist glaube ich bei sich selbst denzel hat auch einen privaten stream channel ähm da ist er glaube ich online ich meine in youtube in meiner in meiner video beschreibung habe ich auch alle links zu den anderen chatrooms äh was heißt chatroom zu den anderen stream channels ok genau alle nochmal aufs töpfchen ich gönne mir heute mal etwas aus meinem speziellen krug ich werde erst zu späteren stunden zu alkohol greifen um keinerlei wie soll ich sagen ne anders in späteren stunden hilft der alkohol in früheren stunden behindert er eher wenn langsam die konzentration nachlässt dann dann gibt es einen schluck whisky und dann ist alles wieder gut so ihr lieben auf diesen wunderbaren nachmittag alkohol macht die birne hohl ja genau das ist jetzt apfelsaft im übrigen apfelsaft mit wasser und zwar aus von gegenüber da habe eine kälterei aus den äpfeln des dorfes hier in der gegend der streitflegel oh ja der muss auch noch der kommt auch noch zum einsatz wenn wenn wir wenn uns jemand dumm kommt wo packe ich ihn hin hier oben vielleicht ja das könnte man auch apfelschorle nennen ein eierbecher das ist ein cruiser der kings krug so ich werde glaube ich erst punkt 16 oder rein gehen oder eine minute vorher beziehungsweise ist was ich schalte schon mal mein kopfhörer weg dort drüben dann hören wir falls etwas passiert und was ihr jetzt hört ist ist denzel der irgendwo in seinem zimmer rum kramt und jetzt irgendwelche mail schreibt ne ich glaube das mache ich doch lieber nochmal weg wir sind übrigens ich bin auch zu sehen im bild bei der gamestar im stream ansonsten wie gesagt streamt jeder für sich ja ein kelch das stimmt das ist der korrekte ausdruck äh mit mehr renkespiel gerechnet also den namen renkespiel habe ich mir nicht ausgedacht vielleicht wird es renkespiel geben mit sicherheit ich werde aber erstmal eine andere strategie einschlagen renkespiel wird dann im späteren spielverlauf wichtiger werden wenn man dann kaiser werden will über wahl oder so ja die webcam bleibt dort unten genau dazu muss ich sagen es gibt leider bei ck2 keinen wirklich guten platz um die webcam zu positionieren ich kann sie noch ein bisschen kleiner machen das problem ist eigentlich nur dass das entschlachten doof ist ansonsten ist das der beste ort weil überall anders verdeckt es halt mit wichtigen kram so jetzt nehme ich hier nochmal werte lords werte ladies willkommen zum renkespiel unserem neuen oh ich höre mich doppelt das ist super doof das ist super doof muss man mich nicht mehr hören so jetzt aber hallo und willkommen zum renkespiel unserem neuen und bereits dem besten Strategiespielformat auf Twitch jeden monat wollen wir hier die besten aktuellen Strategiespiele mit den besten Gästen spielen die die deutsche Streamer Szene so hergibt und heute geht es mit Crusader Kings 3 weiter denn das ist finde ich ein absolut großartiges Spiel für diese Art von Format und wie immer und wie immer meine ich wie beim letzten Mal denn wir haben es bislang erst einmal gemacht haben wir ganz großartige Gäste eingeladen und ich schalte jetzt schon mal hier auf unseren Servus ob die alle schon da sind Hallo allerseits Hallo Moin Hallo und ich werde sie euch erstmal der Reihe nach vorstellen ich glaube wir müssen anfangen mit dem größten König letztes Mal dem Denzel Hallo du hast uns letztes Mal territoriell gesprochen alle in die ich glaube du hattest mehr Reich als wir anderen alle zusammen was ist diesmal deine Ambition Ah das ist schwierig weil ich habe noch nie okay wir starten ja dieses Mal ähm ähm Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ja und ähm da habe ich noch nie gespielt da habe ich auch keine Erfahrung deswegen habe ich auch keinen Plan weil ich immer in exotischen Gegenden gestartet bin ähm gerne wie er sich schon wieder klein und unbedrohlich war naja Irgendwer drauf rein Erwartungsmanagement Perfekt sobald ich letztes Mal durch Glück ein großes Reich hatte hätten wir drei Runden weiter gespielt wäre mein Reich so zerfallen das wisst ihr auch das kann es ist ja schon mal einmal zerfallen dann hast du es dir aber wieder aufgebaut also von daher wir schauen einfach mal äh dann Nummer zwei ist ähm der zweite der es damals bis zum König geschafft und in dessen Dynastie sich wirklich durch alle Widrigkeiten und die Hauptwidrigkeit war ich äh tatsächlich an die Krone geklammert hat mit Erfolg Steinwallen hallo ja hallo Maurice seid gegrüßt alle zusammen freue mich sehr dass es weitergeht aber ich möchte gleich mal sagen was in Skandinavien passiert war bleibt in Skandinavien ich habe keinerlei Rache gelüste neues Spiel alles von null ich hätte von einem Ehrenmann wie dir auch nichts anderes erwartet äh und von den Königen kommen wir zur Königin der Herzen damals ingame und außerhalb denn nicht nur hat Shurioka damals die Abstimmung der User gewonnen wer am coolsten gespielt hat du hast auch sämtliche knallharten Wikinger Herrscher deiner Epoche um deinen Finger gewickelt und um den deiner Tochter damals hallo hallo ja das ich habe es versucht aber irgendwie wolltet ihr das nicht so unbedingt dass ich mich durch die Gegend schlafe in diesem Spiel wow heute bemühe ich mich ein bisschen anders zu spielen wir werden sehen wir werden sehen ähm und zuletzt haben wir noch einen neuen Mann in dieser Runde der letztes Mal nicht dabei war und das direkt schon irgendwie kompensiert indem er sich so einen richtig trolligen Thron hintergrund was kann ich denn dafür weißt du jetzt werde ich gedisst dafür dass ich hier wohne wow und das ist der Sepp von Beatsmeet hallo Sepp servus hallo was ist heute dein bist du hier bist du da um alle Platz zu machen oder willst du eine lästige Runde haben und alles ich bin da um einfach den großen Goldspeicher von Aachen aufzubauen äh den jeder kennt und ähm werde heute ein bisschen Geld scheffeln und im Zweifel einfach die ganze Welt kaufen also Geld regiert die Welt weiß auch jeder das ist nie verkehrt äh und für alle die jetzt bei einem von uns zuschauen äh wir streamen tatsächlich allesamt jeder streamt seine Sicht der Dinge ihr könnt bei den Rocket Beans Denzel anschauen ihr könnt bei Peatsmeets äh Sepp anschauen ihr könnt bei Steinweins eigenem Kanal seine Sicht und bei Pias eigenem Kanal ihre Sicht anschauen und bei uns bei Monsters Explosions habt ihr meine Sicht als Host und Moderator ähm und ihr könnt natürlich auch das hat Sepp vorher schon angeregt vielleicht kann irgendein äh äh eifriger äh Chatmensch äh ein Multistream Link vielleicht auch anlegen wo er uns alle sieht da hätte ich auch vorher drauf kommen können bin ich nicht mal kann ich dir eben kurz geschicken wenn du möchtest ja noch besser äh gibt's nämlich bei uns schon ja geil ähm und äh ja großartig dann äh äh poste ich das hier doch direkt mal in unseren Chat Dankeschön an die Mods hier an der Stelle ja also Mods loben kann man sowieso nicht genug unsere wie eure äh so hier ist der Multistream und genau wie schon Denzel angedeutet hat wir sind heute im Heiligen Römischen Reich unterwegs allesamt ähm wir wollen mal eine neue Region letztes Mal waren wir die wilden Wikinger diesmal äh sind wir äh zivilisierte Kurfürsten oder vielleicht auch nicht wir werden es sehen ähm wir haben zwei Regeländerungen hauptsächlich gemacht von letztem Mal weitgehend waren wir sehr zufrieden damit wie das lief äh zum einen fangen wir diesmal schon mit Grafen an die bereits zwei Grafschaften haben das ist auch ein bisschen um zu kompensieren dass du als als Fürst im im sag ich mal feudalen Europa bisschen langsamer dich weiterentwickeln kannst als als Wikinger der deutlich leichter Kriege erklären kann und wir haben acht Stunden das ist in Crusader Kings weniger als man gerne hätte aber doch mehr als man denkt das heißt wir gucken einfach mal wie weit wir kommen wir haben wieder keine Siegbedingungen oder sowas ähm wir verlassen uns auf das Drama das sich natürlich aus dem Spiel entspinnt und da hat es uns letztes Mal auch wahrlich nicht enttäuscht und die zweite Regel ist wo wir schon bei Drama sind ähm dass wir diesmal Attentate auf Spieler und Spielererben nicht erlauben und ich kann das sagen weil ich da völlig unparteiisch bin ich habe diese Regel nicht eingeführt weil ich Opfer dessen war sondern weil ich Täter dessen war und daran selbst gemerkt habe irgendwie ist das ein bisschen ein zu leichter Weg jemanden fast schon versehentlich ja aus dem Spiel zu kegeln deswegen gucken wir diesmal ob es nicht auch noch genügend Ränkespiel ohne das gibt und ich bin eigentlich relativ sicher ähm wir haben uns alle einen Herrscher erstellt oder erstellen uns gerade einen ähm ach ja was ich auch noch sagen wollte wir gucken durchaus in den Chat wir schauen da wir wollen auch mit euch interagieren seht uns nach dass wir auch sehr viel miteinander reden das heißt nicht andauernd aber doch regelmäßig versucht vielleicht zumindest auf ein Minimum zu reduzieren den anderen Spielern jeweils zu verraten was die anderen gerade treiben ähm ich weiß man kann es nicht 100% verhindern und so aber ein bisschen Fairplay wäre schön ähm weil sonst ist ja auch der Sinn des Ränkespiels hier relativ dahin ähm genau aber dann meine lieben mit Ränkeschmiede erzählt doch mal was habt ihr so für Charaktere am Start ich sehe Shurioka hat ihren schon fertiggestellt und hat ihn auch nach einer Twitter-Umfrage gestaltet diesmal habe ich euch völlige Freiheit gegeben einen Charakter zu erstellen es musste nur die üblichen 400 Punkte sein letztes Mal haben wir uns selber gespielt diesmal kann man sich was ausdenken und warum bist du Graf Darlukat hier? ja also ich habe echt so ein bisschen überlegt wer so die ähm zwei Personen in den letzten Wochen in meinem Leben waren die mir meine Arbeit am ähm schönsten gestaltet haben und deswegen habe ich mir gedacht ich kann mich heute rächen aber ich konnte mich nicht entscheiden bei wem ich mich rächen möchte deswegen habe ich auf Twitter gefragt ob meine Community lieber das Haus von Darlukat oder das Haus von Kalle gründen möchte und äh heute werde ich dem Darlou eine wundervolle Frau und ganz viele Kinder suchen und ein schönes Leben bescheren in Hinsbruck das klingt wie Darlous Leben eins zu eins finde ich gut ja ja ich finde auch ich finde das ist ähm das ist eigentlich viel zu wholesome für ein Spiel wie Crusader Kings 3 dass du hier wer hat meine Arbeit am schönsten gemacht oh ist das lieb mal schauen mal schauen wie wie lang diese Hulsamness hier andauern wird ne ähm bis du dann irgendwie anfängst ja kann mal jemand Darlukat für mich umbringen ich würde gerne den Erben weiterspielen oder sowas ähm ich weiß ja wie das hier läuft äh dann äh Denzel du hast ähm ich würde vielleicht sagen warte mal kurz bis alle fertig sind dann können wir nämlich den Herrscher im Spiel anschauen ich glaube ich sehe nämlich eure hier noch nicht in diesem war noch nicht gut in diesem ja am besten ist wenn du dann das Spiel schon startest und dann können wir nämlich quasi schon auf der Karte ich kann noch nicht weil Sepp ist noch im Herrschergestalter ach so ich bin fertig ich bin fertig ich bin schon lange fertig ja perfekt äh dann ähm beginne ich hier mal beziehungsweise gibt es noch irgendwelche Spielparameter die ich beachten sollte ich habe einfach die normalen gelassen jetzt bislang vielleicht noch eine Ergänzung für die Zuschauer wir hatten uns verabredet dass wir nicht über 400 Punkte gehen beim Charakter erstellen genau und dass wir nur zwei Grafschaften haben da hatten wir das gesagt ja aber mir fällt gerade auf übrigens man kann ja tatsächlich in-game eine Mordkomplott-Regel einführen gegen andere Spieler und gegen andere Spieler und ihre engen Familienmitglieder kann man verbieten mhm das machen wir doch vielleicht einfach dann direkt in-game wenn das eh schon geht oder? naja weil wir hatten eigentlich die Reg... wir hatten gesagt nur der Haupterbe genau und äh ich finde ein bisschen Morden ist doch nicht schlecht das stimmt das ist richtig dann lecken wir alles wie es ist äh ein bisschen Morden da bin ich ja auch dafür ähm dann lassen wir einfach alles auf Standard regeln und beginnen mal und gucken uns die Herrscher an so ich lasse das hier natürlich alles noch auf Pause erstmal und und ich gehe mal so wo ist hier die Spieleransicht und dann gucken wir doch mal äh wir haben schon ähm oh Pia wir sind direkt benachbart interessant äh ah schon wieder das lief ja immer gut bislang ja das war immer sehr gemütlich ja das kann ja nicht allerdings würde ich ja davon ausgehen wir haben nämlich alle uns so vage in die Richtung gesetzt wo wir äh wo wir tatsächlich ansässig sind oder zumindest eine gewisse Bindung haben das heißt möglicherweise wird Pia sich jetzt erstmal Richtung Österreich ausbreiten nach uns und ich nach oben in Österreich ja aber noch weiter Vilsburg ist Österreich hallo mach uns nicht noch kleiner haha während ich hier natürlich als allererstes weil ich mal München erobert will ähm aber guck mir noch mal weiter ich war bei Denzel Mac Denzel du hast Graf Denzel von Lüneburg erzähl uns von Graf Denzel von Lüneburg ich sehe er ist wunderschön haha haha das ist einfach echt oh ganz nach deinem Abbild haha ja ich wollte mal so richtig hübsche Haare es sind aber übrigens keine Haare das ist ein ein Bronzeguss den ich auf dem Kopf habe und äh ich habe mich sehr wohlgenährt gemacht das ist im Mittelalter ein Zeichen von Wohlhabenheit und äh ich bin sehr 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 schlau super schlau und wohlgenährt da hört es dann aber auch auf und hoffe ich werde sehr viele Kinder zeugen die ich da ein bisschen ausbauen kann eines habe ich schon eine Tochter ich bin 17 Jahre alt und hier im Norden versuche ich mich auszubreiten das ist meine Story hast du aber früh angefangen mit deinem Kind ne? ja richtig ja wenn man so wunderschön ist dann kann man auch ja ja die stehen Schlange alle hier ja nice und bist auch wunderschön also von daher ja danke danke ich bin gespannt auf euch dann haben wir Graf Sebastianus Maximus von Aachen erzähl mir oh ja er ist ähm ein habgieriger Patriarch und du hast es schon angedeutet anscheinend sehr auf das liebe Geld bedacht also ich bin einfach ein kaufmännisches Genie jeder Euro beziehungsweise äh was haben wir hier Gulden? ne Kronen? Kronen glaube ich oder? was haben die da damals gehabt? äh also ich will das Spiel macht sich sehr einfach einfach Gold Gold okay aber darauf läuft es ja auch am Ende immer raus ne also ja das stimmt und ähm das wird mir nicht durch die Finger gleiten ich werde äh schon das ein oder andere hier bauen also auch in die Zukunft investieren Infrastruktur und so ist ja auch schon wichtig ähm aber natürlich mein großes Ziel ist die Befreiung von Köln von diesem Scheiß Fürs Bischof Anno also der muss einfach irgendwie den Löffel abgeben mir egal der ist ja schon 56 ich meinte das Ziel ist jetzt nicht so super groß das stimmt ja mal gucken aber aber ein großer Kaufmann mit kleinen Ambitionen ja und äh dann haben wir noch äh Steinwallen Graf Albert von Pilsen äh was ist das was ist das für einer? ja kennt ihr so ein so ein Freund der mit allen irgendwie gut kann aber so immer ganz ruhig in der Ecke sitzt und dann wenn alle lachen mitlacht aber sonst nicht viel sagt das so einer ist das maßvoller Typ ruhig gesellig aber man fragt sich auch bei solchen Leute immer was denken die eigentlich wirklich ähm und deswegen hat er auch noch ein bisschen also er ist vor allem ein Diplomat also jemand der gut mit Menschen kann aber er hat auch noch ein bisschen ein Ränkespiel dabei vielleicht auch also ich will jetzt nicht beleidigend sein aber ist das die Angst davor dass du wieder stirbst die ganze Zeit dass du dich jetzt so ruhig in die Ecke stellst wir fragen doch wir werden sehen wir werden sehen was Graf Albert so vor hat er ist ein stiller er ist ein stiller ich will jetzt mal gleich Entwarnung geben weil ich muss hier einräumen das letzte Mal habe ich mich was Ehre angeht vielleicht nicht mit Ruhm bekleckert deswegen lasse ich diesmal gar keinen Zweifel dran ich spiele Graf Erhard von Ehrlichingen was was im ganzen Land Graf Erhard ist maßvoll großzügig bescheiden ehrlich gesellig treuherzig mitfühlend nachsichtig also einfach alles angeklickt was es gibt er hat nur liebenswürdige aufrechte treuherzige Eigenschaften er hat null Intrige wert dafür 24 Diplomatie er ist der liebste und meistgeliebte Mensch im ganzen heiligen römischen Reich und er tut keiner Fliege was zu leide seht wie aufrecht er mit seinen walten blonden Haaren in die Ferne schaut ähm wer wer könnte das ist ja schon geschmacklos also wie er auch lachen muss das geht so schlecht über seine Lippen das merkt man richtig bei uns im Chat hat auch direkt jemand gesagt Graf Erhard scheint mir wie ein ziemlich falsches Arschloch irgendwie spielst du Prince Charming kann das sein der ist am Anfang auch ganz nett und dann ist er richtig böse deswegen ich trau dir nicht ich werde auch noch das Motto meiner Dynastie Freundschaft ist Magie äh äh ähm es ist hier wirklich niemand hat irgendwas zu befürchten von Graf Erhard äh oi 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 also Ränkespiel 0 ist aber auch wirklich eine Ansage ja also Ripp Graf Erhard hat mit sowas nichts am Hut jetzt weiß ich warum du diese Regel aufgestellt hast mhm alles klar Ränkespiel braucht aber auch kein Ränkespiel weil wer würde je auf die Idee kommen ihm was zu leide zu tun alle lieben ihn ähm ja also also so einen gläubigen Typen also vor dem hast du auch einfach gar keine Angst richtig richtig das ist niemand muss ihn fürchten und selbst wenn man halt nicht irgendwie ein bisschen blöd zu ihm ist ist er ja nachsichtig und er checkt es vielleicht auch gar nicht weil er treuherzig ist ähm oder er versteht auch warum du es getan hast weil er mitfühlend ist so ja ich an deiner Stelle hätte auch versucht mich umzubringen ähm niemand kann ihm was vorwerfen ich würde sagen jetzt hat vielleicht jeder von uns noch ein paar Minuten um so die die Startgeschichten zu erledigen wie Heiratsanträge den den Rat einmal kurz äh durch zu checken ob da alles passt ja das finde ich gut und so und dann geht's los für alle die es nicht wissen äh wir spielen auf ähm Geschwindigkeit 2 und bleiben sozusagen in Kommunikation ob wie das passt wir schalten vielleicht auch mal schneller wenn alle sagen okay grad passiert eh nix ähm aber das hat sich letztes Mal so als vergleichsweise bequem erwiesen ähm okay und ich finde es immer noch sonderbar dass irgendwie Graf Erhard hier auf so viel Misstrauen das versteht der gar nicht weil Misstrauen ist gar nicht in seiner DNA ähm das das ist überhaupt nicht ich glaube es wird gleich am Anfang Referenzen geben weil es gibt nur eine Frau im Mittelalter die irgendwie heiratswürdig ist mal gucken wer die kriegt dann schauen wir mal wer von uns der der sag ich mal begehrenswerteste Junggeselle ist Schauen wir mal Haben wir jetzt alle der gleichen Frau den Heiratsantrag geschickt? Welche ist es denn? ich hab mich überhaupt gar nicht ich bin grad noch mit meiner Tochter am Heirats äh Du bist denn der Tochter noch am heiraten? Oh Gott das ist ja ekelhaft Ja die ist halt wunderschön das konnte ich nicht anders Schönheit wird auch überschätzt also Fruchtbarkeit Fruchtbarkeit ist schon was Gutes Ja ich hab schon Kinder aus erster Ehe meine Frau ist dann allerdings verstorben verloren gegangen Ich weiß nicht wer mich vergessen hat Bei der Geburt des ne wahrscheinlich bei der Geburt des zweiten Kindes oder so Oh schlimm Vor allem wie du anscheinend ihr wirklich auch noch sehr nachtrauerst irgendwie weinten wir genau wann sie gestorben ist und warum hatte irgendwas mit Kindern zu tun Also ich hab einfach die perfekte Frau für mich gefunden die ist auch voll der Geizhals Nice So Ah wundervoll So was muss ich was sollte ich noch beachten Ich hab hier vielleicht was besseres im Kopf So kurz für den Chat Erstes Ziel ist SARS SARS ist aber ein Problem mit Festung Stufe 5 Wir brauchen viele kleine Bündnisse So meine einjährige Tochter wird mit einem 61 jährigen Typen verheiratet Läuft So ich glaube ich wär soweit Oh es wird gerade korrekt gesagt dass ich Pias Charakter noch nicht gezeigt habe Hier ist Graf Darlukat von Innsbruck Graf Darlukat vom Flunkerberg ich bitte dich Stimmt es zeigt ja immer wenn du auf den Namen gehst sagt er halt immer die die Grafschaft Aber hier in der Dynastie ist das besser Ja vom Flunkerberg das ist auch gut ne Das Graf Darlukat vom Flunkerberg ist benachbart mit Graf Erhard von Ehrlichingen Das wird großartig werden ja Das kann ja nur gut gehen Es können nur beste Freunde werden Aber so wie die Haare von den beiden aussehen teilen sie sich auf jeden Fall den Friseur Das stimmt das stimmt Er ist wahrscheinlich genau an der Grenze Zwischen Eschenlohe und Kufstein Oder sowas Der High Society Friseur der Gegend Der eine wo alle Fürsten hingehen Ich meine der Erzbischof Der Fürsterzbischof Gebhard von Salzburg Man sieht es unter seiner Kapuze nicht so Unter seiner Bischofsmütze aber er scheint auch so wallende blonde Locken zu sein Haben alle blonde Locken hier Aber ja ich bin ja ja doch Gut wenn wenn andere noch ich ich zu meinen mal noch bisschen an kleiden vielleicht Und man kann die Sachen auch noch umziehen Ja Wie das denn? Wenn du auf deinen Charakter rechts klickst Ist dieses Um den Barbier oben rechts Ah cool So eine Kleiderklammer Symbol Ich weiß nicht warum sie das so ein Symbol in der Im Mittelalter quasi gemacht haben Oha Du hast ja noch so ein richtig goldenes Prunkgewand Und ich bin sicher genau das wirst du jetzt tun Während Graf Erhard ist natürlich Der kleidet sich irgendwie ganz bescheiden glaube ich Irgendwie Boah so eine richtige Deppenkapuze sehe ich da Oder nimmt Graf Erhard so ein Kreuzritterding um seinen Glauben Wenn der will ja schon auch ein bisschen muss man ihm ja seine Ehrbarkeit auch ansehen Geil Die größte Krone genommen die ich finden konnte Charakter Editor Nackt machen wir unseren Charakter nicht also das können wir niemandem zumuten hier Meiner trägt schon so ganz ganz simple Trägt auch keine Krone dafür ist er viel zu bescheiden Ich habe jetzt auch noch ein wundervolles Dynastie Motto gefunden Oh stimmt das konnte man auch noch Und das ist jetzt gut geflunkert ist halb gewonnen Mein Chat ist großartig Ne weil ich muss ja auch noch hier wo stelle ich das nochmal ein Äh Hier Haus Ehrlichingen Freundschaft ist Magie So Schaut mein Wappen sieht auch schon so harmlos aus Es sind irgendwie ich weiß nicht neun weiße Spatzen oder sowas Auf blauem Feld Es könnte doch etwas harmloseres geben So sind alle soweit Ja 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 Dann Bereit Let's go Ja dann schauen wir mal ob ich diese wunderschöne Frau für mich bekomme oder ob ihr mir die schon gestohlen habt am Anfang Natürlich habe ich direkt eine grandiose Frau die mich ehren wird und weiterbringt Ah ich habe sie bekommen ja das ist ja das wäre besser gelaufen als letztes Mal Ich habe meine auch bekommen Mein zweites Meine sieht aus wie zwölf die kann ich doch nicht schwängern Ich glaube tatsächlich ihr Halunken habt mir eine tolle Frau weggeschnappt ja das ist dreist Ja weil du zu ehrlich bist hier Ja das stimmt das stimmt das stimmt Aber gut dann nehmen wir hier Jolanta die polnische Amazone die ist auch nicht schlecht Die sieht halt wirklich aus als wäre sie zwölf Aber die ist 27 Ja voll komisch oder? Die ist voll klein Die ist voll klein Was hat die winzig als Ne hat sie nicht Aber das ist echt eigenartig Vielleicht bist du nur sehr groß Ja Großartig So wie kriegen wir das jetzt hier äh geregelt? Ich muss natürlich erstmal meinen Stammsitz München holen Weil Man muss ja schon Man weiß ja was sich gehört Ja Die ersten Sachen sind die riskantesten Oh nee warte mal jetzt habe ich den Anspruch fingiert auf irgendwas komisches Die Provinz die ich haben will die hat auch gleich schöne Festung Stufe 5 Das ist auch Bitte das wird übrigens in meinem Spielbeginn zufällig ausgewürfelt Stimmt ja Da brauchen wir dann gleich mal 1000 Mann oder so Huch Ich sehe auch gerade München hat eine Garnison Ja bei mir auch Holy shit Ja Das ist ja schlimm Wie sagt der? Ach das gehört meinem, meinem, meinem Ober-Dully Ja ne das kann ich ja nicht machen Also direkt gegen meinen Grafen hier äh Krieg führen Das wäre dumm Die gegen den anderen Das ist ja nervig Das äh Kann ich mir München noch gar nicht holen Warum denn das nicht? Dass 900 Garnison hat Ja du kannst auch Glück haben 900? Ja ja das ist das Problem ja Das ist bei diesen hohen Festungsstufen dann so Aber du kannst auch Glück haben, dass der gegendrische Herrscher zufällig im Heer mithämpft und wenn du dann ihn besiegst und gefangen nimmst, dann musst du gar nicht die Burg belagern Aber das ist ein bisschen risky Mhm Wie steht's denn hier? Komm, Frontenhausen ist doch bestimmt schwächer Ja das ist besser Graf Heinrich Große Viehherde, die Tiere sind mir wohl gesonnen So, ich übernehme auch mal einen Chat-Vorschlag Stille Wasser sind tief Auch nicht schlecht War das auch gut, das ist auch richtig passend, ey Dabei gab's München 1066 noch gar nicht, sagen sie bei mir im Chat Und hier ist es schon eine Burg Stufe 2 mit Verteidigungsstufe 5 Ich find das nicht in Ordnung historisch Erster, der ein Kind gezeugt hat Was? Als ob du schon ein Kind hast Hä? Ich hab doch schon zwei aus erster Ehe Wow, Alter Ja Aber ist noch nicht geboren Aber, also wie Er ist so wunderschön Und fruchtbar Es gibt ja auch mehr Fruchtbarkeit Das heißt, äh, Denzels Ist auch so stille Wasser sind tief Warte mal, warte mal Dieser gebildete, kompulente Typ hier In Wirklichkeit hat das Fausttrick hinter den Ohren Also ich möchte hier bitte Ganz kurz, ne Wir sind auch fruchtbar In Österreich Was soll das denn heißen? Wir schaffen das auch noch Hier wird ja schon Krieg geführt bei meinen Nachbarn, oh Hm Die Holländer geben sich hier direkt die Ehre So, ich fang direkt an, Freunde zu finden Ich hab gerade gedacht, meine Frau wäre vielleicht lesbisch Das wäre doof Oh, ich bitte der Ratsmarschall von Bayern Sehr gut Was, glaube ich, eine recht dumme Entscheidung ist, weil ich Ja gut, ein bisschen Kriegsführung habe ich sogar Ah, jetzt haben wir uns kennengelernt auf jeden Fall, weil ich bin der Ratskanzler Das stimmt Ich finde das ist eine sonderbare Entscheidung, weil mein Typ hat viel mehr Diplomatie als deine Ja, mein Typ wäre einfach ein viel besserer Ratsspitzel Ja, das stimmt, und da hat er stattdessen halt so ein Typ mit neuen Ränkespiel eingesetzt Ich habe das Gefühl, unsere Talente, Pia, werden hier von unserem Lehnsherrn nicht angemessen anerkannt Also ich glaube, unser Lehnsherr hat Angst vor meinem Dalu-Kart und will den nicht als Ratspitzel Aber ich verstehe das Das ist vielleicht auch, ähm Der Ursprung des Übels Ja, ja, nicht ganz unverständlich, oder? Also, so von der Nachvollziehbarkeit her Gut, ich habe mich direkt mit William, dem Eroberer, verbündet und dann hat er direkt England angegriffen Jetzt will er, dass ich ihm hier helfe Schauen, ob wir dazu noch kommen Ich hatte gerade jemanden im Chat, der hat uns liebe Grüße aus Kuhstein ausgerichtet Oh geil! Er hat aber gesagt, der Friseur von unseren Charts war aber nicht hier Sehr schön Habt ihr jetzt als erstes so, ne, so beratungstechnisch, ich will da jetzt natürlich nicht irgendwie geheime Informationen von euch wissen Aber habt ihr jetzt zuerst in Gebäude oder zuerst in Militär investiert? Was war euer Weg heute? Beides Hast du Geld für beides? Ich habe Geld für beides Ich bewahre mir das Geld für einen Anspruch auf Der kostet ja auch Oh, ein Anspruch ist natürlich auch nicht verkehrt, ja Aber das dauert ja so lange manchmal, also weiß ich nicht, meiner ist irgendwie zehn Jahre unterwegs Ja Weil der mich nicht mag, also irgendwie, der Klerus scheint mir nicht wohlgesonnen zu sein Ja, vielleicht, dass du so ein geldgieriger Sack bist Hahaha, aber sind die doch auch Ja, aber das ist das Problem Sie tragen halt auch nicht gar so direkt zur Schau, wie du es tust Das stimmt, das stimmt Ich meine, also dein Typ macht ja wirklich, du könntest eigentlich vom Klerus noch ein bisschen was lernen, Sepp, so ein bisschen Wie man das vielleicht ein bisschen kaschiert, dass man so, ja klar, wir brauchen das Geld schon für den Dombauer, aber es ist ja zur Ehre des Herrgotts Und dein Typ kommt noch so merkvoll Münzen, dann sagt er, mehr Mein erstes Kind ist fertig Alter Fertig gebacken Voll die Brutmaschine bei dir Alter Ist München jetzt irgendwie wieder schwächer geworden, weil die Garnison Ach, der verliert Kontrolle, der Typ, das heißt die Garnison sinkt auch Ja, aber das zeigt ja schon, dass eindeutig ich hier, weil, weil Graf Timo von München offenbar, niemand mag ihn Ja, Graf, Graf, Erhard mag jeder Also ich wäre eindeutig der bessere Herrscher für München Das ist aber keine Demokratie hier Ich bin jetzt übrigens auch der Ratsspitzel meines Herzogs geworden, aber Ich hätte mich ja als Kanzler eingesetzt, aber gut Die checken nicht ganz, was unsere Talente sind Ja, wer weiß, der will mich da aufreiben In irgendwelche kompromittierende Situationen bringen Verstehe ich gar nicht Ja komm ey, mach mal schneller hier Ich habe es gesagt, wir in Österreich sind auch fruchtbar, meine Frau ist jetzt auch schwanger Gratulation Die Ehre Österreich ist gerettet Da hat Herr Heinrich von Frontenhausen die Frau gefangen genommen Und er will aber kein Lösegeld geben, weil es genau um zwei Punkte an Wertschätzung nicht reicht für seine Ehefrau Das ist, äh, er ist halt gierig vom Trade her Der Gier gibt minus 27 und Gräfin Euphemia liegt Graf Heinrich am Herzen und gibt 25 Das heißt, um genau minus zwei will er so eine Frau lieber im Kerker verrotten lassen, als mir 25 Gold zu geben Er ist allgemein ein bisschen geizig, okay, ja dann Vielleicht kann ich sie ja rekrutieren, wenn, äh, ja, sie ist auch bereit an meinen Hof zu kommen Weil offensichtlich ihr Ehemann halt nicht so der geilste ist Wow Das ist aber ein Schameur Als meisterhafte Philosophin kann ich sie ja dann direkt als meine Hausärztin einsetzen Ich glaube, ich bin echt auch noch zu, zu geizig, um, um mit meiner Frau ins Bett zu gehen, das kann nicht sein Okay, musst du dafür bezahlen? Weiß ich noch nicht Anscheinend Vielleicht schaut sie einfach zu jung aus Ja, also es Sollte sich mal, sollte sich mal ein bisschen, kann man die auch customisen? Ach, schade, leider nicht Vielleicht ein bisschen freizügiger, damit ich, damit mein, damit ich selber drauf anspringe, es scheint wohl nicht so zu laufen bei uns So funktioniert das, also bei Sam, der zieht die Frauen einfach um Sehr schön Guck mal, jetzt haben wir auch hier gleich was Kurz für den Chat Befreunden wird eine riesige Rolle spielen Hartspitze ist aber auch Freunden und die Möglichkeit, Bündnisse Ah, wartet Bündnisse ohne, ohne Heirat zu machen Das wird unser Geheimkraft werden So, wie läuft's denn hier in München derweil Hat einer von euch schon Krieg an der Backe? Nee, nee, nee Ich versuche gerade eins zu beginnen Echt? Ich hab Angst, dass das nach hinten losgeht, dass man irgendwas nicht berechnet und auf einmal steht Das ist mir ein paar Mal schon passiert Manche würden sagen, sogar live in Streams zu meiner ewigen Schande Aber diesmal läuft es ganz gut Ich hab die Baronie von Frontenhausen mir gesichert Und jetzt will William der Obere von mir Hilfe in England Und ich glaub fast, das mach ich, weil ich will dieses Bündnis eigentlich bewahren Übrigens überraschenderweise meine Fettleibigkeit gerade verloren, die ich mir am Anfang Wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht, aber scheinlich das Kinderzeugen Okay, das, das, also, Sport ist es halt auch, ne? Auch eine Art von Sport Auch keiner wird bald olympisch Aber ich trau mich nicht, Krieg zu beginnen Ich hab Angst, dass denn, denn ist gleich vorbei Wenn das nicht gut überlegt ist und auf einmal kommt dann noch was, was ich da Dänemark dazu, oder was? Ich mach's jetzt Denkst du übrigens, es wird bei uns gefragt, ob du im Discord vielleicht das falsche Mikro hast Weil du in deinem Stream wohl besser klingst, als in den anderen Was natürlich auch ein dreister Weg ist, die Leute dazu zu bringen, bei Rocket Beans zu schauen Ähm, du, das kann gut sein, weil ich hab hier so viele Mikros, dass ich selber gar nicht weiß Ich werd's einmal kurz korrigieren Gut, ich glaub ich, ich werd jetzt mal nach, nach England, äh, schauen, um, um William zu helfen, hier meinem, meinem getreuen Verbündeten Hört ihr mich jetzt schön, ne? Oh ja, meiner Ja, voll gut Wie Tag und Nacht Krasser Anfängerfehler Cool Es gibt übrigens jetzt Krieg zwischen unserem Lehnsherrn und Frankreich Oh, sehr schön, ja, da halte ich mich mal raus Frankreich? Ja, also König Philipp ist doch Frankreich, oder? Achso, ich hab Mathilda von Toskana gesehen Ja, die auch, also, äh Gibt zwei Kriege Ja, aber, aber unser, unser Lehnsherr schafft's Ich mein, vielleicht würden's unsere Lehnsherren schaffen, wenn sie unsere großartigen Charaktere mal in den richtigen Ratsposten einsetzen würden Ähm Ich bin auch im Krieg Und Uta ist schwanger Krieg mal schnell bei euch, Mensch Oh nein Was hat denn Bürgermeister Gary bald jetzt für ein Problem? Ein respektloser Ratsmarschall, das ist natürlich immer gut So, jetzt heißt es warten bis die Mauern Och, sind nur 19 Monate Belagerung What? Was? Wo greifst du an? SAAS China Ja, China Ja, das ist halt der Pech Das erwartet dich auch, wenn du München belagerst Ja Wenn da halt diese hohe Festungsstufe ist Ist das ein bisschen ätzend Ah ja, stimmt Und man hat wahrscheinlich, oder? Haben wir schon Belagerungsmaschinen? Nee, du musst du erst Theoretisch von der, von der, von der Forschung her, ja Kannst du Onaga oder Mangonellen kaufen Ja, genau Aber die Kosten auch Ja Ja, die Kosten 66, aber es, ich glaub das lohnt sich Also bevor du eine halbe Stunde vor der Stadt stehst Aber du brauchst doch erstmal eine ausreichend große Armee, um die Garnisonen überhaupt klein zu kriegen Das bei mir war erstmal die erste Hürde am Anfang Das stimmt ja Und München hat irgendwie 800 Garnisonen Da kam ich halt überhaupt nicht hin, selbst wenn ich wollte Ja, da brauchst du einen Bündnispartner Ja, ich hab einen, aber der zieht mich in den Krieg, statt umgekehrt Aber gut Dann hat er alles richtig gemacht an der Stelle Ja, das stimmt Ich mein, ich hab da auch nicht, nicht alles falsch gemacht Weil ich, geschichtlich, sagt man ja, dass William der Oberer vielleicht mal ein ganz mächtiger Bündnispartner sein wird, wenn diese Englandkiste mal gegessen ist Die Englandkiste Ja, das braucht nur ein bisschen, aber ja Deswegen helfe ich ihm ja jetzt Mit meinen 700 Mann oder sowas Die braucht er auch Warum hat der mich überhaupt in den Krieg gerufen? So viele Der hat guckt, der hat hier 7000 Mann in England Gegen 1700 Verteidiger Und kommt trotzdem an zu Maurice Komm schnell Bündnis Und wenn du nicht kommst, verlierst du Prestige Ich brauch dich ganz dringend Na du Sack ey Du hättest das alles gut alleine geschafft Also ich will halt nur anbringen, ne Also ich hab meinen erstgeborenen Sohn Kalle Heinz, hab ich schon Oh Meine Frau ist schon wieder schwanger Bei mir geht's immer noch nicht los Das kann nicht sein Vielleicht hättest du dir auch eine schöne Griechin suchen müssen Ja? Eine Griechin? Ich weiß es auch nicht, sie ist sogar katholisch Sie ist sogar 6 Also das muss doch Franken und Sachsen, das muss doch funktionieren So jetzt gibt's Krieg ey, dafür geht's jetzt in den Krieg Der Frust wird jetzt woanders ausgelegt Der Frust wird jetzt woanders ausgelegt Der Frust wird jetzt woanders ausgelegt Er kann nix Komm wir sind 8 Leute mehr oder so Oh Gott Das ist ein Fehler den ich nie wieder mache So knappe Kriege am Anfang anzufangen Da hab ich so oft auf die Schnauze gekriegt damit Ha! Wir machen ihm platt! Wir haben Pferde! Sie haben nur Bauern! Ha! Auf zweifache Geschwindigkeit Sieht das von der Animation ja wirklich so aus Wenn die wirklich kämpfen würden Das stimmt, ja Sieg! Schlacht von La Roche Guck mal Das sieht doch gut aus Erste Schlacht wurde gewonnen Und jetzt 8 Monate vor der Stadt hocken Ja da bin ich auch gerade Und ich hab schon extra die Kriegmaschinen mitgenommen Oh nein Ich wurde ja auch in den Rat gerufen Ich bin jetzt Ratsmarschall Sehr gut Meine Gräfin ist jetzt auch schwanger übrigens Ich schaff das auch Und sie ist eine Amazone Das wird bestimmt super Sie passt übrigens zu mir Sie hat auch nur 2 Ränkespiel Zack auch ab in den Rad Jawohl jetzt bin ich auch mal was Und zwar Verwalter ne? Ja natürlich Sonst Oh wieder schwanger Ja Ach die Kriegsmaschinen müssen erst aufgebaut werden Das dauert Mhm Aber wo dran seh ich das denn? Das läuft über Zeit Das Ach jetzt kommt der wieder zurück Und pimmelt mich hier an Ach komm ey Du weißt es doch aus dem Maul Chris Ich hoffe der Oh ne wenn ich kurz nicht hingeschaut habe Haben sie mir auf die Nase gegeben Ach wie blöd Ihr habt das schon mal gehabt ne Dann denkst du so geil Du machst den ja easy Platten Auf einmal kauft der sich da 5000 Leute Weil der einfach unfassbar viel Kohle hat Hahaha Ja Man muss man muss auf jeden Fall Bevor man einen Krieg anfängt Auch schauen wie viel Geld der andere hat Das ist eine wichtige Information Ja aber immer noch kein Spielererben Also Oh jetzt fehlen mir Leute So geht die Belagerung nicht weiter 564 mehr fehlen Oh shit Ein Kind Sie ist schwanger Jetzt hab ich zu wenig Leute Was mach ich denn jetzt? Ja scheiße Wie zu wenig Leute Ich hab jetzt hier genug in England gekämpft Das muss jetzt reichen Du bist echt nach England marschiert? Du bist echt nach England marschiert? Ich bin natürlich Ich bin doch mein Bündnis ehren Bevor ich jetzt hier Berge an Prestige verliere Den Fehler hab ich auch schon mal gemacht Ich hab blöderweise halt einen Moment Ich hab so eine wehrlose Stadt belagert Und plötzlich ist die 8000er William Armee In eine Richtung davon gezogen Und 2000 Engländer sind aus der anderen Richtung gekommen Und meine kleine Auxiliararmee wurde aufgerieben Aber Man kann auch sein Bündnis ehren Und bleibt einfach zu Hause Aber das ist natürlich für einen von Ehrlich Ehrlich von Ehrlichstein Vollkommen richtig Ich sehe zu Beginn zu begreifen Das was heute Sache ist bei Graf Erhard von Ehrlichingen Wenn der ein Bündnis schmiedet In dem er seine dreijährige Tochter verheiratet Dann wird das auch eingehalten Respekt Außerdem kann ich hier daheim eh nix machen Der Anspruch wird immer noch fabriziert München steht mit seinen Scheiß 750 Garnisonmannen Unannahbar wie ein Fels Ähm Also So So Hab keine Kohle Krieg ist ganz schön teuer Ja Ja Man kann auch Geld verdienen im Krieg Aber Aber nicht so gut Weil du kannst jetzt hier nicht plündern wie sonst Genau Wie sonst Wenn du Wikinger spielst Ich glaube ich stehe mich gleich den Wikingern an hier Das geht ja gar nix voran hier Ja same ey Jetzt habe ich dem seine ganze Armee weggeklatscht Ja und jetzt habe ich immer noch keine Geisel um den Krieg zu gewinnen Und krieg seine Stadt hier nicht Kann doch nie sein Hm Das wird tricky Meine Frau ist deutlich egomanischer als ich Sie will ihre Tochter nach sich selbst benennen Ich weiß nicht, schlagen die doch vor nach dir zu benennen Nee, nee, aber anscheinend Graf Erhard ist wohl so ein Pushover Dass die Frau auf die Idee kommt Nee, nee, warum nach dir? Außerdem eine Tochter Erhard zu nennen wäre vielleicht auch ein bisschen schwierig Also wer von euch hat hier gerade Meinen Rats Dude getötet Was? Was geht denn jetzt schon bei euch los? Das war bestimmt Ehrlich von Ehrliching Hast du meinen Ratsmarschall getötet, Maurice? Ihr wisst alle, dass ich das gar nicht gewesen sein kann Ohhhh Wie zum Geier soll ich irgendwen ermorden? Ja, da bin ich mir nicht sicher, to be honest Aber ich mache mir trotzdem gerade Gedanken Muss ich sagen, finde ich nicht so gut von dir, Maurice Was? Guck dir Graf Erhards Ehrliches Antlitz an Wie kannst du überhaupt denken, dass er das war? Wahrscheinlich bist du eifersüchtig, dass der Friseur meine Frisur besser geschnitten hat als deine Uuuuuhh Ich weiß ja nicht Eindeutig Wieso hat eigentlich unser Kaiser keine Kohle? Der ist ja arm wie eine Kirchenmaus Der hat minus 6 Gold Ja, ich habe gerade auf ihn draufgeklickt und dann habe ich mir gedacht So, hä, minus 6 Gold pro Runde, das ist aber nicht so geil Also Weil er gerade zwei blöde Kriege führt 6,4 sogar Ja, weil er sein ganzes Heer ausgehoben hat Und das ist zu groß für seinen Er ist halt nicht so ein Typ wie du Kostet ein bisschen, ne? Mhm Bisschen doof Scheiße Okay, ich bin jetzt auch im Krieg Na dann, viel Glück Also, ich muss hier ein paar Worte an Graf Sebastianus Maximus äußern Oha Ich habe gesehen, du hast eine wundervolle Tochter Und ich mag diese Attitüde mit dem ganzen Gate Und deswegen wollte ich fragen, ne? Ich habe so einen echt tollen Sohn, Karle Heinz Der sucht noch eine echt tolle Tochter Uh, ja, also Glaubst du, glaubst du was das? Warte mal, schick mal, schick mal, also Schick mal, okay Also wenn du das jetzt ablehnst, ne? Dann bin ich, hm Kann ich verstehen Wär schon, also Ich sehe da eine wundervolle, mögliche Partnerschaft Nachdem ich ja eh hier in Österreich bin Und du bist ja auch irgendwo Kalle Heinz ist auch noch eine Wohlgestalt Ja, ist ein schöner Kalle Heinz Oh mein Gott, was werden das für Kinder Ja, wunderschöne Kinder Klug und auch noch wunderschön Ja, also da Hast du jetzt nach rechts oder nach links geswiped? Ah, sehr schön Das siehst du dann in deiner App Das ist schön, das finde ich gut, das finde ich gut, ne? Also, ich sag's nur Wenn du noch eine Wohlgestalt, also tatsächlich eine hübsche Wohlgestalt suchst Ich hab noch eine Gnu drin Oh Ja, aber ich muss erst noch mal gucken, dass ich mit meiner Frau irgendwie anbandel Sonst wird das hier nix Das ist ganz Sache, wundervoll Wir haben ein Match Cool, damit haben wir das auch erledigt So, ich glaub Chat, Bündnispartner haben jetzt genug Wir haben selber fast 700, unsere Verbündeten 2700 Steinwallen, willst du denn eine wunderschöne Tochter von mir? Also, ich weiß noch nicht, ob sie mal schön wird, sie ist gerade erst geboren und null Jahre alt, aber sie hat schon eins Verwaltung Oh mein Gott, was für eine Perspektive Und ein Marktmarkt von Steinwald ist ein Jahr alt, sie haben so viel gemeinsam Mhm Ja Joa Hier Ähm Ja Ja Okay Hm Na komm Wir sind Die freundlichen Leute sollten zusammenhalten Absolut, absolut Ist natürlich so ein bisschen die Katze im Sack, ne? Oder die Jolanta im Sack, besser gesagt Ja, aber bei uns beiden ja so ein wenig Aber ich schwör dir, ich werd sie gut erziehen Hm, na gut, ich meinte, es ist mein zweitgeborener Sohn Da kann man auch mal ein bisschen was riskieren Ja, wunderbar Ich hab jemanden angegriffen, hab ich das nicht gesehen, das gleiche Problem wie bei euch mit der Riesengarnision Aber zum Glück hab ich... Scheiße Zum Glück hab ich ihn gefangen genommen bei dem... Und zack, automatisch Das ist das Ding, ja genau Ja So geht's auch Okay, Lübeck is mine Oh shit, wo bin ich da reingelaufen? Uiuiui Ach die Scheiße Was passiert? Ja, da war eine andere Armee auf dem Rückweg im Weg Jetzt bin ich da aus Versehen reingelaufen Das waren Plünderer, glaub ich, ne? Slawische Plünderer oder sowas Ich weiß nicht mal wer das ist, ehrlich gesagt Ist ja auch nicht so wichtig Also Lüttich ist ganz schön, ganz schön assi, ähm Die könnten doch mal endlich fallen Die Frau betrügt mich Was? Und hat auch schon zwei Kinder? Nein, die ersten zwei nicht, aber jetzt das dritte Weil bei den ersten zwei hat sie sich gefreut, weil die von mir waren, ne? Natürlich freut man sich da Und jetzt freut sie sich nicht Okay, es war ein unbegründeter Verdacht Ich hab nichts gesagt, wir haben keinen Skandal Aha, schade Wie schade Ich mag Skandale Also, ich möchte an der Stelle anbringen, ne? Ja, nur weil es mit deiner Frau nicht so gut läuft Möchte ich trotzdem nicht, dass du meine Angehörungen so Ich meine, ich gebe dir mein erstgeborenes Mädchen, ja? Ja? Ja, der wird's auch gut gehen hier Ich hab nichts gesagt, ich hab nichts gesagt So, mal gucken, ob wir uns mit dem Papst befreunden können Oh Ja, das hilft, glaub ich, der hat Kohle Ja, weil der will auch Kohle, man muss das teure Geschenke ihm erstmal schicken Man kann ne Befestigung auch stürmen, wie mach ich das? Ah ja, da unten Ja, das musst du mit Vorsicht genießen Warum? Ja, das kann sehr blutig aus, also sollte man vielleicht, wenn es nicht mehr so lange dauert machen Und wenn du deutlich überlegen bist, also wenn es knapp ist Also wenn du unten die Leiste siehst Mhm Dann muss es schon deutlich, ah ok, ja, dann sollte ich vielleicht noch warten, weil das ist genau auf der Mitte gerade Scheiße, der hat sich neue Truppen besorgt Ich war jetzt auch gerade ein bisschen neugierig und dachte, ah, das kann ich ja vielleicht machen Nein! Ihr könnt's ja mal ausprobieren, das kann blutig Aber ich seh da gar keinen Button, bin ich doof? Nein! Ja, der hatte Geld, oder was? Nein! Hat der Söldner sich geholt, ne? Ich glaube, ich muss meine Verbündete rufen Übrigens, Pia Graf Dahlukat schickt mir gerade einen Brief, dass mein Ratskanzler dafür gesorgt hat, dass du mich in einem völlig neuen Licht siehst und vielleicht bist du jemand, den ich eines Tages meinen Freund nennen würde Das liegt am Triseur Ja Was, 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 wo drückt der Schuh? Pia, ich, also, ich könnte, ich könnte, es könnte sein, dass ich dich gleich brauche hier Ja, ja, dann sag an, was, wo drückt der Schuh? Der Weg ist weit Oh man, das kann doch nicht sein Schau mal, schau mal Weiß jemand, ob man ein Spiel irgendwo auf privat schalten kann? Ich hab ja einen, der ständig alle zwei Sekunden uns beitreten will Ja, das, oh verdammt Das hättest du am Anfang machen müssen Jetzt geht's nicht mehr Ach, das kann doch nicht sein Was ist denn los? Beziehungsweise, wir können jetzt, nee, es dauert noch ein bisschen Jede Stunde machen wir eine, äh, eine kurze Zusammenfassung Pia, ich bin echt verbunden, wenn du, wenn du mal kurz so Ja, ja, also, ich wander mal ganz kurz mit meiner Armee von fast Italien hier nach oben, nach Köln Das ist kein Ding, ich bin morgen da Ich bin, ich bin auf dem Weg Der braucht auch noch ein bisschen, aber, äh Ich bin auf dem Weg, was, wo ist denn das? Was macht der denn? Das ist der Anspruch auf Lüttich, oder wie? Ja, weißt du, so ein Kackdorf und dann, oh Gott, ey Ein Kackdorf Ein Kackdorf, okay, ja Und dann holt der Sichter einfach seine Truppen da rein, ey, das kann nicht sein Wie viele sind es denn? Oh, das sind doch einige, ui Ja, aber ich habe ja auch noch welche, also Ja, das hoffe ich Die sind auch schwach, die sind auch schwach, ich hätte die auch fast gehabt Die haben keine gute Güte, aber Ja, gut, wir kommen, wir haben eine unfassbar gute Güte, wir sind, ähm, also nicht ganz, aber Wir sind bemüht, ähm Ich habe noch einen Sohn, ich will meinen Sohn nicht auch da locker nennen, was ist mit dem Spiel? Nee, Moment Wir brauchen einen neuen Namen, los, Chat Attacke Jetzt bist du so hier, äh, aktiv, dass dir die Streamern Namen allmählich ausgehen, ne? Ah, nee, da gibt's doch genug, da gibt's, da gibt's doch Äh, ich, ich muss noch Doppelnamen suchen, weil, so Kalle war kurz, deswegen ist es ja jetzt Kalle, Kalle Heinz Und dann haben wir Gippi Joël, das ist ein wunderschöner Name Ist das eigentlich gefährlich, wenn der Papst ein Druckmittel einem gegenüber hat? Kann ja auch was Böses Also ich, ich würde es, wenn ich, wenn ich eine derlei Situation verhindern könnte, sag ich mal, würde ich das, glaube ich, tun Ach, ich mach's mal Oh, Pia, du kommst doch genau rechtzeitig, das glaube ich ja nicht Ja, ich bin immer, immer rechtzeitig da Direkt rein in Aachen, ne? Ja, ja, da das, äh, ich bin, ich bin auf dem Weg, auf dem Vormarsch, ich hoffe, das geht sich aus, ey Okay, der Papst ist unser Bro Yeah Das kann nicht sein Uh, ich hab nen Titel geschenkt gekriegt Dieser vermaledeiten Lütticher Was hast du geschenkt gekriegt? Von wem was denn? Von deinem Herzog? Ja Das wird spannend werden Respekt Ich weiß zwar noch nicht genau was, aber ich hab irgendwas geschenkt gekriegt Ah, aber das, das sollten wir auf jeden Fall gewinnen, aber du solltest warten, glaube ich, bis ich drin bin in der Schlacht, weil sonst Ja, sonst fallen die direkt wie die Fliegen, ne? Ja Ah, da sind doch noch Berge und so ne Kacke Guck, ich hab jetzt auch diese Belagerung leider knapp hier nicht geschafft Die Berge sind für Österreicher nicht so ein Problem Ach, jetzt haut die Sau ab Nein, den kriegen wir, den kriegen wir Chat, wir kriegen direkt So viel, so viel Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Das ist geil Ne, ne, das, das haben wir, das haben wir, das ist kein Problem Jaaah Lad mal rüberschauen, wo ist das hier, diese, ah ja Schlacht von Aachen, seid ihr das? Ja, ja, das sind wir Also, Pia, soll ich dich jetzt mit Dalu-Karte anreden oder mit Pia? Also, ich find Pia angenehmer, dadurch find ich da noch ein bisschen seltsam, aber hey So, jetzt muss man da Lüttich rüber Jaa, da Lüttich rüber? Jetzt mach mal die Wurst weg, ey Ich glaub, das sollte ich auch gleich machen, Chat Das kann doch nicht sein Nicht, dass uns der Papst wegstirbt Oder ist das mit Nachteilen verbunden? Oh, ich hab 17% nur noch, das ist nicht so viel Oh Gott Oh Mann, ey, was ist das für'n Krieg hier? Oh nein, jetzt ist die Existenz Gut, ich glaube, offensichtlich wird jetzt aber zumindest hier mal William, der Eroberer, hat jetzt bald mal diese England-Kiste eingetötet, hoffe ich Ich glaub, Pia, du kannst weiter erobern und ich mach hier mal die 86 da weg, glaub ich Ist das nicht andersrum smarter, weil du die Belagerungsgeräte hast? Äh, ich kann nicht belagern, weil das 528 Dudes braucht Gut, ähm Oder wir bleiben einfach stehen Bleiben einfach stehen, auch gut Das ist 6 Monaten, das war schon Der wird sich nicht mehr erholen, oder? Erholst sich der nochmal? Der hat nochmal 348 Männer Nee, nee, der wird sich die mehr erholen Übrigens ist anscheinend hier im Heiligen Römischen Reich macht sich hier eine Ketzerei wie ein Fegefeuer breit, habt ihr das auch? Ich hab grad irgendwie 7 Meldungen, dass ein Herrscher nach dem anderen Nee, ich hatte gerade nur einen Ähm, der Ikonoklasmus hat äh Hält sich immer noch in Grenzen, ja In Oberitalien Ich habe gerade einen Namen vorgeschlagen bekommen Für meinen Erben, für meinen neuen Sohn Und der ist Hartwig Und wer unsere Vorgeschichte kennt, weiß, dass wir mal ein Teammitglied bei uns hatten, das D. Hartwig hieß What the fuck? Ja, krass Okay Wow, Risiko, 21% Krankheit Ah Das ist ja nice Wundervoll Jetzt müsste ich doch allmählich diese blöde Stadt jetzt hier kriegen, komm Jetzt muss ich meinen zweiten Sohn loswerden Jetzt muss ich meinen Sohn loswerden Ja, ist das halt mit der Erbteilung schwierig Jetzt mit der Erbteilung so ein bisschen Das ist in der Tat immer schwierig, ja Ach du Scheiße Oh weh, die 2400 Leute kommen jetzt hier rüber Oh, das wäre richtig ärgerlich Was? Ja, die gehen auf die 840, aber 2400 wäre jetzt echt nicht so nice Also Lüttich ist echt verflucht Jetzt kloppen die sich in Aachen Nee, geht doch mal weg Ja, das ist nicht so gut Und jetzt kommt nochmal 1600 da runter Ja, was, 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 wo hast du mich da eigentlich hin eingeladen? Ich dachte, das ist ungewöhnlich Chill in und das ist irgendwie nicht so schön hier Wieso geben die sich hier alle auf die Fresse? Aber hey, meine Frau ist ganz schon wieder schwanger Ja, also der gefällt das offensichtlich, dass ich im Krieg bin Ich frag mich nur, warum die schwanger wurde, während ich im Krieg bin Wie hast du das hingemacht? Ähm... Schwierig Schwierig Ich sollte hier echt Wegzoll nehmen, ey Da wäre ich ja reich hier bei 4000 Leute, die hier gerade durchziehen Ich habe ein drittes Kind gerade gekriegt 625 von mir Erster heißt Denzel Zweiter heißt Tim Hosea und das dritte heißt Thomas Gottschalk Nein Ja, also der Sprung ist, also Man merkt sofort, dass das Geschwister sind, wenn man die Namen liest Ja, benannt nach einem der ersten großen deutschen Streamer Okay, Pia, ich glaube Ne, Pia-Card wurde vorgeschlagen, nennen wir dich ab jetzt Ja, super, Pia-Card ist großartig Pia-Card, wie wäre es, wenn wir jetzt runterlaufen und seine... Seine... Ach ne, wir sind schon durch Komm, wir machen jetzt fertig Oh mein Gott Großartig Lass uns an der Stelle mal kurz eine Pause machen und mal Resümee passieren lassen Dankeschön, Pia-Card Was passiert ist Wartet kurz So, ich mache mal kurz Pause Und wir gucken mal Ich würde Pause machen So, jetzt hier Und wir schauen mal, was so auf der Karte sich bislang tut Denn für jeden... Ja und alle paar Stunden wollten wir so ein bisschen Resümee passieren lassen Für Spieler, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben Oder auch alle, die so ein bisschen eine Miterklärung vielleicht brauchen Mac Denzel, ich sehe, du hast... Ich bin jetzt so gut expandiert Du hast schon auch 1300 Mann Und hast dir eine fette Krone aufgesetzt, um dem Rechnung zu fragen Das ist doch keine Herzogstrone Ich hab das aber geschenkt gekriegt Ne, das ist doch eine Krone, wie sie Gaddafi hatte, weißt du, so eine Krone Aber, äh, das habe ich tatsächlich geschenkt gekriegt, alles was südostlich in meinem Reich ist Aber das ist natürlich auch nicht Zufall, ne, das liegt natürlich auch an meinem gewissen Auftreten Meiner Schönheit und vor allem meiner Fruchtbarkeit Ja, ja, das stimmt, das stimmt Also hier läuft es zumindest Und, äh, hast du irgendwie... Was sind deine nächsten Schritte? Ähm, ich muss erst mal gucken, weil wenn du so schnell wächst, dann kriegst du ganz schnell ganz viele Probleme Und ich hoffe, dass ich jetzt keine kriege Ich versuche natürlich als erstes Hamburg einzunehmen Mhm Das ist mein unmittelbarer nächster Plan Aber ich hoffe, dass mein schneller Aufstieg jetzt nicht irgendwie von den Nachbarn gleich wieder niedergehackt wird Das hoffen wir immer alle, äh, ja Dann, äh, Pia und Sepp, gebt uns doch mal, für alle, die nicht live dabei waren, was zum Geier ist das für ein Krieg, den ihr da führt Mit allen, dass sich Sepp den Vortritt in der Kriege Also eigentlich dachte ich mir, hier in Lüttich, ne, Liesch, das ist einfach, das ist so ein kleines Dorf, das kannst du mal eben mitnehmen Ähm, der, der, der gläubige Bischof dort, der schien jetzt auch nicht so der smarteste und kriegsgewandteste Also, war eigentlich eher so easy snack Ja, okay Dachte ich Aber dann habe ich nicht gesehen, dass das Ding einfach komplett eingemauert ist Und meine, meine doch zwergigen Krieger nicht über diese Mauer gekommen sind für Jahre Und dann irgendwann hat der Bischof sich dann doch, äh, hat er sein ganzes Silber verkauft und sein Gold und seine ganzen religiösen Items Und dann hat er einfach mal eine kleine Armee gekauft und, äh, dagegen gehalten Und da wäre es fast um mich geschehen gewesen, wenn nicht, äh, Pia Kart hier, ähm, freundlicherweise, äh, zu Hilfe gekommen wäre Ja, und ich habe gerade rausgefunden, Pia, dass vielleicht unser, unser, äh, äh, unser Bund vielleicht noch ein bisschen weiter gesponnen wird Denn, äh, mein Socken hier hat eine sehr, sehr hübsche Tochter bei dir gefunden Ähm, du meinst du Gnudrun? Also, Gnudrun ist ganz schön... Ja Wohlgesonnen Wohlgesonnen ist das Wort Die kommt nach ihrem Daddy, die kommt nach Dalukat, ganz offensichtlich Ja Also Gnudrun, äh, also wenn du möchtest, äh, äh Ja, also ich, ich, ich mag das, also ich find das sehr toll und sehr einprägsam, dass du da jetzt schon drei Grafschaften hast, also Ich, ich hab ein gutes Gefühl, ähm, Gnudrun, um deine Hände zu geben, also kannst du ja mal so, ne, Anfrage schicken und ich freue mich an Ich find's, ich find's, ich find's wunderbar, wie ihr hier grad wirklich eine authentische, mittelalterliche Heiratsverhandlung Ja, also, die sieht ja schon ganz geil aus Ja, und dir gesagt, ich weiß gut, wie viele Grafschaften du hast. Ja, mach mal doch Genau so läuft das doch Im Übrigen, sie sieht ganz geil aus, sie ist zweit. Pass auf, was du sagst, Maurice. Dann, Sepp, erzähl doch mal, was du mit dem Wort wohlgesonnen meintest bei einer Zweijährigen. Also, sie hat halt schöne Haare, eine weiche Haut, also das sind alles Dinge. Okay, sie hat tatsächlich für eine Zweijährige echt ganz schöne Haare. Die ist offensichtlich auch schon beim gleichen Friseur gewesen. Der hier irgendwie, ja, sehr gut, dann direkt mal zu Pia, wie läuft's bei dir? Hast du schon rausgefunden, ob deine Frau dich betrüft und ob sie es war, die deinen Ratsmarschall umgebracht hat? Also, erstens, warst du das mit meinem Ratsmarschall? Oh, das ist gar nicht, guckt euch hier Graf Erhard an, der ist so nett. Ja, 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 das ist, das ist, ne, es geht ja nicht immer nur um das Äußerliche und auch nicht immer um den Namen. Manchmal geht's auch um die Stimme im Kopf, von dem Graf Erhard, und das ist deine, und deswegen... Ja, das Problem, das ich bei sowas immer hab, ist, dass ich jetzt wünschte, ich könnte jetzt aus dem Brustton der Überzeugung argumentieren, was für ein Unsinn du redest, aber nicht nur würdet ihr mich alle auslachen, nicht nur würde der Chat mich auslachen, ich könnte mich ja nicht mal selbst ernst nehmen dabei. Ja, das ist so, das ist das, also... Ich kann wirklich nur die faktische Verteidigung anbieten, dass, glaube ich, mit null Intrige die Wahrscheinlichkeit höher wäre, dass ich ausrutsche und mit dem Dolch selbst in die Brust ramme, wenn ich sowas versuchen würde. Das ist ein wahres Argument an der Stelle. Aber abgesehen davon, ja, und ansonsten sind deine Pläne natürlich jetzt gerade erst ein bisschen so pausiert, wahrscheinlich, weil du Sepp bei seinem absurden Bischofskrieg helfen musst, oder? Also, pausiert würde ich nicht sagen, ich spiele immer so ein bisschen als Brutmutter bei Crusader Kings 3, also mir ist das immer wichtig, wo gehen meine Kinder hin, wie sehen meine Kinder aus, und wie meine Frau ist jetzt zum Beispiel mal schwanger, und wie heißen sie? Also wir haben jetzt, wie gesagt, einmal Karle Heinz, einmal Gnudrun und einmal Gippi Joel, den muss ich noch irgendwie loswerden, ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache, aber da fällt mir bestimmt irgendwie was Sinnvolles für den ein, und ich arbeite gerade auch an meiner dritten Grafschaft, aber Brixen und ich haben so unsere Komplikationen, würde ich mal sagen, aber das wird schon, also ich bin guter Dinge, das sollte in der nächsten Stunde klappen auf jeden Fall. Ich würde aber trotzdem an dieser Stelle nochmal ins Gedächtnis rufen, weil hier ich so als der eine Schurke dargestellt werde, und vielleicht für alle, die sich jetzt gerade freuen, oh, Pia hat ein Kind nach mir benannt, ich war auch schon mal in dem Lustenkreis der Leute, deren Kinder nach Pia benannt, nachdem Pia ihre Kinder benannt hat, ich war, glaube ich, sogar der Erste, dem diese Ehre zuteil wurde, und der kleine Maurice wurde im Alter von zwei Jahren von seiner Mutter, ich glaube, im Meer versenkt oder sowas, weil er für die Erbfolge ein Problem war. Hast du Fenster geworfen, Mama, ja. Ach, du Fenster geworfen, noch besser. Und, also, wenn jetzt, ich weiß nicht, falls hier irgendwie Gnu oder sowas vielleicht mal zuschauen und sich freuen, oh, Pia ist eine tolle Freundin, wie schön, freut euch nicht zu früh, der Stream hat noch sieben Stunden, und ihr habt ja schon gehört, wie Pia bisschen philosophiert hat, wie werde ich meinen Sohn jetzt wieder los. Aber der Gnu passiert nichts, weil die geht nach Aachen, also die muss gesund nach Aachen ankommen. Sehr gut. Und dann kommen wir doch mal zu Steinwallen. Du hast auch schon ein recht großes Reich, so rein, was die Karte angeht, aber ich glaube, jetzt noch wissen, dass diese Provinzen ein bisschen größer sind als für anderen. Aber du hast auch schon eine dritte Graf Schraff, bist also ganz gut im Zeitplan. Wie läuft's bei dir? Ja, Graf Albert ist allseits beliebt, hat viele Freunde, die auch ein paar Soldaten mitbringen. Und, das ist vielleicht doch erwähnenswert. Du hast sechs Bündnisse. Ja, man muss nicht nur ehrlich sein, sondern auch nett. Ja, wie auch immer. Der wichtigste Freund ist vielleicht der Papst. Der Papst ist ein ganz angenehmer Freund, es hat tatsächlich geklappt, weil der Papst kann auch sagen, hey, dieser Albert, das ist der Eigentliche, der auf diesen oder jenen Thron gehört. Und ich hoffe, das wird uns noch helfen hier in Böhmen in den nächsten Monaten und Jahren. Ich hoffe, er lebt noch ein bisschen, der Papst. Das ist ein bisschen das Babang-Spiel daran. Das stimmt, das stimmt. Ja, bei mir dann zuletzt, ich, nachdem München, meine eigentliche Heimatstadt, die ich gern in meinem Reich hätte, sich mir widersetzt, kreise ich sie einfach so ein bisschen ein und nehme halt alles drumrum ein und hungere sie dann aus und irgendwann komme ich dann und sage, Junge, diese Grafschaft hätte schon vor zehn Jahren dem Haus von Ehrlich hin gehören sollen. Und jetzt habe ich auch gerade hier mal mir Mangonellen gekauft und jetzt geht diese Belagerung hier auch plötzlich schon deutlich besser von der Hand in Geisenhausen. War sehr schön. Ich fand den Anfang von deinem Satz schon sehr beeindruckend. Junge, das ist meine Grafschaft hier. So, finde ich, haben sich bestimmt mittelalterliche Grafen miteinander unterhalten. Vor allem welche mit 27 Diplomatie wert. Ja, definitiv. Und ansonsten bin ich natürlich, ich habe nur ein Bündnis, aber es ist natürlich das Königreich von England. Deswegen mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, dass irgendwie irgend so ein kleiner Graf mir zu blöd kommen würde, weil William natürlich mir meinen wirklich signifikanten Beitrag zu seiner Eroberung von England damit gedankt hat, dass ich jetzt bei ihm hoch in der Gunst stehe. Und deswegen hoffe ich, dass ich da vielleicht noch, wenn irgendwer mir mal blöd kommt, darauf zurückgreifen kann. Und bin deswegen auch durchaus ganz guter Dinge eigentlich, wie das gerade hier so läuft. Ich hatte ein paar, wie ihr alle eigentlich, auch so ein paar Fehlkalkulationen bei Belagerungen und Verteidigungswerten, sage ich mal. Aber ich glaube, wir sind darüber hinweg inzwischen. Ob William aus England auch vielleicht mal nach Hinterkuckungshausen kommt, um dir zu helfen? Tatsächlich, also die KI ist ja eigentlich, also was das angeht, vergleichsweise treuherzig. Ja, das stimmt, aber der Weg ist weit. Der Weg ist weit natürlich. Aber ich meine, gut, der Graf von München mit seinen 200 Mann wird es auch nicht so schnell mich hier plattwalzen können. Aber natürlich ist das richtig. Immer so ein bisschen ein Risiko. Ich bin halt nach Bündnis Wert gegangen und habe halt den Höchsten genommen. Aber natürlich habe ich ja auch ein Bündnis mit dir, mein lieber Steinwallen, deswegen... Oh ja, aber zieh mich da in nichts rein. Ich will nicht nach England segeln müssen, so wie du es getan hast. Ich meine eher, wenn einer von uns in der Näheren Nachbarschaft Probleme hat und England weit weg ist, dann haben wir ja noch einander, um uns beizustehen. So, aber ich glaube, dann können wir damit weitermachen. Oder was meint ihr? Ja, sehr gerne. Ich warte auf die Zweite-Anfrage. Ah, da ist sie schon. Da! Da ist sie schon. Ja, wundervoll. Oh nein, ich habe eine Frühgeburt. Oh nö. Kein viertes Kind für einen Karten. Das ist tatsächlich schade. Das ist tatsächlich schade. Weil jemand fragt im Chat, spielt seinen Steinwallen selbst oder moderiert und kommentiert. Wir spielen alle selbst. Ihr könnt auch mit dem Ausrufezeichen Multistream bei uns den Link aufrufen, wo wir uns alle auf einmal beobachten können. Denn wir haben heute Denzel bei den Rocket Beans, Sepp streamt bei den Peats, Pia streamt bei sich selber, Shurioka und Steinwallen streamt auch bei sich selbst. Das heißt, alle fünf Ansichten könnt ihr verfolgen. Und genau, wir sind ja hier angetreten mit dem Anspruch, das beste Strategiespiel-Event zu machen, das es gibt. Und ich finde, nach einer Stunde, kann man schon sagen, haben wir auf jeden Fall schon absolut erreicht. So, für dich brauche ich noch einen Mann. Da haben wir doch ein bisschen Geld draus. Gräfin Jolanta ist auch wieder schwanger. Aber es ist lange nur Töchter. Das ist so ein bisschen knifflig noch. Aber gut, es ist ja auch noch Zeit. Und lecker, 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 lecker. So, jetzt müssen wir nur noch das nächste Land hier einnehmen. Pia, du bist bereit, ne? Was, wofür, was? Wofür bin ich bereit? Sepp will wieder Krieg führen. Was, schon wieder? Schon wieder? Nein, Pia, alles gut, alles gut, alles gut. Du machst mir hier schon so ein bisschen Stress. Also, verstehe mich nicht falsch, die Tochter ist echt schön, aber das ist langsam ein bisschen das Tempo, ne? Ich muss mir das auch irgendwie leisten, da nach oben zu gehen. Ja, das wird alles vergütet später. Wir könnten uns so die Benzinkosten teilen. Ja, das ist die Fahrtkosten. Also, wenn du da so einen Fahrtkostenantrag stellst, da sehe ich dich. Ja, super, gut. Dann ist es kein Problem. Die Spesen und so, das geht dann auf mich. Hm. Oh, ich muss mal Brixen hier holen. Das ist unser Auftrag jetzt, glaube ich. Er hat auch keine Fabrik mit mir, ne? Schaffen wir ja. So, Hamburg wird angegriffen. Mit Erfolg? Was läuft noch? Fängt gerade an hier. Das ist unser Auftrag jetzt, glaube ich. Oh, ich habe einen Anspruch auf die Grafschaft von Passau bekommen, weil der andere irgendwie in der Bürokratie geschlampt hat. Das finde ich gut. Gratulation. Wem gehört das denn? Graf Dietpolt. So was. Der ist verbündet mit Graf Arnold von Augsburg, der leider recht stark ist. Ah. Okay, ganz nice. Also hier kann man schon im einen oder anderen Kotelett aus der Backe leiern. Oh, dem König, äh, Krieg zu erklären, ist, glaube ich, nicht so mega smart, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Kurz einmal in den Chat. Ich, mein Plan ist es... Ich kann nicht unbedingt gerade kämpfen, ne? Nur an der Stelle. Ich führe gerade meine eigene Schlacht hier. Ich brauche ein bisschen. Ja, gar kein Thema. Mein Plan ist es noch, die Grafschaften hier weiter zu erobern, um selbst stark genug zu sein und einfach normalen Anspruchskrieg, das Herzogtum zu erobern. Ähm, die auch nach Ehre und Unterherzigen innerhalb Böms werden. Gudrun, nenne ich sie. So. Gudrun und Gudrun, die werden bestimmt gute Freunde nennen. Bestimmt, bestimmt. Es kann doch nicht wahr sein, jetzt rennt der da weg von mir. Jetzt bleibt doch mal stehen, Freundchen. Ich will dich verprügeln. Das Problem ist, ich kann ihn nicht auf die Hauptstadt stellen, weil da verliere ich bei der Belagerung zu viele Truppen und dann verliere ich vielleicht die Schlacht. Ich muss den fangen und er läuft mit mir im Kreis. Ich habe mit Hamburg die falsche Stadt eingegriffen. Das ist leider gar nicht. Du auch. Ich bin ein bisschen bekannt vor, dieses Problem. Man könnte, man könnte natürlich auch über Anspruchvolle Steller gehen. Dann müsste man sich befreunden mit den eigenen Leuten. Das würde auch gehen. Das wäre die Alternative. Nee, Chat, das geht nicht, weil die sind in Meeren, nicht in Böen. Die Steinwallen, du weißt das doch bestimmt, wenn ich das Freundschaftskomplott mache und ich habe ja dann immer eine 100% Erfolgschance oft, aber trotzdem kommt man am Ende der Freundschaft nur näher und ist noch nicht direkt befreundet. Hängt das von der Meinung der Leute ab, die sie vorher haben? Naja, 100% heißt das am Ende der Zeit. Auf jeden Fall, du das schaffst. Das andere sind Zwischenevents. Selbst bei Erfolg habe ich dann oft am Ende nur, es war ein Erfolg, das Komplott ist beendet, aber du bist noch nicht formell befreundet, du kommst dem nur näher, ist ihr dann da. Ihr seid einer Freundschaft näher gekommen. Und ich frage mich gerade, wie ich das beeinflussen kann, dass das auch ein garantierter Erfolg wird. Also es gibt halt so Zwischenevents, wo du dann näher kommst. Okay, aber ich weiß es nicht. Bei mir hat es jetzt immer 100%, wenn 100% war, hat es immer geklappt. Komisch. Sonderbar. So, ich hol mir jetzt erstmal München, komm. Geld. Vielleicht weiß das im Chat jemand. Ey, der Graf von München, der ist echt tollkühn, geht hier direkt zum Angriff über auf Falkenstein. Ihr habt recht, die anderen sind auch Vasallen, das stimmt. Also ich bin gerade echt verwirrt. Ich habe gerade eine Schlacht verloren, bei der ich mehr Einheiten hatte. Ich hatte Bogenschützen und leichtes Fußvolk, was das schwere Fußvolk meines Kontrahenten countert. Und ich habe aber verloren, weil in der Schlacht seins berechnet wurde, als dass es meins countert. Oh. Kann es sein, es ist manchmal auch ebenenabhängig. Also egal, ob du auf dem Berg bist, im Wald oder das ist manchmal auch noch relevant. Das steht bei den Truppen aber auch dabei, wo die gut sind. Ah, dann liegt das wahrscheinlich da rein. Das kann sein. Geländeeffekt, genau. So was haben die vielleicht auch noch. Ja, schon. Bin ich mir aber nicht sicher. Es kann natürlich auch manchmal sein, vielleicht hat der Anführer irgendeinen besonderen tollen Trade. Oder sowas. Der ist nicht aus Österreich, das glaube ich nicht. Alles klar. So, komm, ich will jetzt München endlich haben. Ja, das schaut nicht so gut aus, Freunde. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie ist es? Das ist gerade nicht, das nicht mein, das fühle ich gerade nicht so. Hä, warum kann denn hier, was? Nicht genügend Truppen? Ist München jetzt schon wieder gewachsen in der, ach komm, das gibt es doch nicht. Diese Stadt, ey, das kann doch nicht sein. Vielleicht kriege ich aber den, den, den Graf einfach gefangen genommen. Das wär's doch jetzt mal. Jawohl, ich hab den Grafen von München gefangen genommen. Jetzt muss ich die Stadt gar nicht erobern. Wie machen wir das jetzt? Das ist der perfekte Weg, so einen Krieg hier zu lösen. Wie viele Grafschaften hast du jetzt? Äh, fünf. Ist ähnlich wie du, glaube ich, oder? Fünf. Respekt. Wie viel hast du, Steinwein? Hm, ich hab noch drei Arbeiter. Ich dachte, du führst. Nein, nein. Das ist nur das Landgebiet, aber nicht die Garten. Ja, ja, genau. Okay. Steinwein sieht größer aus, als er ist. Er ist trotzdem nicht klein, aber ich dachte auch zuerst, während ich zum Beispiel relativ klein aussehe, weil die Grafschaften bei mir nicht so viel... Pia, wirst du belagert? Nee, nee, die kämpfen dort noch. Ach so. Ja, das ist, das ist gerade, also ist alles noch, noch ist alles okay. Aber was ist denn mit, was ist denn mit Wenzel? Ich hab jetzt keine Zeit für Wenzel. Ich muss hier, ich muss hier gerade so ein bisschen, also das gefällt mir nicht. Brixen und ich werden einfach keine Freunde. Das ist jetzt der dritte Spielstand, den ich spiele in Österreich. Und der dritte Spielstand, wo Brixen und ich einfach, also, schwierig. Wo er nicht auf einen Nenner kommt. Ja, das Problem ist halt, der gegnerische Dude hat halt drei Punkte mehr als ich, aber sie haben beide Plünderer, also... Und jetzt hat er mir auch angezeigt, dass ich das gewinne und ich verliere es halt trotzdem schon wieder. Das ist irgendwie... Oh. Seltsam. Also er hat mir das gerade grün angezeigt und jetzt hab ich verloren. Also das ist ein bisschen, ich hab hier so ein bisschen Würfelpech gerade an der Stelle. Das ist nicht so schön. Hat dein Chat irgendwelche Meinungen, woran es liegen könnte? Der Chat hat immer Meinungen, aber... Man hat ja doch manchmal ziemliche Experten, sag ich nur, im Chat, also echte Experten, nicht irgendwelche Backseat-Gaming-Experten. Es gibt ja zwei Sorten von Chat-Experten leider. Ich gehöre zur Letzteren. Ja, ja, also ich hab das auch gesehen, dass er in Generalstoffe 20 ist, meiner Stoffe 17. Das macht eigentlich nicht so einen Riesenunterschied. Das soll jetzt nicht die Welt bedeuten, ne. Nee, und das wird ja auch vorberechnet. Und ich hab ja auch mehr Einheiten, da ist eher meine Güte höher als seine. Deswegen, es wundert mich langsam. Also, ich glaub, ich hab wirklich einfach Würfelpech gehabt, gerade an der Stelle, weil es ja dann doch gewürfelt wird. Ähm, Pia-Card, kann ich dich sonst in irgendeiner Art unterstützen, nachdem du mich ja auch so gut unterstützt hast? Also, momentan, also wirklich ganz im Ernst voll nett, aber wir sind gerade noch so, wir sind noch ein bisschen zu stolz gerade, um umher zu sagen. Ah, okay, verstehe ich. Also, also, ähm, das hab ich jetzt natürlich nicht laut gesagt. Aber ich komm da vielleicht nochmal drauf zurück. Mhm, na klar. Jetzt gerade bin ich so nicht so begeistert von der Gesamtsituation hier. Ja, das glaub ich. Das glaub ich. Ich find das schon ein bisschen frech, wie der sich hier so bedimmt. Aber der wird auch noch, der wird auch noch, ähm, sich entschuldigen. Hoffe ich. Sonst lösen wir das, ja, irgendwie beim Grähen oder so. Ich hätte ihn ja zum Raclette-Essen eingeladen und ihn einfach vergiftet. Das wär ja auch gegangen, aber... Wollte er nicht? Wenig, wenig. Manche Leute. Ich will schon überlegen, ob ich ihn einfach in einen Mordkomplott starte und das einfach darüber löse. Also, ich kann dir sagen, das ist eine sehr gute Art, Probleme zu lösen. Habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ah, also, das ist was... Die ehrliche Haut von nebenan, kann man das sagen, ja? Die Stimme in seinem Kopf, kann dir das sagen. Aber der widersteht er natürlich, dieser Stimme. Er hat manchmal Träume, der Graf Erhard, dass er nicht Graf Erhard ist, sondern ein mordlustiger Wikinger, der einen nach dem anderen um die Ecke bringen lässt. Er weiß nicht, woher diese Träume kommen. Er versteht das nicht ganz. Aber er stemmt sich dagegen, mit aller Macht, gegen diese sonderbaren Visionen. Die sonderbaren Visionen. Oder schmeckt's dir. Das ist verbunden, das ist gut. Aber wenn der da weiter im Kreis läuft, dann ist das zumindest schon mal was Positives. Da kommt jetzt mein Verbündeter, mein anderer Verbündeter, mit 99 Mann. Das ist, ähm... Das ist natürlich sehr hilfreich. Eine große Schulklasse, die gerade zum Besuch ist. Aber das ist, ähm... Der Arsch. Die Sache ist halt, ich muss halt vor ihm in Innsbruck... Der stellt sich halt jetzt wieder in Innsbruck rein. Das ist das gleiche Spiel wie vorher. Der läuft da halt die ganze Zeit im Kreis. Was ein Arscher Kerl. Das ist echt, also... Finde ich cool. Könnt's sein, dass der Kaiser gestorben ist? Oh, das könnte sein. Was? Was? Maurice? Oh ja, wir haben einen neuen Kaiser. Ja. Hallo. Und zwar? Also, die werden ja aber durchgereicht, Mensch. Das ist ja der Hammer. Jetzt mit meinem Verbündeten. Wenn der jetzt mitkommt, dann, ähm... Ist das jetzt... Das sind die 99 Mann, die uns gefehlt haben. Ja, ja, ja. Aber das Schöne ist, mit jedem Mal, wo wir halt im Kreis laufen, verliert er halt Truppen und irgendwann kann er mich nicht mehr. Und irgendwann kann er mich nicht mehr belagern. Stimmt. Und dann steht er nur noch da. Ja, ja. Das ist also... Läuft der jetzt schon wieder weg? Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt bleibt doch stehen, Mensch. Alter, da sind meine Kinder ja erwachsen, bis ich den erwischt habe. Puh. Na, das werde ich zumindest meine Söhne dann los. Die schicke ich dann in die gleiche Schlacht. Das ist ganz schlimm. Diese armen Söhne. Aber was? Das ist jetzt aber nichts Böses zu sagen, oder? Also, ja, genau. Habe ich gerade eine Anfrage geschickt? Bin ich gerade verwirrt? Bin verwirrt. Mein Lehnsherr ist jetzt der nächste Herber auf den Kaisertitel. Du bist aber ganz schön dabei, ne? Nee, das ist ganz schlecht für mich, weil es mein Lehnsherr ist, gegen den ich eigentlich nicht kämpfen will. Ach so. Und wenn der Kaiser wird, dann habe ich ein Problem. Ist das jetzt, was die stillen Wasser jetzt dann allmählich ihre Tiefe zeigen, dass sie ihren Lehnsherren über die Klippe werfen? Ja, naja, mal sehen. Ich glaube, so tief reiche ich nicht. Mal gucken. Verstehe, verstehe. Du bist mir in der Hinsicht ja auch keine Hilfe. Was soll das denn heißen? Du bist derjenige, der immer nur kommt, der zieh mich nicht wo rein. Nein, ich meinte im Beblick auf irgendwelche Mordanschläge oder so. Ach so, nee, das kann Graf Erhard nicht leisten. Das letzte Mal konnte ich dich ja noch als Agentur beauftragen. Das stimmt, das stimmt. Nee, Graf Erhard könnte sich nur mit deinem Lehnsherren anfreunden, aber das würde dir jetzt nicht viel bringen. Jetzt bandle ich mit meiner Frau an, endlich mal. Ich habe endlich ihre Sexiness gefunden, zehn Jahre später. Jetzt sieht sie ja quasi aus wie 22, vorher wo sie 12 war. Aber ich weiß nicht, ob sie mit 36 noch so fruchtbar ist. Ich weiß nicht, wie lang das so geht. Ah, das geht noch, das geht noch. Ja. Es nimmt ab, aber es geht noch. 45, ja, das ist ja noch. Du hast noch alle Zeit der Welt. Also ich glaube langsam, dass der auf mich steht. Also der ist immer so hin und zurück und dann hin und zurück. Und jetzt, wir gehen gerade so ein bisschen in der Promenade spazieren mit insgesamt 1200 Mann. Oh Gott. Ich meine, das ist da auch so ein bisschen so heimlich. Nee, nicht. Okay, gut, der bewegt sich mit. Ey, das ist gerade recht amüsant. Schwierig. Ich will ja meinen Leuten immer nur alberne, gutherzige Namen geben. Und ich hatte mir schon überlegt, dass ich meinen Sohn Engelbert nennen werde. Und jetzt schlägt mir das Spiel tatsächlich auch noch Engelbert vor für den Sohn von Erhard. Das heißt, der Erbe von Erhard von Ehrliching wird jetzt Engelbert von Ehrliching. Das finde ich großartig. Das ist ein wunderschöner Name, Engelbert. Engelbert ist der Beste. Ich verliere das schon wieder. Das kann doch nicht sein. Ich habe sechs Ritter. Er hat drei. Ich habe mehr Mann. Ich habe mehr Einheiten. Meine Einheiten counten denen. Ich habe mehr Güte. Und ich verliere es schon wieder. Was soll das denn? Das verstehe ich auch nicht. Hey, das ergibt ja gar keinen Sinn. Ist das smart gegen... Gegen unseren Kaiser ein Druckmittel zu starten? Wenn du gut darin bist, ist das auf jeden Fall eine nette Sache, ja. Aber wenn du schlecht darin bist... Dann... Ja, wenn es aufliegt, ist es ganz ungünstig laufen. Ah. Das ist halt bitter. Das war jetzt einfach... Das hat sich nicht ausgezahlt hier. Ich habe jetzt kapituliert, Mann. Das braucht einfach viel zu lange. Wir müssen das über einen anderen Weg versuchen. Das geht so nicht. Oh, jetzt hat er dir tatsächlich eine Grafschaft... Ah, nee, du hattest angegriffen. Du hast jetzt keine Grafschaft verloren. Du hast nur den Krieg. Nee, nee, ich habe gar nichts verloren. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Fluch mit Brixen. Also wirklich, das ist der dritte Spielstand. Und ich habe bei einem meiner Spielstände, ich glaube, sieben Grafschaften eingenommen. Ich bin mittlerweile Herzog, aber Brixen gehört immer noch nicht hin. Und ich versuche das seit Folge 1. Ich glaube, Brixen und ich, das ist einfach... Die wollen mir ganz subtil, nur halt nicht mehr ganz subtil, sagen, dass sie mich echt scheiße finden. Ist okay. Wir gehen in die andere Richtung. Wir lassen Brixen Brixen sein und gucken uns, wer ich das Garten an. Ich wollte sowieso schon viel lieber da drüben hin. Weil es ist der Himmel blauer, das Gras ist grüner. Der arme Fürstbischof, da wartet er schon. Aber pass auf, der hat 1300 Mann. Nee, 1100, aber trotzdem. Also jetzt würde ich gerade mal gerne speichern. Jetzt bin ich mir gar nicht so sicher, ob das hier nicht in die Hose geht. Ach, weil Berchtesgaden ist Teil von Salzburg. Also der Typ hat vier Grafschaften, deswegen ist der so stark. Ja, möchtest du mich jetzt noch demoralisieren? Oder was genau ist da jetzt der Versuch hier an der Stelle? Nein, Graf Erhard will nur seine Nachbarn ehrlichen Rat geben und sie warnen vor genau den Fehlkalkulationen, die wir alle hier schon das ganze Spiel überbegehen und sagen, ah, da greife ich an. Ich habe die ganze Zeit hier irgendwelchen, irgendwelche Kinder wurden geboren. Ich dachte mir, mein Gott, bin ich fruchtbar, aber das sind alles meine Enkel gewesen. Ich weiß gar nicht. Naja, leider bringen Enkel keine Bündnisse. Aber jetzt. Nee, das stimmt. Uta ist schwanger, wunderbar. Uta? Ja, meine holde Gattin. Ich try mal was. Könnte jetzt übel ausgehen. Erzähl, was... Wir machen aber kein Reload. Also, ich versuche jetzt mal unseren Kaiser ein bisschen anzupissen. Oh. Oh. Ich habe da was rausgefunden, dass er halt eher so... Dass er spezielle Vorlieben hat. Also, ja genau. Also, gerne im Kleiderschrank oder in der Besenkammer, je nachdem, wo er gerade so unterwegs ist. So Boris Becker mäßig, oder? Ja, so ähnlich. Aber eher... Mit... Ähm... Ja, mit Gegnern, die er vorher platt gemacht hat. Oh. Nicht mit dem anderen Geschlecht, sondern eher mit seinen direkten Kontrahenten. Verstehe. We're trying das mal. Äußerst frustrierend, dass der Dug von Brixen keine Frau hat. Ich habe mir gedacht, ich räche mich jetzt einfach. Und nach seiner Frau schöne Augen. Aber er hat keine Frau. Oh. Und seine beiden Söhne haben auch keine Frauen. Was ist das? Ja, das mit Tieren? Was? Er treibt das mit Tieren? Bekel Absassen! Der Kaiser, oder wie? Ja! Ich weiß jetzt nicht, er springt nicht drauf an, also zumindest nicht auf mich, ich bin aber auch kein Tier, aber jetzt überlege ich gerade, ob ich euch davon erzählen soll oder ob ich das lieber für mich behalte, also... Also ich finde, das ganze Reich sollte das wissen. Aber du bist ja auch Grima Schlangen-Morice. Ehrer von Ehrlichringen ist halt für Ehrlichkeit in allen Belangen. Nein, wenn du sowas weißt, dann wäre es doch schändlich, es quasi der Welt zu verheimlichen. Wenn wir doch unter einem solch sündhaften Kaiser dienen, sollte doch jeder Graf des Reiches wissen, woran er da ist. Ja gut, dann... Nein, er liebt Männer, wie Sodomie. Sodomie hieß früher auch was mit Männern, okay. Achso, ja, tu das, genau. Ja gut, das, das war mir nicht bewusst. Der Chat hat mich nur darauf hingewiesen, dass es was mit Tieren eher zu tun hat, aber sogar ein bisschen daneben vielleicht. Womit wir mal wieder beweisen, dass man dem Chat nicht immer trauen kann. Ja, das stimmt. Ja, also ich habe mir gedacht, jetzt wo das alles nicht so gelaufen ist und das mit dem mehr Grafschaften in Brixen ist ja alles ein bisschen schwierig, ich kompensiere jetzt einfach, indem ich mich an die Frau vom König Philipp aus Frankreich heranschmeiße. Ich habe gehört, dass das schöne Frauen machen schlimme Tage schöner. Das stimmt. Das ist eine schöne Frau, also ich finde, die ist echt hübsch und nachdem ja auch Sepp schon so Lügen verbreitet über Könige, kann man auch mal... Ich meine, als König ist ja auch... Oh, es gibt eine Freiheitsfraktion gegen den Herzog von Bayern. Interessant. Will ich da vielleicht... Das interessiert uns, ne? Das interessiert uns tatsächlich. Die will halt nur niedrigere Lehnsautorität. Ja, das finde ich schon gut. Aber auch nicht schlecht, ja. Ist halt gerade noch recht schwach. Der Herzog von Bayern hat leider drei Verbündete, die auch alle recht stark sind. Meine geliebte Frau. Ich habe sie so umschmeichelt, dass sie mich jetzt abgöttisch liebt. Ich hab mal früher gemacht. Aber irgendwie zwei Kinder geschenkt? Also dafür das... Nee. Nur schaubar. Meine Frau ist schon wieder schwanger. Ja, weißt du, und bei dir da poppen sie wie die Kanickel. Ja, aber ich hab drei Söhne, Mann. Das ist halt... Das ist tatsächlich suboptimal. Das stimmt. Ja, schwierig. Aber ich mein, der Jüngste ist wunderschön. Maximilian. Eigentlich sollte ich jetzt... Ähm... Ähm... Was haben wir hier? Eigentlich sollte ich jetzt ein Gelübde abgeben, keuscht zu werden. Weil ich jetzt einen Sohn und ihre Töchter habe. Das ist eigentlich perfekt. So, ich habe mich mit Miloslav angefreundet. Oh, das ist großartig. Der ist ein so viel besserer Ratsmarschall als ein jetziger. So, was countert denn jetzt? Was macht er jetzt einfach? Weil er war mehr Kriegsregiment. Warum kann ich denn nicht? Oh. Ja, wir beschlafen sie jetzt. Da sehe ich mich. Mit Ankündigung. Das ging schnell. So, jetzt habe ich hier einen deutlich besseren Ratsmarschall. Aber wo konnte man nochmal sehen, wie lang, ähm... Der Waffenstillstand geht. Eigentlich hast du doch dann, wenn du den anklickst, daneben so ein Symbol... Nee, bei dir im Charakterfenster. Ah, bei mir? Der Waffenstillstand ist einseitig quasi. Er kann dich angreifen. Du, nur ihn nicht. Für sechs Monate. Ja, guck mal. Sechs Monate, das ist ja morgen. Da gehen wir erst zu den Kameraden hier rüber. Wir machen einfach beide. Ich muss sagen. Ich muss sagen. Um. So, das heißt, wir sollten jetzt mal ein bisschen in unsere Armee investieren. Unsere Front etwas ausbauen. Wie läuft es mit deinem Lehnsherrensteinwein? Ja, der hat sich jetzt zum König von Böhmen gemacht. Aber, weil der Papst unser Freund ist. Finde der Papst, wir sollten König sein. Oh! Aber das ist nicht ganz so einfach, wie es klingt. Man stürzt nicht so schnell an König. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich liebäugle auch mit dem Herzog von Bayern. Ich versuche auch gerade, mich mit dem Papst anzufreunden, aus ähnlichem Grund. Ja, das ist der Vorteil von uns freundlichen Charakteren. Ja, eben, eben, eben. Wenn man halt auch für seine Ehrbarkeit so bekannt ist. Darf ich bitte ganz kurz Pause drücken? Ja, klar. Ich bin gerade, ich habe gerade Zwillinge bekommen. Oh Gott! Das ist natürlich Grund genug. Zwei Namen überlegen. Das ist, ich habe gerade Zwillinge bekommen. Zwei Mädchen, zu meinem Glück. Und ich wusste hier ganz schnell, ich war nicht dafür vorbereitet. Ja, dann alle Chats, gebt doch mal alle Chats für Pia Namensideen. Bitte Namen, gebt mir, ich brauche besten Doppelnamen. Ich finde Doppelnamen richtig schön. Doppelnamen. Doppelnamen. Und bitte nicht Herbert, es sind Frauen. Marielle. Ne, Marielle ist kein Doppelname, ne? Ah, das ist... Wanda Christa. Was war das erste? Wanda Christa. Wanda Christa, ist eigentlich ein schöner Name. Horstine Walpurga, sagen sie bei uns. Horst... Und ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Wanda Christa. Mit CH-Kling? Bei mir sagen sie Bibi und Tina. Ja, mit CH. Bibi und Tina, das ist gut. Das ist nicht schlecht, finde ich. Bibi und Tina, das hat mich... Es tut mir leid, Sepp, das hat mich abgeholt. Ja, Mann, ey. Bibi und Tina, das ist halt... Finde ich aber auch gut, finde ich auch besser. Ja, absolut. Absolut, da kann ich auch nichts gegen sagen. Pepsi-Cola. Ich bin wieder... Oh Gott. Trotzdem danke an die Chats. Danke für die Chats und danke für die Pause. Jawohl. Ja, das ist großartig, ja. Ja, übrigens, wenn du noch eine wunderschöne Tochter irgendwo brauchst... Also ich bin bei meiner Frau schon dran, aber die wirft einfach nicht. Keine Ahnung, wie lang die die drin hält, aber die kommen quasi erwachsen raus. Ich weiß nicht. Also, wenn wir lang genug warten, dann kannst du dir auch eine aussuchen. Ja, also hey. So viel Unterschied ist da ja noch nicht im Alter. Nee, das stimmt. Bin ja noch gut dabei. Aber meine Frau muss ich langsam mal loswerden. Wuterschön. Ja. Wie kann ich denn ein Keuschheitsgelübde ablehnen? Weiß das jemand? Oh, da musst du was für skillen. Das ist, glaube ich, im Bildungs... Bei Bildung und dann... Zurückhaltung? Ja. Bildung und dann Zurückhaltung. Erster Baum. Das ist Zweite. Dann... Der König von Frankreich hat mich gerade dabei erwischt, wie ich seine Frau Sternschnuppe genannt habe. Ui, ui, ui. Das ist so optimal, würde ich behaupten, oder? Sorry, Sepp. Jetzt müssen wir im Krieg landen mit Frankreich. Mit Frankreich? Mit Frankreich. Willst du mich verarschen? Wegen Sternschnuppe? Hättet ihr das mal mit mir verbündet? Ich könnte England zur Sternschnuppe holen. Sternschnuppe war vielleicht nur ein Anteil des Problems. Ah, okay, ich verstehe. Es ging etwas weiter. Ja, leider nicht, aber der Versuch war da. Ja, das ist ein Kriegsgrund, würde ich mal sagen, ne? Ja. Das ist nicht die schöne Helena von Troja, das ist die schöne Teresa von Frankreich. Es fragt bei uns gerade im Chat jemand, Maurice, ist das eigentlich gerade Arbeitszeit für dich? Das ist in der Tat Arbeitszeit für mich. Ist das nicht absolut geil? Ich habe gerade Jay geboren. und er hat direkt kränklich, gesundheitsschwerer Malus, 100% Schreckensverlust. Und ich weiß nicht, ob er es schaffen wird, aber... Oh je, oh je. Die Gelegenheit ist nicht so doll. Du machst das, Junge. Bestimmt. Ich warte jetzt doch auf eine Fraktion und hoffe, dass der Herzog von Meeren mitkommt. Das ist jetzt der Plan. Plus meine Bündnispartner, plus Söldner, da müsste es reichen. Mit einem Verbündeten in England, wie geht's euch hier so? Okay, denen geht's gut. Oh, der William, der Obere, ist kurz davor, auch noch König von Norwegen zu werden. Was? Und irgendwie... Ja, er führt gerade einen Krieg. Ne, König Svend. Ne, der ist der Anruf auf Königreich von Norwegen. Dänemark erobert Norwegen und William unterstützt dabei. Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass mein Verbündeter jetzt auch noch König von Norwegen wird. So, Krieg, ab geht die Party. Zack. So, Leute. Ich bin jetzt auch mit dem Papst befreundet. Den klatschen wir jetzt einfach direkt an die Wand hier, die Sau. Dann hoffe ich für dich, dass er noch etwas länger lebt. Wir marschieren. Aber Gesundheit ist in Ordnung. Der Papst ist ein dufter Typ. Meine Nachbarländerin gehören leider dem Kaiser persönlich. Das macht schwierig. Oh, das ist aber nicht gut. Ne. McDenzel, das ist suboptimal. Und dein Typ trägt auch schon so provokant eine Kaiserkrone. Also ich als Kaiser würde dich schon sehr misstrauisch beäugen. Ja, aber das ist keine echte. Die ist so in diesem Goldpapier. Wenn du das abholst, ist da so Schokolade drunter. Ich will jetzt hier endlich mal meinen Anspruch auf Rothenburg haben. Was soll denn das die ganze Zeit? Das dauert so ewig. Jetzt werde ich auch noch belagert. Frechheit. Oh, sehr gut. Waffenstillstand ist geendet. So eine Spezialmeldung. Muss ich nicht warten. Ja, das ist auch nett, ja. Oh, wir haben wieder was rausgefunden. Alter, sie sind aber auch alle... ...nicht so keusch, wie sie immer sagen. Jetzt habe ich leider einen zweiten Sohn bekommen. Das ist natürlich immer suboptimal. Ich habe auch einen zweiten Sohn gekriegt, aber... Wollen wir uns gemeinsam einem Feind stellen, der mir ein Dorn im Auge ist? Potenziell? Potenziell. Ich sehe, ich sehe, du hast hier so einen kleinen, der ist jetzt nicht so besonders, der Engelbert, aber das macht ja nichts, weil man kann ja einem nicht besonderen Engelbert eine unfassbar besondere Frau schenken und dann wird er auch was Besonderes. Das stimmt. Und ich habe eine besondere Frau. Ist das nicht ein krasser Zufall? Ja, das, ähm... Absolut. Ich hätte da so, und dann hätte ich gesagt, ne, wenn wir uns so gut verstehen, dann greifst du Alpensee an und ich greife Brixen an und dann nimmst du Alpensee und ich nimm Brixen. Oh, ihr teilt euch den Feind auf? Wo ist denn Alpensee? Smart. Ach, das ist da links. Ja, genau. Der Graf Albrecht. Ach ja. Das ist nämlich der gleiche Mann, der hat zwei Grafschaften und, ne... Oh, wie gut sich das trifft. Ja, das trifft. So viele Zufälle hier. Ja, nimmst du, ne? Da sollte man glatt mal einen Anspruch fingieren auf Alpensee. Das Problem ist, wenn wir diesen Krieg gewinnen, dann haben wir immer noch nicht das Königreich. Das finde ich keine schlechte Idee. Wie sieht's aus? Und möchtest du vielleicht, ne? Also, ich kann ja auch beide im Angebot, Bibi und Tina, aber ich seh, du hast nur einen Sohn. Ne, ich hab zwei Söhne tatsächlich. Hast du zwei? Ja, das ist... Früchtegott von Ehrlichingen ist mein zweiter Sohn. Ja, das trifft sich ja großartig. Ja, dann machen wir das doch. Ja, stimmt. Ich fühl mich so schlecht, die ist zwei Jahre alt. Ja, meintest du ja auch nicht älter. Das ist halt jetzt die Staatsräson gebietet. Eins, eins ist du sogar. Aber schau, diesmal hab ich dir zweiter Stein angeboten. Also, wenn eines meiner Kinder, als man sehen, stirbt, ist er nur noch zwei. Und sie ist wunderschön. Ja, sei ja, diesmal ist Besonderes. Ja, geil. Also, da ist... Ich glaub, mein Engelbert wird, glaub ich, da jetzt sich nicht drüber beschweren, dass er schon früh mit einer wunderschönen Frau verheiratet würde. Ach so. Ich hab dich in einen Krieg gerufen, aber da musst du auch nicht mitkämpfen. Das war nur... Ich nehm mal an, damit ich keinen Ruhm verliebe. Ja, ja. So. Das ist nämlich mein blöder Leensherr, wollt ihr mir echt eine Grafschaft aberkennen. Oh. Und jetzt muss ich leider hier in einen ziemlich großen Krieg gehen. Und Tina von Flunkerberg ist ja auch noch Wohlgestalt. Ja, ich hab ja gesagt, ich hab wundervolle Glückter. Du hast echt nicht zu viel versprochen. Ja. Also, wir flunkern, aber nur ein bisschen. Ich mein, ich weiß natürlich jetzt nicht, ne. Streng genommen wird es ja in diesen Zeiten so gelaufen sein, dass du mir ein Porträt von ihnen geschickt hast, und ich darauf irgendwie die Entscheidung getroffen habe. Ja, ja. Und die Porträts derer von Flunkerberg vielleicht, sind vielleicht ein bisschen geschönt, aber ich glaub das jetzt einfach mal. Das ist wie mit Instagram-Filtern. Ja, genau. Die sind da. Das ist okay. Leute, das Problem ist, dass wir danach im Prinzip gleich den nächsten Krieg führen müssen gegen den. Ich hab jetzt auf jeden Fall schon meinen Anspruch für Brixen. Ich warte noch, bis wir verallt sind. Und dafür würde ich das Geld lieber dann aufbewahren. Bis ich nicht mehr verschuldet bin. Und dann... Das ist blöd. Wir verdienen jetzt ziemlich viel Prestige durch die Nummer auch. Wohl mit der Ball noch Rotenburg. Richtig dumm eigentlich jetzt. Mein Chat sagt gerade, ich hätte mich nicht Flunker merkt, sondern Blocksberg, wenn sie so... Das stimmt. Aber das wäre eher letztes Mal gewesen. Letztes Mal war es doch die Hexe hinter den Bergen. Ja, das stimmt. Waffen schlischern müsste nur von ihm aus sein. Jetzt bin ich die Hexe zwischen den Bergen. Jetzt ist die schon wieder schwanger. Ja, das gibt's ja nicht. Will denn da jetzt meinen Sohn ausbilden? Übrigens, jetzt hab ich's grad nicht weggeklickt. Lieber Chat, jetzt habt ihr gerade gesehen, dass... War das dann ein Fehlschlag. Jetzt hatte ich hier eben grad einen Komplott, wo dann ein fantastischer Tag und so... Aber am Ende stand da, er nähert sich nur einer Freundschaft mit mir. Vielleicht war das dann, dass das Komplott auch fehlgeschlagen ist. Ich hab's ja jetzt nicht lang genug auf dem Bildschirm gelassen, dass ihr's glaube ich sehen konntet. Ich werd's nächstes Mal mal drauflassen, was mich interessiert. Die Bilder der Flunkerbärts sind so häufig durch den Abacus gedreht, dass es raucht, sagt bei mir jemand im Chat. Stimmt, wir sind angereifer, Leute. Das ist natürlich beschissen. Dadurch haben wir einen Waffenstillstand. Das verzögert das Ganze. Oh ja, mehrere gleich. Ich möchte dir an dieser Stelle, Sepp, eine Geschichte über die Gnudrun erzählen. Oh, was ist denn mit Gnudrun? Sie wurde so eben maßvoll. Was ja auch Verwaltungspunkte plus zwei bringt. Ui. Das sind doch ganz gut. Ja, das sind wundervolle Töchter, die ich hier verschenke, verkaufe, was auch immer. Das ist ja nice. Also mich freut das natürlich auch sehr. Ich habe ja schon zwei abgestaut. Also ich weiß nicht, was du machst, Pia-Kart, aber es scheinen wohl gute Gene in deinem Pool zu sein. Ja. Das ist der passive Perk. Der passive Perk. Nicht gut. Das finde ich gut. Ja, komm ey. Direkt den nächsten kriegen vom Zaun brechen hier. Oh shit, der hat Verbündete. Ah. Dahinten. Der ist aber weit weg. Stimmt, er verliert sein, er wird durch den Erben ersetzt. Chat, kann gut oder schlecht sein? Okay, wir versuchen mal die Schlacht. Oh, du bist schon am Kämpfen, oder was? Ja, das Problem ist, mein König hat mich angegriffen. Ich wurde ihm wohl zu mächtig. Das ist gar nicht so planmäßig gelaufen. Aber er meint, ich habe Prag jetzt in der Hand. Ja, dann könnte man ja durchaus meinen, dass der König eine gewisse Voraussicht besitzt. Oder vielleicht bei uns hier im Chat mitliest und mithört. Ja, in der Tat. Den Eindruck habe ich auch. Das Blöde ist, ich weiß nicht. Ich habe gerade ein Chat-Zitat, das irgendwie ganz gut auf Pia gerade passt. Und ich weiß nicht, was denn wirklich Historisches ist. Andere mögen Kriege führen, du glückliches Österreich heiratest. Ja, das ist historisch. Ja, ich vergaß, wir haben ja hier einen echten Historiker, der das sofort verifizieren kann. Sehr gut, sehr gut. Ja, das Einzige, was halt, ne, also wir sind ja offensichtlich noch in der Anfangszeit der Habsburger. Denn zum jetzigen Zeitpunkt sind die Töchter ja wunderschön. Ja, genau. Sie haben noch nicht die Lippe. Wir haben nur nicht die Lippe. Oder was war es noch? Das wird noch vielleicht, mal gucken. Wir sind aber auch noch klein, ne? Also Österreich muss ja noch ein bisschen wachsen. Eine Tochter, die kann nix. Alter, mit einem 65er, 60er erstmal. Noch ein Sohn, ach wie jung, günstig. Nennen wir ihn mal Edelbert. Bruder, meldlich wird das ein bisschen problematisch, das Set, willst du nicht vielleicht meine Frau haben? Die wird mir ein bisschen zu fruchtbar hier gerade. Oh ja, also da sehe ich mich. Denzel hat aber auch schon, also du hast Söhne auf jeden Fall. Und zwar nicht zu knapp. Bei dir sieht es ja echt spektakulär aus. Einfach mal nur auf die Karte guckt, wie da die Territorien und das brennende Königreichslogo. Ja, ja, und der König hat jetzt auch noch Söldner geholt. Das ist ein Kampf. Aber du gewinnst den Krieg, sehe ich das richtig? Du hast haufenweise Verbündete, die da alle... Ja, weiß ich nicht genau. Das Problem ist, die sind jetzt hier gerade nicht in der Nähe. Shit. Oh my God. Oh my God. Ich weiß nicht, willst du mich in den Krieg rufen? Du bist schon im Krieg. Ach so, ich bin schon dabei. Meine blöden Verbündeten kommen nicht, ey. Ach, verdammt. Also ich meine dich nicht, dich. Nee, komm, dann tun wir jetzt mal, äh... Das ist doch hier, ich, ich, äh... Jetzt kann Engelbert, endlich, edel, edel, ne, er, er ist da, Erhard, endlich mal zeigen, euch, euch skeptischen Zweiflern, ähm... Dass, äh, dass er genauso edel ist, wie, wie er immer sagt. Wie ich immer sage. Ja. So, komm, nee, hier. Alle ausheben. Was? Dann schleicht dich an der gegnerischen Armee vorbei und... Genau, ich kann hier mit 1900 Mann rüberkommen, das reicht immer noch nicht ganz, ne? Boah, das ist schon eine große Hilfe, aber... Fressen hier alles, was geht. Ja, doch, jeder mit jedem eine Affäre. Bin ich der Einzige, der hier treu ist? Also, ich bin auch treu, was eher daran scheitert, dass mich die Frauen echt nicht wollen, obwohl ich mich echt bemühe. Aber es kommt ja auf das Ergebnis drauf an, oder? Und im Ergebnis bin ich treu. Das bebeute mich einfach wirklich keine Einzige. Das tut mir sehr leid. Das ist unfassbar bitter. Und wir sind halt... Das Problem ist, wir sind im Ränkespiel auf Stufe 18 und wir sind fast fertig ausgebildet als, ähm, Verführer. Aber irgendwie checken die Frauen nicht, was sie an uns hätten. Also, die wollen das nicht. Das tut mir echt leid. Maurice, komm mal so Richtung, ja genau, zu meiner Armee irgendwie. Ja, ich versuche... Und dann versuch mal Anschluss irgendwie, wenn wir da uns... Ja, ich bin jetzt auch auf dem Weg hier nach Brünen, wo du auch gerade hingehst. Ja, genau. Uh, komm, den walzen wir jetzt platt gemeinsam. Ja. Ich habe ja auch noch meinen Befehlshaber mit 25 Kriegsführungen, den ich mir als Freund gesichert habe. Da flieht er! Ja, jetzt müssen wir irgendwie hinterher... Warte mal kurz, ich bleib... Ich komme jetzt mal wieder zu dir und dann nutze vielleicht mal diese Anschlussoption. Ähm... Du kannst nämlich dann irgendwie der Armee anschließen. Warte, hier werde ich jetzt meine aus. So, hier... Ach, hier ist belagert. Ich belag... Hier, an Armee ankoppeln. Nee, äh... An Armee ankoppeln bedeutet, dass dein Armee immer automatisch mitläuft. Hast du das gemacht? Moment, ich bin gerade krank. Ähm... Koppel mal an. Was wird denn da belagert? Was... Ach, du belagerst gerade. Achso, du bist gerade da, wo ich bin. Achso, ich dachte doch da, jetzt gehe ich hin. Ja, ja, genau. Äh... An Armee ankoppeln. Äh, was ist denn deine? Die Größe... Nee, welche ist es denn? Die erste Armee von Pilsen, oder? Ja, genau. So, und jetzt will ich hier eigentlich... Hast du es gemacht? Ja. Gut, dann marschiere ich jetzt. Entschuldigung. Ich rede hier da mit mir selbst und versuche mir selbst Mut zuzureden, was Brixen angeht. Jetzt, äh... Ich habe jetzt den Anspruch an Alpsee, aber jetzt bin ich leider gerade natürlich bei Steinwallen im Bündniskrieg. Aber danach können wir das gerne machen. Ja, ja, das ist... Das ist... Ich bin eh noch verschuldet, also... Das ist bei mir eh alles ein bisschen schwierig, gerade. Die Frauen wollen mich nicht, Geld habe ich keins, fromm bin ich nicht. Das ist alles schwierige Zeiten, schwierige Zeiten. Ich hole mir einfach mal Geld vom Papst. Ja, das versuche ich. Und er mag mich. Und ich habe ihm auch einen meiner Söhne geschickt in die Ausbildung, damit er mich ein bisschen mehr mag. Aber ich bin nicht fromm genug, als dass er mir Geld geben möchte. Ja, Graf, bei mir natürlich hier. Erhard ist unglaublich fromm, weil er lauter tugendhafte Eigenschaften hat. Boah, irgendwie... Das ist schwierig, mit fünf Verbündeten zu kämpfen. Boah. Außerdem ist die Armee des Gegners auch. Da bin ich ganz sicher. Belager lieber immer weiter. Ja, eine Schlacht und der Krieg ist gewonnen, sagt mir der Chat. Die Frage ist, kommen die Verbündeten mit, wenn ich da hingehe? Ich brauche einen besseren Ratskanz. Also... Nee, sie kommen nicht mit. Mit dem besten Verwalter der Welt. Oh, das ist wie so ein Ameisenhaufen mit fünf Verbündeten. Ah, ich bin wieder wohl auf. Sehr gut. Ich bin nicht mehr krank. Das erfreut mein Herz. So, Leute, jetzt mache ich hier mal einen Komplott gegen so einen Typen, Freundschaftskomplott. Ihr habt gesehen, 100% Chance. Dann schauen wir mal, was passiert. Oh, der Chat weist mich korrekt darauf hin. Es ist wieder eine Stunde vergangen. Nein, wir können mal wieder eine kurze Bilanz ziehen. Das machen wir doch, würde ich auch mal sagen. Denn es ist ja gerade recht spannend. Ich fange diesmal mal bei mir an, weil bei mir ist relativ wenig los. Ich bin jetzt gerade in so einer Konsolidierungsphase. Ich habe ganz gut Grafschaften und bin ganz zufrieden damit. Und würde gern früher oder später natürlich nach dem Herzogtum Bayern greifen. Aber da bin ich, glaube ich, noch recht weit weg davon, weil der Herzog von Bayern hat drei starke Verbündete. Und deswegen bin ich jetzt gerade bei Steinwallen unterwegs, bei dem es deutlich heißer hergeht als bei mir. Bei mir passiert wenig, aber weil Erhard ein ehrbarer Verbündeter ist, trotz allen Zweifeln, die hier von irgendwelchen ungläubigen Menschen angemeldet wurden, sowohl bei meinen Mitspielern als auch im Chat ehrt er seine Bündnisse. Deswegen, Steinwallen, erzähl du uns doch mal ein bisschen, was ist der Stand der Situation? Ja, ich bin relativ mächtig auch geworden. Nein, was heißt mächtig? Viel Grafschaften, aber zumindest so mächtig, weil wir einen gemeinsamen Freund ja auch noch haben, den Papst, der der Meinung war, ich wäre eigentlich der viel bessere Mann für nicht nur das Fürstentum Böhm, sondern auch das Königreich. Ja, recht hat er. Ja, und das hat offenbar mein König irgendwie so ein bisschen spitz gekriegt. Daraufhin hat er mich aufgefordert, doch eine bestimmte Grafschaft abzugeben an ihn. Das fand ich jetzt nicht so gut und habe gesagt nein und damit hat er mich, damit sind wir in einem Krieg. Und dieser Krieg ist stets spitz auf Knopf. Nicht ganz so einfach, der ist nämlich auch ziemlich mächtig. Aber wir können uns hier mal die Zusammenfassung anschauen. Du hast schon 76% Kriegspunkte und mit all deinen Verbündeten deutlich mehr Truppen als dein König. Das heißt, es steht jetzt schon nicht ganz schlecht. Was passiert denn, wenn du hier gewinnst? Wenn ich gewinne, dankt der König ab und sein Sohn oder irgendeiner aus seiner Familie wird König. Also das ändert jetzt nichts. Du wirst nicht direkt König. Nee, weil es geht einfach nur erst mal um so eine blöde Grafschaft, die er haben wollte. Das ist das Problem. Hätte ich nicht so lange gezögert und vielleicht ihn gleich angegriffen, dann hätten wir den gleichen Krieg gehabt mit dem Ergebnis, dass ich König werden würde. Naja, so läuft es manchmal. Aber spannend. Pia, wir haben schon Pläne geschmiedet, dann danach hier einen Angriff zu machen gegen Graf Albrecht, der dir ein unsäglicher Dorn im Auge ist. Was ist so die Lage bei dir? Also ich sag euch ganz ehrlich, es ist schwierig. Also Brixen ist Katastrophe, die Frauen lieben mich nicht, Geld habe ich nicht, der Papst mag mich, aber gläubig bin ich nicht. Es ist echt, also ich meine, meine Kinder sind mein ganzer Stolz, dass das funktioniert, auf die ein oder andere Art und Weise. Ich habe halt leider drei Söhne, ich bin jetzt schon so ein bisschen am Verzweifeln, weil ich noch nicht genau weiß, wohin mit den anderen zwei. Aber da finden wir bestimmt eine Lösung. Und jetzt ist der gute Plan war, eben mit Maurice zusammen den wundervollen Graf Albrecht zu stürzen. Ich wollte eigentlich seine Frau, aber er hat keine, was schwierig ist. Dann habe ich versucht, ihn umzubringen in einem Mordkomplott. Das hat er rausgefunden. Jetzt mag er mich noch weniger. Dann wollte ich aus Frust die französische Königin. Dabei hat mich der König erwischt. Jetzt mag er mich nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, dann probieren wir es halt mit Königin Mord von Dänemark. Aber die ist echt nicht beeindruckt. Das ist aber auch interessant, wie du drauf beharrst, dann für immer das nächste große Königreich auszusuchen. Und genau das, was vorher zum kompletten Desaster geführt hat, einfach noch mal zu probieren. Hast du mal Far Cry 3 gespielt? Oh nein. Nee, aber ich finde, es nennt sich Lernprozess für mein Umfeld. Wenn der Erste mich nicht schätzt, dann vielleicht der Siebte. Immerhin. Also ich finde, du hast viel zu bieten. Pia, das ist ganz schlimm, dass sie das nicht erkennen. Das tut mir sehr leid für dich. Die Liebe ist manchmal frustrierend und nicht nachvollziehbar. Es ist leider so. Dann gehen wir mal etwas in die Spieler, wo ich tatsächlich selber weniger auch mitkriege, weil ihr so weit am anderen Ende seid. Was läuft im Reich von Seppiö? Also im Rheinland ist gerade Namur in meine Hände übergegangen. Und durch etwas Geld versuche ich dort Kontrolle zu erlangen. Mein Ziel ist es jetzt eigentlich als nächstes, meinen Herzog, meinen Vorgesetzten quasi in den Rücken zu fallen und damit mir meinen Reich ein bisschen zu vergrößern, beziehungsweise in der Karriereleiter etwas nach vorne zu rücken. Das klappt ganz gut. Ich baue auch weiter fleißig aus. Also mit 500 Gold auf dem Konto lebt es sich doch ganz entspannt aktuell. Und ja, aber irgendwie, mir fehlen noch die Ländereien, um mein Machtgefühl hier vernünftig ausleben zu können. Ja, das kenne ich. Achso, meine Frau ist einfach, meine Frau weiß ich nicht, die will einfach nicht. Also das kann nicht sein. Die ist jetzt 41, vier Kinder hat sie mir in meinem ganzen Leben geschenkt, so das ist überschaubar. Und der Typ ist auch noch patriarchisch. Ein Mensch, der sich ganz seiner Familie und dem Wohlergehen seines Hauses verschrieben hat. Plus 20% Fruchtbarkeit, plus Meinung der engen Verwandtschaft und Meinung der Familie auch noch. Und trotzdem sieht es deine Frau nicht. Und ich habe eine Affäre auch noch mit ihr. Das ist meine Seelengefährtin. Aber irgendwie, also... Vier Kinder, sei doch mal nicht undankbar. Also ich finde das doch sehr in Ordnung. Das stimmt. Ja, finde ich aber eigentlich auch. Mein Chat fragt gerade noch, wenn du schon so dabei bist, was ist denn mit der Kaiserin? Ist die tabu? Das Problem mit der Kaiserin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich sie nicht gesehen hätte. Aber die ist schon ein bisschen alt. Oh, verstehe. Also ich will ja, ne, und die ist halt schon 53. Oh ja. Also ich warte auf die nächste. Gut. Und zuletzt Mac Denzel. Ja. Inzwischen, oh, als erster von uns schon Herzog zu sein scheint. Ist das so, ja. Herzog Denzel von Ostfalen. Ja, das ist ja das Ding, was ich geschenkt gekriegt habe schon. Ach so, verstehe. Aber ich baue das aus, um den gerecht zu... Ich habe gerade gemerkt, ich hatte ja das Problem, dass unser Kaiser Magnus irgendwie sein Feriendomizil direkt irgendwie in meiner Nachbarschaft zu haben scheint. Aber das hat er gerade abgegeben, deswegen kann ich das jetzt angreifen. Das hat mich vorher ein bisschen genervt. Aber ich habe so eine kleine... Ich habe mir Stade geholt und habe jetzt so eine Achse der Liebe an der Elbe lang gebaut. Da kommt jetzt keiner mehr durch, ohne über mein Territorium zu stolpern. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt nach Süden oder nach Norden gehe. Ob ich mich mit diesem mittelalterlichen Clusterfaktor im Römischen Reich auseinandersetzen wollte und einfach Dänemark mir hole. Dänemark könnte, glaube ich, schwierig werden, weil ich glaube, Dänemark ist unter anderem mit England verbündet. Da wirst du, glaube ich, recht... Da wirst du mehr Truppen brauchen noch, bis du da, glaube ich, Stich machst. Ach, nur weil das seine Kumpels sind, sagst du das? Das stimmt. Aber ich verrufe mich auch... Ich rufe mich hier nach Dänemark. Okay. Erst Dänemark, dann England. Ich meine, du hast letztes Mal auch zwei Königreiche gekriegt. Wir wissen, dass du in der Lage bist, deine Schaumschlägerei auch wahrzumachen. Genau, das ist mal sind es aber keine Königreiche, sondern Kontinente, okay? Ich habe nichts Geringeres erwartet. Sehr gut. Dann wollen wir weitermachen? Ja. Jawohl. Sehr gerne. Wieder mehr Druckmittel. Hm, schmeckt. Jetzt habe ich investiert in die Zukunft. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Du meinst wie mit deiner Frau? Ja, aber da habe ich kein Geld investiert, sondern nur... Liebe. Schweiß und Liebe, ja. Wie wird man eigentlich am besten seine Frau los? Ich frage für einen Freund. Ich habe gerade genau die gleiche Frage an meinen Chat gestellt. Vor zwei Sekunden. Dann sag uns doch mal, was dein Chat sagt. Was hältst du davon? Ich töte deine und du tötest meine. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Oh, wie so Strangers on a Train. Sehr gut. Das finde ich eigentlich gut, oder? Warte mal. Ich muss mal eben kurz gucken, was ich bei dir... Da ist es gut. Schauen wir mal. Wie viele Jahre da draufsteht. Oh, 50 Prozent, drei Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ich bemühe mich. Ich versuche es. Ich arbeite dran. Wie alt ist deine? 32. Aber die könnten noch gut werfen, ne? Ja, aber ich habe gerade eine Jüngere, die auch wunderschön ist, als Affäre bekommen. Hm. Die wollte mich. Ach so. Und das, das darf man nicht aufgeben. Das ist die erste Frau, die mich wählt. Das stimmt. Das stimmt. Das muss Liebe sein. Also du, das würde dir entgegenkommen. Ja, komm ey, wir sind so gute Verbündete. Das ist großartig. Da sehen wir uns doch. Böse Geld fordern. Steinwall, ich sehe, der Krieg läuft übrigens gut. 88 Prozent. Ja, das ist... Wird dich gleich wieder zurückspringen, weil er Prag zurückerobert. Oh nein. Das ist nur so eine... Oh, ich kann... Alter, wie viele Leute deine Frau tot sehen wollen. Halleluja, ey. Da brauch ich nur... Also ich vermute mal, dass ein gewisser Graf von Brixen da wahrscheinlich dabei ist. Der hat vielleicht auch gehört, dass Pia schon geplant hat, seine Frau irgendwie, wenn er eine hätte. Wie fertig? Ja, also ich bin jetzt schon bei 95 Prozent. Ich habe einen angeheuert, der war direkt hier mit dabei für 50 Gold. Sagt die, jo, mache ich. Oh, ich sehe, wir verlieren eine Schlacht, Steinwallen. Ja, ja. Warte mal. Also jetzt noch neun Monate, ne? Dann ist sie weg. Ja, das ist großartig, weil meine Affäre ist gerade schwanger geworden. Das heißt, sie ist dann in neun Monaten weg, wenn deine Affäre ihr Kind kommt. Oh Gott, oh Gott. Ja, die Schlacht ist verloren. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So, sehr schön. So, wir müssen hier auch so ein paar Agenten... Na, da muss ich... Wer muss ich mir das leisten, ne? So, dann müssen wir sie ran holen. Ja, ich habe auch investiert. In dich. Wer ist denn der Bernhard? Ah, das ist ein Ratspitze. Der Bernhard mag deine Frau übrigens nicht. Ja, die mag keiner, ey. Die ist auch... ...ganz eigenartig. Schau mal, dann schau ich mal, dass der Bernhard mich mag, weil dann hilft er mir. Kann der mal den Löffel abgeben? Hm. So, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das muss ich auch noch mal nachbauen. So schnell ich kann, aber ich glaube, so schnell wie du werde ich nicht sein. Oh, die sind so schlimm. Scheiße. Vielleicht, vielleicht wird die ja noch mal vorher schwanger. Ja, immer auf Schwerpunkt, auf Hinterhärtigkeit. Wir sind ja jetzt schon ein Vervorer. Nein! Groß und stark! Steinwallen, was passiert? Nein! Das ist so ein Mieser. Vernichtet er dich? Ich glaube schon. Da muss ich mit meinen 1400 Mann jetzt auch gerade gar nicht mehr kommen, ne? Ah! Ich habe noch nicht die letzte Hoffnung aufgegeben. Aber es ist eine miese Nummer. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt an meiner Armee? Was macht er hier? Also ich muss echt sagen, Gnudron ist das beste Kind, das mir bis jetzt gelungen ist. Die ist halt einfach, also die ist hübsch, die ist maßvoll und fleißig. Das ist einfach, das ist unglaublich. Die ist einfach, also Wahnsinn, wenn nur meine eigene Frau auch so wäre. Wenn man nur seine eigenen Kinder heiraten könnte, wie viel einfacher alles wäre. Also man muss halt ein bisschen in den Religionen rumrühren, aber dann geht das eigentlich ganz gut. Es gab auch irgendwie mal so in früheren Zeiten, ich habe mal die Story von einem Typ gelesen, der sich irgendwie zwei Zehnjährige oder sowas aus einem Waisenhaus adoptiert hat, in der Hoffnung, sie zu seiner perfekten Ehefrau zu erziehen. Also es hat aber nicht funktioniert. Oh, komisch. Oh, oh. Das Komplott ist aufgeflogen gegen dich. Ja, wie das aufgeflogen? Ja, keine Ahnung, was da los ist. Ja, kannst du da nicht ein bisschen vorsichtiger sein? Wir hatten da, ich hatte maximalen Erfolg. Also ich habe extra auf Komplotte unterstützen gestellt, statt auf Komplotte stören, damit du da leichter durchkommst. Maurice, hast du noch irgendwo deine Armee oder ist die auch irgendwie... Ich habe sie gerade wieder aufgelöst, weil sie in dem Fall nichts brachte. Ich kann sie wieder ausheben, aber... Wie viel wären das denn noch? Äh, 1700. Kann ich nicht einfach nicht drücken, dass es aufgedeckt wird und wenn es dann durchläuft, dann... Also ich habe jetzt wieder 2000. Ja, wir wären zusammen... Also ich kann auf halt auf 2500 hochkommen, da müssen sie sich auch noch ein bisschen regenerieren. Dann wären wir mehr. Ich glaube, wenn ich jetzt 1700 schicke, verlieren wir immer wieder gegen die. Hm. Ja. So, ich bin jetzt Ehe. Warte mal, was passiert, wenn ich kapituliere? Dann bin ich eingesperrt. Oh. Das ist natürlich ungünstig. Okay, in zwei Monaten ist sie weg. Ich habe jetzt 150 Gold in deine Frau investiert, ja? Also... Alter, das ist unfassbar lieb von dir. Ich bin unfassbar überfordert gerade. Die muss jetzt auch gleich einfach den Löffel abgeben direkt. Ja, das hoffe ich, damit ich meine Geliebte heiraten kann. Ein Monat noch. Irgendwie hatte ich die hübsche Erinnerung. Was soll das denn jetzt heißen? Nee, 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 das ist gut. Die ist trotzdem, die ist, also... Nee, nee, passt. Also, alles gut. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Okay. So, hier. 95 Prozent, ja? Ja, Buris. Bams. Weg mit ihr. Ab auf den Scheiterhaufen. Ich sehe gerade, jetzt wären wir zusammen mehr, ne? Ja, ich habe nochmal Söldnergut. Ja, das ist ja unfassbar. Pia! Komm mal. Ja, geil. Eiskalt durchgezogen. Eiskalt durchgezogen. Jetzt komme ich so voll in Tatenbedrängnis. Ich arbeite dran. Also, ich bin, ich bin mehr so der... Also, wenn ich deine Frau beschlafen soll, das geht schneller. Ja, aber du knallst ja auch alles weg, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ey. Nee, 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 nee. Nee, ich versuche es. Das heißt nicht, dass es geht. Kommst du zu mir, Maurice? Ich bin auf dem Weg. Ja, es wird jetzt spannend. Ich vermüge mich. Ich vermüge mich. Und das ist auch noch ein Verbündeter. Jetzt, jetzt kriegen wir ihn vielleicht. Und er marschiert auch schon so richtig her. Ja. Komm, komm, komm. So, komm, 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 komm. Ja, er haut wieder ab. Ich warte aber nochmal auf dich. Wir jetzt kein Risiko eingehen. So, ankoppeln an die... Welche ist es? Break, Rostny. ich komme mit deine söldner an ja okay gut dann wollen wir gucken schaffe ich das jawohl das ging schnell nein habt ihr jetzt auf eure frauen einander umgebracht ja es ist ja göttlich monster war es wie monster als krieg anspannung hat das aber ich habe sie wirklich geliebt mensch du bist angespannt oh guck mal hier ist noch eine 16 jährige offenbar leute dass der andere hat ein 34er befehlshaber das ist das problem dass menschen und 20er und dachte er ist schon gut die frage ist will ich meine affäre jetzt heiraten oder so ich meine ganz neue die ist halt jetzt auch unzüchtig vielleicht sollte ich mir jemanden suchen so aber die schlacht wie kann ich eigentlich eine verlobung wieder auflösen ja kannst du brechen glaube ich dann auf die klicken und dann weil der typ mein ehemaliger bündnispartner ist jetzt halt inzwischen noch irgendwie die ist nicht so jung die ist drei wenn ich 40 bin dann ist sie ist sie moment acht ist moment also da bin ich doch noch dabei ich war jetzt eine pilgerreise nach köln ich wink mal im vorbeifahren also das war mein bündnis mit mit england war das tatsächlich es wurde mir noch nicht angezeigt als ich darauf geklickt habe ach so ein unsinn ach komm dann hat jetzt ein bündnis mit der britannia das geht auch genauso weit weg die mechanik verstehe ich gerade nicht ganz weil er ist nicht mehr mal am hof von von william und alles ist irgendwie sein bruder ist das ach so nicht trotzdem noch eine heirat arrangieren so dreijährige ist am start jetzt geht's nämlich los ja so ein bisschen geld sparen das ist herrlich ich will dich für meine tochter kriegen hier ja gut dann ist das ein fehlschlag hier nähert sich einer freundschaft wahrscheinlich das klingt man immer nicht so ein unterhaltsamer abend und alles was ist hier los und zack haben wir wieder kohle auf dem konto alter läuft das hier wie butter also eigentlich ist das super smart dass ich jetzt gerade die frau geheiratet habe mit der ich unzüchtig war dann ist das unsüchtig weg na nee nee das bleibt aber ich habe jetzt immer ein einkärkerungsgrund gegen sie wenn ja stimmt das ist also eigentlich war das echt gar nicht so unsmart sonst kriege ich hier nochmal gold vom papst und jetzt bezahle ich dem ein bisschen was wenn wir tätig gehen und dann vergisst er dass ich meine frau betrogen habe und schon ist meine weste wieder rein so ab in den krieg ich hole mir jetzt kleve meine geburtsstadt da gehen wir rein kriegen wir jetzt jetzt bleibt doch hier jetzt bist du ganz schwer zu hören ich glaube jetzt besser oder jetzt da geht es wieder jawohl da geht es wieder da war gerade was wollte doch gerade sagen da war da ging noch was aber wir sind jetzt wieder bei 75 prozent ja wir kriegen das jetzt hin wir müssen wir müssen jetzt nur meine schlacht gewinnen noch mal wir haben es schon einmal geschafft wir schlagen gerade hier die kleinen du ließ das blöde ist der gegner hat so einen guten anführer aber das läuft jetzt schlacht es geht los ja da sehe ich doch hier da geht es doch ab ja leider aber vielleicht können wir mal den feindlichen befehl zu befangen nehmen ja das wäre geil das hofft man eigentlich immer dann im krieg dass man irgendeine coole person gefangen nimmt damit schnell zu ende ist ja so ich habe es vorher beim graf von münchen geschafft und musst du dann endlich nicht diese unsägliche riesenfestung da belagern sieg nice kommt doch mit 93 prozent das schaffen wir doch die finale schlacht jawohl okay moris also ja geil ich glaube jetzt deinem ehrlich von ehrlich hat von ehrlich ringen aber er ist euch immer ein nobler bündnispartner und freund absolut und jetzt werde ich ich werde ihn nie vergessen so ja geil das wird auch bestimmt ordentlich prestige geben hoffe ich mal okay alles klar es ist geschafft vielen dank schön die truppen kannst du nach hause holen und wir haben einen so Pia dann werde ich jetzt hier mit meinem anspruch auf albsee den krieg erklären geil bist du bereit ich wäre bereit bist du bereit ich bin bereit ich habe ihm den krieg erklärt für albsee du kannst ihn angreifen für brixen dann muss er sich irgendwie aufteilen er geht es auch zuerst zu mir mit seinen truppen weil er nicht gecheckt hat dass hier ausheben keine gute idee ist jetzt kannst du brixen dürfte jetzt komplett unverteidigt sein ich habe ich muss ich muss mich kurz um gnu drinnen kümmern das ist das wichtigste machen wir ihn auch gerecht ja gerecht ist gut oder oder maßvoll maßvoll ist es schon machen sie gerecht das ist ein wundervolles kind das ist ja so brauchst du hilfe nee den kriege ich weil dann man man marschiere ich nach brixen weil brixen ist sowieso mein endgegner wer weiß wahrscheinlich stolpern meine 850 man auf dem weg nach brixen und brechen sich alle das genick das wäre nicht abhängig und ich werde derweil seine armee beschäftigt halten ja der läuft weg vor dir ne der läuft immer im kreis wir kennen diese strategie von ihm ja schon das ist aber das wird diesmal kommt er mir nicht davon kriege ich den? ich glaube ich kriege ihn jetzt oder? ja ja wir haben ihn oh der ist stärker warum ist der denn stärker als ich? ja siehst du das ist der Fluch des Brixen ja warte mal ich komme ich komme ich habe abgebrochen ich bin auf dem weg boah ich hoffe ich das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig oder? deshalb berg ich ne? mhm interessant interessant das ist absurd oder? ja wie krass der kämpft ich verstehe es nicht ja aber das kriegen wir schon irgendwie ja wir müssen ja ja ich kann nicht ich kann nicht ohne Brixen heute diesen C-Cent verenden das ist sonst werde ich einfach alle seine Kinder werde ich einfach alle ermorden lassen ok da kommt eine armee auf mich zu die mich zwar nicht hasst aber die mich auch nicht mag ja die die armee von Eichstatt was wollen die denn hier? ich weiß nicht was sie hier machen aber es macht mich nervös es ist irgendein oh 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 das ist ja schön die bekämpfen sich gegenseitig das ist wundervoll ich habe ein großes großes Problem ich wurde in den großen Krieg von unserem großen Herren reingezogen oh neben meinem Krieg oh Gott das wird jetzt übel du musst mir Zeit lassen Brixen einzunehmen Sepp dann ziehe ich für dich in den Krieg scheiße aber was will der jetzt hier von uns? warum saugt der mich jetzt hier an? das ist halt irgendein Dulli Bär mit 2500 Leuten scheiße und jetzt belagert der hier meine Stadt ja wir haben hier irgendwie bei mir auch gerade irgendwie das ist irgendwer der Beef mit unserem Chef hat ja Herzogtum von Nordgau Adelheid von Nordgau die macht einen der katholische Bayern Aufstand das ist doch scheiße ein fetter Aufstand ich meine jetzt warte mal kann ich mich nicht einfach ich bin doch auch ein katholischer Bayer kann ich einfach sagen Leute ich gehöre doch zu euch kann man nicht hier irgendwie ey was ist denn das? ich bin mir grad nicht sicher meine Frau grad mein 14-jähriger jetzt kommen wir noch mehr ja es ist ein riesiger ein riesiger Krieg der uns grad alle mit rein zieht fuck da kommen wir noch mal 1200 ja oh das ist nicht nicht gut das ist ganz und gar nicht gut ja die wollen jetzt Aachen einnehmen warum? was ist das denn? die haben gar nichts mit mir am Hut ja ich bin auch gerade etwas überfordert ehrlich gesagt was hier alles abgeht 3000 Leute stehen bei mir zu Hause ja wir können nur drauf hoffen dass jetzt bin ich ja auch wieder eine Schlacht äh mit Graf Albrecht persönlich oi 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 ich glaube ich krieg grad Graf Albrecht glattgewalzt hier unten also ihn selbst vielleicht nehme ich ihn gefangen aber das wäre ja cool aber wir können nur drauf hoffen dass dieser blöde Aufstand recht bald vorbei geht weil wir haben 14.000 Mann diese Aufstände 14.000? geht aber auf die Kriegsübersicht das sind ne 10.000 Mann Aufständische gegen 4.000 Kaisertruppen oh Gott das sieht nicht so gut aus ach du scheiße töten wir auch haufenweise Höflinge von mir und so das ist nicht gut meine beiden Söhne wurden gefangen genommen sein Lebensjahr hilft uns wirklich null ey aber das interessante ist es wurden die beiden anderen also die beiden der zweite und der dritte Sohn wurden gefangen genommen könnt ihr bitte Jade töten das wäre nice ist das dein Sohn? ja mein zweiter war das ein Anruf auf uns? nee auf die auf die 3.000 Mann die hier gerade sich denken YOLO gehen wir mal rein hier nach Aachen stimmt ich hab da auch noch ein Gipi Joel und Maximilian also was machen die? hab ich jetzt dazu gesagt? ich bin äh sehr äh du wirst in Innsbruck belagert ne Pia das werde ich auch noch in den Krieg gerufen ich hab gefunden dass ich da also ich ich kann da auch nicht wirklich was machen gerade ja äh auch nicht wirklich aber das ist auch egal normalerweise weil wenn der Krieg vorbei ist dann hat also normalerweise ist das einfach nur ein Bayern also ein katholischer Bayern Aufstand ja das sorgt eigentlich nur dafür dass er wahrscheinlich Autorität verliert oder oder sie werden ich bin in Gefangenschaft das ist interessant die aufständischen Grafschaften wollen dann ein ähm ein unabhängiges Reich schaffen wenn das durchgeht das wäre für uns eigentlich dann im Resultat gar nicht so schlecht weil dann vielleicht das Reich sich ein bisschen aufspaltet und wir uns an seinen Kadavern äh äh nähren können ja das kommt so ein bisschen drauf an dass ne wenn wir die falsche Religion haben ist halt immer die Möglichkeit da dass auch einfach jemand hingeht und sagt ich bin ja ein katholischer Bayern das sind alles meine Kumpels dachte ich eigentlich ja gut katholisch bin ich auch aber was machen denn jetzt meine Verbündeten jetzt gehen die einfach gegen die zweieinhalbtausend ich probier mal hier Innsbruck zu befreien ich hab hier eh meine Armee die ist ungefähr gleich stark ist das deine Armee die da grad steht? das ist Kraftschaft von Ischenloh? äh ne das ist ne andere oh jetzt kommt die hier zur Hilfe ja gut da kann ich doch nichts machen ach ich glaub du kannst da gar nichts machen da kommen noch 4.500 und da kommen 3.300 und da sind 1.300 also ah die kämpfen auch miteinander hä? ich versteh das hier nicht mehr was passiert aber also ich hab echt viele Stunden in dem Spiel aber das hab ich echt noch nie gesehen ich will doch nur zurück in mein Land Leute ich will doch nur Brixen aber ich hab's gejinxt ich hab's ich wäre Brixen gewesen und bevor ich Brixen bekomme hat einfach zerbricht ganz Europa gerade das ist einfach ich hätt Brixen nicht eingreifen dürfen das stimmt das ist richtig und es ging halt los mit meiner Kriegserklärung an Brixen ja das stimmt oh nein oh nein Mann okay ich bin wieder ausm Kerker frei und mein Spielererbe wurde gefangen genau ach komm das kann doch nicht sein ich hab ne neue Tochter ich hab ne neue Tochter falls du neun Spielererben brauchst also also ich hab ich ich legitimier sie noch dann ist sie ein legitimierter Bastard aber sie ist wunderschön das ist meine warum flieht meine Armee immer weg von meinem Land ich will nur in mein Land und die auflösen weil ich kann doch grad eh nix mit dir anfangen ist alles schlimm äh mein Feuermelder ist gerade angegangen ich komm sofort wieder ein Highlight dieses abends definitiv ich mein für Sepp bis der das wieder angemacht hat oder ja ja ist vielleicht nicht so blöd oh ja sorry äh logisch oh sorry okay dann ähm mach ich auch mal ne kurze Pause ja ich auch geh mal für kleine Grafen ja ich sehe schon ihr habt alles im Griff sagen die äh die unverschämten Chatter hier gut unser 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 Lehnseil hat zwei unabhängige Aufstände am Arsch wie ich sehe aber der ist schwach es gibt noch so einen an Bauernaufstand auch noch ist ja schlimm okay Fehlalarm ach komm ich werd weiter angegriffen ach fängt euch doch ah ne ihr habt ja pausiert ne ok die Animation sieht einfach nur weiterhin so aus okay alles gut alles gut Fehlalarm äh es war nur ein bisschen äh rauchig in der Küche alles gut dann können wir gerne weitermachen heiße Runde hier ja auf jeden Fall ja also gerade geht's richtig ab also wir haben immer noch den übelsten Krieg mit gegen 10.000 Truppen ja bei mir stehen alleine drei bei euch scheinen auch noch welche zu sein es sind sehr viele ja puh also von mir aus können wir weitermachen außer es ist gerade jemand zwei Leute Pinkeln gerade achso ohja stimmt Entschuldigung aber dann kann ich ja mal gucken was ich jetzt noch mache hier das kann doch nicht sein mein Erbe wurde entführt ach du kann ich den auslösen normalerweise ist das kein Problem aber du wirst den halt erst auslösen können wenn der Krieg vorbei ist davor denen die das meistens haben ne mich konnte ich auch auslösen und den meinen Erben kann ich jetzt auch auslösen oh krass gar kein Thema wahrscheinlich weil du kein Haupt quasi Kriegsteilnehmer bist ne ne wahrscheinlich auch weil es keinen Hauptkriegs-Dude gibt weil das Bauernaufstand ist und die sagen dann auch mir doch egal okay ja ich hoffe auch dass dieser Aufstand einfach bald vorbei ist und wir dann noch hier den Anspruch auf Alpsee uns noch sichern können danach was ist denn bei euch da unten oh das sind auch 4000 wir haben genau das gleiche wir haben diese aufständischen Armeen hier in Horden im Chat empfiehlt uns jemand ihr könnt euch nach dem Aufstand zusammenschließen und den Kaiser stürzen äh weiß nicht wie wir das können hat irgendjemand von uns dann einen Grund dafür also ich wer wird denn dann Kaiser auch das ist ähm ist das Grund genug er lässt sie lässt sich nicht ran so ich bin auch zurück ne also aber ich muss sagen ich war jetzt in der Zwischenzeit also während alles brennt ähm habe ich es geschafft Königin Maud von Dänemark jetzt tatsächlich meine Affäre zu nennen oh hm langsam langsam wird ich glaube ich habe wirklich diesen diesen Anstoß gebraucht dass meine alte Frau gestorben ist und sie hat mich zurückgehalten hui und jetzt jetzt läuft's also das ist doch schön sehr gut ha ha Mensch jo es ist äh alles gerade schwierig äh Denzel du bist wieder da dann ich bin da alles gut let's gooo dann auf geht's komm die sieben Leute klatschen wir jetzt auch noch weg hier ich ich klatsch hier gar niemanden weg ich will ich will nur nach Hause mit meinen Mannen in meiner Armee ganz ehrlich ich habe keine hohen Ansprüche ans Leben ich mache eh gerade eine Zwangspause weil ich einen Krieg verloren habe der mich ein bisschen Kohle gekostet hat das verlieren hat mich dann noch mehr Geld gekostet ja schaste bin ich im Minus dann muss ein bisschen warten bis ich da rauskommen also ich muss aber auch sagen ich finde allein den Kaiser zu stürzen deswegen eine gute Idee weil er offensichtlich ein Versager ist der uns hier als als seine treuen Untertanen alle ins Elend stürzt ja aber ihr wisst wie die Reihenfolge aussieht ne auf Platz 3 ist Steinwein echt was heißt wie was was wofür Kaiser achso ernsthaft oh das Unschuldslamm das stille Wasser hier das habe ich noch gar nicht bemerkt ach ne sorry das bin ich auf Platz 3 aber ah ja aber das heißt ja auf Platz 2 ist Steinwein ach oh wer ist Platz 1 Platz 1 ist Herzog Otto II der Zweite von Bayern mit 64 Jahren also das wird eh nix ja also ich würde mal sagen mittelfristig will ja auch eh ich Herzog von Bayern werden ja aber das ist schwierig ich habe das auch noch rausgefunden weil ich den ermorden wollte habe ich gemerkt oh shit das ist Steinwein das machen wir ja gar nicht hast du Glück ja weil ich dein blaues Blut gerettet wieso wieso belagern die jetzt jede Stadt von mir das finde ich jetzt irgendwie nicht so gut ja weil sie mit den Städten Punkte gegen unseren Lehnsherren bekommen ich krieg halt meine Armee nicht eingezogen ja und die stehen jetzt da und das ist halt blöd das ist richtig doof ja bei mir das Brixen habe ich halt gerade eingenommen gehabt und jetzt jetzt holen sich die aufständischen Brixen ne ja und meine Verlobte von Kalle Heinz ist halt im Knast aber das Schöne ist der Sohn den ich loswerden möchte ist auch im Knast bei mir sind tatsächlich meine beiden meine beiden unerwünschten Söhne sind im Knast das ist gar nicht so doof ich könnte die jetzt töten lassen oder im Knast also da müsste der Mordkomplot doch eine höhere Chance haben glaube ich oder ne aber die sind in deinem Knast ja nicht oder ja trotzdem der hat er ja also ich glaube das müsste trotzdem kann ich den aber ich glaube also ich man kann diesen eigenen nicht ermorden lassen ne kann ich nicht das wäre untugendhaft wenn der einfach da drin bleibt ja aber manchmal lassen sie ihn auch so frei ja aber ich will ja nicht ja aber ich glaube nicht dass sie also da kommt dann einfach ist frei gekommen ich glaube nicht dass sie dir die Wahllast oder dein Kind zurück haben willst aber wenn sie Löse gehen dann kannst du ablehnen das passiert schon auch manchmal kann der nicht bitte aufgeben hier gegen Leute ja ich finde auch unser dummer Lehnsherr soll einfach mal der hat eh keine Chance wenn du den ermordest dürfte der Krieg vorbei sein das stimmt ja lets go ich glaube das könnte schwierig also bei mir acht Jahre also da sehe ich ich verstehe halt nicht ich einfach aber versucht doch mal halt versucht doch mal den anderen Anführer zu töten diesen Volksaufstandsanführer das bringt nix normalerweise echt okay dann kommt einfach der nächste Dullibert ja ach so okay weil ich dachte das ist so ein schwacher Charakter aber müsstet ihr nicht meinem Mordkomplott quasi beitreten können das kann sein ich weiß nicht ob das aktiv geht ja 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 da kommen die nächsten 2000 ich hab Brixen ja geil ich hab den ich hab den Anführer gefangen genommen also jetzt belagert er quasi Gott sei Dank jetzt belagert er quasi das trotzdem aber er belagert es also er entbelagert es nicht mehr ja aber guck doch also guck doch mal ob du ähm ob du es irgendwie hinkriegst wenn du auf wenn du ein Komplott machst dann kannst du ja Leute einladen ob wir dann da sind und du uns dann eine Einladung schicken kannst ja Graf Erhard wir sind Freunde geworden ich hab das auch gerade gesehen aber das ist ja nachdem wir so heldhaft Seite an Seite kämpften ähm ist das ja auch nur logisch ja nur folgerechtig ne ich kann euch da nicht einladen glaube ich also ihr werdet mir nicht angezeigt ihr mögt den offensichtlich zu viel ich bin tatsächlich sein Freund ähm aber ja das ist halt aber das sagt ja erstmal nichts weil eigentlich heißt es ja auch dann oft dass wenn ich dir beitreten würde dem dann sehr viel Prozent geben würde weil wir halt zu dicke sind ich glaub du müsstest das aufdecken oder dass das ja aber ich weiß nicht wie ich das mache weiß das jemand im Chat wie wie wenn Pia jetzt ein Mordkomplott macht gegen den Kaiser wie kann ich das so sehen dass ich ähm da musst du ja am Hof des Kaisers sein um Unterstützung ähm machen zu können ah verstehe ah ja ah verstehe ja klar ah stimmt du kannst nur wenn ich jetzt einen offenen Aufstand gegen ihn machen würde dann könntest du wahrscheinlich so ja ich mein so wie der hier das das Land vor die Hunde fährt ähm jetzt hab ich da diese gegnerische Armee was ist das denn was ist denn das jetzt für eine Dreitausender Armee die hier jetzt kommt jetzt kommt der doch zum Kämpfen Wucherungen des Stammbaums hä? was, dass das denn? hä 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 mitä ok neuer Krieg neues Glück Das wird eine Allianz eingenommen. Das ist ja alles wundervoll. Läuft jetzt der Verbündete von meinem König, der eigentlich helfen sollte, einfach an den gegnerischen Armeen vorbei? Das ist ja cool. Das ist ja nice. Das ist ja geil. Das ist lieb. Jagd macht ja keinen Sinn, wenn du gerade im Krieg bist, macht das nicht so viel Sinn. Ich glaube nicht mehr. Eindeutig müssen wir unsere Truppen verstärken. Als ob die jetzt schon wiederkommen. Geht mal weg. Geht mal irgendwo anders hin. Greift doch mal die Hauptstadt an, dann gewinnt ihr diesen Scheißkrieg auch. Oh, mein Verbündeter holt sich derweil Alpsee für mich. Der Prinz von England ist mein Kumpel. Sehr gut. Die sind nicht so smart. Kann das sein? Aber jetzt ist hier diese 4000 Armee noch. Komm, geh nicht zu mir. Lass mich. Ich hab dir doch überhaupt nichts getan. Tja, tja, tja. Hier wird doch gerade keine Armee mehr aus, weil die kostet mich nur Geld und ich kann eh die 4000 hier nicht abwehren. Ähm. Ich will eigentlich nur in Ruhe die Grafschaft Passau einnehmen oder so. Was? Graf Albrecht will hier Eschendurbeladen und ist noch ganz knusper mit einem 300 Mann. Oh mein Gott. Wie mein Sohn Marquard aussieht, musst du mir angucken. Das ist der mit dir verlobtes. Moment, hab ich mich auf etwas eingelassen, Steinwallen? Ich glaube, er hat Typhus oder sowas. Was ist das denn? Und das ist mein... Dem hab ich meine erstgeborene Tochter gegeben. Ja, Typhus hat er. Und er ist eigenwillig und zynisch, aber immerhin ein Wohlstandsschaffer. Aber er ist geniesen. Er ist in diesem Moment genesen. Sehr gut. Aber ich meine, ist jetzt auch danach, glaube ich, jetzt noch nicht immer der Schönste, oder? Jetzt mal so... Naja, komm. Jetzt geht's eigentlich. Ich finde auch. Es geht. Was Graf Dietwolf von Passau will hier dem dem unsäglichen Grafen hier... Oh, das gibt's doch nicht. Du wirst jetzt ernsthaft mir hier ankommen und Alpsee verteidigen mit deinen lächerlichen 600 Mann. Du, du Made, du, ey. Das wird nicht toleriert. Ich hau' euch so weg hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt hab ich hier den Nächsten am Arsch. Naja, hab ich mir selber angelacht, den nächsten Krieg. Ich dachte mir, das wär smart. Hier ist einer ungeschützt in meiner Nachbarschaft, den snack ich mir jetzt doch. Also, ich hab ja einen meiner Söhne zum Papst geschickt, ne? Für die Ausbildung. Und der hat jetzt zwei Fähigkeiten mittlerweile bekommen. Erstens ist er arrogant und zweitens ist er sadistisch. Oh. Und ich weiß nicht so genau, was der Katholizismus mir damit sagen möchte. Aber irgendwie, ne, ist schon, also, ist schon eine Meldung. Mhm. Das stimmt. Ich will jetzt Alpsee haben, ganz ehrlich. Was wird denn das hier? Wer ist denn das? So, das kriegen wir doch jetzt hier hin, ey. Mal eben schnell übernehmen und dann ist gut. Scheiß, die Wand an. Ist das spannend hier gerade. Das ist echt. Es ist lustig, finde ich, weil diesmal wir sind ja alle integrieren ja oder ich sag mal noch gar nicht groß gegeneinander, aber es ist trotzdem mega spannend. Oh ja. Das ist nur drin. Ein wunderschönes Leben. wünsche ich dir am Hofe, der Pietz Mietz. Die ist echt gut geworden, also ernsthaft. Also die ist maßvoll, fleißig, gerecht, hübsch und hat drei Punkte in charismatischer Verhandler. Das wird eine gute Frau. Das ist halt wirklich, also, ne, soll mal einer sagen, Tinder funktioniert nicht. Na gut, dass ich nach rechts gestern so hyped hab. Stein Wein, du heißt nicht König Konrad, oder? Das wüsst du nicht, ne? Gegen den fühl ich grad Krieg. Ah, okay, alles klar. Hast du da irgendwas am Start? Boah, ist das hier wieder so ein Ding, ey? Ja, ich guck nur gerade und wollte dich da jetzt nicht verwechseln. Es könnte sein, dass da ein Mordkomplott grad rausgeht. Geistiger Zusammenbruch. Oh, das ist nicht gut. Ich will wohltätig werden, um meine Sünden wieder gut zu machen. Oh, der, der, Ich hab den getötet, den Lehnsherrn. Geil. Da geht ein Mordkomplott raus. Aber das hilft uns nicht. Also, Herzog Otto ist leider gestolpert. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Aber irgendwie haben wir immer noch Krieg, so. Jetzt einfach gegen den neuen Herzog Otto. Oder mit dem neuen. Hab ich den falschen getötet? Ah, ich hätt den, ich hätt den Kaiser töten müssen, oder? Dann muss ich den auch mal töten. Musst du grad gucken, der, der, der von Augsburg ist aber alle deutlich stärker. Hab ich den richtigen? Ich bin mir grad gar nicht mehr sicher. Ja, irgendwen hab ich auf jeden Fall. Also, ja, passiert. Herzog Kuno von Augsburg. Aber eigentlich müssen wir nur warten, weil wir sind auf 100%. Jetzt, da ist er durch. So wie. Ich hab Aachen verloren. Ich hab die Graschaft von Brixen verloren. Ich hab Aachen, ich hab meine Hauptstadt verloren. Ich hab Brixen verloren. Was macht ihr da eigentlich? Oh Gott, ich bin leider mit anderen Dingen beschäftigt. wie hab ich denn meine Hauptstadt jetzt verloren? Wie ist das denn passiert? Hä? Wie konnte ich, wie, jetzt ohne Scheiß, wie konnte ich meine Hauptstadt verlieren? Gut, ich musste leider hier aufhören, meinen Anspruch auf Alpsee durchzusetzen, weil der, als ob die Bauern mir jetzt mein, mein, mein Dorf gesnackt haben. Hat der Kaiser verloren? Oder was ist da für eine Aktion? Anscheinend. Wenn Europa zerfällt, tut mir das leid, ich hab... Als ob er mir meine Hauptstadt gesnackt hat. Die hat zehn Einheiten. Die fünfze... Blöde Kuh. Warum hat sie jetzt 800? Aber wieso kann ich dir nicht angreifen, wenn ich einen Anspruch hab? Armee ist ausgehoben. Ich werde jetzt einfach gegen die Verrecken auch noch. Was? Wie hat sich Söndener gekauft, die blöde Kuh? Was ist mit Brixen? Das kann nicht wahr sein! Das ist einfach... Ach, Herzor Kuno von Augsburg. Jetzt ist er grad mega schwach. Kann ich dem irgendwie den Krieg erkranken? Ich raste aus! Das ist ernsthaft! Der hat sich... Der hat sich Söndener geholt. Fuck! Das scheint gerade so ein Thema zu sein, das mit den Söndener. Als ob er sich... Als ob er sich Söndener geholt... Ich kann mir keinen Söndener kaufen. Jetzt werde ich gebumst. Verbündete! Ich würde das, aber ich werde auch gerade. Ich verliere gerade gegen Brixen. Der hat 15 Einheiten. Mal kurz, kann ich dir nicht irgendwie... Ich töte sie! Kein Ding! Please, please, please. Kriegseitritt anbieten, Pia. Komm, ich... Das ist einfach, weißt du... Lass mich die hier plattweißen. Komm. Die wollen mich doch verarschen. Das ist einfach... Es tut weh. Bis jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt tut es einfach nur noch weh. Aber in neun Monaten... Du hast ja einen Mann geholt. Weißt du was? Den töd ich auch. Wieso ist denn Köln unabhängig? Was ist hier los? Was macht ihr da? Ja, weil die... Weil die... Haben sich... Köln gesnackt und Aachen. Beides. Würdest du Petra... Die Bauern? ... vielleicht aus dem Knast holen? Ja, kann ich gleich machen, wenn ich... Wenn ich hier meine Hauptstadt wiederkriege. Aber gerade sieht das sogar schlecht aus. Gerade verliere ich. Ich habe nicht mal Würfelglück. Ich habe übelst viele Truppen und der macht mich trotzdem. Willst du mich verarschen? So, Pia. Lass uns jetzt gemeinsam hier. Wenn deine Armee wieder da ist, ich komme jetzt mit meinen rüber. Wir holen uns jetzt. Ich habe ja... Also keine... Ich kann das auch nicht annehmen. Der macht mich. Doch, ich bin schon im Krieg. Diese Hochzeit ist pausiert. Wo ist denn meine Armee? Die sind nach Italien geflohen. Die fliehen gerade, aber ich komme jetzt gerade nach Innsbruck. Mit 1700 Mann. Es wird Zeit, dass man ein ordentlicher Kaiser regiert. Bist du gleich Kaisersteinwallen? Nein, nein. Was passiert da drüben bei den Stillen? Ich bin echt gespannt. Können wir bitte neu laden? Das kann doch nicht sein. Es wird im Chat schon mehrfach angemerkt, wie Steinwallen einfach die ganze Zeit dauergrinst. Ich schreibe das jetzt an in Lienz, ne? Wer belagert mir Lienz? Keiner erzählen hier gerade. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Linz und Lienz? Frag mal als Notdeutsche. Linz ist eine Stadt und Lienz ist halt eine Gegend. Es sind jetzt Lienz ja hier, ob die das gut finden, wenn er sie als Gegend bezeichnet. Das ist jetzt echt... Also ich schaffe das nicht, ne? Die hat jetzt noch mehr Einheiten gekauft. Die hat jetzt schon 1600. Die kauft jetzt immer mehr. 1600 hat die? Ja, ja, die hat... 15 hat sie selbst. Alter. Dann wird das... Zu zweit könnten wir es schaffen. Ich habe ja 1800. Ich habe 400 Mann. Aber ich habe 1800. Also guck mal, mein Herz blutet. Wir tun uns in Linz jetzt zusammenschließen und dann... Lienz. Nicht in Lienz? Ja. Chat, ich kann keine Söldner kaufen. Ihr habt zu wenig Kohle. Wo sind die? 500? Hier, da kommen sie. Und jetzt tun wir gemeinsam dann... Wenn du auf meiner Armee stehst, mach mal diesen Armee verknüpfen. Ich hänge mich da an. Und dann holen wir uns Brixen. Und dann kämpfen wir da. Und sobald ich das erledigt habe, sobald ich Brixen habe, in drei Stunden, Sepp, komm ich hoch und helf dir. Ja, mal gucken, ob das hier jetzt nicht gleich durch ist. Ich habe jetzt alle Verbündeten, alle NPC-Verbündeten gerufen. Das muss jetzt mal durchgehen. Also wir sind jetzt 2000 gegen 1200. Das muss jetzt... Das muss ich schaffen. Das kann mir keiner erzählen, dass ich das verliere. Nur weil die scheiß Pekingierer haben. Cool, also er belagert Innsbruck, aber er braucht 20 Monate dafür. Wir müssten Brixen eigentlich schneller bekommen, weil ich habe ja Mangonellen dabei. Ja, ja, das machen wir. Das machen wir. Das schaffen wir. So, jetzt klatschen wir den, einfach bis nach Meppen Süde, ey. Wenn er hier kommt. Ich habe auch einen sehr starken Befehlshaber. Das müsste eigentlich gehen. Gucken wir jetzt mal. So, haben wir. Jetzt holen wir uns Aachen zurück. Ey, das könnte doch nicht sein. Ich meine, Hauptstadt verloren. Hauptstadt ist schon echt hart, ne? Also das ist schon... Boah, die war voll ausgebaut, ey. Die hat sechs Gold pro Runde gemacht oder so. Das ist... Aber das ist so weh. Das ist hart, ja. Das ist so richtig weh. So fett habe ich meine Städte noch gar nicht ausgebaut. Ich habe mich ein bisschen mehr darauf konzentriert, immer neue zu erobern. So. Ja, guck, wir haben in sechs Monaten Brixen und der steht noch 16 Monate in Inspro-Grum. Hä? Also, Bibi, dich schicke ich auch zum Papst. Da sehe ich dich. Da sehe ich dich. Hat der noch mehr Platz? Nee, danach hat er keinen Platz mehr, ne? Ah, die Existenz wurde auch... Also, ich raffe es einfach nicht, ey. Das... Weißt du, dann hast du so ein geiles Game, ja? Und dann kommt da einer da... Aber gut, jetzt ist Köln auch unabhängig. Also, für mich einfacher einzunehmen. Also, das ist schon okay. So, in Long-Game. Mein bester Freund. Das will ich nur mal in den Raum geworfen haben. Dein Bester gleich. Mein Bester. Ich konnte auswählen, wer es wird. Und ich habe den Papst gewählt. Beste Freund. Macht bestimmt Spaß mit dem Papst im Gehäuse. Ja, das ist so blöd, dass die gestorben ist gerade, ne? Aber Brixen bringt kein Glück. Ja, aber jetzt haben wir es gleich. Oh, jetzt haben wir... Jetzt ist da eine neue. Wo kamen die denn her? Warum... So, jetzt haben wir gleich die Stadt. Reihenfolge der Erbschaft für Brixen. Einfach irgendwo. Im Nirgendwo. Ich habe Minus-Prestige. Jetzt geht es aber los, ey. Die neue hat jetzt Liebesbläschen. Oi. Meine Nachbarn werden immer liebevoller. Das ist, ähm... Brixen ist irgendwie so dieses gallische Dorf, ne? Ja. Ganz Tirol wird von Pia regiert. Ganz Tirol? Nein. Ein kleiner Ort namens Brixen widersetzt sich der Herrschaft. Und das Leben ist nicht leicht für die Legionäre, die in den befestigten Lagern in Spock und Lienz leben. So, letzten Krieg jetzt hier gegen den Spau, ey. Kann doch nicht sein. Die sind immer noch im Knast, aber wo? Ein Herzog-Kadelheim von Nordgau. Ich meine, ich will die halt auch nicht wiederhaben, weil... Pia, ich habe sie mal ausgelöst, ne? Das ist mir ganz recht, wenn wir diese Hochzeit jetzt... Also, nee, du hast, glaube ich, die falsche ausgelöst. Nee, nee, die muss noch durch, also muss noch angenommen werden. Die braucht noch ein bisschen. Ja, jetzt durch. Jetzt durch. Dankeschön. Super. Bitteschön. Wundervoll. Alter, die hat ja auch vier Punkte in Diplomatie. Ja. Ja, aber sie ist halt feige und schüchtern. Ja, das ist halt... Das kann ich alles haben. Das ist halt ein Mauerblümchen, ne? Ja, kann ich alles haben. Uh, wir haben eine Geisel. Richte ich sie hin oder beende ich den Krieg? Witzigerweise... Oh, fuck, bei mir ist das Spiel abgestürzt. Was? Wir haben gerade Brixen eingenommen. Also, ich will sie wirklich nicht... Alter Schwede, ey. Ja, ist eingefroren. Kannst du nachjoinen? Nein, bitte, er ist der Host. Das kann doch nicht sein. Ich bin der Host. Alter, ich bin gerade König geworden. Das ist geil. Nein. 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 Ich kann euch schnell speichern. Seid ihr noch im Spiele? Das ist bei euch auch alles eingefroren. Stimmt, das könnt ihr... Wir können speichern, das stimmt, ja. Ja, aber wir können Einzelspieler nur drücken. Oder kannst du es dann öffnen für... Du kannst es öffnen. Kann ein anderer einen Host machen und dann den Spielstern planen. Da muss einer von euch jetzt hosten und genau an der Stelle wieder einsteigen. Tue ich dann. Also, ich habe mal gespeichert. Also, Pia, ich habe auch mal gespeichert. Wer hostet von euch? Wer hostet? Oder wer hostet? Ich habe es schon offen. Du kannst es nämlich direkt öffnen. Und dann... Dann musst du uns noch in Discord die Nummer reinposten quasi. Wird gemacht, wird gemacht. Also, Pia, jetzt muss ich auch... Ab jetzt muss ich sagen, ich kann nicht mehr gegeneinander... Also, gegen das Argumentieren, dass Brixen wirklich authentisch verflucht ist. Das ist dunkle Magie, die da am Werk ist. Das ist einfach komplett absurd. Das ist der dritte Spielstand jetzt. Ich wollte gerade auf den Button Forderungen erzwingend klicken. Oh nein. Also, in diesem Screen ist mir das Spiel eingefroren. Aber wir müssen, glaube ich, komplett einmal raus, ne? Weil wir sind ja jetzt noch im anderen Spielstand. Ja. Also, ich lade auch gerade den neuen... Die erste Person ist hier schon bei mir. Ja, ich join gerade. Das ist das albernste, was ich je erlebt habe. Helm Sprixen, sagen sie bei mir im Set. Ah ja, guck mal. Da ist... Ich bin wieder da. Ich habe nicht viel Sprixen gar nicht mehr. Wisst ihr? Das ist halt... Aber stell dir mal vor, wenn das mal dir gehört, dann musst du da deine Hauptstadt hinlegen. Dann kann dir niemand mehr jemals was, weil niemand das je einnehmen kann. So, und ich will natürlich wieder meinen Charakter spielen. Ich hoffe mal, die KI hat jetzt nicht in diesen zwei Sekunden lauter Scheiß gemacht bei mir. Es ist direkt Pause gewesen, also... Ah, perfekt. Ja, genau. Weil du als Host, glaube ich, rausgehört hast. Ah, sehr gut. Also, nicht sehr gut, aber, sag ich mal, Glück im Unfall. Cool, bei mir ist direkt ein Bauernaufstand. Geht direkt geil weiter. Hier ist Graf Erhard von Eschenlohe. Ich bin noch nicht drin, ne? Wieso habe ich denn jetzt auf einmal einen Bauernpöbel hier am Arsch? Ich habe mal pausiert, weil es ging jetzt irgendwie automatisch schon los. Ja, bitte nicht weitermachen, ich bin auch noch nicht drin. Ne, ne. Das ging automatisch. Also, ich habe noch gar nicht gestartet. Ich habe nur... Ne, genau. ...die Spielenoption, also... So, jetzt, ich habe gerade noch schon das Lösegeld für meine Kinder bekommen, aber die checken nicht. Nein, die KI hat einen davon jetzt schon ausgelöst. In dieser einen Sekunde. Den fürchte Gott, das gibt es doch nicht. Gut, aber einen kann ich auf jeden Fall noch enterben, den zweiten lasse ich verrecken. Okay. Ich meine, es gibt ja auch noch viele Kriege, wo Fürchte Gott sich als Ritter hervortun kann und vielleicht an der Front irgendwie, ich weiß ja nicht. Maurice, nur zu viel, vielleicht ein guter Punkt für eine Zusammenfassung. Ja. Weil ich sehe überhaupt nicht durch, was ihr da macht. Sind jetzt alle wieder da? Ne. Wenn sie noch nicht. Ne, über die ID wieder oder was machen wir? Ja, genau. Ich habe eine neue reingepostet. Also eine neue, hier hat eine ID im Discord gepostet. Okay, dann muss ich nochmal wieder raus. Ich habe jetzt die alte. Dann, äh, ich kann ja dabei schon mal tatsächlich einfach Zusammenfassungen für die, für die anderen Reiche machen, damit der Chat unterhalten wird. Wir sehen hier, also erstmal muss man natürlich das, was ins Auge fällt. Steinwallen hat ein riesiges Reich. Äh, das aber auch noch gar nicht, das sieht immer größer aus, als es ist. Ähm, aber du bist jetzt König von Böhmen. Ja, so ist es. Äh, wie hast du das geschafft? Erzähle. Naja, weil der, unser gemeinsamer Freund, der Papst. Warum kann ich Baumir nicht weiterspielen gerade? Ja, ich habe auf Pause gedrückt. Ne, ich kann aber unten auf der K, also da muss ich Köln erst ausführen, den muss ich meinen. Du musst deine, deine, deine... Ah, okay, danke. Okay, deshalb, deshalb war das. Ja, geil, Bauernaufstand auch noch. Okay, ja, okay, ich bin wieder da. Super, ja, der Papst ist ja unser gemeinsamer Freund und der meinte, ich wäre der bessere König, das hatten wir ja schon und nachdem der alte König mich angegriffen hat, wo du so grandios geholfen hast, wurde ja sein Sohn, weil er verloren hat, neuer König. Und dann war ich so frei, auch wenn es ein bisschen knapp war und habe die Gelegenheit genutzt, sofort den Gegenangriff zu starten, um das Königreich zu kämpfen. Sehr gut. Das war wieder sehr knapp, weil ich habe die erste große Schlacht verloren. Diesmal konnte ich dich nicht zur Hilfe rufen, aber Gott sei Dank noch ein paar Söldner finanzieren. Ja, und dann hat es geklappt, ja, der Krieg ist gewonnen und damit ist Albert nun König von Böhmen. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch. Als Freunde, die wir ja sind, der erste König diesmal, ja, nicht schlecht. Was auch mal wieder, ich meine, muss man schon mal sagen, wir haben ja so ein bisschen, vorher waren wir ein bisschen skeptisch, das waren jetzt, was man in acht Stunden schaffen kann in Crusader Kings 3, wir haben jetzt drei Stunden und haben schon den ersten König. Ich würde mir behaupten, da kann auch noch viel passieren in den fünf Stunden, die uns noch bevorstehen. Oh ja. Ich hoffe, du kriegst nicht so einen Bauernaufstand, das wäre ganz nice. Dann, ich glaube, was bei mir und bei Pia passiert ist, haben wir jetzt gerade schon in ausgiebigster Fülle breitgetreten, aber... Nee, ich habe das überhaupt nicht kapiert, ich weiß nicht, ich könnte mir kurz erzählen, ich war voll beschäftigt. Dann erzähle ich dir, dass, also, wir hatten sehr viel erstmal damit zu kämpfen, dass dieser komische Aufstand gegen unseren Lehnsherr uns genau in unsere Eroberung von Alpsee und Brixen reingegrätscht ist, gerade wo das eigentlich erfolgreich war, dann ist dreisterweise der Herzog gestorben, oder hast du dich umgebracht, Pia, der Alpsee- und Brixen-Typ? Nee, das Problem war, ich habe Brixen bekommen, dann hatten wir diesen Aufstand, dann, es war ja dieser riesige Aufstand in ganz Europa und durch den Sieg des Aufstands wurde Sepp Aachen abgenommen und mir wurde Brixen abgenommen. Oh nein. Das, wofür wir gekämpft haben. Ja. Damit war Brixen wieder weg. Und dann ging leider bei mir, äh, ging das, äh, hier die Grafschaft von Alpsee, die ich hatte, an einen, also wo ich den Anspruch hatte, an einen mächtigeren Herzog, der auch noch Verbündete hatte, das heißt, dann muss ich diesen Krieg abbrechen, aber jetzt sehe ich gerade, dass hier nur noch Graf Otto herrscht, der 900 Mann und keine Verbündete hat, das heißt, ich glaube, Alpsee wird bald mir gehören. Ähm. Und dann hat tatsächlich irgendwie Brixen es geschafft, sich wieder unter Pias Knute hervorzuwuseln und aus irgendeinem Grund auch nochmal Söldner zu finanzieren und nochmal so richtig Stress zu machen, ähm, aber jetzt bin ich diesem Krieg dann noch beigetreten, um auch hier, ne, in alle Richtungen zeigt Erhard von Ehrlichingen, dass er genauso ehrlich ist, wie sein Name vermuten lässt, ähm, und jetzt gemeinsam haben wir Brixen erobert und dann ist das Spiel abgespielt. Das ist der Stand der Dinge. Und ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen, ich habe jetzt Ansprüche auf Passau und auf Alpsee, also ich werde hier weiter, ich bin noch ein bisschen weg davon, glaube ich, Herrscher von Bayern zu werden, aber, nee, oh, nee, eigentlich nicht, weil der Herzog Heinrich hat 1600 Mann. Der ist schwach, ne? Oh, dann, ah, Bayern wird dann, ah, das ist ja mein bester Freund, ich habe 1000 Frömmigkeit. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, dann ist, äh. Gönn dir den Anspruch. Ich gönne mir jetzt, glaube ich, mal Bayern, äh, ich glaube, das kann man sich mal gönnen, so ein bisschen, äh, aber jetzt würde mich interessieren, weil jetzt kommen wir zu den Punkten, die ich wiederum nicht mitgekriegt habe. Sepp, was, was zum Geil, ich gucke nur zu dir und sehe hier gerade acht Heere stehen, die alle, glaube ich, nicht dir gehören, ist ein Bauernaufstand, okay. Also ich habe zum einen, habe ich ja Aachen gerade verloren, nachdem unser großer Kaiser, Gott sei Dank, seelig, endlich ist er tot und wir haben einen neuen Kaiser, lang lebe der neue Kaiser. Ja. Ähm, habe ich Aachen verloren an einen unabhängigen Grafen, der jetzt auch Köln und, ähm, Trier hat. Und Luxemburg, ja, hat er alles gekriegt, einfach so. Ähm, damit habe ich meine übelst aufgepimpte Hauptstadt verloren. Ähm, versuche jetzt gegen den Krieg zu führen, was ganz gut klappt mit meinen Verbündeten, aber gleichzeitig haben sich meine Bauern gedacht, ja Mensch, jetzt ist hier so die Kacke am Dampfen, dann machen wir doch mal mit. Und jetzt habe ich auch noch 800 Bauernaufständische mit am Start. Ich bin das übelst im Minus, ähm, habe mir gerade noch ein Heer gegönnt, damit ich überhaupt Herr der Lage werde und hoffe, wenn das jetzt gleich zu meinen Gunsten entschieden wird, dann sehe ich mich hier wieder, sonst, äh, sehe ich einfach nur noch Rot hier, also das ist einfach, oh. Aber jetzt ist ja, ich weiß nicht, wie ist der Stand bei dir, Pia, jetzt bist du ja Herrscherin von Brixen, neu gekrönt und mächtig. Kannst du vielleicht, Sepp, irgendwie wieder helfen oder du bist noch ein bisschen am Erholen erstmal, ne? Also ich muss echt sagen, ich finde, wir sollten, ähm, den Ort, dessen Namen nicht genannt werden sollte, hier auch einfach nicht mehr nennen, weil ich wirklich Angst habe, dass ich euch damit noch mehr verfluche, ähm, das ist schwierig. Aber tatsächlich, ja, also ich hab mich jetzt auf jeden Fall, also ich hab mich auch eigentlich schon ganz gut erholt gerade. Oh. Ich muss nur drauf warten, dass meine Einheiten sich wieder quasi, ähm, neu aufbauen und dann marschiere ich gegen Aachen und gegen Köln und, äh, schau mal bei der Gamescom vorbei. Ja, nice, okay. Das wär, das wär der Plan. Sag gerne Bescheid, wenn du sofort durch bist, dann, dann frag ich dich an. Ich weiß nicht. Dann machen wir das. Ja, machen wir. Pia, du hast ja alle Grafschaften von Tirol, du könntest eigentlich vielleicht auch das Herzogtum. Ja, das könnte ich eigentlich schon länger, also ich hätte ja auch mit zwei schon können, aber dafür bräuchte ich Geld. Und das Problem, das ich wirklich hatte, war, ich hab ja Brixen den Krieg erklärt, das hat mich ja erstmal 50 Gold gekostet, dann hab ich's verloren, weil die mit mir im Kreis gelaufen sind und dann hatte ich ja drei Schlachten, die ich verloren hab. Dann hab ich diesen Krieg kapituliert, das hat mich Gold gekostet, dann hab ich den Anspruch neu fungiert, das hat mich 100 Gold gekostet. Es geht so dahin momentan. Scheiße. Ich könnte theoretisch, praktisch, schwierig. Verstehe, verstehe. Übel, übel. Dann lasst uns zuletzt noch bei Herzog Denzel vorbeischauen, der ein recht großes Reich hat, dem, wie geht's diesem großen Reich? Du warst einige Bündnisse, es sieht hier aus meiner Warte aus, als würde es dir ganz gut gehen, ist das korrekt? Ja, geht mir ganz gut, das stimmt. Ich hab' das Glück, dass im Osten meines Reichs eine andere Religion herrscht, das macht's Kielbüren. Ja, stimmt. Bisschen einfacher jetzt, deswegen geh' ich nach Osten und verprügel alle Ungläubigen, so wie es sich gehört, und dann mal gucken, wo meine Prügelwelle denn aufhört und bricht, wo es dann weitergeht. Aber es ist momentan nichts Interessantes, ich hole mir so ein kleines Herzogtum nach dem anderen, oder sogar eine Grafschaft natürlich, Herzogtum wäre noch ein bisschen größer. Ich hab' das Problem nur, dass natürlich, das Problem haben wir aber alle, ne, am Ende, wenn wir abdanken, wer kriegt das dann, ne? Ich muss das ja irgendwie versuchen und da einen Hut zu kriegen, bevor ich abdanke, aber mal gucken, mal gucken, das wird spannend. Das wird in der Tat noch spannend, auch bei mir, aber einer meiner Söhne vermodert jetzt im Kerker, wenn alles klappt geht. Aber nicht bei mir, ne? Ne. Achso, okay. Ne, der wurde von diesen Aufständischen gefangen genommen, der Zweite auch, und das nervt mich gerade richtig, die KI hat in der einen Sekunde, wo ich gecrashed bin, einen schon ausgelöst, obwohl ich die eigentlich beide da verrotten lassen wollte, aber ich hab' auch genug Ruhm, um einen zu enterben, nur zwei wird schwierig, deswegen mal gucken. Der eine muss stolpern. Ja, eben, das geht schon noch, ich mein' vielleicht, vielleicht kann ja, ich wollt's grad sagen, ne, vielleicht kann ja dann die, die, meine liebe Fürstin von der Stadt, die nicht genannt werden soll, einen Fluch auf meinen Zweitgeborenen setzen. Welcher muss da weg? Äh, aktuell ist es, glaub' ich, noch okay, weil noch ist ja, bin ich ja in der Blüte meiner Jahre, aber es müsste dann, Fürchtegott von Ehrlichingen, müsste weg. Ne, Fürchtegott. Fürchtegott. Genau. Ja, aber der ist doch mit Tina verlobt. Ja, dann kann sie ihn ja für dich um die Ecke bringen, wenn sie mal beide erwachsen sind. Die ist 10. Ja. Ja gut, dann schauen wir mal. Aber noch nicht, wie gesagt, noch ist es alles okay. Noch nicht, noch nicht, okay. Weil, falls, falls Engelbert wiederum dann stirbt, der ist ja, wie sie eng, mein Erstgeborener ist ja auch mit, mit Dibi verlobt. Also... Wollen wir, wollen wir weitermachen? Ja, wir können weitermachen, sorry. Okay, cool. Vollkommen korrekter Hinweis. Ich habe hier nämlich gerade einfach den übelsten Shit am Start und dann... Es ist gerade wieder, Denzel ist ausgeflogen. Jetzt kommen die... Der Spielstand dieser Spieler unterscheidet sich vom Host aufgrund einer Fehlbereitung. Ja, die klassischen Sing-Probleme des Spiels. Ohne dieses Spiel... Ah, nee. Denzel, du kannst aber jetzt doch gleich nachjoinen. Das kriegen... Das geht in der Regel bei fünf Leuten. Ich würde verlassen und dann nochmal wieder reinkommen mit der gleichen Idee, die jetzt... Nee, das brauchst du gar nicht. Du kannst einfach... Es geht einfacher. Aber mach mal her, wenn du schon verlassen bist. Äh, okay. Also... Das nächste Mal geht es, glaube ich, einfacher. Konnte das Spiel nicht finden, dem ihr beitreten wollt. Ähm, bist du aus deinem Paradox-Account rausgeflogen? Das ist... Nee, ich glaube, ich habe vergessen, die ID einzugeben. So, jetzt. Blank? Konnte nicht gefunden. Ja, war tatsächlich so. Ah ja, guck mal, da hat es geruckelt. Oh, ist das ein gutes Zeichen, dass ich komme, ne? Hm. Ich hoffe doch. Boah, Alter. Ich hoffe, das hängt nicht damit zusammen, weil ich habe ja jetzt auch gespeichert. Nicht, dass der irgendeinen anderen lädt hier. Nö, das hat gar kein Problem sein. Also, der dürfte nur den laden. Ja. Sonst machen wir es einfach gleich nochmal neu auf, aber... Das ist ja ein ganz klassisches De-Sync-Problem von dem Spiel. Ja, und es hat leider... Hat leider ca. 3 wirklich krass. Also, wenn man mit 10, 15 Leuten spielt, ist es sehr unangenehm. Ich war tatsächlich letztes Mal sehr positiv erfreut und erleichtert, dass wir, glaube ich, gar keine Probleme hatten. Schau mal. Aber das... So, aber jetzt bist du wieder da. Ja, ich bin wieder da und die Zeit läuft. Können wir einmal kurz auf Pause machen? Ich muss einmal kurz checken. Und ich muss jetzt einmal kurz nachfragen. Steinwein, du bist jetzt tatsächlich König geworden, ne? Ja. Ja. Und wenn du fragst, ist es schon immer gefährlich. Ja. Das heißt, du bist König Albert, ne? Ja. Ah, okay. Alles klar. Ich kriege hier Anfragen von meinen Spitzeln und Molchemördern. Und ich habe denen gerade ein Foto gegeben von einem Typen, den sie nicht umbringen sollen. Und das war deins. Aber du hast dich jetzt auf eine Situation katapultiert, die ich vorhin schon angedeutet hatte, ne? Du bist jetzt Erster in der Erbreihenfolge zum fucking Kaiserreich. Hm. Ja, und du bist Zweiter. Das... So, aber die Spieler drauf eingehen. Aber super. Ja, genau. Dann würde ich wieder starten, wenn du so... Es ist übrigens ganz gut, dass wir gerade noch nicht meinen zweiten Sohn umbringen haben lassen. Denn mein erster wurde gerade so katastrophal fehlbehandelt, dass er jetzt ein Eunuch unverwundet ist und nicht mehr erben kann. Äh, das heißt, fürchtegott ist jetzt mein Erbe und Engelbert ist raus. Ähm. Ähm. Autsch. Ja. So, dann habe ich jetzt hier wieder gestartet und... Jawohl. Jo. Gut, Engelbert. Oh nein, schon wieder. Äh. 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 Okay, dann machen wir das mal neu auf. Ich glaube, es ist halt wieder Denzel gerade geflogen. Soll ich das machen? Ja. Ja, sonst mach du mal auf. Wenn Maurice wieder aufmacht, oder? Oder das vielleicht... Oder das... Ja, dann Boris speichern, ne? Oh, sorry, das habe ich jetzt... Ja, dann kannst du es nicht aufmachen. Aber ich müsste... Habe ich nicht ein Autosave noch? Nee. Kann ich Denzel einfach dann aufmachen? Versuch Denzel mal aufzumachen. Ansonsten, wir können ja nochmal... Kann ja jemand von euch aufmachen und ich speicher dann das und mach dann damit wieder auf. Äh. Ja, lass erst Denzel probieren. Mhm. Und dann kannst du da ja auch speichern, wenn das dann nicht geht. Ja. Also, meine Erfahrung ist, dass das... Wir können es probieren, dass das neu aufmachen gar nicht so viel bringt. Also, ich habe hier zwei Spiele, die ich hosten kann. Eins aus 1066 am 15. September. Wäre das korrekt? Das... Ja, ich glaube, das ist das. Könnte ungefähr passen. Bist du ja auch nicht so genau, ne? Nee. Mach einfach mal auf. Bei 1066 haben wir ja angefangen. Das wäre ja jetzt ein bisschen früh, oder? Naja. Aber dann ist bei mir alles wieder okay. Ja, aber ich glaube, wir haben noch so viele Jahre, haben wir gar nicht. Also, ich glaube, es könnte ungefähr hinkommen sogar. Aber haben wir nicht 1066 angefangen? Wir haben 1066 angefangen, ja. Ach so, nee. Was hast du gesagt? Ja, äh... Das Spiel ist... 10 Jahre. Ja gut, nee, dann kann es das nicht sein. Äh... Nein, das kann es nicht sein. Was ist denn hier mein letztes Autosave mit Graf Erhard? Wir sind 1087. Nein, kein Autosave. Bitte jetzt. Fangt nicht an. Ich habe ein Autosave vom 1. Januar 87. Ja, wir sind aber im Oktober, Leute. Jetzt, äh... Das sind wichtige Monate in der Geschichte Europas. Also... Denzel hat doch sicher richtig gespeichert. Ey, spinnt doch nur rum. Ne, tatsächlich habe ich... Also, ich habe auch... Ich kann sonst auch eben aufmachen. Ne, ein Spiel geöffnet hier im Multiplayer, aber... Ich hatte da nur zwei. Ja, dann machst du auf. Ich lad mal eben. Du mach auf. Denk an die ID. Ja, ich probiere mal eben, Pia, warte mal. Mhm. Ähm... Warte mal, wenn ich den jetzt geladen habe, kann ich den für mehr Spieler öffnen. Du kannst... Und dann euch die ID schicken. So. Jawohl. Ja, ähm, ich würde empfehlen, wir lassen uns erstmal die ersten Wochen oder so auf 1 spielen. Mhm. Das hilft meistens. Okay. Dann ruckelt sich das Spiel wieder ein und dann können wir auf 2 schalten. Machen wir das. Okay, eine neue ID ist da. Sepp hat ihn. Annehmen. Okay. Ich mach mal 3. Vielleicht, äh, habe ich jetzt immerhin das Glück, dass nicht mein... Das Zufallsevent, dass mein Sohn zum Eunuchen wird, nicht direkt wieder passiert. Das wäre dann sogar... Hätte ich ja sogar profitiert. Komm, wo bin ich? Der Graf von Eschenlohl. Ist das eine viereckige Pizza? Habe ich das richtig gesehen? Ja, da ist auch 4 kg Pizza. Was? Oh geil. Geh mal dichter ran an die Kamera, bitte. Das war ein ganzes Blech. Oh. Und ich habe das halbe Blech. Da ist aber kein Fleisch drauf, oder? Das ist nur Tomade und Paprika, oder was? Ne, veganes Gyros ist da drauf. Was ist das? Wir sind ein Monat... Das ist ganz geil sogar. Ganz geil. Ihr seid alle drin, richtig? Ja. Dann speichere ich jetzt auch mal. Wir sind allerdings 2-3 Monate vorher. Ich meinte, von mir aus ist es okay. Das war da, als wir gerade gedrückt haben. Nee, definitiv nicht. Ich bin sogar schon bei meinem Krieg durch hier. Definitiv nicht. Ich würde es mal probieren, weil der andere Spielstand hatte ja Probleme. Vielleicht kriegen wir es mit dem. Also es ist ja normalerweise nicht der Spielstand, der Probleme macht, sondern einfach nur... Meinst du denn, es würde sich was verändern, Steinwein? Weil 2 Monate... Wir haben genau hier gestartet. Also das ist auch genau das. Ich habe jetzt genau das Menü auch, was ich vorhin drücken konnte. Wir waren am 4. Oktober. Ja, Steinwein... Aber es ging ja auch schon weiter, ne? Ja. Wir waren am 4. Oktober. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ja. Ich habe hier jetzt auch, also Sachen, die ich schon offen hatte, tatsächlich. Also vor Monaten, die ich schon weggedrückt habe. Ach so, okay. Also dann hast du nicht gespeichert. Was denn? Ja, ist halt die Frage, ob alle einverstanden sind. Ich meine, für mich ist es okay. Ich habe kein Problem damit. Bei mir ist es nicht. Ich hatte gerade georganisiert. Mir ist er auch, Schnuppe. Ich denke für... Pia? Für Werner muss es eh Steinwein entscheiden, weil der hat ja gerade die größte Veränderung quasi. Genau. Ja, ich bin jetzt schon König. Ich habe nur eine Pilgerreise und so ein Kram, aber das passiert ja jetzt noch wieder. Dann probieren wir das mal. Genau, das kannst du ja wieder drücken. Ja, ja. Okay, ich lass mal weiterlaufen. So, ich will jetzt Bayern. Komm. So. Weil ich habe nämlich gerade Aachen wiederbekommen, aus irgendwelchen Gründen. Oh. Also das war gerade noch nicht so weit. Also mein Krieg war jetzt schon durch, deshalb war ich verwirrt. Ähm. Cool. Und jetzt kommt der Bauernaufstand wieder. Ja, nice. Guck mal. Sind wir doch gerade hier am Start. Cool. Okay. Zielen. So, ich mache jetzt mal eine Pilgerreise. Ich mache jetzt eine Pilgerreise, um die Frömmlichkeit zu kriegen, um meinen Anspruch auf Bayern durchzusetzen. Das ist doch mal hier, wie Glaube gedacht ist und Religion. Genau. Knallharte, praktikable Überlegungen. Das ist halt wirklich, also, also wirklich, wirklich, wirklich kacke. Also so voll. Okay. Mein Lebensherr ist Herzog Heinrich von Bayern und er ist auch Herzog von Tirol. Und das sehe ich überhaupt nicht ein, weil ich habe mir Brixen echt hart erkämpft. Ja, aber keine Sorge, Pia, der wird nicht mehr lange Herzog von Bayern sein. Ja, aber, also ich muss halt sagen, meine Haare färben sich langsam grau und ich möchte, dass Kalle Heinz als Herzog übernimmt, weil sonst muss ich Brixen neu einnehmen. Und dann kriege ich ja, glaube ich, den Anfall meines Lebens. Das kann ich gar nicht verstehen. Das ist, also, das muss echt jetzt langsam mal vor mehr Armee und dann ziehen wir da in den Krieg. Das hilft nix. Es ist leichter, einen Herzog oder einen Kaiser zu stürzen, als Brixen nochmal einzunehmen. Komm, die kriegen wir jetzt die Bauernopfer hier. Gut, aber jetzt werde ich, glaube ich, dann tatsächlich doch einen meiner Söhne zumindest auslösen müssen. Wie ist das denn jetzt? 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 Wie ist das denn jetzt, meine wunderschöne Bibi ist jetzt mit deinem Eunuchen? Also, der ist ja gar kein Eunuchen. Er ist jetzt kein Eunuchen mehr. Das ist tatsächlich ein Glück, das ich jetzt... Oh. Krass. Also, den Vorteil hatte ich jetzt durch die ganze Geschichte, aber... Ja, Gibi, der da im Knast sitzt, den ich immer noch nicht ausgelöst habe, der ist jetzt eigentlich echt gut geworden. Der ist ein fähiger Taktiker und ein Glaubenskrieger. Aber ihr sagt, wenn ich auf zwei wieder hochgehen kann, ne? Ja, wir können das dann mal wieder probieren. Jetzt läuft es ja erst mal. Okay. Wie viel kostet der denn? Zehn Gold. Ja, komm, machen wir. Gibt's nix. So, super. Du musst, wieso kann ich dich nicht zum Gelübde auffordern? Warum wirst du das? Warum, Maximilian? Warum willst du nicht? Ich bin nicht im Jetzt. Du bist einfach schon zu alt, du hast schon zu viel eigene Meinung, ne? Das ist das Problem. Wir erklären, dass du jetzt, also ich glaube, einem Achtjährigen erklärst du das leichter, dass Frauen blöd sind, als einem 14-Jährigen. Das ist schwierig an der Stelle. Aber wir finden da... Ja, wie mache ich das denn? Warum will er denn nicht? Weil du sündhaft bist. Meine Güte. Geil, 600 Glauben durch meine Glaubensreise gekriegt. Hammer. Ach, blöd. Jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist aber hier Bayern, ne? Also... Die Glaubensreise ist echt effektiv, ne? Ich habe vor allem wirklich reingebuttert. Ich bin direkt nach Jerusalem gezogen. Ui. Und jetzt will ich Herzog von Bayern werden. So, jetzt können wir auch endlich uns überlegen, ob wir einen Titel gründen. Mensch. Das wäre doch jetzt mal was. So, ich habe jetzt auch richtig starke Ritter. Ne, das ist viel zu teuer. Jawohl, mit 2500 Mann gegen die 2700 des Herzog von Bayern. Das müsste doch eigentlich funktionieren. Kurz für den Chat. Jetzt geht es um den inneren Aufbau erstmal, dass wir uns stärker machen. Wir müssen mehr, mehr, viel mehr Soldaten bekommen. Das wird jetzt das große Thema sein. Im Moment keine anderen Ambitionen. Oh, jetzt hat er direkt einen Verbündeten sich geholt. Herzog Gerhard. Adios, genug rund. Steinwallen, wärst du denn bereit, mir nunfalls im Kampf gegen Bayern beizustehen? Als frischgebackener König. Definitiv. Ja, sehr gut. Es kann auch sein, dass ich es gar nicht brauche. Ich bin im Moment noch nicht so supermächtig. Also so 1300 kann ich leider nicht. Der hat sich gerade einen Verbündeten mit 900 geholt. Wir laufen gerade in Turbospeed. Kann das sein? Oh ja. Was? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe direkt auf 2 zurückgeschaltet. Keine Ahnung, was das war. Ich war es nicht. Aber vielleicht war ich es doch. Ich weiß es nicht genau. Was ist denn mit meiner Tastatur gerade? Vielleicht hat die gerade gesagt, yo, gib mal Gas. Fragen über Fragen. Ich habe gerade einen ganz komischen Bug. Also ich versuche, Heinz einzugeben. Und sobald ich HE eingebe, ändert das Spiel es auf ER. Und dann wird aus Heinz Ehrens. Kein Scheiß. Ehrens klingt nach etwas, wie in meinem Hause ein Sohn genannt werden könnte. Ja, aber warum? Ist die Tastatur aus Drixen, fragt bei mir jemand im Chat. Aber nur, also, hä? Ich kann es aber auch eingeben, solange sich das, hä? Hä? Mein Chat sagt, der Fehler ist irgendwie bekannt. Das ist ein Bug von ca. 3. Was? Ja. Ja gut, dann heißt er jetzt halt anders. Hilft nix. Was soll ich machen? Vielleicht ist das ein böser Name. Ja, gut. Heinz ist Hate Speech oder so. Ey, ich werde jetzt Bayern sowas von kriegen. Sein 1.300 Mann läuft ja in meine 3.000er Armee rein. Nein, lass dich doch fangen, Junge. Ich bin bei deiner Hauptstadt. Kann man auch machen. Ja. Oh, jetzt bin ich auch noch mit dem Kaiser befreundet. Naja. Ob das so gut ist. Ja, da haben wir ihn, den Bayern. Es ist mein Herzogtum, nicht deins. Es war immer meins. Ja, wir sind auf 3. Ich mach mal jemand rot auf 2. Maurice. Ja. Was ist denn her? Jetzt geht's wieder auf 3. Hä? Wer drückt auf 3? Das kann... Gibt's Hotkeys, die... Ja. Ja, 1, 2, 3, 4. Also ich mach nichts in die Richtung. Ich nehm mich auch gerade nicht. Ich mach gar nichts. Ich hab's gerade runter auf 2 gestellt und dann ging's direkt wieder hoch auf 3. Ich mach mal wieder auf 2 und... Ich hab nicht mehr, wie ich meine Tastatur bedient bin. Ich hab nur Maul. Plus, Minus ist auch noch ein Hotkey. Ja, Plus, Minus kann auch sein, ja. Soll ich weitermachen? Schauen wir einfach mal, ob's weiter passiert. Jetzt geht's. Oh, ein neuer Lynch, ja. Oh. Wie, gibt's einen neuen Kaiser? Bei mir. Ach so. Sag mal, Leute, hat jemand von euch ne unfruchtbare Frau? Ich glaube nicht. Also ich hatte gleich grad nen unfruchtbaren Sohn, so Eynuch und so, aber... Die sind halt alle schon... Das ist halt, die sind alle noch zu jung. Das heißt halt überall die Gefahr, dass die da noch ein Kind machen. Chat, ich riskiere jetzt nichts. Ich warte das nächste Komplott ab und dann... Ich will... Jetzt keinen Stress. Ah, ich hatte fruchtbar drin. Ich bin ein Eynuch. Oh, warte mal, ich weiß warum. Ich weiß warum, ich weiß warum. Hey, es gibt wieder auf 4. Jaja, ich weiß warum. Wenn ich meine Mute-Taste ist... Okay, alles klar. ...hochsetzen, warte mal. Ich muss das mal eben... ...in den Optionen einfach ändern. Jetzt hat er da ne Frau... Geschenk ist so teuer, Chat. Du kriegst ihn da weg. Müß ich umbringen dafür, ne? Hä, kann ich, kann ich, kann ich... ...im Spiel die Hotkeys nicht ändern? Das ist ne gute Frage. Von Paradox nicht, ne. Wow. Okay, dann muss ich das bei Discord ändern. Ja. Das macht Sinn. Aber weil ich jetzt der Host bin, kann ich die halt dann damit verändern. Das hat die ganze Zeit ja nicht, äh... ...ausgewirkt. Ups. Gut, hat es gerade so ein bisschen meinen... ...meinen Feldzug hier kaputt gemacht, diese... Okay, dürfte jetzt auch. Jetzt hab ich die Tasse umgelegt. ...Gebäudebau-Chat. Wir spielen nur noch vier, fünf Stunden. Okay. Skeptisch. Lieber Aufgebotsausbau ein bisschen. Das ist hier... Das kann ja nicht sein, ja, alles. Das passt schon. So. Wie sieht das jetzt aus? Hat der jetzt... Problem ist, dass unser Nachfolger ein Krieger ist. Und das ist doof. Jawohl, der hat jetzt Aufstände. Der ist jetzt stärker als sein Daddy. Aber er hat Aufstände. Was ich... Ah, das ist der Krieg, den du da... ...den du da quasi führst. Ja, Kriegsvolk ist... Machen wir. Ich blicke irgendwie gerade nicht mehr so durch bei meinem Krieg. Gerade in der komischen Verwirrung durch die... ...erhöhte Spielgeschwindigkeit ist hier bei mir... ...sind irgendwie alle Schlachten. So, dann suche ich. Ah, ich komme ein bisschen dahin, Leute. Oh Gott, wer ist denn hier beigetreten? Irgendein... Huch. Was ist hier gerade? Das Herzogtum von Bar ist hier in meinem Krieg um Bayern beigetreten. Mit 4000 Mann. Was ist das denn? Warum? Das ist die gleiche, die vorher diesen scheiß Aufstand geführt hat, ey. Aber sie hat jetzt nur 2300... Oh, sie hat schon Verbündete. Verdammt. Ja, ich verstehe gerade die... Aber die könnten wir knacken. Ich bin gerade nicht ganz auf der Höhe, was hier vor sich geht, ehrlich gesagt. Also 2000 können wir knacken. Warum bin ich jetzt... Frau ermordet. Kann ich mal kurz pausieren? Ich check gerade, was los ist. Warum bin ich hier... Klacka. Mach. Sind... Warum haben sie jetzt gerade Brixen belagert, meine Leute? Ich bin doch... Ach, weil das... Alter. Ja, ich verstehe es gerade nicht, weil ich eigentlich dachte... Ich habe gerade nicht kapiert, warum... Aber weil du als Bayern zählst. Und deswegen meine Typen dachten, aber ich bin schon wieder weg. Die sind da nur automatisch hingegangen. Weil dich will ich ja nicht angreifen. Steinwallen. Jetzt könnte ich tatsächlich deine Unterstützung aber gebrauchen. Okay. Wenn du diesen Krieg... Weil ich kann dich auch... Oder wenn du beitrittst, kostet es glaube ich weniger, ne? Aber hier geht es jetzt gut zur Sache. Warte mal. Ich werde auch nochmal Söldner anheuern. Quatsch. Ne, kann ich gar nicht. Doch hier. Ne. Sind alle zu teuer. Die billigen Söldner sind alle schon weg. Ja, kann ich hier anbieten. Ja, wunderbar. Dann machen wir mal weiter. Na gut, dann heben wir mal aus. Sind allerdings nur 1400 Mann jetzt, ne? Ja, aber das müsste gemeinsam reichen. Wo soll ich hinziehen? Ich sehe dich gar nicht. Versuch mal nach Falkenstein zu kommen. Ah ja, okay. Hinten rum. Das ist ein bisschen komisch. Meine Frau hat fünf Tage nach ihrem Tod noch ein Kind zur Welt gebracht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber sie heißt Anna. So, genau. Wenn du dich der Armee auch noch anschließt, dann sind wir eigentlich stärker. Jetzt kommt hier noch mein kleiner Rest-Trupp an Verstärkung. Denzel ist das Kind, ist eine Frau geworden, ne? Das Neueste ist eine Frau, ja. Dann wird die Kirche das wahrscheinlich als Teufelswerk betiteln. Wenn es ein Mann gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie so ein Wunder oder so. Ein Gott geschicktes. Soll ich jetzt irgendwo anschließen? Ja, der Armee am besten. An welche? Erste Armee von Le Monde oder dritte Armee von Geisenhausen? Geisenhausen. Okay. Habe ich gemacht jetzt. Dann gucke ich jetzt nicht mehr hin. Du machst das schon, ne? Jawohl. Ich habe jetzt noch andere Sorgen. Oh, fuck. Diese Bayern. Ach, das ist immer noch so riesig, diese Armee hier. Alter, diese blöde Herzogin hier. Das gibt es doch nicht. Wir könnten das schaffen. Ich bin gerade unfassbar verwirrt. Ich muss eine von meinen zwei Affären ziehen lassen. Habe ich jetzt auch gemacht? Das ist meine Frau. Wir sind noch verheiratet, aber sie liebt mich nicht mehr. Ey, Steinwein, guck dir das an, wie ich die hier erwischt habe, diese Bayern. Knallhart weggemurkst. Leute, der Kaiser hat das Erbrecht geändert. Oh. Was heißt das für uns? Ach nee, das ist nur in seinem Reich, ne? Warte mal, es ist irgendwie, er hat Haus Senex, aber das betrifft, glaube ich, nur sein. Nee. Nee, Fürstenwahl, nur Männer ist immer noch der Kalt. Naja, aber ich habe eine Nachricht bekommen. Euer Dienstherr hat das Gesetzhaus Senex erlassen. Aber das betrifft, glaube ich, nur sein persönliches Reich. Fehlalarm. So, ihr Bayern-Säcke, ey. Ich kriege euch so dran. Maurice, wie war's, wie hieß du nochmal? Ja, also Moment, Graf E. Erhard ist für ehrbaren Krieg, auf einmal irgendwelche Verbündeten aus dem Nichts aus dem Hut zu zaubern, um seine Kriege für sich zu schlagen, ja, das ist das Gegenteil von ehrhaft. Ja, das ist halt auch, also du musst halt Bayern auch halt Schnee wegmachen, ne, weil... Ja, absolut. Sonst muss ich den ermorden. Der ist ein zehnjähriges Kind, der... Ich weiß, ich habe seinen Vater auch schon getötet. Ja, ich kriege meinen Herzog-Titel nicht, solange ich den nicht angreife und ich bin halt zu schwach, den so anzugreifen, also stichselig halt rum, bis es zerbricht. Ich könnte mal meinen Ruf wieder reparieren, ne, dass ich halt nicht mehr... Aber das ist so teuer. Wenn man sich die Hörnchen wegdenkt, dann sieht das einfach nur aus, als wäre ich ein guter Lieber, also so ein Liebhaber, nicht als wäre ich ein Ehebrecher. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren hier mit Bayern. Ich habe in drei Monaten habe ich die Hauptstadt und er müsste sich an München eigentlich länger die Zähne ausbeißen. Ja, da braucht er elf Monate. Also ich will ja jetzt Nick sagen, Steinwein, aber deine Frau hat da sowas im Gesicht. Ja, ja. Das ist aber erst, nachdem sie vier, fünf Kinder bekommen hatte. Ah, aha, aha, okay. Es ist spät gekommen, ja, ja. Hast du gerade den Spieler gewechselt, Steinwein? Nein. Ach so, aber ich kann Prinz Marquardt von Böhmen in den Krieg rufen, als einzelner Charakter. Ja, weil der ein eigenes Graf... Ah, dann rufe ich ihn trotzdem mal. Das ist sozusagen, der ist auch sehr Beherrscher. Ich kann den Papst nochmal um Gold anhauen. Das gibt mir das Geld notfalls für Söldner, falls ich das hier noch brauchen sollte. Sehr gut. Ich glaube, das klappt alles hier. Hä? Ich habe ein Event und ich kann nur eine Sache wählen? Hä? So, sehr gut. Wir haben die Hauptstadt von Bayern. Es muss nur noch diese Armee hier weg, die es wagt, München zu belagern. Das ist gut. Wenn ich dann wieder im Frieden bin, dann werde ich Prag zu meiner Hauptstadt machen, wie sich das gehört. Ja, ich bin jetzt Aschenlohe schon irgendwie verbunden, muss ich sagen. Aschenlohe? Ja, ich habe die Armee erwischt. Ja, das wird. Als Real-Life-Regensburger heiße ich unseren Betreiber willkommen, schreibt jemand im Chat. Ich finde das gut, dass ihr mich hier unterstützt. Was kommt hier noch für eine Riesenarmee an? Alter! Das sind wie die Kakerlaken. Kommt immer mehr. Gegen dich oder einfach nur so als durchreise? Noch eine bayerische Armee, ich weiß nicht. Wo zaubern die diese Armeen alle her? Jetzt will er Aschenlohe belagern. Das wirst du so bereuen, Junge. Komm her. Komm, ich habe dich. Ich habe dich, oder? Ja, ich habe dich. Jawohl! Was führst du eigentlich für einen Krieg gegen die, Maurice? Was ist der Sinn des Krieges? Der Sinn ist, Herzog von Bayern zu werden. Und irgendwie haben sich mehrere benachbarte Herzoge alle eingeschaltet, die das verhindern wollen. Wie? Aber nur Herzog von Bayern, ne? Nicht jetzt irgendwie auch noch hier bei mir. Nee, nee, ich habe einen Anspruch auf Bayern. Ich will von Herzog Otto III. Bayern haben. Wie kann ich denn diesen Anspruch? Kann ich den? Ich kriege den nicht, weil das direkt mein Lebensherr ist, ne? Aber wie mache ich das denn? Ich kann halt dem keinen Krieg erklären. Glaube ich. Doch, da kann ich einen Unabhängigkeitskrieg gegen den führen. Du führst auch gerade Krieg gegen den, ne? Gegen den Bayern? Ja. Ja. Beschäftigst du den auch so ein bisschen? Ich beschäftige den sehr, sehr gut. Also der ist an allen Fronten zerschlagen. Wenn du da die Gelegenheit nutzen willst, um ihm auch noch ein bisschen reinzugrätschen. Da kriege ich halt einen fetten Malus. Aber ich sage mal, du kriegst den auf jeden Fall. Der hat, seine Armeen sind versprengt und übers ganze Land. Ja, da sehe ich es schon. Ach, der Arme. Das Problem ist, ich kriege halt jetzt einen fetten Mali tatsächlich, weil ich nicht genug Ruhm hatte. Ich hatte nicht genug Ruhm, um die Unabhängigkeit zu erklären. Aber ehrlich gesagt, ich sterbe lieber als ruhmloser Herzog, als als ruhmvoller Graf. Deswegen ist das okay. Das ist eine gute Einstellung. Ja, Ruhmstufer verloren, Biba Bob. Was ist denn los, Pia-Card? Kann man dir sonst noch helfen, irgendwie? Nee, wirklich? Würde ich Hilfe brauchen? Nee, du wirkst so, als wenn du einen Freund brauchst. Das würde ich mir noch mal überlegen, Pia. Brauchst du irgendwas? Das ist meine Hauptstadt. Warte mal. Also Pia ist gerade bei Maurice am Anbandeln. Hä? Nenn ich das mal? Was? Okay, das würde ich mir jetzt noch mal genau überlegen. Hä? Du belagerst gerade meine Hauptstadt. Was? Das ist deine Hauptstadt? Das ist doch Bayern. Ja, aber er ist ja Bayern. Hast du das schon eingenommen gehabt? Nee, da habe ich gestartet. Das ist meine Startstadt. Ja, aber warum? Hä? Du bist doch nicht mein Lehnsherr. Ich habe meinem Lehnsherrn den Krieg erklärt. Ja, der hat nicht mehr viel. Du kannst da oben noch Passau angreifen. Ja, ihr habt ja beide die gleichen Lehnsherrn und damit seid ihr im konkurrierenden Krieg miteinander. Ich bin ja dumm. Ich habe nicht gerafft, dass das alles deine Ecke ist. Jetzt gibt es auch die Mütze. Ist Alpensee auch schon bei dir drin? Äh, nee, nee, ich glaube nicht. Dann greife ich Alpensee an, damit habe ich kein Problem. Ups. Ja, wird trotzdem ein bisschen schwierig. Weil wenn Maurice jetzt Herzog wird, dann bist du mit Maurice im Krieg. Na, wir können ja mal gucken. Ich kann ja dann auch. Nee, er kriegt ja nur den anderen Herzogtitel. Ich kriege nur Bayern, ja. Sie will sich ja unabhängig von Herzog von Tirol quasi machen. Ja, 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 aber du bist ja dann ihr Lehnsherr und ihr Unabhängigkeitskrieg geht dann gegen. Nee, sollte normalerweise nicht sein. Also es müsste eigentlich der Typ ihr Lehnsherr bleiben, weil ich ihm nur den Herzog von Bayern Titel abnehme. Der hat drei Herzogtitel. Und nicht den Herzog von Tirol Titel. Und auch nicht den Herzogtum von Augsburg Titel. Ach so, die hat er schon alle gegründet. Ah, okay. Ja, ja, genau. Der hat drei und ich kann ihm halt sein nicht abnehmen, obwohl ich alle Grafschaften habe, weil er mein Lehnsherr ist. Und deswegen muss ich einen Unabhängigkeitskrieg führen gegen ihn. Und da habe ich gedacht, ich nutze das jetzt einfach mal ganz frech. Bevor mir hier aus dem Norden wieder jemand erklärt, dass ich aussehe, als würde ich einen Freund brauchen. Hat er sich jetzt absichtlich wegcommutet hier, oder? Nee, musst du gerade gucken. Also in dem Spiel geht es wohl vier, drei, zwei, eins. Nee, drei, vier, zwei, eins Monate, wenn du Komplott machst. Also erst kommt vier nochmal dazwischen. Was kann ich für dich tun? Nein, nichts, nichts, alles gut. Also ich habe nur ein bisschen Hass verstreut. Ach so, nee, alles gut. Ich habe gerade einen Thronanspruch auf meine Herzogin. Und jetzt machen wir die fertig. Bäm's. Jetzt machen wir die. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ja, ich bin auch ganz gut dabei. Niederlothring. Oh, das arme Mädchen. Der Krieg kostet mich halt sehr viel Geld. Ich muss noch meine Einnahmen ein bisschen erhöhen. Aber es läuft schon. Mich auch, Maurice, mich auch. Auch wenn es mit den Titeln nicht so läuft, ne? In der Liebe läuft's. Meine neueste Flamme ist Königin Maria von Polen, 23. Also zumindest all diese Dinge funktionieren wundervoll. Ich sehe, ich bin ein glücklicher Mann. Ich altere glücklich. Das ist in Ordnung. Scheiße, die hat 4.000 Stärke. Da unten wird deine Hauptstadt gerade eingenommen, Maurice, ne? Die Schurken. Adelhain. Wo kommt die blöde Tante denn jetzt an 4.500 Truppen? Das ist ein Problem. Gut, Eschenlohe hält zum Glück noch eine Weile stand. Mal wissen, was gegen meine Anspannung tun hier. Das ist, äh, Festmahl ist, tut Anspannung weg, oder? Oder war es die Jagd? Äh, beides macht Anspannung weg. Aber, äh, Festmahl macht, glaube ich, mehr weg. Sehr gut. Genau, Festmahl ist teurer und macht mehr weg und bringt dir auch Boni für deine Vasallen und die Jagd ist billiger und bringt auch Prestige. Ja, wunderbar. Prestige habe ich zum Glück genug. Oh, in Ungarn ist die Pest. Wollte ich mich gerade so ein bisschen reinheiraten. Na, Maurice, das sieht gut aus, ne? Das sieht ziemlich gut aus. Schön. Die Bürger von Prag warten nämlich auf das Kriegsende. Das müsste jetzt bald soweit sein hier. Papst Alexander ist schon 72 hier und er lebt immer noch und ist immer noch unser Freund. Toller Mann. Hm. 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 So, wie kriegt ihr den jetzt hier noch? Ja, komm, wir haben doch lieber nie von Passau und dann müsste das hier eigentlich ausreichend sein. Hä? Ach so, der K... Hä, was ist hier los? Der Kaiser ist im Gefängnis? Oh. Meine Gräfin hat ein Königreich gegründet. Jetzt geht's los. Was? Wer? Königreich von... von Lothring hat sie gegründet. Nein! Ja, dann brauchst du jetzt nur noch einen Anspruch und dann bist du König von Lothring. Aber jetzt habe ich gerade für das Fürstenturm Anspruch erhoben. Und... Ah, verdammt, jetzt ist das schon durch. So, ich bin jetzt Ratskanzler des Heiligen Römischen Reiches. Endlich! Eine wichtige Position, die auch meinem Charakter entspricht. Und so bescheiden. Ja, eigentlich... Mein Lernsherr mag mich so wenig, dass statt, dass er mich einsetzt, der lieber einen Platz freilässt. Aber wieso kommt der Kaiser in den Knast? Was ist denn da passiert? Der ist gar nicht im Krieg oder was? Oder hat... Es geht hier drunter und drüber. Oh. Das ist gerade absolutes Chaos hier. Ich verstehe nicht ganz, was... Ja, wirklich. Warum folgen diese Armeen einander automatisch, obwohl ich sie getrennt habe? Im Chat wird von... Ja, komm, vielleicht kriege ich jetzt hier dann die... Ich brauche noch 10% Kriegswertung und ich... will sie irgendwie... wollen sie mir nicht geben. Aber Steinwall, du kannst tatsächlich deine Armee jetzt wieder abziehen von dir aus, weil ich bin ihm jetzt so überlegen, dass... Also du kannst das Geld dir ersparen. Den Rest kriege ich alleine hin. Aber ich weiß deine heldenhafte Unterstützung sehr zu schätzen. Die hat mir gegen diese... aus dem Nichts kommenden Herzöge hier den Krieg gerettet. Das ist doch schön. Warte mal. Jetzt muss ich sie noch irgendwie finden. Da. So. Übrigens. Klamm und heimlich hat sich der gute Denzel jetzt in der Nachfolge auf Platz 1 geracht. Ja, ja. Public Relations. Alles läuft. Ja, ich muss sagen, ich bin auch gar nicht so scharf auf diesen Titel, weil es gibt doch nur Stress. Mach du das mal. Okay. So, komm, mit Passau müsste doch jetzt dann diese Belagerung hier klappen eigentlich. Das müssten doch die letzten Punkte sein, die ich brauche. Oder Shad wollen wir Kaiser werden. Das ist recht witzig, finde ich, im Heiligen Römischen Reich zu spielen, weil ständig im Chat Leute am Start sind, die in den verschiedenen Gebieten wohnen, die wir hier mit Blut tränken. Nacht von Tegernheim, da wohne ich, schreibt gerade jemand. Das ist witzig, ja. Sag mal, haben wir gerade eine Kaiserin? Ja, weil der König eingesperrt ist. Äh, der Kaiser. Das ist doch, Pia, deine Chance. Jetzt kannst du dich an die Kaiserin ranmachen. Die ist auch 21 und so. War da mein Bad? Ja. Oh. Jung und schön. Oh, 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 oh. Und kaiserlich. Oh, oh, oh. Hallo, Agnes. Gleich geht. So. Öfter hier? Kaiser ist auch mega, ich finde, Kaiser ist so ein mega Stressjob. Also wirklich, da hat man laufend irgendwelche Fraktionen, Könige, die was wollen. Denzel, ich wünsche dir viel Spaß, wenn du das wehren solltest. So, jetzt bin ich, jetzt Pia, guck mal, was bei dir passiert jetzt, weil ich bin jetzt Herzog von Bayern. Mein Krieg geht ganz normal so weiter, wie er bis jetzt ist. Außer, dass ich jetzt allein gegen den klarkommen muss, aber das ist nicht schlimm. Und ich bin das neue Kulturoberhaupt der Bayernkultur. Oh, das ist ja schön. Da kannst du jetzt sagen, wo es lang geht hier. Ja. Ich bin es. Schritt 1, eine Stunde später, Pias Kaiser. Ja, das funktioniert nicht. Wenn ich eine Frau wäre, wäre das leichter. Aber ich habe halt gedacht, vielleicht zieht sie ja einen weiteren Sohn von mir in ihrem Haus groß. Kann ja mal passieren. So, so, und jetzt als Herzog von Bayern sind die Kurfürsten mir offenbar wohlgesonnen und haben mich vielleicht auch wegen meinen 40 Diplomatiepunkten. 40? Wow. Ja, ich habe doch gesagt, also ich könnte euch doch auch alle nicht beschweren. Ihr wisst alle, dass Herzog Erhard immer ein treuer Freund war und dass er ein guter Kaiser wäre, unter dem das Reich prosperieren würde. Seit Stunden versuche ich Kaiser zu werden und klick nur auf plötzlich bist du der Number One aus dem Nächsten. Also ich muss sagen, und ich unterstütze, ich gebe jetzt meine Stimmen an den herrlichen Herzog Erhard. Oh, großartig. Sag mal, Pia, könntest du nicht mal gucken, ob du den aktuellen Kaiser um die Ecke gebracht kriegst? Ah, du meinst den von meiner zukünftigen großen Liebe? Ja, ich meine, der muss ja eh weg, oder? Dann, schau mal mal. Ja, also ich habe 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn ich den wegbekomme. Ich rutsche mal aus vielleicht. Mal gucken. Vielleicht funktioniert das. Aber hey, wenn ich den um die Ecke bringe, würdest du mir da so ein bisschen helfen? Ja, logisch. Logisch, logisch. Mit dem Luther, der, der, also... Lass mal sehen. Das ist alles nicht so, nicht so schön, leider. Nee, absolut. Wo ist denn dieser Krieg, den ich hier, Graf Daluk hat? Ist das der angreifend gegen Herzog Otto von Tirol, ne? Ja, mein Unabhängigkeitskrieg, den ich hier führe. Da kann ich doch bestimmt jetzt irgendwie hier Kriegsbeitritt anlegen. Wir sind doch eh ver... Wir sind doch eh ver... Ja, eben. Vielleicht kann ich dich auch einfach einladen direkt. Nee, ich bin beigetreten direkt. Danke schön. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Na, so Hände waschen sich gegenseitig. Ja, eben. Absolut. Absolut. Eine Hand wäscht die andere. So heißt das eigentlich. Aber Hände waschen sich gegenseitig. Das klingt auch gut, ja. Vor allem, das ist schon wieder diese Herzogin Adelheit von Nordgau, die habe ich eh gefressen. Das ist immer die, die vorher hat mir die Stress gemacht. Die war auch schon bei diesem Aufstand neulich beteiligt. Also der wüsste ich sowieso. Herzog Erhard ist ein geduldiger und friedfertiger Mann, aber selbst er hat seine Grenzen. Und Herzogin Adelheit... Ist diese Grenze. Ist diese Grenze, richtig. Ja, absolut. Sehr schön, sehr schön. Ja, nee, also ich bin da auch also ganz zufrieden. Vor allem bin ich auch zufrieden, wenn du schöne Töchter bekommst. Also ich will die nicht heiraten, aber so zu ein bisschen flirken und so. Ja, eben, eben. Wo Kaisers Töchter, das passt. Wir sind ja auch schon verbandelt. Also das heißt, wenn meine Dynastie aufsteigt, hebt sie deine ja mit quasi. Naja, das ist super. Oh, ich habe Herzogin Adelheit gefangen genommen. So, du, das wird dir... Na, was hast du vor? Ich könnte sie zum Beispiel exkommunizieren lassen, dann kann ich vielleicht die... Okay, witzigerweise, mein Typ ist halt mitfühlend, deswegen kriege ich Anspannung, wenn ich sie hinrichte. Warte mal, ich habe den Kaiser im Gefängnis, in meinem Gefängnis, Ja, aber warum? Scheinwallen, also... Hä? Also, ich meine, ähm... Das, äh... Mein Chat schreibt schon seit 10 Minuten, guck in dein Gefängnis! Was? Wie großartig. Ja, was mache ich jetzt mit ihm? Hm. Ich bin jetzt Kaiser. Oh! Oh! Alter, falsch! Gitteschön, Maurice. Maurice, ich habe dich gewählt, ich erwarte jetzt aber einen Ratstitel, ja? Ja, natürlich. Aber Agnes war schwanger! Aber Agnes! Großer Kaiser, ich freue mich an deiner Seite, dieses Reich zu regieren. Und mein Haupterbe ist Denzel. Genau. Sehr gut, sehr gut. Das ist doch... Hey, wie hast du das denn mit den Haupterben hingekriegt? Nee, als römischer Kaiser ist dein Erbe ja, ähm... Der Wahl. Der, der gewählt wird. Ach so. Meine Söhne sind nicht meine Erben, sondern das ist natürlich doof für sie, ein bisschen. Ähm... Ja, also, das ist doch wohl... Ich meine... Geil, ihr wollt ja mal Kaiser werden heute. Very nice. Kann ich jetzt nicht irgendwie als Kaiser einfach, ähm... Jetzt ermorde ich da ja jemanden, der niemand ist. Was ist das denn? Ich bin ja mal egal. Nein, niemand. Ich bin im Schattenwald, Kebke verreckt. Ähm... So, ich kann auch noch Nachbarn vassalisieren. Ja, jetzt habe ich auch gar nicht mehr den Kaiser im Gefängnis, sondern Kuno von Nordheim, meine Herren. Das war ein Downgrade. Aber ich habe jetzt also... Mein, äh... Mein Mord, äh... Geschäft funktioniert jetzt besser, nur dass ihr Bescheid wisst, ich kann jetzt zwei Leute gleichzeitig hinrichten. Wenn ihr wen loswerden wollt, so. Ich bin bereit. Respekt. Oh Gott, ich bin jetzt, ich bin jetzt natürlich erst mal voll, äh... Ich kann 18... 15 Kriege erklären, 14 Titel schaffen. Ähm... Ja, ähm... Die Bürde ist groß, deswegen... Habe ich auch dich gerne gewählt. Nice. Das schaffen wir schon alles hier. Das, äh... Titel können übernommen werden, Gesalbtes Königreich von Romagna übernehmen. Erfordert 500 Gold, die habe ich nicht. Äh... So. Niedrige Gemeindekontrolle in Ingolstadt, das sind auch so Probleme, wo ihr denkt, da sollte ich doch als Kaiser jetzt drüberstehen, dass in Ingolstadt irgendwelche Bauern... Aber gut, schicken wir mal den... den Ratsmarschall. So. Alter. Das kannst du laut sagen. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Ereignisse überschlagen sich. Ich kann den Papst um 500 Gold bitten, das mache ich immer gerne. Wow. Kriege ich auch 500 Gold? Ich kann hier... Aber ich kriege hier auch, also... Oh, warum... Meine eigene Gattin... Die könnte ich jetzt einkerkern. Ja, toll. Da konntest du auch die ganze Zeit, oder nicht? Ja, ich war gerade verwirrt, weil mir das gerade nochmal vorgeschlagen wurde, als würde das Spiel das wirklich irgendwie von mir wollen. Aber ist sie jetzt 45, dann... Also warum nicht noch? Nee, nee, 33, aber... Ach nee, dann noch nicht. Äh... Oh. Oh. Oh? Ähm... Hoppala. Die Königin Maria von Polen ist das erste Mal schwanger. Ähm... Und es ist, äh... Meins. Lass das mal publik machen. Erstmal, äh... Erstmal will ich natürlich meine lieben Verbündeten belohnen, und, äh... Vielen Dank. Scheinwallen, du bist jetzt, äh... Ratskanzler des Heiligen Römischen Reiches. Ich bin, glaube ich, auch nicht der Schlechteste. Du bist natürlich... Wäre es besser, aber du bist ja schon Kaiser. Du kannst ja nicht gleich alles sein. Ich glaube, das sieht ja eigentlich anders. Ja, was schreckt. So, die sind jetzt erwachsen geworden. Ich muss jetzt echt ganz dringend meinen, meinen Ruf wieder reparieren. So, dann, äh... Ich bin sündig. Denzel, was sind denn deine Stats? Von meinem Charakter her? Also kann ich dir irgendeinen sinnvollen Ratsposten anbieten? Ja, Bildung hast du nur, ne? Aber Denzel hat sich nicht gewählt. Denzel hat sich gewählt, ne? Ich bin der schlauste Mensch hier im Mittelalter, oder was? Ja, aber das bringt ja nichts, weil das ist ja... Bildung ist ja nur für den Bischof relevant und das ist der einzige, den ich nicht, äh... einsetzen kann. Aber... Wir können doch mal... Kannst mir alle deine Kinder geben, die bilde ich aus. Graf Dalukat kann doch der Ratsspitzel mal werden. Ja, also... Ist ja so spitzelig, der Dalukat. Ja. Also, niemals. Also, ich bin ja harmlos hier. Mit 25 Punkten in Ränke-Spiel. Das ist gar nicht so schlimm. Also, das ist gar nicht so schlimm diesmal. Finde ich. Aber... Ist auch gar nicht so schlecht. Ja, gar nicht so schlecht, das auch war. Aber... Wir haben endlich Tirol! Boah, das war eine schwere Geburt. Wo ist denn, wo ist denn deiner, Sepp? Ich dachte, bist du gar nicht im heiligen römischen Rhein? Ich glaube, ich bin übergelaufen. Weil meine... Weil meine... Weil meine Vorgesetzte jetzt irgendwie... Äh... Sich gedacht hat, sie macht da ihr eigenes Ding. Weil ich wollte dich jetzt eigentlich hier so zum... Äh... Das ehrt dich. Aber irgendwie... Verweitermachen. Ah ja. Du wirst jetzt alle Beteiligten in den Rat holen. Wow. Damit keiner ihn angreift. Das ist... Ich glaube, das kann man trotzdem. Immer erstellt ihr noch ehrhart, unehrenhafte Absichten. Nein, die überhaupt nicht. Aber vielleicht den anderen. Das ist richtig. Nein, aber aktuell habe ich ja jetzt erst mal nur im Rat meine beiden getreuen Verbündeten hier. Äh... Ich habe jetzt meinen... meinen Ruf wieder repariert. Ähm... Ich bin wieder fromm. Ich bin... Ich habe nie meine Frau betrogen. Auch die erste nicht. Äh... Ähm... Ich bin echt Best Buddies momentan mit dem Papst. Das funktioniert gut. Wollen wir noch mehr geht. Ich fühle mich Frieda, ey. So. Und jetzt greifen wir die Steiermark an. Das Tolle ist, dass mein Typ halt durch seinen hohen Diplomatiewert auch so beliebt ist, dass es gar keine Aufständischen gibt oder sowas. Kurz auf der Toilette. Äh, Leute. Es ist ja auch 20 Uhr oder so. Wir könnten vielleicht mal wieder eine kleine Zusammenfassung machen und eine etwas längere Pause. Eine längere Pause ist auch gar nicht verkehrt. Dann kann ich die auch nutzen, um mich so ein bisschen vertraut zu machen mit dem, was zum Geier ich jetzt hier alles tun sollte. Oh Gott, das ist alles meins. Scheiße. Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht mal irgendwie... Dann mach mal Pause. Oder ich mach mal. Frankreich angreifen oder sowas? Okay. Machen wir erst mal Pause. Du bist gleich wieder größenwahnsinnig. Ne, Frankreich... Frankreich hat 3.000 Mann und ist mit dem Dänemark verbinden auch 3.000. Ich hab 10.000 Mann. Und hast du da irgendeinen Anspruch? Ja, ich bin noch Best Buddies mit dem Papst. Ach so, ja, okay. Na gut. Nicht schlecht. Das ist doch alles möglich hier. Was würde denn hier Anspruch erbitten? Okay, 2.600 glaube. Egal. Wir machen erst mal Pause. Wollt ihr auch mal kurz vom Bildschirm weg mal was trinken oder sowas? Oder wollen wir nur die normale Zusammenfassung machen? Ne, ich würde gerne 10 Minuten Pause machen komplett. Jawohl. Oh, meine Armee ist auch ausgehoben. Völlig richtig. Dann, liebe Leute, ich bin auch gleich wieder da. Ich müsste auch mal kurz den Bildschirm verlassen. Und dann werde ich euch eine kurze Zusammenfassung geben, was zum Geier hier jetzt gerade los ist. Und weil ich, ehrlich gesagt, mir auch selber diese Zusammenfassung geben muss, weil ich selbst keine Ahnung habe, was gerade alles los ist. Aber ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank. 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 Apropos Böhmen. Apropos Böhmen. Steinwallen. Was ist denn nun dein Plan hier? Ich sehe, du hast irgendwie Leipzig bekommen. Ja, das sind dann so Leute, die sich einem so unterwerfen, weil man einfach ein stiller, bescheidener Typ ist. sehr bescheidener Typ ist. Und ja, das war aber kein großer Plan. Ja, ich habe jetzt vor, erstmal mit dem Königreich ein bisschen glücklich zu werden. Prag ist die neue Hauptstadt. Jetzt bauen wir so ein bisschen aus, stärken uns und ich freue mich, dem aktuellen Kaiser treu zu dienen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Vielleicht wird man ja auch belohnt noch mit dem ein oder anderen Ziel. Ja, natürlich. Jenseits und des Heiligen Römischen Reiches. Ja, also wenn du das Heilige Römische Reich erweitern willst, dann ist ja der Kaiser voll dafür, da, sage ich mal, Ressourcen mit hinein zu investieren. Das ist ja nur, da profitieren wir ja alle davon. Erhard ist ein Kaiser, der darauf schaut, wie alle profitieren. Guckt ihn euch an. Er ist sogar verschwenderisch, so sehr haut er raus, was er alles mit seinen Untertanen teilen will. Das kann alles nur gut werden. Und ich werde jetzt tatsächlich hauptsächlich, glaube ich, erstmal ein bisschen hier die fetten Einnahmen, die das Reich mir generiert, nutzen, um meine eigenen Kernländereien auch zu stärken. Macht Sinn. Und dann sagt mir hier, der Chat gibt mir die ganze Zeit, dass ich das Nachfolgegesetz ändern soll, sodass keine Wahlen mehr stattfinden. Ach. Aber das kann ich gar nicht, oder? Ich muss dafür doch diese Entscheidung machen, das Heilige Römische Reich wiederherstellen, wofür ich noch haufenweise Zeugs brauche. Und hier im Reichstab kann ich zwar nachfolge, also da steht bei mir noch Bundteilung und männliches Vorrecht, aber das ist es ja nicht. Das ist ja... Also ich kann da hier nur ändern, was mein... Doch, ich glaube, das geht. Ich meine, das ist jetzt nicht in meinem Sinne, aber ich glaube, das geht. Wenn du auf den Titel klickst... Ah, der Titel hat ja seine eigenen Rechte. Genau. Und dann ist da unten irgendwo so ein Button. Aber das ist natürlich eine Sache... Ja, ich würde mal sagen, das ist etwas, was uns Kurfürsten nicht gefällt. Es ist auch relativ theoretisch, weil es kostet 10.500 Prestige und ich habe 1.700. 10.000. Und ich kriege plus 7,8, was natürlich einiges ist, aber was doch noch... Ich glaube, das wird mein Mann zu Lebzeiten nicht mehr erreichen. Aber es ist ja auch alles okay, weil das Nachfolgegesetz favorisiert ja gerade den großen Prinz Engelbert. Das heißt, und auf Platz 2 ist Steinwallen, was jetzt auch nicht das Schlechteste auf der Welt wäre, weil er ein treuer Bundgenosse war. Also Kaiser Erhard ist eigentlich mit dem Wahlrecht gerade ganz zufrieden. Die einzige Frage ist, ob halt, sag ich mal, der Graf, der Herzog von Ostfalen noch irgendwie irgendwelchen Wahlbetrug plant. Aber das werden wir noch sehen. Trotzdem so ein bisschen wieder in die Gänge kommen. Ja, ich würde auch mal einfach weiter drücken, ja. Es sind immer so super lange Pausen dann immer dazwischen. Oh, weiter geht's. Geil. So, guck mal. Geld haben wir wieder bekommen. Ach, als ob das nicht rauskommt. Äh. Für das nächste Mal sollten wir eine Regeländerung in Betracht ziehen. Genau wie die uns mal. Wir töten keine Herrscher oder deren direkten Nachkommen. Bis auf Kaiser. Ja, das finde ich auch okay. Ach so. Bis auf den Oberbabom. Nee, ich glaube, als Regelkaiser hier bei diesem Event kann ich dem Vorschlag des Kurfürsten Dennis hier nicht ganz zustimmen. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie... Ja, du bist jetzt der Kaiser. Und ich weiß nicht, wie, äh, man dich jetzt stürzen soll oder da jetzt irgendwie rauskommen soll. Ich kann ja jetzt, um größer zu werden oder auch irgendwie ein Königreich zu gründen oder sowas, muss ich ja quasi außerhalb der Grenzen jetzt versuchen, was Neues einzunehmen. Mhm. Und das bleibt mir gar nicht groß übrig. Das ist gar nicht so einfach jetzt hier. Ich meine, man kann ja durchaus Fraktionen gegen den Kaiser gründen und so Zeugs. Das andere sich da... Ja, stimmt. Genau, das ist der normale Weg, ja. Mhm. Ich weiß nicht, warum ich dir das sage, aber, äh, das ist natürlich eine theoretische Möglichkeit. Es geht mir ja nicht darum, mit dir Krieg zu führen, sondern wie mache ich mich jetzt einfach gründen. Ja. Warum geht's ja im Spiel noch? Also erstmal kannst du ja natürlich innerhalb des Reiches ja noch frei weiter expandieren, weil du kannst ja sowieso noch andere Basallen schlucken. Ja. Ähm, so ist... Das ist ja auch oft... Also ist natürlich jetzt in dem Fall wirklich schwierig, äh, aber so habe ich es dagegen. Ich habe ja Bayern quasi halt ausgehöhlt, bis ich immer noch Basall war, aber das meiste von Bayern nominell mir gehörte, statt dem eigentlichen Lehnsherren. Ähm, und ansonsten, da kenne ich mich jetzt echt auch nicht so aus, dass man halt an der Wahl mit rummanipuliert, ne? Dass du irgendwie dafür sorgst, dass meiner halt, mein Erbe nicht mehr der ist, der gewählt wird. Ja, das hat er ja schon die letzten Jahre vor allem betrieben. Ich sage ja nicht, also, das ist ja nicht der Erfolg garantiert, ne? Ich sage ja nicht, dass ich einfach rumrolle und von Denzel hier alles mit mir machen lasse. Ich sage nur, es gibt theoretische Möglichkeiten. Ja, das ist einfach dein, dein, deine 42 Diplomatie-Werte. Das habe ich, weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht so gesehen. Das ist unfassbar. Ja, ich bin, ich bin, im, im Stat-Baum gehe ich auf die ganzen Sachen, wie dir dann auch noch mehr Werte geben für deine Freundschaften und deine Bündnisse. Da hat der Diplomatie-Baum ja einiges. Äh, und dadurch wurde ich, glaube ich, recht viel gesteigert. Was du auch machen könntest, wer du gibst, du teilst das Land quasi unter uns auf. Da sind ja noch vier Leute. Dass du das quasi in vier Teile teilst. Und wir machen für dich im Norden, Osten, Süden und Westen den Krieg und nehmen den Rest der Welt ein. Das ist natürlich eine Option. Ist die Frage, wie vertrauenswürdig bist du, Denzel, wenn ich dir ein Viertel des Reiches gebe? Ich glaube, so leicht ist das auch gar nicht, weil ich würde halt massiv Tyrannei kriegen, wenn ich den anderen ihre Reiche einfach so wegnehme. Das kann ich, glaube ich, gar nicht einfach so. Also du könntest, du wärst wahrscheinlich beim Versuch, dem ersten die Reiche, also das Dings zu entziehen, hättest du wahrscheinlich einen Aufstand. Ja, und wenn ich mir Denzel's Grinsen gerade so anschaue, könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Vorschlag vielleicht genau auf diese Eventualität herauslief. Ich mach nur, also ich fand die Idee ganz lustig, dass wir, dass du tatsächlich, das mag so wirken, aber ich muss jetzt nicht unbedingt noch Kaiser werden. Von mir aus können wir da irgendwie auch was anderes machen. Und es gibt jetzt tatsächlich ja doch mehr Möglichkeiten, fällt mir gerade auf. Also ich meine, ich kann natürlich auch irgendwie, ich kann dir ja trotzdem irgendwie Support geben, dass wir trotzdem sagen, dass du nach Norden expandierst und ich schick halt Truppen mit oder sowas. Und das ist ja auch noch eine Option. Ich weiß, wie gesagt, nicht. Ich glaube eben tatsächlich Reiche zu vergeben, ist wirklich schwierig. Ich könnte jetzt nur als Kaiser den Wettkampf ausrufen. Lass dich nicht beschnacken. Einer hat dann Frankreich einnehmen, einer Dänemark. In jeder Himmelsrichtung. Hatten wir irgendwo dazwischen einen Disconnect oder sowas? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass über meinen Kopf hinweg, also irgendwie die Kinder von mir sind verlobt, bei denen ich keine Verlobung gestattet habe. Die einen davon ist 13. Ich hab ein Enkelkind bekommen, das ich nicht benennen durfte. Was? Eigentlich alles super seltsam, super schwierig. Also wir hatten halt den einen Disconnect vorher. Ja, ich komm da halt so langsam auf so Dinge drauf. Ich hab immer das Gefühl, also Maurice hat einfach sein Ränkespiel jetzt in eine andere Richtung gelevelt. Und hat hier offensichtlich in meinem Reich hier einfach so Schabernack gemacht. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum meine 13-jährige Tochter einen, ja, wie formuliere ich das jetzt? 24-Jährigen Zwerg, der verwundet ist. Oh nein. Der Mann nimmt, der auch schwul ist. Was? Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Es macht nichts, sie ist lesbisch. Pass auf die erste Sache. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich irgendwie so ein Arrangement, dieses, lass uns heiraten und dann lassen wir uns gegenseitig in Ruhe. Was hältst du davon? So, aber ja, ich werde wahrscheinlich keine Enkelkinder kriegen aus dieser Ehe. Ich meine, was ich tatsächlich schon kann, Denzel, ist dir halt Basallen verleihen. Das kann man machen, ohne dass es was kostet. Also dass es Tyrannei wird. Ja, sowas meine ich, da geht das nicht auf einmal, das Reich so in vier Teile zu teilen, aber... Wo würdest du denn expandieren wollen? Würdest du Polen erobern? Oder Dänemark? Dänemark ist halt nochmal größer. Aber Polen ist relativ schwach. Polen ist schwach, genau. Also ich bin strikt dagegen, dass hier das Reich geteilt ist, gewirrt. Wo kommen wir denn dahin? Aber ich meine, Denzel, du kannst Polen, glaube ich, auch einfach direkt kriegen, oder? Der hat 1500, du hast 1900. Der Typ ist gerade in drei Kriegen. Damit, ja gut, man braucht einen Anspruch. Aber damit ist, würde ich mal sagen, auch in den Einflussbereich des Königreichs Böhmen eingegriffen. Das kann natürlich sein. So, okay. Jetzt geht's los. Mein Typ ist sehr traurig, weil wir so gute Freunde waren. Oh, Albert. Wenn ihr noch bei mir wärt, würdet ihr mir sagen, ich solle stark sein. Ja, ich fürchte sogar, meine Frau war's, die mich umgebracht hat. Pia-Card. Ich hab schon gesehen, ja, du brauchst mich. Hättest du Bock, so für ein Königreich und so? Für den König hier in den Krieg zu ziehen? Du bist halt nicht mein König, ne? Das ist halt... Ja, aber wir... Also... Ja, schon. Also ich hab ja schon angenommen. Also du musst gar nicht mehr argumentieren. Ich bin schon... Du bist schon mit dabei. Ich bringe mich schon schleppend in den Weg. Es könnte auch echt langweilig werden, aber einfach nur, um zusammen... Ja. ...um zusammen in den Krieg zu ziehen. Ich find das ganz nett, weil da hinten ist Polen. Da ist meine Geliebte. Die hat mir vorhin erst gesagt, dass sie mich liebt. Vielleicht will ich sie besuchen danach. Das hört sich an. Und... Vielleicht will ich auch meinen älteren Sohn los. Den einen, den ich loswerden möchte. Klingt gut, klingt gut. So. Find ich auch gut. Ähm, wo... Wo... Kann ich mich... Kann ich mich irgendwo anhängen bei deiner Armee? Ja, die ist schon dabei. Also irgendwie, sie möchte sich auch nicht mal wehren. Sie hat nicht mal ihre Armee ausgehoben. Warte, 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 warte. Wofür hast du denn dieses kleine Pfützelchen-Ding da drüben? Dafür hast du mich jetzt geholt? Das ist ein ganzes Königreich. Das ist schon okay. Bei mir steht nur Krems. Warte, was? Was steht bei dir? Hab ich den richtigen jüdischen Anspruch auf das Königreich von Lothringen? Ah, das ist ein Aufstand. Ich seh nur... Ich hab gedacht, du willst was einnehmen und seh halt nur Krems. Und bin mir so... Warum rufst du nicht in den Krieg für Krems? Was ist das denn? Also die... Greift die dich an, oder wie? Nee, ich möchte... Ich möchte, äh... Das Königreich von Lothringen bekommen und, ähm... In der... In der Karriereleiter etwas aufsteigen. Ah ja, gut. Dann wandere ich da nach oben, ne? Richtung... Richtung Lothringen halt. Ja, du... Kann ich... Kann ich eigentlich... dir Geld schicken, theoretisch? So... Ja, über Geschenk. Mhm. Oh. Ja, das wird natürlich entlohnt. Ich sehe grad tatsächlich, dass, äh... Wir haben im... Im Kaiserreich einen Prinzen, der Anspruch auf das ganze Königreich Frankreich hat. Oh. Das heißt, äh... Prinz Arnulf. Das ist, äh... Aus irgendeinem Grund ist das der... Der ist... Ein... Ein Lehns... Also ein Lehns... Also ein Lehnsmann von dieser komischen kleinen Königin, die auch bei dir die... Die... Die Chefin ist. Was? Warum das denn? Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein... Ein Sohn des französischen Königs, der sich irgendwie wohl losgesagt hat. Vielleicht, weil er unersättlich und sadistisch ist. Ähm... Und der gammelt jetzt hier irgendwo in, äh... Wo ist er denn überhaupt? In Hochberg rum. Und, äh... Und wartet drauf, dass, äh... Meine Tante hat... Ja... Also... Meine Tante hat auch irgendwo komisch... Was? Die hat bei dir unten in Bayern die Leute ausgehoben. Was ist los mit ihr? Also... Der Krieg ist doch hier oben. Sie hat ein... Ein... Das Feld Richtung Ungarn gehört ihr. Und da hat sie die Truppen ausgehoben, für in Holland Krieg zu führen. Das macht ja nicht so viel Sinn, glaub ich. Ähm... Wo soll ich jetzt hin, genau? Äh... Ich seh, da oben bist du. Genau, da oben. Und vor... Ein paar Felder vor dir ist, äh... Die Truppe von ihr. Ja, das seh ich. Die will ich eigentlich nicht einholen. Nee, die musst du ja auch nicht einholen. Du kommst da, also... Ja, genau, aber die ist halt zwischen uns. Ja, ja, nee. Also... Bleib aber dahinter. Aber ich kann da... Ich kann da Durung einnehmen. Guck mal, jetzt haben wir schon 70%. Wir haben sie erst mal gefangen genommen. Jetzt brauchen wir nur noch den Krieg gegen die. Ich komm mal zurück. Und komm dir mal entgegen. Weil ich glaube... Sie versucht gerade in deine Richtung zu gehen. Das wollen wir verhindern. Also ich würd hier... Ich steh hier und ich... Flieb jetzt? Nee, ich glaub, die will mich angreifen, weil ich hier was einnehmen anfange. Tatsächlich. Ich bin mal auf dem Weg. Mhm. Ach du Schande. Aber kannst du sonst abhauen? Na unten oder so? Ja. Dass du nicht direkt gecatcht wirst? Dass wir sie so ein bisschen verwirren? Das Problem ist, ich kann halt nicht wirklich durch ihr Gebiet durch. Weil dadurch, dass es nicht eng genommen ist, verliere ich halt bei jedem Feld durch dem Gebiet Einheiten. Sonst versuch mal so nach Norden. Nach Nordosten. Ja, genau. Ich mach da so eine kleine Kurve. Sag mal, hallo in Bamberg. Hol mir da frische Brötchen und so. Das hat sie mich aber, glaub ich. Oh oh. Nee, 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 nee. Ich will den Sohn eh loswerden. Also, das bietet sich an. Kommt noch in Bamberg rüber. Ja, aber schau dir. Also meine Dudes wollen die Brötchen wirklich. Aber die haben keinen Bock. Ja, nice. Guck mal, die sind ein bisschen lame. Ja. Lass mal da nach oben. Aber jetzt, glaub ich, jetzt kriegt sie mich. Die haben sie zu lange gebraucht beim Brötchen essen. Die große Schlacht von Bamberg. Ja, mit frischen Semmeln. Sehr schön. Ähm, wie schatten das jetzt da mit meiner... Vielleicht stirbt ja dein Sohn jetzt noch so zufällig. Das müsste ich eigentlich auch mal machen bei meinem Jay. Ach kommt, ey, das... Jetzt packt die doch. Ja, leider nicht schorben. Das wär halt schön gewesen. Ach, schade. Ja, macht nichts. Passiert. Ja. Scheibenkleister, der hat gecheckt, dass ich versucht hab, dem was unterzujubeln. Der Papst. Ach so. Ja. Ja, ich wollte halt irgendwie die Steiermark einnehmen, aber er will mir die nicht geben und... schon schwierig. So, jetzt klatscht es. Oh, scheiße, der hat voll den Vorteil. Ach du Kacke. Jetzt klatscht es. So, was ist jetzt mit dem hier? Oh Gott, Moment, viel zu tun hier. Ich bin froh, ich bin froh, dass ich kein Kaiser bin. Haha, hast du eh schon genug zu tun. Ja. Zack. Hä, warum... Warum reicht denn das jetzt noch nicht? Ach komm schon. Das reicht jetzt nicht. Kacke. Und wir wandern noch mal hoch. Mhm. Ich frag mich jetzt gerade, wie viel muss ich denn dann noch einnehmen? Oh. Gibi, mein zweiter Sohn, ist Trostfresser geworden. Was ist denn Trost? Oh nein, auch er... Oh. Der ist unersättlich und ein Trostfresser. Fähiger Taktiker, Glaubenskrieger und flexibler Anführer. Und ich hab das Gefühl, dass der in den nächsten Jahren immer weniger aussehen wird wie ein Glaubenskrieger, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich hab ihn ehrlich gesagt in meiner eigenen Armee als Armeeanführer gerade nicht erkannt. Das ist, äh... Schwierig, äh... Schwierig an der Stelle. Scheiße, jetzt müssen wir halt hier die blöden Städte alle einnehmen, ne? Ja, aber das tickt dann eh recht gut hoch eigentlich, also... Ja? Ja, das müsste jetzt auch schon langsam hochticken, weil du, ähm... Nieders, Kriegspunkte durch gehaltene Ziele hast du noch nicht. Hast du die Hauptstadt von ihr schon eingenommen? Ja, ja, die hab ich schon. Hm. Ja, dann müssen wir's Stück für Stückchen machen. Egalisch. Deine Tochter... Bibi hat übrigens ein Kind zur Welt gebracht. Hast du Namensvorschläge? Ja, das sind... Das hab ich... Die hab ich ja dir gegeben. Das ist ja jetzt deine Entscheidung. Das stimmt, das stimmt. Also, da würde ich mich gar nicht einmischen. Dann bleiben wir dem Namen unserer Dynastie treu und nennen sie Edeltraut. Das ist tatsächlich ein schöner Name. So. Ja, das mit der Steiermark ist irgendwie... Ja, ich vermisse wirklich die Fähigkeit jetzt Freundschaften zu schließen und all das. Ach, dein neuer ist kein, äh... Nee, das ist eher ein kriegerischer Typ. Verstehe. Ja, das ist merkwürdig. Ich hatte meine Frau eingesperrt, ohne es zu wissen. Das passiert mir auch häufiger. Hm. Ich glaub, das passiert. Manchmal kommen ja diese Meldungen, weil irgendwer mit irgendjemandem umtreu ist oder so. Und das ist manchmal die Frau mit bei, wenn man die dann da weg sperrt. Hm. Naja, richtig, das war der... Manchmal die Frau mit bei, schön. Sag mal, Maurice, ähm... Ich bin ein wirklich talentierter Marschall. Aha. Willst du nicht mal schauen? Willst du nicht mal schauen? Ob du den, deinen treuen Basalen... Ja, das, äh... Ich nehme zwar tatsächlich zwei Punkte Malus in Kauf dadurch, weil mein Minus-Love ist sogar noch besser. Aber, ich mein, das, äh... Ich steigere mich noch. Sehr gut, sehr gut. Das ist natürlich dem gegenüber jetzt ziemlich arschig, weil der war die ganze Zeit mein, mein Heerführer, als ich Bayern erobert hab und alles. Der hat seine Rente jetzt verdient. Oh. Oh, ein Kreuzzug. Das ist doch mal was, was man jetzt hier mal ein bisschen... Oh nein, ich will ihn nicht finanziell unterstützen. Du kriegst Glauben, ne? Nee, komm, am Arsch. Ach doch. Ey, da bin ich so am Start. Komm, wir machen mit, oder? Du machst das. Maurice, du gehst für uns in den Krieg. Maurice, ich bin Cheerleader. Super, den du reingestest, okay? Ich, ich sitz, ich sitz in Innsbruck, ess meine Brötchen und... Du machst das. Ich, ich bin auch mit am Start. Sehr gut. Natürlich. Was ist denn das Ziel? Ach so, Jerusalem, ganz klassisch. Ganz klassisch, ja. Was sonst? Wir könnten den Krieg auch umleiten. Vielleicht auf Denzel oder so. Aber ich glaube, das geht nicht, weil Denzel ist katholisch. Ich weiß, ja, war nur ein kleiner Scherz am Rande. Ich hätte dich nicht umbringen sollen letztes Mal. Ich glaub das. Die Erkenntnis kommt, sie kommt. Ja, ich meine, das ist ja auch hier voll, wir sind ja voll am Start. Die haben ja hier nur 6000 Mann. Ja, das kommt langsam, ne? Guck. Ja, das stimmt. Es geht hoch. Das Trop fällt ein. Oh ja, es geht weiter. Pia, das läuft richtig gut. Ja, ist also für mich jetzt nicht so krass, aber ja. Da kommen 3.800 Leute. Gut, dass du das gerade verschrien hast. Das ist, ähm... Wo sind... Das ist ja wundervoll. Wie ist denn das Schiff gerade hier? Ah, das sind Wikinger, die können durch den Fluss fahren. Großartig. Ach, 100 Prozent. Nimm's an, nimm's an, nimm's an. Ich hab das eingenommen unten. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Oh Gott, dankeschön, Pia. Wo kommen denn jetzt die Wikinger auf einmal her? Die waren auf Künderfahrt. Und jetzt sind sie auf einmal weg? Wollt ihr mich verarschen? Alter, war das knapp. Das ist die Angst, die man in Europa vor den Wikingern hatte. Da weiß man nie so genau, was den Fluss... Bist du jetzt König? Die waren gerade noch auf dem Meer und dann... Oh ja. Äh, das hat ja gut funktioniert. Shit. Ja, super. Gut, da krieg ich auch ein bisschen. Ja, aber ich verdiene immer recht gut Geld bei solchen Aktionen. Das ist eigentlich ganz nett. Ähm... Ich will keine 25 Gold ausgeben für meinen Bastardsohn. Ja, wurscht. Oh, Seb, jetzt bist du ja massiv gewachsen in einem schnellen Sprung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das könnte man so sagen. König Sebastianus von Lothringen. Sehr schön. Guck mal, jetzt fehlen mir noch 84 Gold, dann kann ich den Kölner Dom bauen sogar. Dann kann ich dich doch jetzt auch zu meinem Verwalter ernennen. Ja, sehr gerne. Maurice, also... Jawohl. Weil der andere, der Versager, hat nur 22 und du hast 25. Das ist gar keine Frage. Jetzt haben wir das Königreich von Lothringen gegründet. Ui. Sehr schön. So, was will ich denn? Was kann ich denn noch? Ich kann ja gar nichts sonst. Oh, Prinz J wurde verwundet. Das ist aber doof. Er war auch gut im Kampf. Jetzt haben wir einiges hier am Start. Ich würde sagen, da müssen wir mal eben kurz hier ein bisschen austauschen. Das sind schon einige deutlich stärkere Leute hier. Also, ich mache jetzt nochmal eine Pilgerreise nach Jerusalem, bevor ihr das verwüstet. Oh, schau mal schnell. Solange die noch da ist, geht das, geht das ganz gut. Kannst du ja auch mitkommen quasi. Ja, das kostet ein wenig. Ja, also du, nee. Also, ich habe da so gelesen, wie die ersten Kreuzzüge, vor allem der erste Kreuzzug, funktioniert haben. Und da gab es ja auch Kannibalismus und so. Ist nicht so meins. Ich bleibe lieber in der Heimat. Aber ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall. Auch die ersten, die waren noch ganz okay. Die waren noch ganz erfolgreich. So, es ist 33.000 gegen 15.000. Habe ich mich gerade krank machen lassen, damit ich Gläubiger bin? Hä? Oh, Kaiser Erhard. Damit wir hier für den Kreuz voll gerüstet sind. Also, mein Marschall, mein König freut sich schon mitzuziehen. Ja, absolut. In sieben Monaten ist es soweit. Dann werden wir hier... Er ist übrigens verwundet. Das ist der Grund, warum er in Kriegsführung auch noch ein bisschen schlechter ist. Ja, dann das geht er noch nach oben. Ja, genau. Und wenn wir jetzt noch Kreuzritter werden, dann gibt es auch noch mal einen Perk. Jetzt glaube ich, soll man noch ein bisschen Kriegsvolk anwerben. Mein Kriegsvolk ist tatsächlich relativ traurig noch für einen Kaiser. Pia, ich habe so eine Frage. Du bist doch krasse Mörderin, ne? Meine Frau ist schwanger. Die muss ganz schnell weg. Wie? Bevor sie wirft oder wie jetzt? Bevor sie wirft, bevor ein neuer, weiterer Erbe hier den Weg in mein Reich findet. Ja. Ich habe ja schon einen, den ich loswerden muss. Aber du hast doch nur ein Königreich. Das wird doch solide verärbt. Aber warum hast du denn eine 18-Jährige geheiratet? Ja, weil ich ja noch nicht wusste, wie das ausgeht. Ich wusste ja nicht, dass ich jetzt auf einmal König bin. Ja. Ich bin, ich sitze dran. Das Positive für dich. Ich kann zwei Morde machen. Das heißt, wenn das Kind zur Welt kommt, bevor ich sie getötet habe, kann ich das gleich mit in Auftrag geben. Der Papst ist übrigens gerade gestorben, aber wir haben uns noch den Kreuzzug hinterlassen, so als sein Vermächtnis. Ja. Hey, mag mich der alte Meer gegen den, äh, der neue Meer, gegen den habe ich noch nicht versucht, irgendwas zu intrigieren? Cool. Der mag mich. Jetzt kann ich um Geld bitten. Das ist ja praktisch. Na, sieh mal einer an. Nein, jetzt habe ich, jetzt habe ich einmal die Hingabestufe gerade an dem alten verloren. Jetzt will der neue nochmal. Oh, geil. Ich habe gerade von dem alten noch Geld bekommen, jetzt kriege ich vom neuen auch nochmal. Oh, nett. Ich habe Enkelkinder, die ich da hinschicken kann, ne, zu dem Papst, damit der mich mag. Sehr schön. Ich nehme meine Enkelkinder. Ich glaube, es ist doch eh. Geil. Ja, meine Taten werden gesündigt, lass mich in Ruhe, ich baue den Kölner Dom für dich. Mensch, das muss doch reichen. Ah, das ist mein Enkelkind. Ja, mach ich den auch schon wieder flunkernd? Ja, die sind irgendwie alle... Na, es ist irgendwie bleibt das in der Familie. Man muss aber vorsichtig sein, in der Kaiserfamilie zu heiraten, das sei nicht der Falsche. Der eine heißt Edelbär, der andere Ölbär, da kommt man schnell durcheinander. Ja, das stimmt. Da haben wir nicht so praktisch gedacht, in unserer Dynastie. Uiuiui, gerade geht hier ein bisschen runter und drüber, ey. Übrigens, weil hier alle im Chat ständig fordern, dass ich Frankreich erobere. Ich kann Frankreich nicht erobern, ich kann es nur diesem Prinz Arnulf geben, der dann halt stattdessen König von Frankreich wird. Ist das dein und der Tan? Stimmt, stimmt. Oh, es ist eine Tochter geworden, ja, okay. Stimmt, klar. Das ist okay gerade. Also Auftrag zurück, oder wie jetzt? Nee, die muss weg. Die muss weg. Die muss weg, aber die Tochter nicht, oder was? Nee, die Tochter muss nicht weg. Die Tochter ist okay. Okay, die Tochter soll bleiben, aber die Frau soll weg. Gut. Die ist jetzt zu fruchtbar. Wir arbeiten daran. Die ist zu fruchtbar. Ich habe tatsächlich ganz vergessen, dass, ich habe immer im Kopf, als König können andere Könige, aber ich bin ja schon Kaiser, das heißt der Typ. So, Denzel von Ostfalen will ein Verlöbnis. Anna von Welt mit meinem Sohn. Und die ist Wohlgestalt immerhin, aber auch rauflustig und gefühllos. Ich dachte, da steht er drauf. Er ist selbst ein arroganter religiöser Eiferer, also könnte es sogar sein. Ja, komm, doch. Kann man ein König von zwei Königreichen sein? Ja, klar. Ja. Das hat keinen Nachteil. Naja, dann schlägt die Erbteilung zu. Ach so. Ja gut, ich habe ja nur einen Erb. Da ist so zwei Titel. Ja gut, dann ist es easy peasy. Das hat keinen Nachteil, ne? Kein König von zwei, so frei. Ja, du kannst auch von zehn Königreichen König sein. Aber Herzogtum ging nicht so viel, oder? Ja, nur wenn du König bist. Also als Herzog kannst du auch beliebig viele halten. Du, aber es ist immer nur, wenn du den nächsten Röger und Titel noch hast. So, wie kommen wir jetzt eigentlich nach Jerusalem? Kaiser, gebt mal bitte... Wie machen wir das am besten? Ich habe keine Beile. Wir fahren erst mal ins Mittelmeer raus. Ja, äh, Jerusalem, wo war das überhaupt nochmal hier? Hier, ne? Ne, irgendwo, da sind alle, alle hier im Krieg mit uns. Ich muss erst mal noch gucken, wo Jerusalem überhaupt ist. So, meine Wunde ist auch geheilt. Topfit. Hier. Geht es auf. Ja, dann würde ich doch mal sagen... Warum kann ich eigentlich nicht... Dass wir hier über das byzantinische Kaiserreich... Ach so, Marius, kann es sein, dass ich unsere Armee bei dir führe? Ja, das ist mir natürlich recht. Ich bin ja auch ein genialer Typ. Ja, eben. Hier, 34. Okay. Dadurch ist meine Armee halt nur vom zweiten Mann geführt. Ich bin ja auch nach Jerusalem vorher noch gepilgert. Das heißt, äh... Ja, dann bitte... Ich hoffe, dass der Marschall nicht stirbt. Ich bin kaiserlich näher. Wo bist denn du jetzt? Du sammelst dich da noch, oder was machst du da? Ne, ich bin auf dem Weg. Du gehst über die Alten. Ich werde dann segeln. Ich kann diese Armeen tatsächlich irgendwie nicht zusammenfassen, weil sie zu viele sind. Oder geht das nur, weil sie Bewegung sind, nicht? Ja, das ist... Die könntest du zusammenfassen, ja. Vielleicht bleiben wir irgendwie so ein bisschen zusammen. Ja. Ich warte mal auf dich hier an der Küste. An der Adria-Küste. So, ich habe sie alle zusammengefasst. Hier bist du, genau. Ja, dann komme ich da dazu. Sei du schon auf dem Weg, oder was? Ja. Du kannst ja über den Nordsee und Atlantik fahren. Geht, glaube ich, schneller. Ach, wirst du auch in den Kreuzzug ziehen, Denzel? Ja, aber ich hatte eigentlich bisher... Weil das ist ein ganz schön weiter Weg, muss ich sagen. Ja, du musst die Schiffsroute nehmen. Ja, gut. Ich habe tatsächlich sonst nichts zu tun hier im Norden. Ach, das ist auch wirklich eine große Sache. Da sollten wir beteiligt sein. Ja, du hast recht. Sollte man später sagen können, ich war dabei. Genau. Eben, eben. Das ist ja auch das, wo alle Kreuzritter hinterher voll happy waren. Dass die sagen konnten, okay, ich war dabei. Genau. Und die T-Shirts, die die anhatten, wo das draufstehen. Das ist halt schon so ein bisschen heftig. Also ich habe jetzt die Gnudron, die schon bei Sepp am Hof ist, davon überzeugt, dass sie die Frau von Sepp mit hinrichten soll und kann, weil sie meine Tochter ist, einfach das Tochterdruckmittel benutzen, um sie dazu zu zwingen. Das ist praktisch. Maurice, du kannst direkt jetzt ins Meer gehen, äh, aufs Meer gehen. Du brauchst nicht zu mir kommen. Ich habe übrigens gerade tatsächlich den Hinweis, dass diese Armee zu groß ist für die Versorgungsschwelle. Ähm, das sollte ich hier nochmal aufteilen. Das würde zumindest vielleicht zwei Armeen haben. Diese 13.000er Monsterarmee hier. Ja, das ist nicht so leicht, ja. Gerade in der Wüste wird das hart. Ja, tatsächlich, da kenne ich mich noch gar nicht so gut aus mit diesen Mechaniken, weil ich noch selten Kriege hatte, wo das wirklich so wichtig wird. So, jetzt erstmal hier... Na gut, ich warte noch auf dich. ...halbieren. Sind die immer noch über der Versorgungsschwelle? Ja, da müssen wir sie nochmal halbieren. Ne, das ist aber auch... Die Versorgungsschwelle ist... Ja, die ist halt... Das ist der Region, ne? Die ist in jeder Region anders. Also du musst dich jetzt auch nicht... Das kannst du dann auch... Also man muss die Schlachten natürlich mit voller Mannstärke schlagen. Ja. Nur dann halt, wenn kein Gegner in der Nähe ist, musst du dich dort ein bisschen aufteilen. Aber jetzt fürs Reisen... Das stimmt, ja. ...für die Schifffahrt kannst du es erstmal zusammenlassen. So, dann segeln wir... In welcher Region segeln wir am besten? Naja, vor die Küste von Jerusalem, würde ich sagen. Ja, Tripolis. Dann so hier. Ne, nicht Tripolis. Beirut. Beirut, wo ist das nochmal genau hier? Oder beziehungsweise Jaffa, Jerusalem, also da, wo die Action abgeht. Ja, stimmt, da sind sie auch gerade alle schon. Ich meinte nur, dass wir vielleicht eher irgendwo landen, wo nicht direkt der Kampf ist, weil wir haben ja erstmal noch einen Malus vom Seefahren. Ja, da ein bisschen oben, Aleppo und so, wo die anderen sind. Wobei da sind auch mal... So, wo ist denn hier Aleppo nochmal? Ich habe noch nie einen Kreuzzug gemacht, tatsächlich. Deswegen wird das jetzt alles sehr lustig. Ja, das ist auch gerade... Ich sehe gerade, der Gegner ist dort in der Region ziemlich überlegen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, da jetzt an Land zu gehen. Hätte sich ganz schön gefetzt bei mir im Land. Gut, da sind ja auch schon unsere wackeren Kreuzritter-Kumpanen am Start, die doch da bestimmt jetzt hier... Ja, aber die sind unterlegen halt im Moment. Das stimmt, das stimmt. Dann hoffen wir, dass wir bald da sein werden. Da kommt... Aber wie viel Mann hast du? Ja, stimmt, du bist ja richtig... Heiter tausend. Ja, okay. Ich bin ja schon am Start hier. Wir sind zwar niedrige Güte, weil es weitgehend Aufgebote sind, aber... Ja, das Problem ist, du musst wirklich dann zusehen, dass du die 60 Tage oder so nicht in die Kämpfe kommst. Wegen des Malos, ne? Ja, ich lande jetzt erstmal ein bisschen hier in Byzanz. In Byzanz, okay. Ja, und gehe dann da... Da kämpfen sie ja jetzt ja gerade. Also gerade ist ja sehr viel Krieg da an der Grenze von Byzanz zu Miri-Dings. Na, aber wenn du 10.000 Leute hast, dann kannst du direkt eigentlich da... Also Byzanz ist jetzt ein bisschen... Ja, lass mal gucken, wo ist das? Ja, ich habe sehr wenig Überblick hier gerade. Komm erst mal hier nach Zypern oder so und dann beraten wir uns. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Wie ist das bei den Bischöfen? Wenn die abdanken, fallen dann die Titel an dich? Oder wird dann einfach ein neuer Bischof ernannt? Das ernennt der Papst in der Regel, wenn unsere Religion ist halt so. Ähm, Maurice, ich glaube hier bei Jerusalem ist gar niemand. Ja, das stimmt, ich sehe es auch gerade. Wir können vielleicht einfach direkt... Und dann halt Jerusalem belagern, weil das ist halt das Kriegsziel. Dann sind wir auch gut am Start. Absolut richtig, dann machen wir direkt das. Ich warte bloß noch mit der Landung. Warum sind deine Schiffe so langsam? Was ist hier los? Die böhmischen Schiffe sind... sind schneller. Wir sind gleich da. Okay, dann lande irgendwo an. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir sozusagen an der Küste irgendwie jetzt gerade abgefangen werden, aber ich gehe jetzt irgendwie raus. Jetzt hat meine Vasallin Krieg mit Frankreich angefangen. So, und jetzt wie gesagt, stopf ich mit Frankreich. Bevor du in die Schlacht gehst, denk noch an den Marlos, ne? Ja. 30 Tage. Okay, jetzt kriegen wir die Kreuzritter als Perk. Geil. Gut, da oben kommt diese 8000er Armee. Wir sollten idealerweise mit der noch nicht kämpfen. Ja, du bist ja direkt schon am Belagern. Das ist ja schon mal gut. Ja. Belagerung von Jerusalem. Auf geht's, Männer. Ähm, da könntest du jetzt deine Armee mal halbieren oder sowas. Ja. Und in die Nachbarschaft stellen, sonst sind deine Verluste zu groß. Du hast jetzt den Landungs-Marlos schon verloren. Du musst aufpassen, dass du nicht alles abziehst. Ja. Mit Steuerung, Klick. Ah, perfekt. Nein, meine Ehefrau. Sie ist gestorben. Oh nein. Oh nein. Es tut mir so leid. Oh Gott. Oh Ries, was machst du? Ich gewähle immer einen Armee aus und er macht beide. Nee, du musst mit Steuerung links klicken, das machen. Dann wählst du eine aus. Aber nur, wenn die noch nicht so alt ist. Ah, okay. Also, ich hätte da... Oh Ries, die kommen jetzt. Die ist so spektakulär. Ja gut, aber wir haben ja den Marlos weg, sollen sie herkommen. Aber ich hätte Helene. Ja. Das ist meine Enkelin. Ja. Die ist fünf. Gehen wir in die Schlacht jetzt, oder was? Ja. Das Problem ist, wir haben keine Versorgung. Wir müssen irgendwas mal erobern. Enkelin. Ja, das stimmt. Ach Gott. Schlimm. Scheiße. Was für ein Chaos. Und jetzt das hier. So, jetzt komm. Langsam, aber sicher. Steuerung links klicken. Ja, ich hab's kapiert. Jetzt haben wir's. So, guck, wie wir das sind. Und jetzt gehst du noch auf eine benachbarte Festung? Ja. Hier, auf Vilja, im Scheichtum von Balkar. Wir sind schon bei minus 60 Prozent, ey. Oh Gott. Wir müssen jetzt, du musst, also, du hast keine Belagerungswaffen dort in Jerusalem. Was? Das wäre jetzt wichtig. Ich hab doch Mangonellen dabei. Ach, hat die alle in die andere Armee genommen? Ach Gott, ey. Das ist auch Gott. Das wird alles so zur Hölle gehen. Gott ist nicht mit uns. Zehntausend Mann sind da oben. Ja, aber die macht gerade einen Fehler und zählt aufs Wasser, ne? Ja, ja. Ja, das stimmt. Das Problem ist, dass wir keine Versorgung haben, wenn wir nicht irgendwie Städte erobern. Ja, ich hab jetzt hier gleich eine. Ich mach jetzt mal die hier einfach noch fertig, die andere, die nicht Jerusalem ist. Gleich ist, gleich ist gut, ne? Zwei Jahre belagerst du hier, Jerusalem. Ich mein, die andere hab ich in vier Monaten. Ja, okay. Siehst du die, also der macht die jetzt platt, wenn du da nicht reagierst und die zusammenziehst einen nach dem anderen, ne? Die zehntausend Mann. Äh... Ah ja, stimmt. Da, da kommt er. Wollen wir da alle auf einmal hingehen in die Schlacht da unten? Ja. Komm, schaffen wir den, wir sind jetzt zu spät. Jetzt müssen wir uns irgendwo, jetzt sind wir, hui. Das Problem ist diese blöde Versorgung. Ja. Gut, ich hab eben, wie gesagt, die Stadt da oben rechts, äh, Amman, hab ich in drei Monaten. Jetzt geht er wieder aufs Wasser. Und der geht jetzt noch wieder aufs Wasser. Ja, wir sind... 2000 Mann im Norden schnell ausschalten, ne? Das versuch ich mal schnell. Was angemessen wäre? Nein, bleib nicht stehen! Bleib in Jerusalem! Maurice! Die Belagerung kann ich doch jetzt eh nicht mehr. Zwei Jahre. Na gut, okay. Die mach ich mit der anderen Armee mit der Belagerungswache. Okay. Wenn die da oben durch ist. Und jetzt versuch ich hier mal, diese 2000er Armee abzufangen. Ja, du kriegst diese, du kriegst jetzt da Schaden, ne? Leute, das ist der beschissenste Kreuzzug, der jemals gefuchten wurde. Ich glaub, ein paar Historische kommen schon relativ nahe an. Habt ihr echt Probleme, oder was? Ne, wir, 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 also vor allem... Nein, jetzt kommen die 10.000 weg da. Nein! Sammelt euch in, in, äh, hier in Amman. Das haben wir gleich, die Stadt. Meine haben auch geschlachtet. Ich hab meine auch gerade. Oh mein Gott. Denzel, das bist du? Jetzt bin ich, ja, ich bin gerade abgeschlossen. Oh nein. Geh doch mit den 4.000. Ja, wie, soll ich mit denen noch in die 9.000 reinrennen, oder wie? Das bringt doch jetzt auch niemanden. Nein, 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 jetzt nicht. Jetzt bleibt da. Oder bei Lage was anderes mit den 4.000. Geh da nicht rein in die andere. Hier noch unten, Wilia von Marv. Eieiei. Eieiei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alle tot. Die haben die abgewassenen Schweine. Das sind Monster. Wir haben gleich verloren übrigens, ne? Minus 95. Das kommt, weil wir kein... Ja, ja. Was macht ihr? Aber ich hab jetzt hier gleich eine Stadt erobert. Nein, jetzt kommen sie hier. Hat sie, hat sie... Nein, jetzt kommt hier diese Armee. Zieh sie zurück. Ach Gott. Mir wurde die 9.000er Armee zu spät angezeigt. Ich hab erstmal die 4.000er gekommen. Da rennen wir jetzt mit allem rein und kämpfen. Maurice, hattest du nicht 10.000 Truppen? Jaja, aber dir auch. Ne, da muss ich auch nicht mal reinrennen. Das ist jetzt auch so ein... Mein Marschall, er darf nicht sterben. Ich kämpfe an dieser Spitze dieser Armee, die da gerade niedergewetzelt wird. Oh Gott. Lass mich nicht sterben. Ich bin nicht gestorben. Aber ihr habt noch 26.000 Truppen, theoretisch. Eigentlich schon, ja. Ja, aber es ist minus 100%. Ich weiß gar nicht, warum die nicht... Ach so. Die wollen uns doch weiter. Der Computer will uns vernichten. Oh. Oh nein. Aber es gab... Es gab gut... Es gab gut Prestige und so ein Kram so. Ach nee, wir können alle auflösen. Ja, das war... Kein... Kein... Kein wirklich würdiger Krieg, der da geführt wurde. Nein, nein. Okay, holen wir uns jetzt Frankreich als nächstes. Ich meine, ich hab mehr Gold bekommen, als ich am Anfang hatte. Von daher, äh... Hm. Aber Leute, wir sind Kreuzritter. Das gibt plus zwei Kriegsführung. Plus 15 Mino Klerus. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Und deswegen macht man mit am Kreuzzug, nur um das T-Shirt zu bekommen. Ja, das hab ich mich schon die ganze Zeit gefragt, weil irgendwie hab ich dann nie den Sinn gesehen. Und das ist auch tatsächlich, glaub ich, der Einzige. Man kriegt dieses Perk dann, ne? Ne, du kannst, ne, wenn du gewinnst, dann, und du hast, du bist gut im Krieg. Ne, dann kriegst du das ganze Königreich, als, ähm, wenn du sozusagen deinen, naja, du gibst da jemanden an, den du, ja, wie soll ich sagen, der profitiert vom Kreuzzug. Und wenn du den höchsten Anteil am Kreuzzug hast, erfolgreich, dann kriegt, wird der König von Jerusalem. Ja, okay. Das ist schon geil. Das ist geil, ja. Pia. Aber man muss natürlich gewinnen, ne? Entschuldigung. Pia. Ja, ich bin, ich bin, ich bin anwesend, ich lausche. Also du bist ja, du bist ja einfach eine, eine sehr gute Verbündete, ne? Wen soll ich umbringen? Und ich möchte, ich möchte, dass du auch partizipierst an dem, wo du mit fungiert hast. Und... Ich, ja. Gut. Ich würde dir jetzt einfach mal ein ganz, ganz nettes Geschenk schicken. Ja. Aber das musst du doch nicht machen. Er ist wieder so genügend. Eines von vielen weiteren. Einfach, um zu zeigen... Wie viele Frauen möchtest du noch loswerden heute? Ich frage noch. Nur damit ich weiß, ob ich meinen Sohn auch wieder in die gleiche Richtung auswählen muss. Das ist, das ist, hm. Alter, plus 26 Einkommen ist aber auch. Das ist aber schon viel. Also, das ist halt schon, also, so viele Morde waren es ja jetzt auch nicht. Das waren nur so... Ach, Pia, gar kein Problem. Komm, er hat's... Nimm es einfach an. Guck mal. Dankeschön. Sehr nett. Also, es ist jetzt im Angebot, ne? Ich töte dir drei Frauen zum Preis von zwei. Okay. Wenn du noch nicht loswerden möchtest, dann sag an. Oh, Mann, ey. Ja, danke schön. Ja, kein Ding. Ich bin jetzt übrigens auch noch König von Holland. Also, Friesland, ne? Was tatsächlich nicht schlecht. Läuft langsam. Weiß gar nicht, was ich damit mache. Das bringt mir überhaupt nix. Ja, hab ich das Gefühl. Ah, doch. Yo. War mal was anderes, äh, werter, großer, großer, mächtiger, wahrer König aus dem Norden. Ich, ich würde da jetzt einfallen in die Steiermark und es sieht unfassbar gut für mich aus. Ich hab aber gar kein Vertrauen, äh, in die gekauften Einheiten. Kannst du im Zweifelfall mir aushelfen, sollten die plötzlich eine Cousine finden, die sie davor nicht hatten und 300 Einheiten mehr haben? Redest du gerade mit mir? Nee, 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 nee. Ich rede mit Sepp, tatsächlich. Ach so, ach so. Ich dachte, ich wäre im Valley, ich bin ja im Westen. Entschuldigung. Also, von mir aus ist alles im Norden. Nein, 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 nein. Weil die Steiermark ist quasi bei mir um die Ecke. Ich muss mal eben abkacke. Was ist jetzt passiert? Was hat er denn, was hat er denn gemacht? Also, so schlimm war meine Anfrage, er hat auch nicht. Nein, 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 nein. Offensichtlich war das richtig, richtig schlimm. Ah, okay, Glas umgekippt. Der Klassiker. Ja, da hab ich zu viel gelobt. Zu viel schöne Dinge gemacht. Da komm ich noch nicht mit klar hier. Brauchst du eine, brauchst du eine Pause oder was? Nee, nee, mach mal. Ja, gut, ich nehme das einfach mal als Ja und fange jetzt mit meinem Krieg an. Das wird schon gut gehen. Was, wieso kann ich dir jetzt nicht den Krieg erklären? Hä? Das verstehe ich auch nicht. Kann ich dir keiner mal erklären, warum man den Krieg nicht erklären kann manchmal? Obwohl man hat auf jeden Fall einen Grund. Das steht dann meistens unten, warum? Alles nicht. Das steht eben nicht da. Das habe ich aber auch gerade, wenn ich auf Holland klicke und sage, yo, ich möchte dir aufs Maul hauen, dann steht da, nö. Und ich habe das heute auch zum Ersten. Was hat die neuen Verbündeten? Ey, was ist das denn? Scheiße. Seltsam, ey. Alles ist normal. Nur Krieg erklären unten ist ausgegraut. Das ist ganz seltsam. Ich kann ja nicht mehr Krieg mehr erklären. Ich kann dir übrigens einen Basallen verleihen, Seth, der bei mir nicht rechtmäßig ist. Der Herzog Dirk. Maurice. Mein Chat sagt mir gerade, warum das so ist. Maurice. Ja. Hast du an die Linsaturität rumgeschraubt? Genau. Die ist hoch. Ja, die war schon hoch. Die war schon hoch. Ich habe da nichts geändert. Und dadurch können wir keine internen Kriege führen. Außer man hat ein Druckmittel. Kann ich das ändern? Moment. Was? Jemand will mich ermorden? So, ich habe das direkt runtergesetzt. Jetzt könnt ihr euch wieder prügeln, wie ihr wollt. Ah, danke schön. Das war richtig. Oh, Mann, ey. Seit einer halben Stunde klicke ich da drauf rum. Und alter. Ach, guck mal. Danke schön. Ich habe nichts geändert. Das war schon so. Nee, alles gut. Aber endlich. Alles gut. Alles gut. Das war nur die Verzweiflung, die ich hier eine Sekunde lang hatte. Jetzt hat die schon wieder neun Verbündeten. Wie kriegt die das so schnell auf die Kette? Ich habe jetzt schon drei Ehepartner getötet, damit ihre Verbündetenverhältnisse aufbrechen. Und jedes Mal holt sie sich neun. Das ist bitter. Maurice, du bist mir entgegengekommen. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. Ja, es wurde mir tatsächlich empfohlen, weil ich nicht dessen rechtmäßiger Lehnsherr irgendwie war. Weil sonst hätte ich ihn jetzt angegriffen und mir das einverleibt. Aber das ist super lieb von dir. Ja, so bin ich. So bin ich. Aber ich glaube, ich werde mir jetzt echt noch Frankreich holen. Ich habe da Bock drauf. Der ist doch mit Dänemark verbündet. Ich brauche auch noch ein Bündnis. Komm, irgendwen kann ich noch heiraten. Okay, Pia. Es tut mir leid. Gerade war etwas Chaos hier bei mir im Thronsaal. Wie kann ich dir weiterhelfen? Ich bin gerade draufgekommen, dass mein Erbe total trash ist. Ach so. Und ich jetzt meinen Erben loswerden muss. Macht nichts. Andere Sache. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade noch gar nicht. Also vielleicht brauche ich deine Hilfe. Vielleicht auch noch nicht. Es kommt echt drauf an, ob sie jetzt langsam mal aufgibt. Also wir gehen langsam die Kinder aus. Sie hat noch drei da, aber keine Geschwister mehr mit denen. Ich würde dir noch Bescheid sagen. Ich bin hier ready to go. Ich bin gerade... Maurice hat mich von einem Krieg abgewendet, indem er mir einfach einen Vasallen gegeben hat, den ich gerade einverleiben wollte. Das ist praktisch, praktisch. Ich muss halt irgendwie meinen eigenen Sohn loswerden und den kann ich nicht umbringen. Es wird im Chat gesagt, ich sei ein schlechter Kreuzritter, aber ein guter Kaiser. Und ich glaube, es gibt Schlechteres, was man im Leben sein kann eigentlich. Wie mache ich das denn jetzt? Muss jemand von euch loswerden und will so tauschen? So ein Tod gegen einen anderen Tod? Ich kann auch für dich jetzt hier irgendjemanden umbringen. Ja, also es tut mir fast ein bisschen weh, das auszusprechen, aber mein Haupterbe, Kalle Heinz, muss weg. Was? Ja, der ist scheiße. Ernsthaft? Dein Haupterben? Ja, ich habe ja schon einen Enkel. Von ihm. Der ist gut. Ich würde halt gerne... Du hast jetzt aber gut durchdacht, wenn ich den jetzt wegmurkse, dann... Also Kalle Heinz hätte sie gerne weg. Der soll weg, genau. Weil dann springt die Erbfolge... Nee, 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 nicht den Achtjährigen, den 32-Jährigen. Nee, acht Jahre dauert das. Ach so. Ja, das ist super. Aber dann überspringt das den und dann lande ich bei dem zweiten, Kalle. Super. Das ist genau da. Und dann habe ich auch wieder jemanden, der was kann. Ja, das wäre super. Aber Haupterbenermorden ist doch verboten. Oh, das stimmt. Ja, gut, aber ich würde das nicht. Auf explizitem Wunsch kann man ja, denke ich, eine Ausnahme machen. Also, ich meine, so ein Schupf ich ihn, das schaffe ich auch bestimmt irgendwie. Ist halt ein bisschen aufwendiger, aber... Also du möchtest... Also Kalle, bei mir sind das acht Jahre. Ja, ja, genau. Der mit dem sexy Porno-Schnauzer. Ja, das dauert dann halt, ne? Wenn du verkraften kannst. Also acht Jahre ist Optimum. Das ist... Also acht Jahre sollte ich noch leben. Das sollte... Das sollte... Das sollte sein. Ich bin Glaubenskrieger. Hey, wie du mir, so ich dir. Also... In der Not bist du mir auch... Beigestanden. Mit dem Messer entgegengesprungen. Der Kölner Dom wurde fertiggestellt. Was? Wie, das dauert doch sonst 800 Jahre oder so? Ja, aber nicht, wenn man auf Domäne geht. Dann, äh... Dann dauert das nur drei Tage. Gar kein Thema. Okay. Es wurde auch gerade korrekt gesagt, dass ich auch, äh, glaube ich, konkret euch hätte Kriege erlauben können und den anderen Vasallen nicht im Chat. Oh krass. Das wäre natürlich noch besser gewesen. Äh... Ja, ich lerne diese Kaiser-Geschichte hier noch. Mhm. Oh, da will jemand kämpfen. Ah, guck mal. Äh, Pia, neun Monate. Bisschen los. Oh, ist er gestolpert? Oder wie? Ja, ich hab mir gedacht, ich lass mal ein bisschen Geld fließen. Da, nach Tirol. Und irgendwie sind die in Tirol ein bisschen geldgeil. Und dann springen die sofort an. Ja, das ist aber, das ist echt, also... Das ist super, super nett. Dankeschön. Das werde ich dir nicht vergessen, dass du... Also, im Positiven. Ja. Chat, uns sind im Moment so ein bisschen die Hände gebunden. Was Expansion betrifft. Das ist ja wundervoll. Einfach, weil wir kein Diplomat mehr sind. Guck mal, läuft der jetzt bei dir hier? Alter, das wird ja, das wird ja hier gerade unfassbar. Sieben Städte, Alter. Ich hoffe, ich hab mich da jetzt nicht misskalkuliert. Okay, unser Sohn wollte... Das wird schon, das wird schon. Mein Sohn wollte mich umbringen. Okay, alles klar. Leider ist er unfähig. Das ist eine Amiralsphäre. Was ist das denn jetzt hier für ein Schein? Ach nee, das ist gar nicht so mein Sohn. Nein, jetzt ist der Typ weg, der den Anspruch auf Frankreich hatte. Woher hat die denn jetzt die Verbündete schon wieder bekommen? Ich hab die alle getötet. Nein, der Typ ist jetzt schon König von Frankreich einfach geworden. Oh, die haben 15-Jährigen geheiratet. Als ob, das ist gar nicht rechtens. Jetzt muss ich dich schon wieder nerven, Sepp. Ey, das ist ja unfassbar. Es tut mir unfassbar leid. Aber? Würdest du eventuell Österreich besuchen? Ja, warte, ich muss eben kurz hier noch... 1.500 Leute wegklatschen und dann... Ja, das wäre echt super. Den 15-Jährigen habe ich nicht kommen sehen. Das war... Der war plötzlich da. Das war schwierig. Aber mit 15 ist doch das... Ach doch, dann ist das Bündnis auch schon da, wenn die nicht verheiratet sind. Ja, auch wenn die nur verlobt sind. Das reicht. Stimmt. Und ich habe halt nur 8... Ich versuche den auch umzubringen. Ja, komm. Der eine mehr. Ich habe auch keinen Unterschied mehr. Du meuchelst einfach alles weg, was nicht bei Draubenbaum ist, ne? Also... Nee, so viele waren es heute noch gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habe ich jetzt getradet bis jetzt. Ist nicht so schlimm. Ach, ich... Also mein schlimmster Spielstand war mit einem Charakter 32. Das war unangenehm. 32? Holy moly. Ja. Dann haben wir versucht, nur über Rinke-Spiel größer zu werden, ohne dass ich jemandem aktiv den Krieg erkläre. Also wirklich nur über... Das ist aber geil. ...einheiraten. Und das war super lustig, weil ich jetzt erst nicht gewusst, ob das funktioniert oder nicht. Und hatte in der zweiten Generation bereits den Thronerben von Frankreich zweimal und den Kaiser vom Byzantischen Reich quasi als meine Söhne, weil ich halt so, ja, alles weggetötet habe und die legitimiert habe. Und es war echt lustig. Also es geht wirklich gut. Das macht echt Spaß. Würde ich euch echt mal empfehlen, so eine Runde zu spielen, wenn ihr das nicht gemacht habt. Mama. Na, guck mal. Es wird jetzt halt irgendwas erobern hier. Hm. Was ist denn hier dieser Krieg in Bizanz? Oder stütze ich einfach mal mit einer Verbündeten in Bizanz ein bisschen? Hm. Heiraten wir mal wieder. Äh, Pia, ich wäre mit 4000 Leuten bereit. Alter, wie schnell bist du denn? Ja, ich habe den gerade weggeklatscht und einfach die laufen jetzt weiter. Ja, das wäre das wundervoll. Also ich, ich, wir freuen uns. Ich habe leider nicht genug Brot für 4000 hier unten, weil wir sind klein. Und, ähm, sind uns die Armeen nicht gewöhnt, aber... Kann ich schon mal runterkommen oder geht das nicht? Ja, der Krieg läuft schon. Oder muss ich meine Armeen neu... Also der Krieg läuft schon. Also ich müsste dich einladen. Muss ich mich einladen, ja. Muss ich vorher auflösen oder nicht? Nee, nee, müsstest du nicht. Okay. Das müsste egal sein. So, genau. Da kann ich mich jetzt da und dann... Ja, cool. Ja, danke. Ja, nett. Das war ein guter Bündnis. Das war eine gut investierte Tochter. Ja. Also ich muss auch sagen, unser Bündnis hat sich echt ausgezahlt. Wann mal, da oben willst du angreifen? Wann mal, da o... In Halberstadt? Ey, sitzt die da oben? Hä? Die sitzt da oben. Ey, das ist hier direkt bei mir um die Ecke. Wie hier direkt? Ja, entspannt. Ja, cool. Ja, guck mal, lauf ich mal eben rüber. Mal eben hier die A1. Richtung, Richtung, äh... Was ist Bremen? Nee, Hannover ist das, ne? 1 Richtung, Hannover, und dann zack. Kann noch ein bisschen das Reich ausbauen. Kann ich eigentlich irgendwie gezielt mein Kriegsvolk ausheben? Also, dass ich nicht alles aushebe, sondern nur mein Kriegsvolk und ein bisschen Aufgebot oder sowas? Geht das? Gute Frage. Aber zuerst wird immer das Aufgebot ausgehoben. Aber ich glaube, es gibt irgendwie lokale Truppen ausheben oder sowas. Ja, lokale Truppen ausheben hebt dann eben nur das Aufgebot auf. A2. Und jetzt kann ich halt sonst alles aufgeben. Ich will jetzt mit, äh, mit einem Teil meiner Truppen nach Byzanz gehen. Aber mit Steuerung plus Klick auf Ausheben. Aha. Also nur eine kurze Frage, Maurice. Jawohl. Hast du Armee verloren? Äh... Vermisst du vielleicht wegen? Nee, wieso? Ja, guck mal, so ein bisschen so nach Slowenien. Da da steht, da stehen so vier Armeen. So verlassen in Slowenien. Die habe ich, äh, die habe ich, glaube ich, gerade ausgehoben. Also die soll, also hast du die nicht verloren. Die sollen da so stehen. Die da bis jetzt nicht vor fünf Sekunden habe ich sie ausgehoben. Und dann, äh, wollte ich fragen, wie zum Geier hebe ich aus, was ich will. Äh, die sollen nach Byzanz marschieren, weil da ich in einen Verbündetenkrieg gerufen wurde. Äh, gut, gut. Also es ist nicht schlimm. Ich dachte mir, wenn du da steht, denke ich, wie so laut warst. Die würden ja derweil sonst mein ganzes Budget fressen, während sie da ausgehoben rumgammeln. Ähm. Man könnte das schon mal übersehen, so als großer Kaiser. Äh, äh, äh. Ah, so. Ah, okay, perfekt. Werden das jetzt auch alle? Oder kann ich jetzt hier irgendwie... Ah, und dann kann ich das Sammeln beenden. Und dann ist es nur das Kriegsvolk. Ach, wie gut. Okay. Sehr gut. Alter, die macht plus elf Domänenverwaltung, meine Frau. Holy shit. Stark. Keramondog sagt, könntet ihr das bitte jedes Wochen in der Runde machen, das macht echt Spaß zuzuschauen. Es wird nicht jede Woche passieren, aber das soll tatsächlich ein monatliches Format bei uns werden, wo wir Crusader Kings und andere Spiele spielen. Und, äh, ich finde jeden, der hier anwesend, einen fantastischen Gast und hoffe, sie alle des Öfteren auch mal wieder hier begrüßen zu können. Ob es nun Crusader Kings ist oder Anu oder Total War oder sonst was, äh, oder Civilization mal, äh, wir wollen das tatsächlich, äh, zumindest hier eben auf, auf Max regelmäßig machen und dabei auch immer versuchen, dass wir richtig coole Gäste kriegen. Deswegen freut euch auf jeden Fall mehr in der, auf mehr in der Richtung. Yeah. Also, ich komme jetzt eventuell vielleicht auch bald hochgelaufen, aber die kommen jetzt mit ihrer Armee zu mir. Nee, hoch würde, also du brauchst nicht hoch. Du brauchst nicht zu mir kommen. Ich nehme das Ding ein, dann komme ich runter. Okay. Weil ich habe gesehen, die Truppen sind ja bei dir. Ja, ich laufe gleich. Los. Oh ja, lauf mal lieber. Also, das sieht nicht gut aus. Die sind ein bisschen viele. Die sind ein bisschen... Dein Erbe ist sofort weg. Ja, das ist ja großartig. Ja, welcome. Dankeschön. Das hat er nicht verdient. Ja, das ist jetzt Ansichtssache. So, und wir müssen jetzt meine Rivalin noch ausschalten, weil die mag mich auf gar keinen Fall. So, wen soll ich wegmachen? Ich bin doch... Ich habe da noch ein Wort. Herzogin Frieda von Brabant. Wo ist die denn? Wo sitzt die denn? Die ist in Antwerpen. Links oberhalb von mir. Dein Reich ist mittlerweile so groß. Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal. Er ist direkt an der Grenze. Ja, er ist schon auch hier. Das stimmt. Er ist ziemlich fett geworden. Wo muss meine Maus hin? Weiter rauf, war da runter? Da ist Brügge. Neben Seeland. Genau, rechts neben Brügge. Rechts am A in Anwerpen, da oben. Und da sitzt die Frieda von Brabant. Und die hat minus 100 auf mich. Und die hat leider den Anspruch auf den Titel hier. Ja, das ist ärgerlich. Das hat sich verschluckt leider beim Frühstücken. Kann schon mal passieren. Es sind gefährliche Zeiten, in denen wir hier leben. Aber krass, wie schnell das wieder ging. Dein Sohn einfach zu meucheln. Ja, also muss ich auch echt sagen. Ich werde Kalladars auf jeden Fall sagen, dass du ihn umgebracht hast. Oh Mann, ey. Dankeschön. Ach, herrlich. Wie man aber durchaus sieht, dass die mordgeneigten Charaktere, selbst ohne Spielercharaktere, sie finden schon noch genug zu tun. Wie Pia uns ja heute bestätigt. Auch wenn es gar nicht so viele waren. Es nähert sich erst langsam der zweistelligen Opferzahl. Aber das Messer war auch nicht untätig. Was? Ich bin gerade meinen zweiten Sohn losgeworden, den ich loswerden wollte. Ich bin gerade einfach glücklich. Und mein dritter sitzt im Knast. Es ist einfach wirklich, es fügt sich alles. Also ich bin natürlich erschüttert. Und drei Söhne verlieren innerhalb von einem Jahr. Also schrecklich. Aber es ist schon, also... Schmeckt. Ich glaube, ich habe die Belagerung gewonnen. Warte mal. Jo, ich bin durch hier oben. Da kommen wir mal runter, ne? Wo sind die Popelmänner? Das wäre super. Das wäre super. Ach, da unten. In dem anderen Land. Naja, wir wandern gerade ein bisschen an den Strand. Oh, die haben schon 3000 Leute. Oh, das könnte aber eng werden, ne? Ich komme gleich wieder rauf. Also ich habe unten auch fast 900. Ich bin nur gerade geschlagen worden. Deswegen... Ich hoffe, die sind nicht so stark. Boah, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So, ich lasse mich jetzt mal scheiden. Scheiden. Was? Engagier doch, Pia. Was ist das? Scheiden. Scheiden ist die solide Möglichkeit. Wo haben wir denn Pia, Mensch? Also, ich bin heute voll in Gönnerstimmung. Ich würde das nicht mal in Rechnung stellen, wenn du loswerden möchtest. Ah, der Papst macht das mit einem Federstrich. Ach so. Ich brauche auch nur eine Feder. Ich habe jetzt übrigens einfach mal noch das Heilige Römische Reich umbenannt in das Himmelreich des Mauritius. Ein wenig, ich weiß nicht. Kaiser Erhard war sein ganzes Leben lang bescheiden, aber ein wenig Eitelkeit zum Lebensabend kann man sich ja vielleicht mal gönnen. Ja, bescheiden ist es auf jeden Fall, Mann. Und ich habe jetzt hier, ich versuche mich gerade anzufreunden mit einer Prinzessin, die Anspruch auf das byzantinische Kaiserreich hat. Das wäre doch mal ein schöner Eroberungsfeldzug. Das ist heute wieder eine großartige Runde, ey. Oh ja. Ich bin absolut begeistert. Dein Verbündeter hat sich gerade gedacht, YOLO, ich gehe mal rein hier gegen 3000 Leute. Also, ich bin jetzt auch bald da. Ich weiß nicht, ob du es timen kannst, dass du auch gleich dahin kommst. Ich laufe schon hoch. Oder wir treffen uns irgendwie in Salzburg. Oh, ist mein Verbündeter verprügelt worden? Ja, der hat sich gedacht, mit 800 gegen 3000, da sieht er sich. Ja, jeder wie er weh, ne? Also, wenn man sich groß fühlt, dann muss man sowas auch schon mal machen. Das ist ja nicht, er selbst ja gestorben ist. Das sind ja nichts mehr hier untertanen. Ach du Scheiße, du bist schon bei minus 50 Prozent. Oh, das müssen wir jetzt reißen hier. Ja, das ist entspannt. Ich kann ein bisschen nachhelfen. Ich kann sie umbringen. Ich glaube, ich hätte sogar einen Mordkomplott gegen sie laufen. Ja, ja, das ist... Sag mal, Pia, du hast, glaube ich, ungefähr vor einer Viertelstunde gesagt, es sind noch nicht so viele, es sind jetzt acht. Wie aktuell ist diese Aussage noch? Das ist jetzt schwierig. Gibt es einen Counter im Chat? Ja, das ist noch nicht, aber es sind immer noch acht an. Hä, ich habe doch dann zwischen jemanden getötet. Pia, du bist ja bei, ne? Ja, warte mal, warte mal, ich komme, ich komme. Bist du, wo bist du denn? Ah, du bist da oben. Direkt daneben. Ja, ich laufe, ich bin nicht, also du bist nicht... Ich warte mal eben. Ich komme. Ich komme über Innsbruck, ich laufe so schnell ich kann, aber wir haben keine Autobahn. Das haut der nach Passau ab? Oh, zu deinem Verbündeten. Oh, dem muss ich helfen. Das sind so 250 Leuten gegen 3000. Was ist denn das für ein Verbündeter? Ja, das, was ich halt habe. Wie wild ist er denn? Kommst du hinterher? Oh, das ist öffentlich geworden. Oh nein, sie ist gestorben. Oh, das ist ja kacke. Oh, ich habe hier einen, der Anspruch auf das... Guck mal, er kämpft jetzt gegen eine dritte Fraktion gerade. Hä, nee, was ist hier los? Ich komme da auch hoch, ne? Also, da wo du bist. Ich muss auch gleich dem Papst nochmal ein bisschen Geld zuschieben. Ich finde das nicht so cool, dass bei mir jetzt Mörder dabei steht. Ernsthaft? Ja, das ist leider aufge... Das ist leider wurde das, ähm, gesehen. Aber kann ich das so wegbekommen? Der kriegt ja nur Meinung von mir, ne? Da kriege ich keinen Mörder weg. Das geht nur mit... Ja. Okay, Pia. Warte, warte, warte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chat, wir haben Geldproblems. Geh mal nach links. Ich will zu schnell, ich will zu schnell. Irgendwas hat sich hier aufgeteilt. Er hat sich hier aufgeteilt mit seiner anderen Fraktion. Die haben von jemand anderem noch auf die Fresse gekriegt. Hä? Der läuft mir jetzt hinterher. Ja, wir kommen dir entgegen. Huh, 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 huh. Komm, lauf, 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 lauf. Ich lauf, 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 lauf. Ich muss hier erst über den doofen Berg. Ja, ich lauf genau dahin, wo du stehst. Oh, er ist stehen geblieben, oh Gott sei Dank. Oh, jetzt geht er zurück. Und ich hänge mich da gleich einfach mitten in deine Armee mit rein. Was hältst du davon? Ja, ich dreh mal wieder um. Wir müssen ihn ja abfangen. Der darf jetzt nicht abhauen. Ich möchte mich ankoppeln bei der Armee von Aachen. Boah, du wirst zu schnell. Holy moly, ey. Nee, wir müssen ihn ja kriegen. Ja, nee, ist auch super. Chat, wir battlen niemanden an, mit ihrem Geld. Wir haben zu viel gegessen. Das ist peinlich. Bergab geht's schneller. Ja. Alter, ist der stark. Seine Güte ist halt sick. Also obwohl wir viel mehr Leute haben. Oh, das wird echt eng. Also ich hoffe, du hast richtig gute Ritter und Soldaten. Wen hast du jetzt den Krieg geklärt? Den Ungarn? Ich hab einen Anspruch bekommen auf Ungarn durch einen Gast. Auf ganz Ungarn? Ja, das war ein Prinz von Ungarn. Ist an den Hof gekommen. Okay. Und äh... Jetzt holen wir's uns. Für Prinz David von Ungarn. Den unvernünftigen Rohling. Na großartig. Da ballert der erst mal hier vier Heere aus dem Boden. Alter, Maurice, was geht? Weißt du, da siehst du da nur an der Seite wieder 15.000 Leute gerade irgendwie aus dem Boden gestampft werden. Wir holen uns jetzt Ungarn. Okay, Pia, wir müssen dann nur noch sein Herzogtum kriegen wahrscheinlich, ne? Was ist eigentlich das Ziel? Oh, ärgerlich. Der 15-Jährige, bei dem ich das nicht kennbekommen hab, den zu töten, ist gerade in der Schlacht erschlagen worden. Was? Manche Leute haben auch einfach gar kein Glück. Denzel? Ja. Ich laufe wieder her. Deine 16-jährige Mechthild, die aussieht wie dreijährig, kann man die heiraten? Ihhh, jetzt wird's eklig. Mechthild von Welt. Ich find den Namen so geil. Es wird übrigens im Chat gefragt, da würde mich auch eure aller Einschätzung interessieren, ist das Spiel eigentlich einigermaßen einsteigerfreundlich? Also Leute, die uns jetzt zuschauen und dann Bock bekommen haben, was würdet ihr sagen? Ich find ja für Paradox-Verhältnisse schon ziemlich, aber das ist natürlich auch ein niedriger Maßstab. Was meint ihr? Ja. Und wir können Pia erpressen und Geld von ihr abzocken, find ich nice. Was? Was, 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 warte, was? Warte mal, wie? Warte mal, wo? Wo bin ich jetzt falsch abgebunden? Ich hab ja ein Druckmittel, also ich weiß ja, dass du sie umgebracht hast, aber, ja so. Also ich, ich mach bald wieder neue Töchter. Wir werden uns schon einig. Ich war gerade so am klicken, klicken, jo, erpressen, jo, erpressen. Und dann so, hm, irgendwie das Bild des Kindes, aber, also. Ähm, aber zu der Frage, Oris, ich find halt, also es ist halt der leichteste Crusader King-Style zum Lernen. Wesentlich leichter als der erste und, ähm, der zweite Teil. Ich hab, also was mir halt extrem geholfen hat, war wirklich einfach, ähm, das Tutorial spielen. Aber halt nicht so ein bisschen spielen, sondern spiel es wirklich so, dass du verstehst, was du dabei machst. Ähm, und mach's nicht auf schnell. Und wenn du das wirklich verstehst, dann geht's eigentlich echt gut, also. Ja. War tatsächlich auch meine Erfahrung. Ich hab das Ding damals bei uns in der Redaktion so ein bisschen zugeteilt bekommen, weil wir halt die Preview-Version bekommen haben und dann so, muss irgendwer ein Video dazu machen. Der Maurice spielt doch immer Strategie. Und ich so, ja, scheiße, ich hab auch noch nie ein Paradox-Spiel gespielt. Jetzt soll ich hier in einer Woche kundig über Crusader Kings reden. Aber dann ging es überraschend gut und du dir wirklich einfach die Zeit nimmst, den Tutorial-König auch mal ein bisschen zu spielen eine Weile dann. Ähm, fand ich auch. Pia. Mhm. Das Video hab ich aber gemacht, Maurice. Von, von Maurice. Ja? Maurice? Maurice! Oh, Maurice! Ich komme! Nice, Maurice! Oh, Maurice! Das sind die Umgang. Was passiert? Sie müssen einfach an sich vorbeilaufen und die klatschen uns jetzt so weg. Was hat Maurice gemacht? Nee, nee, ich hab halt, also das ganze Reich ist natürlich gerade im Krieg mit Ungarn. Äh, ich hab halt vier Armeen in deren Land. Ich versteh nicht ganz, warum sie dann... Die sind einfach an dir vorbeigelaufen! Zu uns! Die Säcke, ey! Mein Graz, Mann! Guck mal, weißt du, Maurice nimmt da auch noch seine Stadt ein in der Seelenruhe. Nenn, ich muss da meine Arme erst mal sammeln, äh, aber ich komme. Also ich finde, um das wieder gut zu machen, Maurice, hab ich da sowas gefunden, was ich gerne hätte. Ja, was hättest du denn gerne? Oh Gott. Also ich hätte gerne, du hast da so eine Tochter, Edeltraut heißt die, die ist auch meine Enkelin. Mhm. Ich würde die selbst ausbilden und ich hätte die gerne für meinen Enkel. Ja, gerne. Cool, ich glaub, das ist Cousin und Cousine, ich bin mir nicht sicher, aber ist ja nicht so schlimm. Das ist ja auch erst mal, wenn's Liebe ist, ne? Wenn's Liebe ist, also... Ey, komm, also jetzt, also diese, diese, diese dreisten Ungarn, ey, das, das kann einfach nicht toleriert werden, was wir hier abgezogen haben. Und ich führe wieder die Armee, die du da befiehlst. Oh mein Gott. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das was geht hier mit dem Land. Guck, also die befähle ich ja wohl hier einigermaßen anständig. Diese Ungarn haben doch keine Chance. Die sind ja auch massiv unterlegen, die haben sich jetzt halt noch Söldner gekauft und so. Ich möchte überleben. Ja, das Problem ist, also, das war's jetzt mit meiner Steiermark, Moris. Ja. Also, aber würdest du mir vielleicht die, ne, so da, ich hab da schon, ne, eine Tinder-Anfrage Ah ja, äh, natürlich, natürlich. Das wär, das wär super, das würde den Schmerz ein bisschen lindern. Ich kann dir auch, ich kann dir auch ein wenig Gold geben, äh, um vielleicht neue Söldner. Nee, nee, aber ich glaub, du könntest, du könntest, äh, Sepp eventuell dafür, ne, der hat ja seine Armee jetzt auch raus und die ist jetzt zerschlagen und der ist bis hierher gelaufen, also vielleicht eher dort. Jawohl. Ja, das, das wär super und darf man ja auch mal schaffen. Dann, mach mal das dann. Dann, rede ich mir die selber zu nem kleinen Monster aus. Krieg ich denn jetzt meine Armee aufgelöst? Kann ich meine Armee auch in nem befreundeten, äh, Gebiet wieder auflösen? Okay. Ja, das ist jetzt ärgerlich, äh. Ah, da waren wir grade so schön am Ei nehmen und ich denk so, oh oh, warte mal, wieso laufen die an Moris vorbei? Nice, oh mein Gott. Das war natürlich nicht meine Absicht. Ich hab halt, weißt du, ganz eh hart ging halt davon aus, dass die Ungarn genauso ehrbar kämpfen werden, wie er es tun würde. Ähm, das hat er nicht. So, jetzt lass mal hier gucken. So, die kommen jetzt wahrscheinlich zu mir. Das ist halt ärgerlich. Oh, da ist immer noch deren Armee. Achtung, ne? Warte mal, ich hol da auch meine wieder raus. Weißt du da? Ich hab euch beiden mal ein, ein Geldgeschenk geschickt. Oh, das ist aber sehr lieb. So. Ich lebe wieder mal alle aus. Ah, danke schön, danke schön. Also, der König von Lothring braucht das aber nicht. Du kriegst 107, ich krieg 167 Meinungen von dir. Mit 33,8 Gold im Monat, Alter. Wie geht denn 167 Meinungen? Aber, glaubst du, wie kriegen die trotzdem noch? Also, ui. Ui. Ich bin gestorben. Was, Irinskalle? Was ist das denn? Wo bin ich denn gestorben? Das war der Bug. Was hab ich denn gemacht? Ach, das ist der Heinz. Der Hatespitch-Heinz, alles klar. Das soll der Heinz-Kalle heißen. Das ist aber, daraus wurde Ehrens. Aber wenn man es schnell ausspricht, dann ist es der Ehrenkalle. Deswegen ist es nicht so schlimm. Jetzt wollen diese Ungarn hier schon wieder an mir vorbeiziehen. Ey, ich lass euch nicht. Woran bin ich eigentlich gestorben? Alter, Schwäche? Das hab ich auch nicht richtig gesehen. Ich bin im Krieg, deswegen bin ich hier grad so ein bisschen... Kalle-Heinz ist gestorben. Verschwand spurlos. Was? Oh mein Gott. Sein eigenartiger Tod. Er ist auch gestolpert. Ja, gut. Tja. Ja, machen wir mal mit unserer Karriere da weiter, wo unser Opa angefangen hat. Ja, ich bin jetzt in einem Krieg. Keiner mag mich. Ich würde mal sagen, läuft. So, also ich achte jetzt drauf, dass die Ungarn, gefälligsten Ungarn bleiben. Ich hab sie jetzt hier auch gut abgefangen. Das soll nicht noch einmal vorkommen, so eine Unverschämtheit. Kann ich jetzt eigentlich mit meinem Onkel... Der eine Onkel von mir lebt doch noch, ne? Oh. Oh, die hat... Ja, aber das ist erstmal nur, dass sie's können. Sollen sie ruhig kommen. Haben sie die Dschihad-Technologie erlernt, oder warum? Ja, genau. Okay. Da haben sie lange drüber nachgedacht. Oh ja. Ich glaube, sie haben sich an Kaiser Maurice ein Vorbild genommen. Wenn sie denn die Hand die Autokompetenz führen, wie ich den Kreuzzug, haben wir nichts zu befürchten. Ich glaube. Ja, Mist. Ich dachte, wenn ich meine Religion wechsle, kann ich einfacher Krieg führen, aber... Oh, oh. Du hast... Du hast die Religion gewechselt? Ja, was war's? Bist du jetzt auch muslimisch geworden, oder was? Du bist jüdisch. Nicht schlecht. Karaitisch. Ja. Wir betrachten sie als böse, sie betrachten uns als böse. Ja, gut. Ich würde sagen, Denze ist aus dem Rennen um den Geistetron erst mal ausgeschickt. Ja, nee, aber hör dir doch erst mal an, meine Religion ist super. Also, du musst sie ja natürlich auch erst mal kategorisch ablehnen. Dann kannst du doch einfach joinen. Ja, das stimmt. Entschuldigung. Und dann sagen wir, ey, die Putzkuchen, wir gehören gar nicht mehr da zur Religion. Und dann sagen wir, na, so regelst du das. Der Papst wurde gefangen genommen. Ist das die Mission jetzt, Maurice zu stürzen? Wieso denn? Mit der Hand? Oh, das ist aber gar nicht schwer. Also, Maurice zu stürzen, das wäre einfach... Was ist das? Was, was ich da höre? Gerade hab ich dir noch Geld in den Arsch geschoben. Ja, ich sag dir, guck doch mal sein Einkommen an. Der hat 33 im Monat. Alter. 40. 40 im Monat. Das ist unglaublich. Wie mach ich das denn jetzt hier unten? Wie mach ich das denn jetzt? Aber was macht man irgendwann mit so viel Geld? Wir noch einen Dom bauen. Das find ich gut. Wo sieht man denn das Einkommen? Ah, hier. Ja, das ist aber echt respektabel, dass du so... Ich hab ungefähr so viel und ich hab halt das ganze Kaiserreich. Nicht schlecht. Maurice, ich brauch Hilfe. Ich hab aus Versehen Dänemark den Krieg erklärt. Was machst du da? Was machst du da oben? Dänemark einfach so. Was gehören denn da die FKK-Strände zu Dänemark hier? Der Wollgast, das hab ich nicht gerafft. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich bin halt grad noch in Ungarn. Aber das ist ja nicht so... Ist ja... Magst du auf dem Rückweg vielleicht mal so dann eine Mäh zerschlagen in Graz? Wenn du eh dann jetzt grad in Ungarn bist und wenn du da rauf musst, dann ist das ja auf dem Weg. Das kann man durchaus machen. Ich weiß gar nicht, wie ich... Aber das geht, glaub ich, nicht. Das ist dein Vasalle. Ah, ja, dann... Ich muss jetzt erstmal... Jetzt muss... Erstmal muss hier Ungarn fallen. Das ist schon ganz eindeutig. Wie hast du denn so viel Geld bekommen? Du hast natürlich den hohen Verwaltungswert, ne? Ansonsten hast du viel gebaut wahrscheinlich, oder? Alle Städte sind mehr oder weniger voll ausgebaut. Ach, was? Also, ich habe alleine... Warte mal, guck mal. Ich seh's... Ach, weil ich grad im Krieg bin, seh ich nicht die Einkommenssachen. Ich muss auch mal ein bisschen mehr ausbauen hier, glaub ich. Pia, machst du eigentlich... Gehst du aus dem Krieg wieder raus? Das kann ich nicht. Ich hab tatsächlich zehn Jahre gebraucht, um mir diesen Anspruch zu holen. Und wenn ich den jetzt kapituliere, verliere ich auch den Anspruch auf das Gebiet. Was heißt, ich weiß gerade... Also, ich bin grad so voll am struggeln, weil... Das wäre unser gewesen. Und jetzt kann ich halt entweder kapitulieren, verliere 150 Leute... Ich kann auch noch mal hier 4.000 Leute reinschicken, wenn... Ja, aber es sind halt 2.700 Mann, die da jetzt rumpimmeln, ne? Ja, gut, also... 4.000 Leute sind jetzt auch nicht so wenig, ne? Ja, nee, du, eh, aber das ist halt... Also, es ist halt viel. Ja, also, wenn das für dich jetzt nicht so ein Mega-Umdingsbums ist, wäre das halt großartig. Weil, also, sonst sitze ich die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich wieder an dem Anspruch. Weil das ist halt... Ich hab halt den Anspruch mir für das ganze Herzogtum geholt. Und nicht nur für ne Grafschaft. Mhm. Ah, die haben jetzt, glaub ich, auch Verbündete von mir da verprügelt. Ja, ähm... Cool. Schwierig. Weil sonst, äh, würd ich mal eben gucken, wo ich südlichst... Denn, äh... Ja, guck mal, ich kann doch schon fast in der Nähe hier spawnen. Ja, guck mal. Dankeschön. Doch hier hin. Alle ausheben. Oh, Ratsposten. Oh, mein Ratspitze ist weg. Bisschen. Hm. Mein älterer Onkel, der noch... Also, der einzige von den... Von der Art der zweiten Generation an Söhnen, der noch lebt, ist irgendwie besessen. Und ich weiß nicht, warum. Irgendwie... Ich wollte mich mit dem anfreunden und dachte mir so, wenn der jetzt mein Vasall ist und so, wär das ganz gut, man würd's gut stellen. Aber irgendwie ist der wahnsinnig geworden. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, tatsächlich. Chat, mein Erzbischof ist zu schlecht, um weitere... ...Ansprüche für Herzogtümer zu bekommen. Denzel, du kannst Ratskanzler werden, wenn du Lust hast. Damit wird das nix. Yay. Da wir ansonsten nichts können, außer Krieg führen... Ähm, Pia? Ja? Schwierig im Moment. Ich bin da. Ich bin immer noch an der gleichen Ecke, in den Bergen. Ja, ich bin jetzt auch sofort fast da. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ja, cool. Wir haben das auch direkt da gespawnt. Aber nur mal ganz schnell. An unserem Kaiser führst du gerade Krieg. Ja, gegen Ungarn. Gut. Das läuft aber ganz gut. Bitte nicht in der Ecke hier. Schaffen wir das? Ich versuch sie. Ich hab schon gesehen, sie haben sich jetzt im Norden vorbeigeschlichen an mir. Super, Norden klingt super. Das heißt, äh... Und ich hab auch schon plus 56 Prozent, also es wird nicht mehr viel bei denen. Äh... Pia, jetzt hab ich jemanden, den du mal umbringen könntest. Puh, warte mal. Also ich bin gerade erst 17. Wir können's versuchen. Ach so, okay. Aber ich kann jetzt nicht... Ah, ja. Aber, ne, also... Ich wollt eh in die Schuhe von meinem Großvater, deswegen... Ja, aber mit 16 Ränkespiel ist schon gar nicht so schlecht, ne? Ne, also ich find auch, 16 Ränkespiel für den 17-Jährigen ist okay. Das wird noch, das wird noch. Ja, wir sind 15. Also, wir müssen auch lüstern und so, das wird schon... Oh, der französische König wurde exkommuniziert. Das gibt uns doch bestimmt irgendwelche Vorteile gegenüber. Ja, du kannst ihm jetzt einen Krieg erklären. Geil. Aber damit wird er nur abgesetzt, das ist nicht so cool. Aber vielleicht ist der König jetzt, ist der Papst jetzt bereiter, mir den Anspruch zu geben. Ja, vielleicht. Ne, immer noch nicht, weil ich schon Kaiser bin, da will er mir keine Ansprüche mehr geben. Naja, okay. Das, was irgendwo nachvollziehbar ist, aber trotzdem find ich ihn ein bisschen doof. Denzel? Ich mach mal kurz Pause machen, ich werd von Anspannung überwältigt. Ja. Oh, was? Wir haben auch überhaupt keine lange, keine Beschnackungspause. Ich hab die letzte Pause übersprungen, weil Pia ja korrekt meinte, dass die davor ein wenig arg lang geraten ist, aber die nächste volle Stunde ist sowieso bald, das heißt, wir könnten eh mal wieder eine Zusammenpassung machen, wenn ihr Bock habt. Auch, gerade geht's sogar noch. Sonst können wir ja um 22 Uhr eine machen. Ja. Dann vielleicht hab ich bis dahin die Steiermark. Ja, das wär vielleicht ganz gut, dann haben wir das mal endlich hinter uns hier. Das ist furchtbar, das tut mir unfassbar leid. Ich bemühe mich, dir gute Töchter wieder vorzubereiten. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oh nein, dein Dude. Oh nein, was macht der denn da? Pia. Ja, Mann, das ist Augustin. Weißt du, mit 188 Leuten denkt er sich, ach komm, wir nehmen jetzt die Stadt ein, oder was? Aber guck dir Augustin mal an, der tut so gut, wie er kann. Ach, das kann doch nicht sein. Das ist der kleine Zwerg, den meine Tante, das ist, ne? Das war ja das, wo ich meinte, sie ist lesbisch und er ist schwul. Die haben aber auch schon drei Kinder zusammen. Nimm du mal die Hauptstadt ein, nimm du mal die Hauptstadt ein. Ja, warte mal, Graz. Krieg ich das überhaupt? Ja, bestimmt, oder? Und wir probieren's. Wie viel hat Graz? Graz hat 250. Oh, ich muss meine Verlobte ausbilden. Die wird nicht mehr ausgebildet, ne, weil mein Dings gestorben ist. Die Sache macht, im Mord hat sich erledigt. Oh, okay. Ich hab mal wieder den Papst gefragt. Also er hat sie nicht umgebracht, aber exkommuniziert. Das ist meine Schwester, die braucht auch noch jemanden. Ich hab übrigens dir eine Anfrage geschickt, Maurice, dass ich die, meine zukünftige selbst, also auch ein bisschen weird, oder, wenn ich meine zukünftige Frau selbst ausbilde. Das ist ein bisschen genau das, was ich dir vorher erzählt hab, was in echt mal passiert ist und wo du so richtig angewidert getan hast, warum Leute so widerlich sind, so was zu tun. Nee, das haben wir nicht gehört gerade, dass, ähm, so, wie sieht's aus? Was ist, was ist das für ein Bündnis? Oh, das ist ein gutes Aquitanien. Ja, die find ich gut als Verbündete. Nimm mal ne Schwester. Supi, das hat auch geklappt. Läuft ihr jetzt immer noch weg da oben vor dir, oder? Die Ungarn? Nee, 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 ich meinte Sepp, der da für mich, äh, die Steiermark jagt. Hoch, warum verlieren wir denn diese Schlacht? Krass. Da muss ich dann noch mal... Pia, die sind ganz schön stark, kann das sein? Also mit meinen 4000 Leuten ist echt, ui. Echt, das ist so schlimm? Groß ausbauen, jetzt noch das Reich. Ja, also ich fand hier gerade ordentlich Truppen. Lohnt sich nicht. Also ich hab verloren 2000, sie aktuell 1000. Krass. What? Ja. Wir spielen noch zwei Stunden. Was ich da ausgebe, verdiene ich die. Die ist halt einfach übelst strong, die Frau. Ich hab versucht, sie zu töten, aber das hat nicht funktionieren. Das tut mir sehr leid. Die ist ja übelst stark. Das ist, äh, Kürbiskernöl. Das ist das, das ist das, was es macht. Aber wir haben sie geklatscht, also alles gut. Ah, supi, danke. Dankeschön. Ja, wir haben hier, glaub ich, Graz haben wir gleich. Vielleicht krieg ich sie ja als Geisel, das wär supi. Ja, ich nehm jetzt noch da ihren Müll da ein. Du wolltest eigentlich Linz haben, oder worum geht's hier eigentlich? Ne, es geht um die ganze Steiermark. Ach, um die ganze Steiermark. Ja, genau. Ich hab zehn Jahre gebraucht, also ich hab tatsächlich so lange gewartet, bis ne Frau, bis ne Frau das gehört. Und dann konnte ich den Papst davon überzeugen, dass ich ein besserer Herrscher wär, weil sie ne Frau ist. Und dann hat er gesagt, ich darf das haben. Okay, cool. So, wir versuchen's jetzt in Nürnberg-Chat. Nicht, oh je, okay, die kriegen mich da jetzt. Oh, warte. Krieg ich das vorher eingenommen? Acht Tage? Scheiße. Oh nein, als ob. Aber ich versuch noch hinzukommen, ich versuch noch schnell hinzukommen. Vielleicht hältst du durch. Der Typ hat ein Druckmittel. Muss dich einfach nur wehren, lang genug wehren. Shit. Ich hab halt Augustin als Anführer meiner Mach-Armee gerade, das hab ich jetzt gesehen. Der hat Stufe 10 und ist ein Zwerg. Ich hab das Gefühl, das liegt an Brixen. Natürlich. Maurice, so 3000 Mann für den Kampf gegen die Chaos-Horden im Norden. Kannst du die vielleicht entbehren? Ähm, müsste ich. Ich schick dir erstmal. Ach, komm. Ich schick dir mal schon mal eine kleinere Armee. Das sind 2500. Das ist auch schon mal etwas. Das tut mir so unfassbar leid, ey. Das ist ja einfach ein Auftrag. Das ist ein Großraumauftrag, den wir da mal eingehen. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer halben Stunde sind wir in diesem Krieg. Also locker. Es tut mir so leid. Ich muss die gerade noch in mein Reich zurückziehen, Denzel. Dann hebe ich sie oben neu aus. Ähm. In Stade habe ich Probleme. Und da ist mein Besessener. Ui, aber ich werde meinem besessenen Onkel los. Ja, guck mal. Er ist einäugig und verwundet. Oh nein, seine Frau ist schwanger. Nein. Damit erbt das sein Kind und nicht die. Oh. Heute läuft nicht, Mann. Heute läuft nicht. Fränkische Kultur hat Festungsmauern noch nicht. Warum haben die Franken nicht Festungsmauern? Wer ist hier unser Kulturoberhaupt? Ich? Scheiße. Ich habe gerade geschaut. Bin ich wieder schuld? Nee, ich bin bei der Ferit des Oberhaupt. Scheiße. Ah Mann, ey. Was soll das? Ach ja, weil ich jetzt König geworden bin. Ach, shit. Denzel, wir kämpfen jetzt, glaube ich, in irgendeinem komischen Krieg gemeinsam, oder? Ich habe den Überblick über meine Kriege gerade ein bisschen verloren. Ja, ich auch. Ja, tatsächlich. Wir kämpfen gegeneinander in so einem Krieg irgendwo im fernen Osten. Gegeneinander? Ach, bist du mit der Gegenseite verbündet? Ja, ja. Es geht irgendwo um Kiew. Aber ich hatte ehrlich gesagt unter uns nicht der Form hinzugehen. Nee, ich auch nicht. Die noblen Verbündeten. Ich muss jetzt hier nochmal neu ausheben gleich, weil die laufen jetzt zu meiner Hauptstadt. Oh nein. Aber nimm das fertig ein. Warte mal, nimm das mal. Vielleicht kriegst du eine Geisel. Das wäre ja... Ich bin da schon dabei. Also ich lasse hier einfach jetzt mal so da drin. Die 1600 wollen wieder deine Schwester da haben. Oh, 90. Wir haben eine Geisel. So, und jetzt kämpfen wir noch einmal gegen die. Oh, shit. Ja, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die halt, sodass die die kleine Armee nicht da erwischen, weil sonst... Aber ich kann nicht gehen, ich mach das so, wie das Brixen gemacht hat. Ich laufe da jetzt einfach im Kreis um diese Gebirgskette rum. So, Stenzel, wo soll ich Truppen ausheben? Dänemark hier, ne? Ja, ich hab noch sechs Monate, denn es ist Stade weg. Die kommen zurück. Guck mal, die kommen zurück. Ich folge ihnen. So, wie viel kann ich denn jetzt hier ausheben? Großartig. Wie viel ist das noch? Habe ich überhaupt noch so viel? Schauen wir mal. Aber ich muss halt wirklich sagen, also wenn ich könnte, Sepp, würde ich jetzt dem Kaiser abschwören und dir meine Treue schwören für diese Hilfe hier. Ja. Das hat Maurice nicht gehört. Das habe ich nicht hier gesagt. Das habe ich heimlich leise geflüstert. Also denk dran, dass der Kaiser dir auch schon ein paar Mal den Arsch gerettet hat dagegen. Ja, aber das ist wirklich... Du, der Kaiser, hast hier einfach 30 Minuten länger gemacht. So, Denzel, deine Armee ist da bei Kiel, oder? Komm mal, treffen wir uns mal hier in... Die bei Kiel ist die böse Armee. Aber ich habe hier auch eine. Können wir uns irgendwie treffen? Die böse Armee. Wo treffen wir unseren Besten? Du kommst aus dem Süden, ne? Ja. Ja, Lüneburg gleich vorwachsen. Aber man muss, glaube ich, noch deinem Krieg beitreten. Das kann ich aber gar nicht. Komm mal jetzt, sie flüchten die Schweine. Bin ich denn mit Dänemark überhaupt verfeindet? Was mache ich denn da gerade? Ich kann die gar nicht angreifen, tatsächlich. Ah, meinen Bruder hasst die nicht mehr. Treppen beim Krieg, das geht bestimmt. Nee, ich kann da im Krieg nicht beitreten. Du musst wahrscheinlich erst beitreten und dann Armeen ausheben. Nee, weil ich kann Vasallen nur gegen Bauernfraktionen helfen. Ja. Das ist tatsächlich, was mir hier angezeigt wird. Sepp, ey, das ist wirklich, also holy moly, danke dir. Das ist wirklich Wahnsinn. Nein, wir haben, wir haben die Stadermark. Das Einzige, was ich natürlich machen kann, ist, ob ich einfach auch Krieg gegen Dänemark führe. Aber ich weiß nicht, ob ich einen, ne, gerade kann ich auch keinen neuen Krieg erhoben. Aber gleich ist, gleich ist Ungarn auch unterworfen. Dann gucke ich nochmal, was hier die Optionen sind. Kannst du auch nicht Rechtsklick auf mich und Kriegsbeitritt einfach anbieten? Nee, das habe ich eben gerade versucht. Da, äh, okay. Da wird dann gesagt, dass ich dir nur helfen könnte, wenn du gegen einen Bauernaufstand kämpfst. Ja, in internen Kriegen geht das nicht. Er ist ja nicht intern. Ich kämpfe gegen Dänemark. Die gehen bis zum fucking Nordpolarkreis fast hier da. Die haben zu Norwegen und fucking Weltmacht. So. Das haben wir hier erstmal bei Ungarn. Ja, aber du bist nicht mit ihm verbündet, ne? Nee, das gehört ja mir. Hast du das? Der ist ja jetzt mein Basal. Nee, nee, ich meinte jetzt Denzels Verbündeter. Ach so, ja. So, kann ich jetzt hier irgendwas gegen Dänemark? Habe ich irgendeinen Anspruch? Ich kann halt gegen irgendeine winzige Grafschaft, kann ich ihm den Krieg erklären. Und dann kann ich, äh, seine Armeen vielleicht für dich wegbashen, die hier sind. Ach shit. Ich glaube, jetzt ist der Krieg vorbei. Nein, meine Armeen heben doch geradeaus. Ja. Aber wobei, der greift immer noch an. Aber jetzt ist er, hä, jetzt greift er orang, aber er ist orange. Jetzt ist er irgendwie, hat er einen anderen Grund oder so. Ja, weil jetzt er mit dem Kaiser im Krieg ist. Ah. Das ist jetzt quasi ein anderer Krieg eigentlich. Ach so. Aber gegen dich hat er jetzt schon gewonnen, oder wie? Ja, ja. Ach so, das tut mir leid. Ich war, äh... Ich war gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Ist, äh... War das... Im Grunde ist es nur unentschieden geworden, weil es lange dauert. Das Spiel schlägt mir ständig vor, dass ich immer mehr Vasallen an Zepp übergebe. Das finde ich, äh... Ich meine, ich bin ja da auch nicht abgeneigt, aber allmählich habe ich das Gefühl, dass da irgendwie hier was... Wieso das denn? Was, was, warum? Nein. Sonderbare Dinge gehen vor sich. Äh. Was möchtest du mir denn noch geben? Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was du mir geben solltest. Äh, tatsächlich, das Spiel schlägt mir sogar, äh, drei, äh... Drei Vasallen vor, die, die irgendwie angeblich besser bei dir aufgehoben wären. Ja, dann mach das doch. Schätzt, das ist jetzt ein Geduldsspiel. Ja, ja, ja. Hier, der Fürstbischof... Weil man muss Glück haben. Teddy so. Ob er das Früstentum, das ganze Herzogtum als Anspruch gibt. Also, das grundsätzlich glaube ich, dass das... Und für eine Grafschaft führe ich hier keinen Krieg mehr. Das ist unter unserem Niveau. Weil der ja sowieso dein Lass ist. Deswegen wird dir das vorgeschlagen, damit das für dich mit der Kontrolle leichter ist. Und weil je nach Lehnsautorität kannst du deinem eigenen Lehnsherrn den Krieg erklären, aber nicht dem Lehnsherrn deines Lehnsherrns. Das heißt, wenn du die quasi in eine Untergruppe packst, unter Sepp, können sie nicht mehr alle direkt gegen dich rebellieren, sondern müssen erst gegen ihn rebellieren, bevor sie wirklich rebellieren. Das ist natürlich auf irgendeine Art und Weise wieder sehr hinterlistig. Und sie müssen teilweise mehr steuernd zahlen, je nachdem, wo... Chat, ich kann Dessau und sowas, das ist alles nicht unabhängig. Ich kann nur vasalisieren Leute, die unabhängig sind. Das sind alles Reichsmitglieder, Leute. Das sieht nur so aus. Nur mag niemand meinen Charakter. Vasalisieren geht nicht. Mein ganzer Rat hat... Die sind ja schon Vasal vom Kaiser. Der Papst mag mich nicht. Meine Frau, meine eigene Frau mag mich auf minus fünf. Wollen wir da mal kurz jetzt eine Pause machen und noch mal kurz zusammenfassen? Jetzt ist ja, glaube ich, gerade so ein ganz guter Ruhepunkt, wo alle... Alle so ein wenig... Dann erzähl einfach direkt weiter, Pia. Du hast ja gerade schon mit der Zusammenfassung deiner Lage angefangen. Ja, zusammenfassend. Wir sind sehr groß geworden. Riesiges Dankeschön an der Stelle. Oh, das gehört auch mir jetzt. Wir sind größer geworden, als ich gedacht habe. Riesiges Dankeschön mir an der Stelle nochmal an, Sepp. Ja, guck mal. Ich habe hier... Ich bin jetzt so ein Dreikanthof. Voll gut. Drei Grafschaften. Drei Herzogtümer, meine ich, dieser so. Oder was auch immer. Das ist, ich weiß nicht, die Steiermark ist zerrissen. Das ist alles Teil von Tirol, aber genau. Aber unterteilt dann Graz und was ist das hier? Linz und ja, genau. Und Lienz. Nichts ist verbündet, aber... Chat, ich kann nicht Polen vasalisieren. Ich habe jetzt recht klar, das Herzog Gebhardt von Kärnten als nächstes... Das geht alles nicht. Oh, der hat 4000 Mann. Nee, 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 nee. Um Gottes Willen. Wir machen weiter in Salzburg. Da fühlen wir uns wohler. Da haben wir auch schon unsere ersten Ansprüche. Aber also grundsätzlich, mein alter Herrscher ist verloren gegangen, wortwörtlich. Herzogserubung habe ich nicht, funktioniert auch anders. Danke an dieser Stelle nochmal. Und jetzt sind wir tatsächlich in einem... Also es funktioniert ganz gut. Ich hoffe, dass ich das noch alles verbinden kann und dann noch bis zum Ende des heutigen Tages ein kleines, schönes Österreich hier gründen kann. Momentan sieht es auf jeden Fall sehr gut aus damit. Wenn ich die nächsten zwei Stunden überlebe, weil mich jeder hasst. Um Maurice zu stürzen... Das ist meine Zusammenfassung. Es geht nur per Krieg. Dann Sepp, der reichste Mann im Heiligen Römischen Reich. Was liegt bei dir so an? Ich sehe, du hast auch schon hier... Du sitzt auch schon fast das... Also ein Drittel oder ein Viertel des Heiligen Römischen Reiches ist dein. Ich habe jetzt deinen prozeduralen Anteil gerade noch ein bisschen wieder runtergesetzt, indem ich mir Ungarn einverleibt habe. Das ist ja auch nicht so schlimm. Aber dir gehört jetzt noch Ungarn. Das ist ja geil. Das ist voll riesig. Nicht ihm, sondern dem Reich. Ach so. Er ist ja nicht König. Stimmt. Genau, aber der ist halt Vasall des Kaisers. Und der Kaiser bin ich. L'Empereur, c'est moi. Sehr nice. Nee, bei mir geht gerade, dass ich Pia aushelfen konnte, mich endlich revanchieren konnte für all die Dinge, die Pia mir schon Gutes getan hat. Und ja, und sonst bin ich halt Geherrscher von einmal Lothringen und einmal Friesland beziehungsweise Holland. Und das läuft ganz gut. Ich habe meinen Erben jetzt auch schon mal ein bisschen eingewiesen in die Kunde des Führens. Er hat jetzt auch seine erste Grafschaft bekommen. Und aktuell mache ich plus 47 Gold. Das ist halt echt geil. Das ist ganz okay gerade. Ich weiß nur langsam nicht mehr, was ich mit meinem Geld anfangen soll. Das ist dann irgendwann das Problem von den reichen Menschen. Die werden immer reicher und reicher und ja, keine Ahnung. Ja, Respekt. Ich habe tatsächlich am Anfang mich gar nicht so auf den Ausbau von Provinzen fokussiert, weil ich so ein bisschen dachte, wir spielen gar nicht lang genug, dass sich das am Ende noch viel rentiert. Aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen unterschätzt, wie viel dann doch passiert in dieser Zeit. Und deswegen war das, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Nachholen dessen. Ähm, weil, also muss man schon sagen, du hast, du nimmst mehr Geld ein als ich. Und gut, mein Typ ist auch sowohl großzügig als auch verschwenderisch. Ich habe leider einige Male auch auf, äh, auf, äh, meine Einnahmen. Aber trotzdem finde ich das, äh, finde ich das sehr beeindruckend. Was, was sind denn deine, deine nächsten, deine nächsten Pläne jetzt? Das ist, das ist, das ist noch so ein bisschen das Problem. Ich habe noch nicht so wirklich, äh, das, äh, den Überblick gefunden, was denn, also eigentlich möchte ich gerne Richtung Westen. Ich wollte gerade sagen, weil du bist so nicht stark wie Frankreich gerade. Ja, aber so richtig habe ich da noch nicht den, den Twist, wie ich Frankreich da ans Bein pissen kann. Ähm, trotz meines ganzen Geldes. Also, ich bin auf der Suche nach, nach, äh, einem sinnvollen Anspruch auf Frankreich, äh. Wenn jemand stolpern muss, ne, also. König Arnulf von Frankreich hat tatsächlich, äh, ne, er hat, ähm, drei weibliche, ne, äh, Graf Roprecht von Ipern erbt aus irgendeinem Grund. Ähm, Chet, der Bischof ist schon okay. Das würde, glaube ich, gar nicht so viel bringen. Also, das ist ein Glücksspiel. Das Schöne ist, also, wenn wir den Bruder töten auch noch, wenn wir ihn und seinen Bruder töten, dann sind da zwei Söhne, die gleichberechtigt sind in der Erbschaft und die sind, äh, acht Jahre und vier Jahre. Also, ähm, ich, ich weiß, wovon ich rede, dass meine Materie, gib mir zwei Jahre. Ich finde es, ich finde es großartig, wie, wie Pia jetzt, äh, genau die schurkische Rolle einnimmt, die ich letztes Mal hatte, diese, äh, Todesbroker-Rolle. Ähm. Ja, äh, tatsächlich. Also, ich meine, da würde ich auch, äh, dich voll supporten, wenn wir irgendwie einen Weg finden, Frankreich zu erobern für dich. Aber das, also, das würde ja nicht erobern bringen. Das würde ja nur zum Verfall von Frankreich führen. Und das ist für mich noch nicht erobern. Also, ich würde da vielleicht vorher noch was anderes probieren. Wir müssen, äh, wir müssen da noch ein bisschen gucken, ja. Äh, gut. Ähm. Was ist da das andere, das du probieren willst? Ähm. Ich bin gerade dabei, ihn zu erpressen und könnte vielleicht dann mal weitergucken, was ich mit meinem Anspruch, beziehungsweise mit meinem, äh, Druckmittel erreichen kann. Ja, ja. Also muss ich gleich mal gucken. Ich habe gerade gesehen, ich habe ein, äh, ein Druckmittel gegen ihn. Weil ich die ganze Zeit an seinem Hof schon am Wühlen bin und seine ganzen Leute, äh, ausnehme wie die Weihnachtsgrans. Sehr gut. Ja, dann, äh, also, ich würde sagen, wir richten ja beide so ein bisschen unser Augenmerk auf Frankreich und gucken mal, was da so geht irgendwie. Ja. Weil ich finde halt schon auch, dass das auf jeden Fall Teil des, des Kaiserreiches werden sollte. Ja, das weiß ich auch. Und das dann, äh, sehr gerne unter der Herrschaft des offensichtlich finanzbegabtesten Mannes im Land, äh, der dann da schön Steuern aus den, aus den Franzosen rauspresst für die, für die Krone. Das wäre doch gut. Äh, Denzel, dein irrer Krieg gegen Dänemark ist, ist vorbei. Was willst du als nächstes tun? Ähm, ja, da habe ich Glück gehabt. Aber, wer hätte gedacht, dass Rügen den, denen gehört? Das war ein Fehler. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe kein Groß, es ist echt schwierig. Ich hänge die ganze Zeit hier oben fest, weil ich kann nach Westen schwierig Kriegsgründe finden und so einfach, Grafschaft für Grafschaft bringt halt auch wenig. Deswegen versuche ich es gerade auf Religion. Jetzt habe ich die gewechselt so, das bedeutet, ich kann vielleicht bei eurer nächsten Kreuzzugsparty nicht dabei sein, aber ansonsten versuche ich weiter hier Stückchen für Stückchen ein bisschen größer zu werden. Während du Polen in zwei Jahren oder so einfach mal aufnimmst, nicht schlecht. Man kann tatsächlich dein Himmelsreich schon aus dem Weltraum sehen, glaube ich. Ja, das ist der, das ist genau, also mein Kaiser hat noch kein Konzept vom Weltraum, aber wenn er es hätte, wäre genau das sein Ziel. Ja. Ich bin stolz, Teil des Gerns zu sein. Ich weiß nicht, ob ich so viel dazu beisteuern kann dieses Mal. Ich habe es mit Dänemark probiert, aus Versehen, aber ich bin keinen Schritt vorwärts gekommen. Dänemark bleibt den Dän. Schade. Dann Steinwallen, was geht bei dir im Königreich Böhmen? Ja, das ist noch ein bisschen gewachsen, wie ihr vielleicht seht. Es ist noch das schöne Herzogtum Meißen dazugekommen. Bei mir ist es so, dass mein König ein großer Krieger ist. Das heißt aber, er ist kein großer Diplomat. Aus diesem Grunde kann ich nicht mehr auf die elegante Art und Weise Ansprüche erhalten, sondern kann nur wirklich kriegerisch agieren. Und, naja, mit den Ansprüchen ist das so eine Sache, ob der Bischof es drauf hat oder nicht. Das stimmt, ja. Ja, ich meine, bei dir wäre doch zum Beispiel die Eroberung Polens ein fortgeschriebenes Ziel. Ja, aber du kriegst keinen Anspruch auf ein Königreich. Gibt ja der Papst das auch nicht mehr, weil du selber schon König bist? Genau, der Papst, das ist unmöglich, zumal ich auch nicht mehr die Möglichkeit habe, mich mit dem Papst zu befreunden. Und weil ich König bin, gibt es Minus-Tausend. Ja, da kriegt man keinen Anspruch. Solche Ansprüche kriegt man nur über Heirat. Und das ist ein bisschen komplizierter. Das ist langfristig. Naja, aber im Reich gibt es ja noch Möglichkeiten. Ja, also ich bin dabei, ich mache jetzt hier oben ein bisschen ein Rachefeldzug gegen Dänemark, um den Frevel an Denzel zu rächen. Und ansonsten bin ich so ein bisschen, ich gucke die ganze Zeit durch den Charakterfeinder nach Leuten, die schöne Ansprüche haben. Ich habe jetzt hier einfach zufällig, ah, da ist ja ein Prinz von Ungarn am Hochhauf aufgetaucht. Und schon hat man ganz Ungarn erobert. Das Reich muss wachsen, ist die Devise. Ich kann Ansprüche kaufen jetzt. Königreich von Tauni. Oh. Interessant. Guck mal, was byzantinisches Kaiserreich kostet. Da habe ich sogar einen Anspruch, aber das bringt mir nichts, weil wenn ich das erobere, dann wird die ja auch nur Kaiserin und dann sind sie nicht mehr meine Basalin. Aber dann guck doch mal, ob du Dänemark bekommst, wenn wir da zusammen angreifen. Ja. Ich kann dir ja nicht beitreten, das ist das Schwierige. Kaiserreich kostet nur doppelt so viel wie Königreichs. Kein Problem. Welcher Perk ist das? Gut, aber ich glaube, wir können auch schon mal weiter machen. Es war völlig richtig vorher wie Pia. Auch man weist mich da gerne drauf hin, wenn ich zu sehr ins Labern komme. Man kann den Rest auch währenddessen besprechen. Sanktionierte Schlupflöcher heißt das. Ja, du bist nicht. Ah, das ist auch von dir oben. Ja, das ist mein Onkel. Der will mit mir ein Bündnis. Ja, cool. Der ist super. Ja, der sieht auch super aus. Der hat auch vier Kinder und die Frau ist schon wieder schwanger. Ja, das gefällt mir nicht so gut. Oh, oh. Ja, ne? Du kennst die Hotline? Nee, nee, nee. Ja, das ist ja erstmal mein Erbe und dann... Ah, das ist der Erbe direkt. Ja, ja. Okay, okay. Ja, gut. Warte mal. Mir geht auch noch nicht so wirklich. Meine Verlobte ist halt erst elf. Das ist ein bisschen schwierig. Wie wäre denn das, wenn ich jetzt einen dänischen Anspruch kaufen würde aufs Königreich und der Krieg wäre gewonnen, dann würde das hier nur auf die De Jure-Gebiete gehen, oder? Würde ich den Norden da auch noch mitkriegen? Nee, ich glaube nur das, was De Jure zu Dänemark gehört, würde ich vermuten. Also, weißt du das, Steinwein? Ich habe gerade nicht genau... nicht hingehört, sag es mal. Wenn ich jetzt einen Kriegsgrund kaufe gegen Dänemark und den Krieg gewinne, kriege ich denn nur die De Jure-Gebiete von Dänemark? Oder tatsächlich das, was aktuell dänisches Gebiet ist? Wenn das ein Anspruch ist auf das Königreich Dänemark, dann ist das das De Jure-Gebiet, ja. Okay. So, auf Jagd kann ich nicht gehen, weil ich eine Armee führe. Maurice, hast du vielleicht für diesen kleinen Krieg gegen Dänemark, das ist ja keine große Sache, einen anderen Anführer und könntest mich von dem Kommando entlassen, weil dann könnte ich mal auf Jagd gehen. Ja, absolut. Stimmt, ich ziehe dich ja immer mit rein. Ja, an sich ist das ja auch mein Job. Befehlshaber wechseln. Hier. Taugt der, was der Herzog Gebhardt von Nordgau kann doch hier auch mal übernehmen. Okay, prima. Rostock wird belagert. Von wem denn? Wo ist es überhaupt? Ach, hier. Na gut. Soll erstmal passieren, beziehungsweise können wir hier eine Armee entsenden. Ich habe so eine Frage. Wenn ein Enkel von mir die Tochter oder Enkelin von dem französischen König heiraten würde und dort einen Anspruch auf den Thron er bekommen würde, würde ich aber keinen Anspruch kriegen beziehungsweise Kriegsgrund, ne? Na, du könntest dann... Das sind zu viele Ecken, oder? Du könntest den Anspruch deiner Tochter dann, wenn sie in deinem Reich ist, durchsetzen und sie auf den Thron bringen. Aber sie muss halt bei dir sein. Wenn sie in Frankreich ist, dann nützt sie das nix. Ne, ist mein Enkel. Also nicht mal meine Tochter. Ach so. Enkel ist wahrscheinlich zu weit weg, oder? Na, der kriegt ja nicht sofort, der kriegt ja den Anspruch nicht, sondern erst kriegen ja die Kinder die Ansprüche. Ja. Von dem, der stirbt. Ja. Also bringt mich das auch nicht so richtig weiter. Das ist doch scheiße. Ja, das bringt ja alles nicht so wirklich was. Boris, ich hab da so eine Frage, ne? Jawohl. Dir gehört, äh, ein Vasall an, äh, Herzog Amadeus von Bar. Mhm. Möchtest du ihn mir unterordnen oder soll ich mir ihn mir einverleiben? Wo ist der denn? Ist der irgendwie... Wo ist der eigentlich sogar noch? Zwischen dir und Frankreich, Herzogtum von Bar, Vasall und Ritter von mir. Wo ist der? Vor ich jetzt hier eh elendig lange Krieg führe, wollte ich zumindest mal nachfragen. Kann ich das denn machen? Verführen kriegen wir doch nicht hin. Das müsste eigentlich eins sein von denen, die dir vorgeschlagen werden, wahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. Wir sind der reine Krieger, Leute. Ich hab gerade geschaut. Deswegen hab ich ja gefragt, wer das überhaupt ist. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Sebastianus Maximus. Wir müssen kämpfen, Leute. Aber das ist das Einzige, was wir können. Krass. Okay. Dann passt das nicht. Dann muss ich mir ihn einverleiben. Ach, der hat zu viel Land dafür. Es kann sein, dass er mehrere Länder hat. Und dadurch, dass es da nicht geht. Falsches Menü? Nee, Basal. Moment. Basal verleihen. Ach nee, ich muss umgehen. Ich muss bei dir rein. Und dann dir einen so rüft. Und Basal verleihen. Ach, das kann sein. Wie hieß der nochmal? Herzog Amadeus. Chat, das ist das, was wir in der letzten Stunde machen. Dann werde ich Denzel fragen, ob wir hier in die Unabhängigkeit gehen. Das sind hier so viele. Hier, Herzog dem Amadeus. Oh nein. Ja, dann machen wir das doch. Problem sind die 15.000 Mann des Geistes. Ich will ja auch, dass wir hier schneller nach Frankreich kommen. Ja, guck mal. So, wie machen wir das jetzt mit den Franzosen? Also ich könnte mir schon mal den ersten Bereich snacken. Aber das ist halt nicht so riesig. Das klappt nicht. Das Ganze, also wir wollen ja mehr als nur ein Krümel. Du kannst mal gucken, ob du im Charakterfinder irgendwen findest, der Anspruch hat. Ich weiß nicht, den man irgendwie, ich kann auch mal suchen. Ich weiß noch nicht, ob es da einen korrekten, ob es da einen Suchfilter gibt oder ob du einfach die Charaktere alle irgendwie durchgehen musst. Herzogtum am Malfi. Immer dieses Schildsymbol bei den Leuten. Königreich von Schweden hat hier einer. Auch nicht schlecht wäre. Oder geht das über die Anspruchstelle einladen, dass ich mir dann die quasi... Da kannst du, aber das ist rein der Glückssache, da kannst du geile Ansprüche bekommen, ja. Oh, hier ist jemand, der Anspruch auf Königreich England hat. Das wäre natürlich auch... Warte mal, wieso kostet denn eine Pilgerreise nach Jerusalem 750 Gold? Bist du mich verarschen? 750? 750. 750 Gold? Ach, krass. Und nach Köln? Ja, ich komme aus Köln. 300. Oder weil ich so ein Frevler bin, das kann natürlich auch sein. Das skaliert mit deinem Einkommen. Ach, als ob. Ach, als ob. Ich bin jetzt schwer verwirrt. Ich kann meine 15-jährige Schwester, die keinen Vormund hat, nicht zu mir an den Hof einladen, weil sie nicht verwandt ist oder schon an dem Hof betreut wird. Hm. Wahrscheinlich, weil die Mutter dort ist, ne? Hängt die bei ihrer Mutter? Wir machen das jetzt hier. Charakter gewechselt. Bin ich gestorben? Was war da jetzt hier? Ich bin gestorben. Anders ist gestorben. Oh, sorry. Okay. Das ändert jetzt einiges. Kam es sehr unerwartet. Ja, ein bisschen, ja. Vor allem, weil jetzt hier erstmal alle unglaublich sauer sind hier. Oder was ist das? Okay, kurz mal checken. Ja, ja, Marc, liebt mich nicht. Oh, Maurice. Da, da kommt was. Da komme ich auch nicht rechtzeitig hin, glaube ich, weil da müsste ich über Wasser kommen. Die andere Armee hier kommt auch noch rüber. Ne, das schläft sie leider nicht rechtzeitig. Gut, aber der Krieg ist auch gleich gewonnen, dann ist Dänemark ein bisschen geschwächt zumindest. Oh Gott. Die können mich alle gar nicht leiden. Das wird übel. Scheiße. Also diese Pilgerreise, was ist das dümmste, was ich machen konnte, ey. Bin ich dort krank geworden? Hab unfassbar viel Geld noch verloren? Wollen wir verarschen? Oh. Toll, ich habe gerade ein Ding, wo meine Charaktereigenschaften mir nicht erlauben, irgendwas ohne Stress zu machen. Entweder kann ich mir prunkvolle Gewänder kaufen, dann kriege ich Anspannung, weil ich bescheiden bin. Oder ich mache es nicht und dann kriege ich aber Anspannung, weil ich verschwenderisch bin. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist lustig. Ich könnte mir Bibi von Flunkerberg an den Hof holen. Ja, go for it. Die ist nett. Und dann bekomme ich einen Anspruch auf dein Herzogtum. Das finde ich nicht so nett. Also, hm. Die erste Hälfte fand ich gut, die zweite Hälfte fand ich nicht so schön. So, ich brauche jetzt, wo ist denn Aquitanien? Da oben, ne? Das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, was ich hier gemacht habe. Aquitanien. Bist du auf dem Weg? Ja, da kommen sie. Nee, doch. Ja. Nice. Oh. Aquitanien ist in Frankreich. Ja, ja, genau. Das sind meine Verbindeten. Und da riesig unten. Ah, ja, okay. Die müssen mir jetzt helfen, weil die Steiermark will nicht Teil von mir bleiben. Deswegen habe ich Aquitanien zur Hilfe gerufen. Oh, mein besessener Onkel, der mich nicht mag und auch reizbar ist, wurde leider verwundert. Das ist unfassbar ärgerlich. Der Arme. Hat noch jemand einen Anspruch auf ein Königreich? Was ist denn das Despotat von Georgi? Gut, da habe ich jetzt nicht viel davon. Und... Daher gehört mir von mich und gell Marie. Okay, geht's mir eben noch mal da. Das ist mir Krankreich. Alright, das ist mir ruhig. Und dann salty. Also die Nuss mit Frankreich habe ich noch nicht gesehen, wie ich die knacke. Nee? Ah, Moment, das vielleicht. Irgendeine von denen hier... Die da kann ich an meinen Hof einladen, wenn ich sie noch ein wenig befreunde. Oh, da hat sich jemand gedacht, jo greifst du mal den an mit 1200 und auf einmal stehen da 5000 Truppen vor dem seiner Tür. Ja, das ist natürlich ein bisschen belastend. Uff. Alter, der hat einen 34er Befehlshaber. Holy shit, das ist ganz schön stark. Ja, gut. Hm. Hm, hm, hm. Achso. Wahrscheinlich ganz okay, wenn wir hier so ein bisschen noch einnehmen. Ungarn zerbröselt. Der Versager lässt sich in irgendwelche Kriege vermitteln. Ich kann irgendwie beitreten. Ähm, da ist ein Agraf, der will sich selber zum König machen. Hm. Dreist. Aber es bleibt Teil des Heiligenrömischen Reiches, glaube ich. Ich hoffe es zumindest sehr. Wenn nicht, muss ich halt auch nochmal vorbeischauen. Also langsam blicke ich hier auch nicht. Also ich weiß jetzt so langsam, Maurice, wie du dich so ein bisschen fühlst. Ja, weil das ist echt anstrengend. Das stimmt, das stimmt. Ich hätte da jemanden, der sterben muss. Oh. Der Herzog, der hier gerade gegen Ungarn rebelliert. Ich will den eigentlich, der soll eigentlich weg, finde ich. Wäre das denn arrangierbar, Pia, dass dieser Mensch einen Unfall erleidet? Ich bin halt, also ich bin noch nicht gut. Ich muss gerade, also ich habe gerade so sehr viele Aufstände von Leuten, die mich überhaupt nicht ausstehen können. Also einmal gibt es die steiermärkische Frau immer noch und jetzt hat mir irgendein, wer ist das denn? Mein benachbarter Mitvasal, Herzog Otto, der ist ein richtiger Otto, und der hat mir jetzt den Krieg erklärt. Mit viereinhalbtausend Mann. Das ist in der Tat nicht so schön. Viereinhalb ist ganz schön viel. Ja, viereinhalb ist in der Tat unfassbar viel. Und zwar möchte er das Herzogtum von Tirol haben und das geht halt echt gar nicht. Deswegen, ich muss erst gucken, wie ich den Otto loswerde. Dann kann ich gucken, wie ich wen anderen umbringe. Ich sehe aber gerade tatsächlich, ich habe nochmal geschaut, dass Steinwallen recht hatte, wie so oft in diesen Belangen. Der Typ wird weiter mein Vasall bleiben, es ist dann nur ein anderer König von Ungarn. Und das soll mir dann doch recht sein. Was ist denn dieses Königreich hier? Das wird mir immer gesagt, dass ich es übernehmen kann. Ah. Ich kann irgendwie, ich weiß nicht, ich kann die, ich kann Rom übernehmen. Ich weiß nicht, was das dann bedeutet, was den Papst angeht. Ich weiß nicht, was den Papst angeht. Oh, Denzel, ich kann tatsächlich Dänemark den Krieg erklären für deinen Anspruch. Ja, aber ich habe gerade mir überschlagen, wenn ich vorbereitet bin, packe ich Dänemark auch alleine. Ach so, ja dann. Also ich probiere es zumindest, ich sage Bescheid, falls es eben doch nicht so ist. Es wird vorgeschlagen, ich soll einem nachrangigen Enkel meiner Dynastie das Königreich Deutschland schenken. Warum das? Wenn ich, ich verliere eigentlich nur das, aktuell habe ich einen Sohn, der erbt alles. Ich brauche eine Frau, wird gesagt, nee eigentlich nicht, warum, warum soll, eine Frau ist natürlich auch, bringt Werte, das ist richtig, allein dafür sollte ich mir wieder eine holen. Und Zweifeligkeit, wenn du im Katholizismus nicht verheiratet bist, ist das nicht gut. Das ist auch wahr. Liebe Pia, kann ich dir in irgendeiner Art und Weise Unterstützung leisten? Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich habe jetzt diese eine wundervolle, liebevolle Person bei mir im Knast, die da in letzter Zeit rebelliert hat und ich habe ihr jetzt einfach all ihre Titel abgenommen. Das heißt, ich habe jetzt sehr viel mehr Armee bekommen über Nacht, aus Versehen. Also ich bin da reingestolpert und dann war die plötzlich da. Ich kann es dir nicht sagen, also ich glaube, es sieht momentan echt gut aus. Also Aquitania und ich kriegen das ganz gut okay hin. Chat, der Herzog von Thüringen, der wird Söldner holen und dann hat er deutlich mehr als ich. Das ist im Moment eine heikle Situation. Also momentan geht es mir ausgesprochen gut. Vielen Dank der Nachfrage. Okay. Ich schreie, wenn es gar nicht mehr geht. Genau, und wenn wir Truppen verlieren, dann gibt es intern Stress. Ja, dann ist gut. Ich habe jetzt sogar eine am Start in meinem Hof, die einen Anspruch auf Frankreich hat, aber ich kann keinen Krieg da. Doch, Ansprüche von Emma Kapp, was? Aber dann kannst du sie da reinballern, oder? Aber sie gibt mir nur den Grafschaftsanspruch, aber sie hat doch auch einen auf das Königreich. Aber sie ist eine Frau. Das kann sein, dass es dann nicht klappt, dass sie einen Feingelassenen hat. Das ist durchgesetzter Anspruch auf das Königreich von Frankreich. Eigentlich sollte das doch dann gehen. Ansprüche von Emma Kappetinger. Zieländer, nur die Grafschaftsanspruch. Ich betle nicht um Geld. Ach, wie blöd, das habe ich hier extra. Hat jemand im Chat eine Idee, warum ich hier... Verbündete, das ist ein Thema, ja. Sie hat haufenweise Ansprüche, warum kann ich nur diese eine blöde Grafschaft erobern? Ja, weil sie eine Frau ist. Ah ja, okay, das war dann mein Fehler. Gibt es dann noch einen männlichen Anspruchsteller? Ah, nee, sind alles Frauen. Ach, wie doof. Dann kann ich tatsächlich Frankreich jetzt gerade mir nicht holen. Das ist ja... Ist ja doof. Wieso habe ich denn... Hm? Wenn der Bischof eine positive Meinung hat... Maurice! Jawohl! Dann kann es sein, dass wir mehr Truppen bekommen. Können wir das überhaupt sein? Ja. Als Marzall und äh... Ja, dann lass uns doch eine Heiratung machen. Prinz Michael bei dir ist... noch frei. Das richtig sehe. Nee, warte mal, ein byzantinisches Kaiserreich? What the fuck? Nee, du bist nicht das byzantinische Kaiserreich. Nein, ich habe auch keine männlichen Erben mehr. Ich habe eigentlich niemanden mehr, der heiraten kann, glaube ich. Warte, ich kann die Byzantiner als... Als... Wuh. Das ist auch nicht schlecht. Wuh. Die sind halt weit weg. Und du musst aufpassen, die ziehen dich auch. Manchmal vorher haben sie mich reingezogen in den Krieg. Äh, wenn da irgendwas am Ende der Welt ist. Oh ja, warte mal, die sind wirklich weit weg, ne? Also die sind stark. Das lohnt sich dann nicht unbedingt. Äh, jetzt könnte ich dich vielleicht eventuell doch brauchen. Wir können dich einfach in Wodkau angreifen. Wir haben ja keinen Anspruch. Warte mal, ja dann schick mal. Die hat nämlich gerade einen eigenen Krieg gestartet. Man kann dich einfach irgendwas angreifen, Leute. Dann schick mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die geht. Ich bin schon am Ausheben. Alles gut. Ja, warte mal. Ich gucke, ich gucke. Mal gucken. Vielleicht bleibt sie. Ich kann es ja gar nicht sagen, aber Aquitanin hat gerade seinen eigenen Krieg erklärt. Ah, sind wir überhaupt noch verbündet? Klar. Hm. Nee. Ich glaube, wir sind nicht mehr verbündet, weil mein Dud tot ist. Aber mein, mein Sohn und Spielererbe ist doch mit deiner guten Frau verheiratet. Nee. Ja, aber das ist nur meine Tante oder irgendwie so. Und deswegen, also du kannst tatsächlich gar nicht. Aber schnischlumm. Ich habe noch eine Tochter. Das Problem ist, ich habe noch keine Kinder. Das ist halt das, das ist halt der Struggle. Weil ich bin, also meine Frau, dings, ist erst 15. Das ist halt so ein bisschen. Ich habe auch niemanden, glaube ich, den ich dir gerade da so anbieten kann. Doch, doch. Warte mal. Ich habe nur eine 18-jährige Schwester, aber die kann ich nicht verheiraten. An den Kärnten bist nicht du. Ich dachte, den kann ich nicht rausnehmen. Warum will die nicht zu mir auf den Hof? Chat. Weil das irgendwie eingesetzt ist. Ja, es ist richtig bitter, dass Aquitanien jetzt einfach, gesagt hat, yo. Nicht mein Problem. Das ist mitten, mitten im Kopf. Ach, das war vor meinem Tod noch. Ähm. Aber das ist jetzt echt bitter. Ah, kann ich auch nicht. Wie ich das jetzt mache. Ich habe es verschrieben. Okay, Chat, wir sind bei 4000. Wollte mal wegen Bündnispartner gucken. Das ist nicht so gut. Dann kann ich dir nicht so gut helfen. Äh, nee. Geht tatsächlich nicht. Das ist halt, also, schwierig gerade. Aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht gewinnt Aquitanien seinen Krieg auch sehr schnell. Ich kann dir sonst auch Geld schicken, ne? Das geht auch. Also, ich mache so 50 pro Tick. Das geht schon. Also, ich würde, Geld leihen würde ich mir von dir tatsächlich, wenn ich dir das wieder zurückzahlen kann. Oh, zack, hast du schon da. Das ist, das würde tatsächlich, das ist sehr nett. Dankeschön. Dann geht sich das jetzt vielleicht sogar aus. Ja, das mit der Steiermark war sehr ambitioniert. Die hat mich echt, also. Nicht gut in der Hand sass. Ja, die hat mir echt so ein bisschen, also, seinen letzten Nerv geraubt. Also, der eine, die eine Schlacht wäre fein gewesen, aber das waren jetzt insgesamt 6000 Truppen, glaube ich, die mich jetzt angegriffen haben. Das war jetzt ein bisschen viel. Ja, ist nicht so ohne, ne? Das ist, also, das mutt mich, dass ich noch lebe. Aber, was ist das da? Das sind Bogenschützen. Was hat denn der in seiner Armee? Schauen wir mal. Was hat der denn? Der hat Wikiniera gepassertes Fußvolk. Das ist dann gar nicht so schlecht, das dazu nehmen, oder? Oh, Denzel, du bist schon voll am Start bei Dänemark. Ja, es ging nach hinten los, glaube ich. Was? Ja, den Krieg müssen wir jetzt mal abwarten jetzt. Sonst hilft er uns nicht. Ja, aber komm, komm, dann bin ich doch hier. Auf geht's. Ja, gerne, aber... Auf geht's! Ich hab das heute auch ganz oft, das Schlachten, wo ich eigentlich überlegen bin, im Vorfeld, dann doch gegen mich ausgehen. Der Chat hat eh gerade gefordert, dass ich nochmal in den Krieg führen soll. Los! Boris! Das muss jetzt halt... Rumpsee! Das muss jetzt halt Dänemark jetzt hier... Ich ruf auch noch England dazu. Komm, wir geben den jetzt von allen Seiten... Ach du Scheiße, jetzt geht's aber los hier. Auf geht's, Männer! Das Problem ist mit dem besseren Kanzler, ist das... Was passiert? ...dann mein... Der Typ hier... Illoyal wird, wenn ich ihn rausnehme und dann habe ich intern wieder Probleme. Das ist mir zu heikel. Ich habe einen Waffenstillstand gebrochen, wird mir gesagt, ja, das ist richtig, aber zu meinem, äh, ehrbaren, äh, Diplomaten-Skilltree gehört ja auch, dass ich dafür viel weniger Mali bekomme. Äh, deswegen... Außer was heißt da Waffenstillstand, ne? Die Dänen sind eindeutig unsere Feinde. Immer gewesen. Geschenk... Geschenkbischof ist sauteuer. 150. Ja, das Schlimmste, was da passiert, ist, glaube ich, dass du diese eine Ruhmstufe verlierst. Ja, aber habe ich nicht, weil das, äh, da habe ich einen Skillpunkt für. Ja, krass. Ich bin tatsächlich, äh, zunehmend überzeugt, ich habe noch ein bisschen, dem noch nie als so als Hauptfokus gespielt, dass der Diplomaten-Skilltree schon enorm gut ist. Der ist enorm stark, ja, das stimmt. Also auch wie du halt, du kannst dir halt auch so gut Charaktere sichern, die gut sind. Und hast immer gute, guten Marschall und sowas, weil du halt ständig irgendwen befreunden kannst, wer gute Werte hat. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Ja, zum Beispiel den Papst. Ja, zum Beispiel den Papst. Oder den Kaiser hatte ich ja vorher auch, auch wenn es mir das nicht so viel gebracht hat, weil er ein Versager war, der Kaiser. So, also die, die, guck, jetzt sind hier auch noch 7000 Engländer gelandet in Dänemark, also, äh, und es hilft natürlich auch sehr, dass, äh, dass dich niemand hasst, wenn du, äh, wenn du so ein großes Reich hast. Dietmarschen wird belagert, wo ist denn das? Ach hier, ja gut, sollen sie halt, sind hier vorbei. Man sieht da. Kann man, ähm, Grafschaften irgendwann auch, äh, fungieren oder muss man immer Stück für Stück sich durch, ähm, anspruchen? Du meinst Herzogtyper? Ja. Ja, da brauchst du einen guten Bischof, das ist, und dann ein bisschen Glück, das ist das, was ich jetzt gerade die letzte Stunde mache. Ähm, da siehst du, wenn du auf den Bischof gehst, Anspruch auf Gebeinen fingieren, da gibt's einen möglichen Nebeneffekt, Anspruch auf Herzogtum unten im Tooltip. Genau, manchmal, ja. Das geht nur, wenn der irgendwie über 10, 12 oder so ist, und, ähm, ja, dann musst du einfach auf die Hauptstadt gehen mit dem Anspruch, auf die Hauptstadt des Herzogtums und dann hoffen, äh, und Glück haben. Ah, okay. Also wenn ich dann quasi die, die Hauptstadt von dem Herzogtum quasi nehme, kann es sein, dass er auch direkt das ganze Herzogtum nimmt, Genau, da kriegst du dann eine Nachricht von ihm und das kostet dann natürlich deutlich mehr Gold und dann hast du gleich einen Anspruch auf das gesamte Herzogtum. Und ansonsten gibt's noch im Diplomaten-Skill-Tree gibt's auch was, womit du, ähm, direkt mit dir, der Herrscher vassalisieren kannst. Ja, wo seh, wo seh ich denn, ähm, wenn ich, wenn ich, äh, auf das Herzogtum klicke, wo seh ich, welche Stadt ich dafür einnehmen müsste oder bekehren müsste? Die Hauptstadt, das ist immer da, wo das Wappen ist. Ach so, ah, okay. Guck mal, dann probieren wir das doch. Cooler Tipp. Danke, wusste ich noch gar nicht. Weil meine hat nämlich 13, das passt ja ganz gut. Jo, bei mir hat's jetzt drei Runden gedauert und jetzt hab ich einen guten Anspruch bekommen. Das ist nur leider eben ein bisschen unzuverlässig, äh. Ja gut, weil es halt klappen kann oder nicht, ne? Genau. Aber es hat, es hat mir auch gestern in meiner Testrunde halt nach einer Stunde das Herzogtum Bayern und damit nach zwei Stunden das Heilige Römische Reich beschert, weil ich halt direkt diesen ganzen Anspruch gekriegt hab. Und ansonsten, du kannst auch, wenn du fromm bist, noch den Papst ja fragen. Der kann dir auch Herzogtitel geben. Ja, das stimmt, aber das wird dann auf Dauer ein bisschen teuer so. Und wenn du auch schon König bist, mach das weniger. Aber so hab ich ja das vorher gemacht, um den Herzogtitel zu räubern mir. Aber als Diplomat kann ich ja auch mit dem zweiten, mit dem ersten Skilltree das einfach so durchballern, ne? Ja. Also könnte ich jetzt auch umskillen noch? Das kannst du, stimmt, ja. Wobei, 10% Einnahmen, wobei 10% Einnahmen ist jetzt auch überschaubar. Also ich verliere ja meine geskillten Sachen verliere ich ja nicht, ne? Ne. Nur mein Schwerpunkt gerade. Du kannst aber auch zurücksetzen und dann komplett neu verteilen, wenn du jetzt ganz dringend schnell diese Kraft schafft willst. Ach komm, das tun wir doch mal. Keine Ahnung, wie lange das jetzt dauert mit der Erfahrung. Mal gucken. Erstmal fungieren wir hier mal den Anspruch. So, also Dänemark das Hammerwald, glaube ich. Der hat hier nichts entgegenzusetzen. auch wenn es irgendwie ein Riesenreicher ist. Aber Dänemark ist richtig schwach dafür, dass es so groß ist. Es hat kaum, kaum Truppen. Ja, manchmal haben die das. Dann haben die irgendwie gerade Krieg geführt oder... Ja. Hatte er, glaube ich. Der hatte irgendwie drei Kriege davor. Okay, genau. Bist du denn? Bist du denn? Ich habe eine erste Konsequenzt. Bist du denn? meine kinder sterben die ganze zeit was mit euch zu tun ich kann nur krieg ich habe inzwischen habe ich glaube ich bisschen mehr inträge aber nicht viel ich habe immer noch null inträge 42 diplomatie und null inträge das ist kaiser erhard muss man sagen du wirst echt alt respekt wer weiß ob du die ganzen acht stunden mit dem gleichen charakter spielst das ist schon ich fürchte die ganze zeit auf der zielgeraden mein imperium komplett auseinander bröselt aber 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 noch also er hält sich wacker der kaiser vorher noch einen noch besseren hofarzt hier agathe von wartenberg wunderwürkerin und scharfsinnige intellektuelle kommen diplomaten genießen eben immunität da lebt man länger wird im chat eindeutig der bildungsbaum der sich tatsächlich sehr lange leben lassen kann da gesundheitsvorteile drin hast oder neue könig von ungarn der hat eine unabhängigkeitsfraktion gegen dich gegenseitig was haben wir hier für eine bauernaufstand fraktion jetzt kein bock drauf dann zahlt ein bisschen wenig ja die dänen machen hier irgendwelche verzweifelten letzten manöver aber was was ist hier mit dieser fraktion will unabhängigkeit vom lehns herren aber was wenn wir freunde wären das ist doch viel schöner ich habe keine ahnung ob freundschaft sowas beeinflusst so ich probiere es jetzt einfach mal dänemark ist halt so groß dass diese eroberung ewig dauert aber wenn du die hauptstadt hast glaube ich geht es fix ja da bin ich auch gerade ja es müsste jetzt eigentlich bald soweit sein was ist das ziel eigentlich eines krieges dort oben das ist denzels anspruch auf ganz dänemark gut okay weiß auch nicht wie er den bekommen hat hast du den gekauft denn still vorher das ist mein anspruch auf die ganze welt stand von anfang den hast du gerade beschnitten auf dänemark nee nee ich glaube das ist der dann densels anspruch auf ganz rüben nee das ist schon ein dänemark anspruch nee den habe ich mir gekauft das war übrigens ein bisschen komisch weil dafür habe ich voll viel fremdigkeit ausgegeben habe ihm den krieg erklärt und dann kamst du als kaiser und hast diesen krieg irgendwie übernommen der war dann nicht mehr in meiner ich habe war nicht mehr im krieg plötzlich und du hast den das hat mich kannst du jetzt gar nicht mehr da kämpfen oder wie also ich bin das ist jetzt der mauretan mauretianische krieg weiß ja ich bin gespannt also ich denke mal ich denke mal rügen wechselt jetzt gleich den besitzer hini das ist warte mal kurz rügen gehört ja nicht zu den forderungen erzwingen ja stimmt aber warum wurde doch das ganze reich angezeigt ein weltkrieg um rügen du hast vollkommen recht großartig unser kaisers langsam zweifle ich an der ich glaube unser kaiser ist langsam alter senil ja das kann sein aber ich hätte schwören können dass ich das egal dann machen wir danach noch mal weißt du dann machen wir es halt alles noch mal ich werde ich werde den blut mit wird den boden mit denen blut tränken bis das hier alles denn zu gehört ist mir völlig egal wie lang das dauert das also ja ich werde jetzt mal mit frankreich ein bisschen beef anfangen wie hast du es geschafft also ich habe sowieso auf eine grafschaft auf dem herzogtum noch ein anspruch aber ich habe mich nicht getraut da einfach mal rein zu halten aber irgendwie wird mir jetzt langsam so ich darf übrigens mal nur kurz noch anmerken dass mein chat mich mich backt da stand eigentlich wirklich dänemark und nicht rügen ich stand fand achte auch dass da königreich dänemark stand ich habe auch auf die karte geschaut mir wurde das ganze ding hier angezeigt das ist mir nicht erklärbar aber ich meine densel am geschenkten da schaut mir nicht ins maul hast du halt jetzt rügen bist du auch nicht das schlechteste auf der welt ja voll begeistert trotzdem aber ich kann mir ist mir glaube ich auch schon passiert mir vorstellen wo man sich dafür klickt der chat ist sich ganz einig hier die überwicht zeigt ganz eindeutig dänemark bin auch verwirrt sie sich alle einig ich bin ganz und gar unschuldig ja das ziel ist irgendwie halt die dänen sind schuld ja aber du hast da schon alles eingenommen wieso geben die nicht auf ich verstehe es auch nicht es ist mir absolut unbegreiflich was warum vor allem wenn es dann doch nur rügen ist warum muss ich so einen riesigen krieg darum ich muss ganz ehrlich sagen ich habe schon aufgegeben da ich dachte ach der moriste kränt damit sein 10.000 leuten eh rüber ich muss da gar nicht mitmachen aber das dauert irgendwie länger und jetzt mauretieren die mauretieren die durch meine heimatländer hier es müsste aber jetzt wirklich bald mal so weit sein ich schicke auch mal eine armee noch zurück die hier ich habe leider nur den anspruch für brügge bekommen nicht für das ganze wenn ich brügge einnehme dann muss ich mich weiter so durch durch ballern und dann muss ich mit zwei stück haben damit ich also das gesamte das krieg nach in deiner in deiner größe lohnt sich kein krieg mehr um eine grafschaft das mal aber gegen frankreich ist ja gerade ich kämpfe jetzt gerade um rügen du musst dann wirklich halt das halbe reich erobern nur dass du rügen bekommst also in deinem fall das andere naja du musst mega viele siegpunkte einnehmen und dann ist jetzt hier wo ist die grafschaft von rügen und das war scheiße ist das bescheuert dass das jetzt nur rügen ist beim papst kann man auch keinen anspruch kriegen weil wir schon selber könig sind aber seht ihr die unabhängigkeit fraktion hat sich aufgelöst weil ich mich mit dem typ angefreundet hat dafür ist jetzt herzog arnold macht eine ähnliche fraktion gegen mich ist er doch alle alle das ist echt schwierig gerade was man was man hier so startet ja geduld ich hab's du mach gleich die nächste runde mit dem anspruch so jetzt haben wir es aber gleich hier oder kann doch nicht sein dass das hier so ewig dauert nur für rügen lächerlich wie viele dänen muss ich noch töten mein chat sagt denen rügen nicht wie läuft es eigentlich bei pia in österreich schon lange nichts mehr gehört stille wasser sind tief sage ich nur kann man die support geben ich habe ich wirklich das gold von sepp hat mir den arsch gerettet ich arbeite jetzt daran dass ich das wieder zurückbezahlen war wirklich also schwierig gerade ich habe ja die steiermark dann eingenommen und die tante aus der steiermark fand das halt gar nicht geil und hat mir einen aufstand erklärt mit fast 4000 mann und ich habe dann diesen krieg geführt und habe das halt geschafft und habe aquitanien dazu geholt und weil ich mit ihrem krieg war hat sich mein nachbar gedacht also ich weiß gar nicht mehr wie der hieß hat sich gedacht jo eigentlich will ich tyrol haben und hat mir gleichzeitig den krieg erklärt mit zwei verbündeten und dann war ich plötzlich mit 7000 einheiten insgesamt im krieg okay ich habe den ersten krieg gewonnen dann war der zweite krieg da und mitten im krieg hat aquitanien gesagt ja tschö ich feiere jetzt meinen eigenen krieg und das abgezogen war jetzt spannend an der stelle war echt spannend aber wir sind durchgekommen also mit dem geld von sepp hatten wir dann söldner trupp und eines zufällig näher mir vorbeigelaufen die den nachbarn auch nicht mag und hat da ein bisschen reingeschlagen und dann habe ich seine hauptstadt eingenommen habe seine ehe seine tochter und er bin gefangen genommen und konnte dadurch einen weißen frieden erzwingen und ich lebe noch wir sind ganz knapp gerade an meiner existenz auslöschung vorbeigeschlittert aber jetzt geht uns wieder gut sehr schön otto genau der otto von nebenan hat uns den krieg erklärt warte mal wo ist ja hin war denn nicht augsburg augsburg war das jetzt werde ich auf jeden fall alle seine bündnispartner morgen rache muss sein so dass ich muss jetzt noch wieder bisschen ruhm anhäufen und dann erkläre ich den den krieg noch mal richtig weil der anspruch existiert weiterhin ja ich werde nicht ruhen bis bis dir dänemark gehört das ist jetzt auch eine frage des persönlichen stolzes hier ja aber verwunderlich dass du diesen anspruch so krass einfach einfach so übernehmen konntest ne ich übernehme ihn ja nicht ich kämpfe dafür dass du das bekommst okay das kann man als lehnsherr machen dass man für seine basalen gebiete erobert also das ist dann nicht dass das dann mir gehört sondern du verwaltest es dann für mich als basal ich weiß was du meinst aber ich kann zum beispiel jetzt kein krieg mehr ich habe kein krieg und jetzt mehr echt er ist furcht ja das ist die natürlich das verwundert mich so komisch das wundert mich auch euch hat ja und stecken mit tochter wo du hast wieder eine tochter ja ich habe gerade eine kleine bekommen die ist leider also ich weiß noch nicht was die für schwerpunkte haben meine frau ist gerade gestorben ja die ist aber null ja aber meine frau ist gerade gestorben also schade die ist hübsch julie heißt sie wenn du möchtest tut mir übrigens sehr leid dass du schon wieder deine frau verloren hast das ist wirklich also aber die war schon alt das ist okay du bist auch alt ich weiß nicht also für mich geht das in ordnung geht das für dich in ordnung warum nicht dann sind wir wieder dann sind wir wieder zusammen also da sehe ich uns ja cool ist ein bisschen ekelhaft aber warte mal warte mal wenn ich es jetzt gerade sehe ich kann mit maurice kann ich auch anwandeln ja gut dann nehmen sie mich ist okay verschmehr sie halt zwei nach links ja aber sie sind sie ist halt null also die andere ist halt immerhin 16 also ich bin auch schon 65 jetzt kann man halt den altersunterschied jetzt auch nicht so groß machen da würde das möchte ich mal übernehmen das kann ich absolut verstehen also wie komme ich jetzt unser wäuer noch an kriege ich den papst denn dazu mich zu unterstützen ablässe kann ich kaufen was ach das skaliert auch wieder das ist ja nice sag mal densel nicht selbst ist es gerade redest du gerade meinem 65 jährigen könig deine 16 jährige tochter an nee andersrum umgekehrt du willst du ich möchte deine 16 jährige tochter ah ok ok kann ich das rechthild antun das weiß ich nicht ja gut ich meine du hast halt viel ja ja mit rechthalt du bist halt also für eine 16 jährige die hat jetzt ausgesorgt noch mal ich habe es gerade schon verändert hat nicht verändert ich habe nicht draufgeklickt bevor es abgelaufen ist ach so das kann man das zieht ja mal runter genau mach nochmal ich mach das gerne du bist eine gute partie du bist reich da weiß ich meine tochter in guten händen ja geil guck mal domänenverwaltung ne höfische politik ist sie ganz gut ist ja nice kommt mir auch zugute so und ich will jetzt hier okay wir damit das peter ausführen eine jagd veranstalten zion mit ich prestige kriege um dänemark selbst ist aus mit diesem bündnis wir müssen der letzten schon noch ein was was geht bei dir so und wächst und gedeiht steinwein ich musste ich da jetzt um erlaubnis fragen was zu machen weil das spiel sagt ich musste ich mich fragen oder es ist gar nicht dein haupt erbe dann ist das doch gar nicht so stressig ich würde gerne meine tochter mit dem haupt erben von prinz mag ward von böhmen ähm liieren was was hat er noch mal mit twitter verarschen deine tochter ist direkt schwanger geworden die ist 16 und 65 ich bin 65 ich nenne das jetzt kamer du willst mich doch wie kann man denn mit 65 da noch treffer landen instant es hat keine zwei minuten gedauert gefreut und von von deiner sag ich mal monetären manneskraft begeistert weil es am anfang ne in meinen besten jahren in den mitten zwanziger habe ich keine kinder hingekriegt aber jetzt vielleicht langsam der frau ich sehe übrigens dass mein mein krieg gegen dänemark hat das land gezeichnet es ist komplett zerbrochen in norwegen und dänemark jetzt haben wir einen 13 ein siebenjährigen als könig von dänemark gerade in dem moment wo ich das prestige habe um wieder krieg zu erklären war was für ein zufall wie schade komm das machen wir jetzt sondern jetzt lieber chat guckt bitte genau hin ansprüche von herzog denzel ziele königreich von dänemark und das ist auch das einzige ziel was geht bestätigen herzog denzel erhält den umkämpften titel krieg erklären so muss doch jetzt funktionieren kann krieger und damit die stanzel auch aus hilfe brauchst du wahrscheinlich nicht nach ich glaube nicht der hat nur 1300 mann es ist wieder eine volle stunde aber ich glaube machen jetzt keine zusammenfassung mehr oder wir spielen bis zum ende ja und dann zum schluss eine vollständige oder ja ja ich habe da also ich habe gesehen das ist einfach nur so neben stammen baum von mir steinwein ich hoffe das ist nicht schlimm ja so kein ding klar weil das ist halt ein guter verbündeter das wird halt das ist halt prinz mag ward von böhmen und seine hauptehrerbe der ist halt 24 und meine tochter die ist halt eins und das mach mal mach mal das sind auch nur ja randfiguren in meinem reich zweieinhalb tausend mann die der hat für mich ist das keine randfigur deswegen freue ich mich ich habe gerade einen kriegerorden gegründet habe ich auch ich habe die templar vorher gegründet kurz vor dem desaströsen kreuzzug seitdem reden sie nicht mehr mit mir cool was mache ich jetzt mit denen die kannst du in den die kannst du in den krieg rufen für umme aber nur gegen glaubensfeinde zum beispiel gegen so welche wie moris nee zum beispiel gegen denzel ich bin doch ein glaubensfeind bist du kein guter katholik warte mal denzel was muss ich da hören sepp ach du bist auch katholisch ja das ist ja alles gut bin ich auch katholisch als heiliger römischer kaiser wäre es glaube ich ein problem wenn ich das nicht wäre wie sieht denn die kaiserwahl aus glaube immer noch meinen sohn ja nur bei zwei ist jetzt schon sehr nicht also wenn ihr mich wählen wollten also ich bin da ganz offen aber war ich war ich nicht ein weitgehend sinnvoll auf jeden fall erwähnen wir mal nicht den kreuzzug ich finde abgesehen davon in innenpolitischen angelegenheiten es sind berchti ist berchti ist männlich oder weiblich das ist eine tochter das wäre es jetzt noch gewesen hier kann ich irgendwie keusch werden das musste ich wieder lernen na ja das ist ich habe die frage hatte ich ja direkt am anfang auch schon mal da brauchst du einen eigenen skill für das kann man nicht prestigisch also so sehr ich auch deine frau mag ne aber ich glaube ich ich finde die an also viagra gab es damals noch nicht fragt mich wie das wie das hier funktioniert die muss echt sein eben dein typ war so begeistert dass auf seine alten tage noch mal hier eine 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 junge attraktive frau bekommt das ist direkt mal erwacht muss ja auch der fern ist halber dein armer typ hat sich jahrelang mit einer frau rumgeschlagen die offensichtlich nichts an seiner bettgesellschaft gefunden hat ja die erste hälfte spielst du die ganze zeit beschwert dass seine frau nicht am start ist für dich ja und und jetzt freut er sich halt dass er dass er noch mal auf seine alten tage dieses glück erfährt und oder kann man ihm doch auch gar nicht verübeln eigentlich okay maurice du hast bock auf krieg ne shit kommt drauf an 14 die franzosen war ein bisschen nieder zu machen ja komm ich bin hier mein herzogtum hier war machen wir jetzt ja geil auch dass die dänemark müsste ich auch gleich haben dann komme ich direkt prestig verloren hast du sonst warte ich noch kurz vielleicht noch kurz wenn du wenn du mich direkt zum start braucht kann ich gerade noch nicht aber das dürfte nicht mehr lang dauern dann 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 fahre ich vielleicht nicht ganz so zu bist du bist du bist gestorben und dein anspruch ist annulliert nein und es und es gab auch noch eine erbteilung der krieg um dänemark sinnlos krieger des römischen reiches haben ihr leben gelassen und zwar die riesigen kriegen gegen dänemark und du kannst nicht noch mal eine minute länger am leben bleiben ich stand schon vor der hauptstadt mit meiner armee und ich habe kein prestige 20 jahre alt geworden so wie lange hast du gebraucht und ich habe dir das denn jetzt hingekriegt das heißt ja wir ich war hier voll am start der krieg war quasi schon gewonnen das drei versuche gebraucht um krieg gegen dänemark zwei versuche okay mori ist wieder frei ne komm frankreich ja komm ich brauche jetzt ein erfolgs erlebnis ich will was umbringen let's go oh ich bin auch gestorben warte mal sind wir noch verbündete kaiser engelbert ist weiterhin es hat sich nichts verändert ich bin weiterhin kaiser ich glaube aber ihr seid ihr seid nicht verbündet ich muss jetzt auch glaube ich wirklich erst mal gucken so ob meine gar nicht mehr verbündet und so ich setze dich aber direkt wieder als als verwalter ein und sowas jetzt habe ich deine tochter am hals deine fruchtbar wie sie ist deine ich will ja jetzt nicht sagen dass ich dir eine angeboten habe aber das ist halt auch so ein bisschen instant kam aber du bist du bist ja eher du bist ja eher fraktion schwangere frauen umbringen also ich was soll das denn jetzt ich melde mich dann fraktion wow fraktion schwangere frauen umbringen das klingt ja aber ich bin tatsächlich weit wieder weit genug es geht dass das geht ja darf ich darf ich kurz noch so in der letzten stunde einmal auf ein feature zurückgreifen das wir noch nie benutzt haben ich würde gerne mal mit sepp in ein channel gehen okay sehr gerne dann muss ich derweil auf einen anderen bildschirm umschalten wo man eure kamera nicht sieht denkt daran sie wieder anzuschalten wenn er zurückkehrt das ist gar nicht schlimm du kannst auch unsere kamera drin das als ob du lippen lesen kannst nee ich meine wenn wenn ihr rausgeht aus dem discord kanal nee es verschießt irgendwie dass das layout ja ich verstehe ja sag mal bescheid wenn du es gemacht hast ne ich hab's gemacht ihr könnt okay alles klar gehen wir in ja kurz zwei okay pass auf irgendwie der letzten stunde müssen wir doch noch was knallen lassen was wir machen könnten gemeinsam wäre eine unabhängigkeitsfraktion zu gründen und wir würden dann jeder für sich wenn wir gewinnen das wäre da ein krieg gegen den kaiser bedeuten würden würden wir dann quasi unabhängige könige sein das klingt doch gut als ergebnis dieses abends das finde ich eigentlich ganz gut ich will eigentlich weg von diesem großkaiser also dass ich schiel da die ganze zeit schon drauf die war zu manipulieren gut die ist jetzt durch ne aber solche sachen ja sehr gerne warte mal okay es gibt glaube ich sie gerade schon eine unabhängigkeitsfraktion genau da müssten wir einfach nur beitreten da sind die freiheit die fraktion nicht die freiheit ganz wichtig oben die unabhängigkeitsfraktion was ist denn dann freiheit freiheit ändert nur irgendwie diese ach so ja ok ok also unabhängigkeitsfraktion da sind schon drei leute drin ja einfach beitreten und dann können wir irgendwann ultimatum stellen und dann wird er ja oder nein sagen ja auch mal sind wir jetzt schon dabei also ist jetzt schon 11 monate sind genau ok gehen wieder hoch und irgendwann ist das ultimatum und dann ok 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 so dann ok wir sind wieder da ja wohl aber noch müssen kann man wieder anschalten so genau sagt bescheid wenn sie wieder an ist dann schalte ich wieder auf die gesagt es anricht so und dann war das glaube ich diese picks ja das hat es hat jetzt tatsächlich irgendwas verschossen genang Jesi k brace code was ist denn das komisch sollte es aber eigentlich nicht weil ich sie military alles korrekt und jetzt ist wieder korrekt ja wunderbar sehr gut sehr gut so jetzt bin ich bin ich ja gespannt was was ihr besprochen habt ihr wollt doch nicht etwa hier noch auf meine alten tage dass das kaiserreich hier du bist doch gerade gewählt worden das stimmt das stimmt aber es gibt ja ich bin mal sehr gespannt hier so weit sieht das alles ganz gut aus die franzosen immer stärker also die die machen auch irgendwie nix die püppeln da einfach die ganze zeit rum die stört hat überhaupt nicht dann england bei denen land besitzt wir können uns wieder verbünden selbst ich habe einen jungen heiratswilligen der deine einjährige tochter heiraten könnte ich weiß nicht dass nicht in fest wäre weil ich glaube die ist doch ist die meiner tochter aber ich meine mal ist jetzt nicht voll bad in der ersten generation also du kriegst halt die meldung mit der inzest sobald quasi ich glaube kursor und cousine zweiten grad ist aber wenn das einmal passiert ist es normalerweise nicht so schlimm also wenn du einmal cousine verbündet zum beispiel dann kriegst du zwar die meldung dass es ins ist dass die wahrscheinlichkeit dass du inzüchtig bekommst ist super gering problematisch wird es meistens in der zweiten oder dritten generation in der du das machst ich spreche nicht aus erfahrung außerdem ist der wunderschön der typ wie könnte man ihm widerstehen das ist dein haupt erbe lass dir nichts anschnacken ich bin der haupt erbe annehmen und mal du bist mein haupt erbe lustigerweise gerade aber wer ist denn wer ist denn dann weil du bist gerade erster in der heiligen römischen reich erb folge achso lol okay und wer ist denn dein erbe von dem von deiner figur das ist doch der dann das ist mein spieler erbe ja nice so so da lehnt jemand ab dann weiß ich natürlich dass ihr irgendwas gegen mich im schilde führt ja ne ich also ich kann einfach keine unsüchtigen also incest das geht nicht also das macht man vielleicht da bei euch in bayern aber hier in lothringen ist das ganz schwierig verpönt bayern hallo waren so gute verbündete du bist österreich das hat das also wenn du jetzt sagst österreich und bayern ist ein ein sumpf ja dann also also zu dem zeitpunkt ja zu dem historischen zeitpunkt ist bayern österreich also es gibt das königreich österreich hier noch gar nicht wir haben hier nur das königreich bayern und honestly muss ich mich hier auch ein bisschen mit bayern identifizieren gerade als österreicherin ja voll also das verletzt mich jetzt schon sepp ne also dass das dürfte dich auf gar keinen fall verletzen weil sind wir noch verbündete wir sind auch wieder keine verbündete mehr ich raste aus ja du wolltest ja meine frau meine tochter nicht und hast ja der 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 sepp lehnt hier alle sinnvollen vorschläge das stimmt hätte ich mal lieber die nulljährige genommen dann hätte ich nicht hier noch so ein kind gekriegt ja ich hab dir das gesagt ich habe das angeboten aber ich habe die nulljährige für deinen enkel wenn du magst der der erbe deines erben das kannst du das kann ich ja sowieso das kann ja sowieso nicht ablehnen das kannst ja immer das da kann ich jetzt ja eh nichts da muss ich warten muss ich wieder eine krieg blöd ja das ärgerlich wir sind im hochmittelalter offiziell noch in den letzten 45 minuten ich finde es ist nur würdig wenn so große königreiche sich unabhängig erklären die anderen können ja beitreten wenn sie sehen lieber schatt ich lade jetzt nicht noch denzel und schuljock ein bisschen gemein gebe ich zu aber die machen irgendwie ein ding ihr eigenes ding aber jetzt habe ich auch mein ganzes prestige verloren steht dann wo ist kann der alte keil aber 3000 prestige ausgegeben um diesen krieg gegen dänemark noch anzufangen ja kleines geldproblem braucht 85 monate bis ich wieder bei 0 ihr seid also oder so war hart und ihr beiden schurken jetzt haben wir es das ist natürlich schädig das ist natürlich höchst schädig ich habe den weg oder schädig ich habe ja dem alten kaiser erinnert sich noch an meine formulierung dem hatte ich meine feste treue geschworen so so dieses gelübde ist mit dem tod des guten alten mannes aufgehoben haben also was die schwester von dir aktuell mir gerade alles erzählt hat in unseren ganzen bettgeschichten dass das ist untragbar was du dort alles schon sein neuer erbe hier geleistet hat das können wir auch nicht das können wir leider auch nicht mehr bringen tja ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher wie ich damit am besten vorgehe weil titel aberkennen kann ich ja nicht da könnt ihr einfach ablehnen euch dann auflehnen jetzt treten ja auch noch weitere schäbige leute auf das gibt es doch nicht ich ich kaufe mir kein kriegsvolk ich kaufe noch söldner wenn es losgeht bist du aus dänemark abgezogen ja da konnte ich ja nichts mehr nichts mehr machen ich dachte du nimmst den laden ein ne das war jetzt ein anspruch als du tot warst war der anspruch weg ach so ja stimmt die geschichte ja ich vergessen scheiße aber denn du könntest noch unabhängig werden wenn du bock hast komm einfach zu den zu den guten mir kommt einfach zu den guten wird einfach dein eigener könig zu joker habe ich war wurde ich angesprochen ja möchte ich werden was 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 wo 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 setzt ihr mich da jetzt in irgendwelche dreckigen kleinen machenschaften rein was 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 ist eure was sie lehnen sich gegen den kaiser auf ja das ist praktisch ja cool da könnte es auch frei werden ja wo wo muss ich mich denn anmelden bei fraktionen gegen euren lehzerren klick klick und dann die unabhängig fraktion wählen übrigens jetzt in den letzten drei tretet ein in die unabhängigkeitsfraktion hier bin ich bin ich hier ich wollte nur so in den letzten 30 minuten auch noch sagen maurice also ist jetzt brauchst du wahrscheinlich eine halbe stunde um nicht zu rechnen aber ich finde eine ehefrau echt toll also ich sie mag mich noch nicht so gerne aber vielleicht reicht das ja in den nächsten 30 minuten noch gut gut maurice ist ja auch nichts persönliches na ach so ach so aber dein neuer ein neuer macker da ist einfach verzogen ohne ende der hat auch noch nichts geleistet außer in dänemark stimmen zu leisten ja das ist ja zu deinem alten herrscher konnte man noch aufsehen aber jetzt ist irgendwie so die luft raus auch wenn er auch schon ein bisschen senil am ende war ja einen weltkrieg um rügen begonnen hat aber es war nicht alles schlecht der kreuzzug der war noch schlecht aber der rest war in ordnung ja eben so ist das ultimatum wie läuft denn das jetzt eine gute frage wir müssen jetzt nur noch administrativ durchziehen ja kommt nur her ihr schurken wir müssen einfach nur forderung durchsetzen drücken oder du bist der mächtigste genau du musst das machen ach ich muss das machen sehe ich dass denn so ist auch mit am start hier wie sieht es bei dir so aus möchtest du noch mit aufspringen oder ich bin doch du bist auch mit drauf ach das stimmt du hast ja auch ein 9 du hast ja auch einen neuen herrscher jüngeren frischeren der zielstrebiger also sein vater sein vater hat ja nur die frauen im kopf jawohl jetzt kurz beschäftigt also seine frau ist das dritte mal schwanger also ich lasse mir nicht drohen abgelehnt er hat abgelehnt ist ja verrückt krieg ist er verrückt wir sind 27.000 ok gegen 25.000 das ist erst mal polen und england mit dazu holen oder kommen jetzt die verbündeten alle reihen natürlich das wird jetzt richtig lustig das wird der weltkrieg schon mal mit am start ich glaube das kannst du weil du der chef der sache bist sepp ach echt ja aber ich hätte noch aquitanien aquitanien ich kann nur der kriegsanführer geht nicht das ist halt wo maurice hebt schon aus hier aber ich habe jetzt schon bauchschmerzen jetzt passiert ja auch noch so viel kreuzzug in zentraleuropa oder wo müssen wir denn hin sagt maurice hätte noch mehr auf bündnispartner gehen sollen ja ich bin auch auf bündnispartner gegangen leider ist natürlich einiges davon gestorben nachdem der alte kaiser weg war ich hatte ja auch noch england aber leider okay das problem ist dass wir jetzt natürlich alle so ein bisschen woanders unterwegs sind nicht so truppen geben ich habe ich war ja ein nobler kaiser ja ich habe ja hier euch eure ein alter kaiser war ein nobler kaiser ich muss auch sagen das hat für mich auch ein bisschen schwierig weil ich bin halt mit der ältesten tochter des kaisers verheiratet das verstehe ich und jetzt gerade das dritte mal schwanger aber nachdem sie lüstern ist und ich lüstern bin glaube ich geht das schon die mag mich die wird man schon nicht übernehmen dass ich jetzt gegen ihre pappen den kriegt sie hoffe ich bestimmt nicht bestimmt nicht so wo kann ich denn wo ist dann an der armee wo ich mich einfach so anschließen kann so als zecke das problem mit dem vereinigen ist dass ich verstehe ich gerade nicht warum die polen hier nicht einfach mitmachen ja das ist aber tatsächlich natürlich schwer zu gewinnen muss man sagen das sind das sind schon sehr viele truppen die ihr da habt jetzt haben wir noch mal söldner mit dabei oder unten wird schon gekämpft dann können wir auch noch mal söldner also 2500 söldner kann man sich auch mal können ich bin mal bescheiden 1500 ich nehme auch noch mal welche wie moris das kann es aber nicht tun natürlich was hat er denn gemacht naja angeworben jetzt fangen die da alle mit ihren söldnern an und ich bin pleite furchtbar aber habe ich nicht den kriegsorden auch ja aber er ist kein alles gut alles gut ist gut er ist aber nicht er ist ja unser glaubt da unten sind noch 12.000 ja peng wir müssen da rein wo wir wo kriege ich hier die truppen wo das sind kriegsorden johannita da kriege ich die mit oder das scheiße ja jungs wir kriegen auf die fresse ihr schäbigen halunken bleiben unsere verbündeten nein das problem ist halt leute war mal kurz das muss ich wir können nicht ich kann nicht durch das halbe reich marschieren weil die ganzen burgen jedes mal verluste bringen von 200 300 400 500 mann wenn ich angekommen bin bei euch ist meine halbe method ihr seid so was eine halbe mehr das geht leider nicht so geht das nicht alle dran aber denkt dran ich habe deine tochter immer gut behandelt ja 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 da kommen dann noch 6000 leute mit anst du willst uns hier sterben das tun sollen steinwallen ja auch in dich kommt mal kommt man vielleicht auf meine seite oder so wenn ihr irgendwie eine schmale stelle findet wo ihr rüberkommen könnt das problem ist halt ich kann ich kann da jetzt nicht durchlaufen aber wir müssen da sowieso hin genau du musst ja zur hauptstadt ja aber wenn ich leute wenn ich ja aber dann macht doch mehr armee und gut ist jetzt kommt ja sogar zu mir und bums mich ja guckt mal leute wir haben ja schon plus 24 prozent wir müssen aber ein bisschen geduld haben ich werde euch du hast eingeredet! ich bin gerade gestorben! ich werde alles kloten! hier sind so viele! zum siegmänner! jetzt werde ich schon wieder gebummst! ja natürlich! 13.000 hat der hier! ich sterbe wegen einem fremden Krieg hier! ich sterbe wegen einem fremden Krieg hier! steinwallen! ihr alle in den kerker werfen und eure eingeweihte den hunden vorwerfen! leute wir müssen einfach zieht euch erst mal zurück sammelt euch im hinterland das geht mir zum zurückziehen! doch! also was diesen ne leute den krieg den gewinnen wir wir müssen einfach jetzt mal ruhig bleiben pass auf zieht euch erst mal zurück so dann kommt ihr irgendwie oben rum wo eine schmale stelle ist wo wenig festungen sind auf meine seite rüber und dann fangen wir an nebeneinander alle dinge zu belagern also ich also jetzt so das problem ist jetzt dass er zu mir kommt ich kann mich nicht zurück ziehen denn meine provinz mit meiner hauptstadt liegt neben der hauptstadt von maurice ich kann rüberwinken und es macht auch viel mehr sinn wenn wir von meiner seite angreifen und die hauptstadt als erstes einnehmen und nicht irgendwie ja ok ok dann komme ich zu dir ok alles klar ja das ist das klingt da muss ich aber das dauert sehr lange das will ich nur sagen ja das ist ok ich bin auch schon sehr tot also ich habe 1800 mann noch nicht zu unterstützen das muss damit gehen ich glaube ich geh lieber zu sepp rüber also nichts gegen dich sondern ich kann auch zu dir rüber kommen aber ich muss jetzt gerade mal eben kurz einmal verschnaufen ja ja ist schon klar na guck mal könig von aquitannien können mit rein nehmen ah der kommt von dir aus auch cool weil ich kann den nicht mehr hole rein was geht ich glaube ich glaube über über dich ich bin tot was war das jetzt eben du bist tot du bist gefallen das kann doch nicht sein ich bin tot das geht doch nicht wie sieht es mit der erbfolge aus sepp ja alles gut ne also mir gehört weiterhin alles aber schade aber jetzt habe ich natürlich ein bisschen was zu tun ja sowas aber auch ne steinwallen wo wo also ich komme mal rüber ja ich habe jetzt hier 8000 mann so die haben sie auch noch so zwei siebentausend aber da kommen auch 8000 von unten die uns dagegen pinkeln wollen ja wo hat denn die alle her ja ihr seid nicht die einzigen die söldner anheuern können es sind komm mal guck mal auf den kriegsüberblick es sind genau 29.000 gegen 29.000 kannst du mir kurz helfen komm der also ja ich mache schon los das wir können die schlacht ja haltet durch vielleicht komme ich rechtzeitig ich weiß es nicht da kommen noch 18.000 aber das sind nur so viele wie wir beide schon zusammen also es sind also er hat einfach mehr nein er hat genauso viel aber er hat sie besser massiert das ist halt der vorteil des kaisers ja weil wir noch drei ki leute noch haben und er einfach alles ich komm mit rein das hier ein bisschen besser ist ja so muss das genau steinwein renn noch rein in den meat grinder also ich würde sagen wir verlieren gerade in den fleischwolle was machst du denn jetzt in meiner hauptstadt da unten was machst du was ich in deiner hauptstadt mache ja gehst du bitte weg aus meiner hauptstadt jetzt das ist jetzt nicht dein ernst recht wird gesprochen in innsbruck sag ich dir was für recht man das ist also ich hab deine tochter immer gut behandelt ich muss sie jetzt zur rohe und ich verhandel auch deine frau echt gut so steinwein wie gefällt dir das ich sag jetzt einfach mal au ich hab euch gemacht ihr werdet nichts ohne mich au wie der da einfach mit 2.900 Mann hier es ist halt ja es ist schon hart also könig richard geht auch einfach nur also keine ahnung was der sich so vorgenommen hat aber der geht einfach ich lock ihn jetzt da kommen in den norden und ihr macht jetzt auch krieg jetzt leute ein sneaky angriff auf die hauptstadt und die sache ist gegessen dann nehmen ihn gefangen fertig ja das sind doch nur 3000 mannen einfach hin da irgendwie sepp du musst da hin jetzt wir haben plus 20 prozent das ist alles noch machbar nichts ihr seid nichts ach geil ja steinwein nichts mehr was willst du für einen sneaky angriff auf meine hauptstadt machen ich hab nur was die sind alle erledigt deine leute ach komm die erholen sich gleich wieder ich fliehe erstmal nach oben ist der mittlerweile 4.600 Denzel hast du eigentlich auch mitgemacht das sind nicht so viele ich hab auch hast du nicht meine guerilla an griffe in den wäldern mitgekriegt ich bin halt nur mal rechtzeitig wenn dann die 50.000 mann kamen umgedreht muss ich zugeben sepp kannst du pia geld schicken wenn sie mangel hat einfach geschenkt ich hab noch 27 achso du hast auch gekriegt ne ich hab alles in söldner reingeballert ja aber zu viel das ist ja dann zu viel gewesen ja also ich hab zweieinhalbtausend leute also zweieinhalbtausend ne ja die kosten halt auch unterhalt ne machst du noch plus sepp oder ich mach noch plus ja achso na dann ist gut dann hältst du ja noch ein bisschen durch also das ist gar kein thema aber aber insgesamt so Leute ihr müsst achso warte mal ich kann nicht meine mir geht es finanziell gut also ich kann mich nicht beklagen ich muss ich kann mir nur keine söldner glaube ich leisten oder manchmal schon oh ich kann auch ach was doch doch kann ich aber die sind halt alle nicht mehr gut die kommen denn jetzt noch hier was ist denn herzog von bar der gehört doch eigentlich mir das ist doch eigentlich meiner erkannt als ob als ob er jetzt hier die seiten gewechselt hat du hast ihn doch mir geschenkt aber jetzt holen wir hier unseren ersten Sieg der war dann zurück geschenkt oder so ich weiß nicht die kommen jetzt alle runter Leute also ja natürlich weil wir jetzt hier rein bumsen ja wir sind bei 27 Prozent ja ich werde aber macht ne macht irgendwie so eine quick belagerung quick belagerung quick belagerung quick belagerung das möchte ich auch mal wissen dann haben wir zum geilen belagerungsfuzzi und dann auf sie mit Gibril hier jetzt ist mal der moment für mauernstürmen gekommen jetzt ist egal verlust ist egal ja das ist jetzt der richtige moment so wir müssen sie jetzt einfach nur aufhalten guck mal wir können ich kann jetzt hier einfach blocken ich block jetzt hier einfach mit einer Truppe ich hab einfach Angst um meine Frau ich hab Angst um meine wunderschöne Frau die da unten in Innsbruck sitzt ich block jetzt einfach hier mit meinen Barbaren belagert ihr denn schon die Hauptstadt? ja natürlich voll lahmarschig sieben Monate musst du sie noch aufhalten du schaffst das ich belager die und du hältst sie sieben Monate auf stürme die Mauern oder sowas ja also bis dass ich da bin also da ist aber noch Halleluja das dauert noch ja okay jetzt wirds eng da unten oh ja komm doch auch mal wo bist du denn? ich was? ich hatte halt nur noch 900 Mann ich musste mich erstmal bisschen erholen ach man ey das jetzt hab ich jetzt hab ich das kann doch nicht sein jetzt gehts aber ich gegen 1000 Leute wollt ihr mich verarschen 20.000 Leute ich gegen 20.000 Leute ey Leute wir haben zusammen genauso viel wie der Typ das zu nehmen ja aber du bist nicht da scheinbar ich hab nur 1000 ich hab nur 1000 an mir liegs nicht wieso hast du eigentlich die Idee gehabt dazu? du wolltest uns klein machen ich werd nicht am längsten Leute warte 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 eure garstigen Ränke hier ich mein ihr macht dem Namen des Formats alle Ehre ich muss euch auch dafür loben das ist schon wie ihr das so ein bisschen hier zu Herzen nehmt das find ich gut ähm so kommt jetzt jetzt gehts gleich los jetzt gehts gleich los jetzt jetzt hab ich mich jetzt hab ich mich erstmal ein bisschen erholt ja dann komm mal her ich hab 20.000 Leute was hast du 25.000 Leute was hast du? ja komm doch mal zu mir ich weiß jetzt auch nicht wie lange ich glaub ich werd jetzt erstmal hier äh ein bisschen hier die 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 Verräterin im Süden lang machen die Verräterin im Süden? was soll das denn heißen? ich wurde hier angestiftet gegen mein Wehen das ist nicht meine freie Entscheidung hier ich lauf jetzt aber weg wir sind bei plus 36% wir haben immer noch wir haben im Gegensatz zu dir wir haben immer noch genauso viele Truppen wie er ja aber ich lauf du bist immer noch nicht da ey es geht nicht darum Leute wir müssen einfach nur wir müssen so ein bisschen Katz und Mausspiel machen weißt du aber er hat meine Frau nicht bekommen 80 Monate brauch ich jetzt noch jetzt sind wir bei minus 16% was ist hier passiert? er hat meine Hauptstadt er hat meine Hauptstadt ich komme ich komme ich komme also ich bin mir gehts gut 2700 Mann er hat 20.000 Leute wo sind wir denn gleich? ja guck dir das an ja aber weil unser König von England ist abgehauen mit 5000 Leuten ne? ja der kommt bestimmt gleich wieder es gibt gute Verbündete und es gibt schlechte Verbündete ja wir sind schlechte Verbündete für dich offensichtlich oh nein also auch wenn mein Chat gerade fragt du kannst also du kannst natürlich die Leute töten die die Verbündeten sind von Maurice also du könntest diese ganzen Eheschaften raustöten aber während einem bereits bestehenden Krieg wo Bündnispartner bereits zugesagt haben brechen sie dann trotzdem den Krieg nicht mehr ab also das hätte ich vorab machen müssen so Leute jetzt ist er doch hier wieder oben jetzt müsst ihr doch unten ja warte mal bist du wieder drin? ja ich bist du gerade alleine gegen die 20.000? ne ich hau ab weil ich nicht alleine gegen 20.000 kämpfe aber diese idiotischen Verbündeten kämpfen tja oh nein was soll ich halt machen aber das ist jetzt aber das ist jetzt das ist jetzt der Moment wo ihr unten jetzt die Mauern stürmen müsst ach so wie gerade meinst du ich habe das eingenommen und da unten fällt gerade so wie gerade ja also zuerst Leute zuerst die Hauptstadt zurückerobern das ist das Wichtigste von Pia nicht Brixen von Pia zurückerobern das ist noch wichtiger ich glaube also ich gehe jetzt mal über Lothring ich komme mal über alles alles noch im grünen Bereich 26 red dir das ruhig ein red dir das ein ich versuche Steinbein hinterher zu kommen damit ich mich anschließen kann so ich komme jetzt erstmal hier zu Sepp und dann bilden wir jetzt hier eine neue Front oh ja bild ruhig deine Front ich hole mir da bald deine Hauptstadt ah das ist alles nicht schön da holen wir uns erstmal das ist alles nicht schön man also ich glaube also nichts gegen deine strategischen Ideen Steinbein aber die Umsetzung ist eine Katastrophe ja weil ihr es nicht so macht wie ich sage Sepp dein Vorschlag ich folge jetzt dir so ich komme jetzt erstmal zu Sepp so zusammen haben wir jetzt schon mal 16, 17.000 halb so viel wie er wo ist denn Aquitanien eigentlich? ja keine Ahnung wir sind einmal reingerannt und wurden auch wieder weggesnackt wieso hat er eigentlich Byzantinien weil ich ein Sündnis geschmiedet habe so wenn du jetzt wenn du jetzt Brixen einnimmst crasht das Spiel wahrscheinlich wieder was es stehen hier nicht in 9.000 Mann rum bist du da Sepp? ja ja lass mal los jetzt hier wo denn wo denn wo denn ah da da ja guck mal ich bin da auch schaut doch gar nicht so schlecht aus dann ja schaut gar nicht so schlecht also nur ein bisschen schlecht ich fall da unten halt aber macht ja nichts so was machen wir jetzt? ich versuche gerade noch ich versuche gerade noch Verbündete auch zu kriegen ich verheirate gerade meine Kinder an alles ihr seid zu schnell was dieses Scheiße da durchzulaufen das bringt so viel Verlust ey ja dann lass mich einnehmen einfach ja da verliere ich 1.000 Mann 1.500 Mann wenn ich da hinmarschiere ja aber nicht wenn du einnimmst danach erholt sich das ja wieder ja ja klar ja aber das ist halt dieses publige Einnehmen wenn er Prag erobert wie kommen wir denn da hin? also wir müssen jetzt sein Ding seine Hauptstadt angreifen der übernimmt gerade deine Hauptstadt ja oder hier Pias Hauptstadt zurück Pias Hauptstadt zurück erobern ja da kommen wir aber nicht hin also das ist sinnvoller seine zu nehmen und hoffen dass wir ihn vielleicht kriegen oder ist einer in der Armee drin? kämpft er in der Armee? so was? sich gefangen genommen Steinwallen ooooooh ooooooh was? jetzt wie ist das? mein Freund ja ok ich würde sagen Respekt GG das Ding ist zu Ende so stirb Sehr geil. Okay, ich verbeuge mich. Der neue König von Böhmen, 18 Jahre alt, ist wieder ganz kaisertreu. Alter, jetzt hat er auch ein Gebet, der Zipf. Scheiße, Katastrophe. Das kann nicht sein. Okay. Ja, ich würde sagen, das ist doch jetzt der perfekte Moment. So, ach, du willst... Für ein Schlusswort. Du wirst jetzt auch noch ein... Nee, 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 Sepp, du wirst jetzt abgemurkst. Was? Läuft der Krieg noch weiter? Ach so. Ja, Sepp, ihr wollt jetzt hier einen Frieden, wo dein Typ gesagt hat, es ist allen bewusst, dass ich euch geschlagen habe. Ja, ja. Hallo, ich gewinne hier gerade Schlacht um Schlacht. Ja, komm, aber sehen wir gleich, was du hier alles gewinnst. Ich habe ja noch 15.000 Mann am Start, die da jetzt gleich hier Schlacht um Schlacht gewinnen. Jetzt will der König von England mich in den Krieg rufen? Was ist mit dir falsch? Du sollst mir erst mal helfen. Der hat auch einen Unabhängigkeitskrieg. Was ist denn da los? Der hat auch nur noch 1.800 Mann, der Typ. Ja, da bin ich dabei. Vertrag von Söldnertrupp läuft ab. Ach du Scheiße, jetzt werde ich richtig gebummst. Ich glaube... 1.000 gegen 10.000. Ich würde als kaisertreuer Versall mal sagen, ihr solltet kapitulieren. Das wird nix. Warte mal. Also, Maurice, ich gebe dir noch eine letzte Chance. Überleg dir das gut. Ich komme da also... Guck dir diese Schlacht hier an, Zepp. Wie dein Typ hier weggemurkst wird. Ja, jetzt drück einfach. Schön, schön. München, die Entscheidungsschlacht in München. Das finde ich auch gut. Oh, meine Frau ist schwanger. Ja. Andi, der Skandal. König Henry ist der Vater? Ekelhaft. Alter, meine Schwester, was macht die denn? Ich finanziere den ganzen Krieg übrigens die ganze Zeit mit Spenden vom Papst. Ich könnte mir das nie im Leben leisten alles. Aber der gibt mir ständig irgendwie 800 Gold pro Bitte. Hä? Was? Warum? Wir müssen den Papst töten. Das ist das. Ja, wirklich. Wir hätten einfach den Papst töten müssen. Ja, weil ich halt... Ja, ich bin in den Kreuzzug gezogen. Ich habe mich aufgeopfert für die Kirche. Ich auch. Ja, stimmt. Ich nicht. So, jetzt muss ich jetzt mal ein bisschen die Truppen... sich sammeln lassen, dass sie wieder Vorräte, äh... So, Leute, ne? Also, ich, also... Also... Nimmst du jetzt endlich mein Angebot an, oder...? Ich habe es doch schon längst abgelehnt. Ja, aber nimm das doch mal an. Das... Hast du kapituliert, oder was? Nee, er wollte... Er wollte irgendwie so einen Frieden, wo ich einräume, dass er gewonnen hat. Nee. Nee, das hast du dann falsch gelesen. Echt? Das war der Text bei mir. Nee, das war meine, glaube ich. Dann lies es doch einfach mal richtig. Ach so. Ja, dann... Komm, mach ich doch jetzt mal hier Forderungen erzwingen. So. Ja, genau. Komm, setz dem jetzt ein Ende. Dann kannst du jetzt annehmen. Können wir noch ein paar Minuten warten? Dann krieg ich hier noch eine Stadt und ein bisschen Gold. Ich kompia, das ist jetzt... Du kannst halt den Spielstand weiterspielen. Ja, nee, Sepp, du schickst mir die ganze Zeit hier das Ding, wo... Ah, auf der Art und Weise will ich das jetzt noch drehen. Denkst du, ich bin völlig blöd, oder was? Nein, aber du willst einfach endlich Ruhe. Wie bekommst du damit? So, hier. Ich finde es gut, dass hier jetzt das Format bald ja endet und eure schäbigen Ambitionen eine Fußnote der Geschichte sein werden, wo sie hingehören. Guck mal, ob wir vielleicht noch hier... Vielleicht kriege ich Sepp auch noch gefangen genommen. Nee, ich bin ja nicht mal dabei, also es funktioniert nicht. Komm, Sepp, zögerst du nicht lange noch raus. Das ist ein Elend. Da hat er aufgegeben. Wie hast du mich denn auch gefangen genommen? Aber ich habe noch nichts gemacht. Wie ist es so aus wie Patrick Stewart? So, Leute, so, Leute. Ist die Sache vorbei jetzt? Das gibt es doch nicht, ey. Ich könnte aus dem Kerker fliegen. Ja, okay. Das klingt auch spannend. So, Maurice, das hast du gut gemacht. Jetzt werdet ihr alle noch hingerichtet. Alter, spiel. Wieso bist du jetzt... Nee, das war's mit weiterspielen. Da gibt es noch viel mehr. Gut, das war's mit dem Spielstand. Er hat uns wirklich hingerichtet. Mich auch. Jede einzelne von euch, jeder einzelne Verhältnis. Nein. Weg mit euch und anderen Vasallen. Nein. Damit hat sich mein Königreich aufgeteilt. Ja? Ich bin jetzt eigentlich unbedeusend wieder vor. Nein, du bist doch noch genauso. Und ich bin Kaiser auf Prinz Gottschalk hier. Weg mit dir. Aber ich möchte mal betonen, dass Denzel hat sich echt verbessert. Er ist jetzt provinzialisch. Oh. Ich schmecke bestimmt gut. Oh Mann, ey. Na los, kommt. Lasst uns das jetzt weg. Das war sehr cool. Also wie gesagt, ich hätte gerne am Ende eine Statistik, wo steht, wie viele Menschen gestorben sind oder wie viele Liter Blut vergossen wurden oder wessen Konto das geht. Für Rügen. Ich meine, für die Freiheit zu kämpfen hat es sich ja noch gelohnt. Aber für Rügen. Ach, es gibt den Befehl Massenhinrichtung, sagt mir gerade jemand im Chat. Ja, ja. Da kannst du alle im Gefängnis. Wo ist der denn? Hier, Massenhinrichtung. Alle im Gefängnis? Oh je. Auf einmal erledigen. So, ich habe jetzt minus 2000 Frömmigkeit. Der Papst fühlt sich vielleicht auch ein bisschen verarscht. Jetzt gibt er dir nur noch 5000. Oh mein Gott. So. Oh Gott, ihr müsstet diese Meldung hier sehen. Ich kriege gerade, der Bildschirm füllt sich mit Gefangener hingerichtet. 30 Stück oder so. Oh Gott. Wir haben einen Massenmörder an der Spitze des Reiches. Was haben wir getan? Wir müssen es nochmal losreißen. Also anders sehe ich das nicht. Mein Vater hat mir beigebracht, immer nett zu den Leuten zu sein. Aber offensichtlich war er ein Idiot. Und man muss mit harter Hand regieren. Um ein Kaiserreich. Halleluja. Gut, dass ich für acht gejudgen wurde. Ja, ich gebe zu. Ich habe ziemlich Panik geschoben. Ich habe es dann schon kommen gesehen. Aber ich habe nicht ganz kapiert, dass ihr mir erstmal so überlegen sein würdet von der puren Truppenzahl. Wir haben das die byzantinischen Verbündeten einfach gerettet. Ja, die Byzantiner waren stark. Plus die Engländer sind abgehauen. Und die, was war das? Die Polen, die sind einfach reingerannt und haben sich einfach direkt wegmachen lassen. Ich glaube, die kamen ein bisschen weniger damit klar, dass ihr mehrere Armeen halt hatte. Ja, ja, genau. Bei mir war es so, die Byzantiner mussten sich ja nur meine einen Hauptarmee anschließen. Und dann war das ganz gut. Und ihr kamt so, weil ihr ja Unabhängigkeit kriegt von allen Seiten. Und die Verbündeten wussten nicht ganz, wohin sie jetzt sollten. Und deswegen hat ja zum Beispiel Polen hier voll den Scheiß gebaut. Und ist in meine Riesenarmee reingerannt mit 3000 Mann. Genau, du hattest alle deine Truppen auf einen Haufen und wir nicht. Das war der entscheidende Unterschied. Ja. Aber du hast es auch gut ausgespielt dann noch. Also, war schon gut. Ich bin ja doch froh, dass, nachdem ich letztes Mal eindeutig der größte Fail in der Runde war, dass ich das diesmal ein bisschen hier, ein wenig Ehrenrettung betreiben konnte. Aber ich fand es eine richtig coole Runde. Das war sehr lustig. Wir sind weit gekommen vor allem. Das finde ich krass. Ich bin Kaiser geworden. Das ist auch halt enorm. Wir sind halt mega weit gekommen. Wir haben ja wirklich mehrere Könige, einen Kaiser und jetzt nochmal wirklich so einen richtigen Weltkrieg ja am Ende. Wo ja wirklich irgendwie 40.000 Soldaten aufeinander geprallt sind. Mega cool. Das war schon echt cool. Und es war ein bisschen anders als letztes Mal, dass wir so alle im gleichen Land waren. Ich habe am Anfang, deswegen war das auch natürlich super, dass wir das jetzt noch gemacht haben. Wir sind ja gar nicht so viel gegeneinander, was natürlich so ein bisschen weniger Action gibt. Aber ich glaube, wir haben das gut kompensiert am Ende. Und ich vermute mal, neben eurer schäbigen Ehrlosigkeit ist ja das noch ein nobleres Motiv, das ich euch durchaus zuschreiben mag, ein wenig Action noch schaffen. Ich fand es geil. Was ist euer Fazit? Ich fand es auch sehr cool. Also es hat echt mega Laune gemacht. Ich fand es auch cool, dass man sich so ein bisschen gegenseitig geholfen hat auch. Also dass manche einer nicht von den Schicksalsschlägen so komplett rausgerissen wurden. Das macht glaube ich dann auch nochmal auf lange Sicht sehr viel Spaß. Und wir sind echt weit gekommen. Also war cool. War echt ausgeglichen. Das kann das Spiel ja tatsächlich machen. Ich finde das ist eine seiner schwierigeren Faktoren im Multiplayer. Es kann halt passieren, dass ein Spieler einfach Pech hat bei irgendwelchen Events oder sowas. Und dann so ein Problem kriegt. Letztes Mal war es ja ich. Ich habe glaube ich drei Stunden nur eine Grafschaft gehabt, weil alle meine Appentäte fehlgeschlagen sind. Und ich finde den Intrigen-Lebenswandel nicht so geil tatsächlich. Ich habe ihn ja selber letztes Mal gespielt. Ich finde, der ist halt gerade für den Anfang nicht gut. Der ist besser, wenn du anfängst mit Verwaltung oder Kriegsführung und dir wirklich was erobern kannst. Diplomatie ist am Anfang geil. Ich finde Renkespiel so stark. Also du hattest wirklich einfach Pech letzte Runde. Ich spiele mich mit Renkespiel, wenn ich halt nicht drei Schlachten, die mir grün angezeigt werden, hintereinander gegen Brixen verliere. Dann spiele ich mich mit Renkespiel tatsächlich gerne auch mal, wenn ich es wirklich darauf anlege, innerhalb von einer Generation auch zumindest Königstitel hoch. Also da geht echt viel. Da hast du wirklich Pech gehabt letztes Mal. Diesmal hattest du ja dafür einiges Unglück, was Brixen angeht. Ich hoffe, du hattest trotzdem deinen Spaß. Unfassbar, aber ich habe jetzt erstmal genug von Brixen. Das brauche ich nicht mehr. Das sagst du jetzt. Wir haben nach dem letzten Event, wo wir auch acht Stunden Crusader Kings gespielt haben, nochmal ein bisschen in Discord geschrieben. Und um zwei Uhr nachts, man bedenke, am gleichen Tag nach den acht Stunden, sah ich plötzlich, Churioka spielt Crusader Kings 2. Und auch mal die ganze Nacht durchgezockt. Ja, aber nicht in Brixen. Ich liebe das Spiel, ja. Denzel, dein Fazit. Respekt, dass du Kaiser geworden bist. Das ist nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, war das jetzt eine Generation bei dir nur? Es war der eine Typ, der bis zum Kaiser gekommen ist, ja. Vom Grafen von Eschenlohe. Wie alt bist du denn jetzt? Nee, der ist gestorben. Gegen den Zweiten hat der dann rebelliert. Siehst du, Denzel hat nicht mal eure fadenscheinige Begründung verstanden. Ja. Der hat einfach nur gesagt, jawohl, verraten mache ich. Nachdem ich 10.000 Leute in Dänemark für dich geopfert habe. Das ist hier die Wahrheit. Er erfahrt sich eine Generation, der hat aber auch recht lange gelebt. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade im Heiligen Römischen Reich Diplomatie besonders stark ist. Deswegen wurde ich halt gewählt, weil ich einfach bei allen so beliebt war. Und ich hatte diesmal auch, ich habe ja bei beiden einen Rollenspielcharakter genommen. Und diesmal hatte ich das Glück, dass der halt nicht wie letztes Mal für die Religion komplett sündig war. Also ich hatte haufenweise tugendhafte Eigenschaften, die mich auch beliebter gemacht haben. Ich war einfach mega beliebt. Und ich glaube, deswegen wurde ich so leicht gewählt. Und der zweite König hätte es auch einigermaßen gehalten, wenn halt nicht hier gewisse Schurken, gewisse Taten vollbracht hätten. Er ist ja immer noch da. Ja, das stimmt. Und ich habe auch gerade noch dann wirklich kurz vor knapp schnell noch eine Tochter nach Byzanz verschachert, weil die ganzen Bündnisse der alte König hatte. Ich hatte ja auch England vorher, war ja weg. Ja, das war dann der Winner-Move. Das Byzanz-Bündnis. Ja, absolut. Steinwallen, was ist noch dein Fazit? Ja, es hat wieder großartigen Spaß gemacht. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss, wenn irgendwas super cool ist, dass das nächste mal gar nicht da rankommt. Aber das hat sich alles dann sofort gelegt. Ich fand es sogar noch geiler. Aber da bin ich subjektiv. Lässt mich mal die Brenne. Scheiße für mich. Diesmal hatte ich Glück. Was fandet ihr von den Regeln her? Fandet ihr das jetzt richtig? Würdet ihr nochmal was ändern von den Regeln fürs nächste Mal? Nö. Das fand ich gut so. Ich fand auch. Also weil du hast nicht die ganze Zeit das Problem, dass du gucken musst, okay, wenn jetzt dein Nachfolger irgendwie stirbt oder du verreckst, das bringt dich immer so, finde ich, komplett raus. Und du planst richtig gut. Und du stehst kurz davor, irgendwas Geiles, du wirst fast König und dann, ups, ist dein Typ weg und dann verlierst du alles. Und ja, das ist, ich glaube, das fand ich gut. Ja, also es führte einfach dazu, dass wir halt auch so weit kommen konnten, halt so Königreiche aufzubauen. Sonst wäre das, glaube ich, schwieriger geworden. Ja. Tia, was wäre dein Fazit, als die, glaube ich, vom Schicksal am meisten gebeutelte von uns, von Brixen vor allem? Ja, ich glaube, sie ist gerade in ihrem Chat. Ja, genau. Ja, völlig okay. Oh, ich bin gemütet. Upsi, sorry, mein Fehler. Also ich finde von den Regelungen und so weiter, fand ich es gut und passend so. Da würde ich echt gar nichts anpassen mehr davon, weil ich fand, dass das ganz cool war. Ich glaube nur, worauf man halt ein bisschen achten muss bei so einer Runde, ich finde, wenn man jede Stunde eine Besprechung macht und dann quatscht man 20 Minuten und dann spielt man 30 Minuten, um 20 Minuten zu quatschen. Also mir waren die Besprechungen tatsächlich zu lang und ich muss auch sagen, so viel Spaß es gemacht hat, acht Stunden lang mit fünf Leuten im Voice zu reden, die alle parallel reden, miteinander reden und gleichzeitig mit ihrem Stream reden. Also mir hat es zwischenzeitlich die Sicherung rausgebrannt, weil ich einfach keinem Gespräch mehr folgen konnte und es nicht mehr geschafft habe, mich auf den Text zu konzentrieren, weil ich halt auch mithören wollte die ganze Zeit, was ihr redet, was halt lustig ist. Aber mich hat das halt zwischenzeitlich komplett rausgebracht und ich glaube, da vielleicht eine Lösung zu finden, in der man schon zusammenspielt, aber vielleicht auch schaut, weiß ich nicht, dass man sich dazwischen vielleicht mehr rausnüttet oder weniger redet. Ich weiß es nicht, wie man das machen könnte. Da ist es mir wirklich schwer gefallen, mich dazwischen dann zu konzentrieren. Aber ich wollte mich halt auch nicht komplett dann aus dem Discord rausnüten, weil dann kriegt man es ja auch wieder nicht mit, wenn man angesprochen wird. Also das fand ich nicht ganz optimal tatsächlich. Ich fand, es hat halt eben auch die Vorteile, ich fand zum Beispiel, ich glaube, der Krieg jetzt wurde für den Zuschauer auch deutlich unterhaltsamer, dadurch, dass wir alle gleichzeitig und nicht quasi ich alleine geredet habe und ihr vier in der Gruppe zum Beispiel, weil dann konnten wir ja, sage ich mal, auch ein wenig Trash-Talk austauschen. Du hast schon recht, ich würde vielleicht nächstes Mal allein schon mal die Recaps vielleicht nur noch alle zwei Stunden machen, zum Beispiel. Bin noch nicht sicher, wie man es eben macht, so vielleicht irgendwie jede halbe Stunde wechseln zwischen Solo-Chat und Gruppen-Chat oder sowas, weil ich finde gleichzeitig schon, dass das gemeinsame Reden gibt dem Ganzen auch viel. Aber ist schwierig, gibt ja schon recht, ist auch anstrengend. Vielleicht macht man es so, dass man die Option einfach mit reinnimmt, dass man sich auch mal, keine Ahnung, fünf Minuten rausnimmt und die anderen sind ja noch da, also dass halt einzelne Leute auch einfach sagen können, okay, jetzt möchte ich mal fünf Minuten mit dem Chat quatschen und die anderen sind dann halt noch da. Oder wenn zwei sich rausnehmen, sind immer noch drei Leute da. Das ist ja gar kein Thema. Und hat auch in der Mitte irgendwann gemerkt, dass es halt an sich ein bisschen ruhiger auch zwischen uns geworden ist, weil jeder so für sich gerade voll in seinem Game war und dann hätte es auch nicht geschadet, wenn du dich gerade mit deinem Chat rausmutet und dann mit dem kurz quatscht. Also ich glaube, da hätte man einfach sagen können, okay, wenn du möchtest, kannst du machen und nicht so ja, lieber nicht. Und auch das mit den Besprechungen, kann man, also man könnte es vielleicht sogar wirklich stündlich machen, aber dann halt wirklich sehr kurz. Dass man sagt, okay, sag mal eben kurz und knackig in einer Minute, was ist bei dir passiert? Was ist los? Dann sagst du, yo, ich habe hier gerade Krieg geführt und ich baue gerade mein Reich auf und gleich möchte ich, keine Ahnung, Frankreich angreifen. Fertig. Das wäre, also in einer Stunde, finde ich, ist es schon okay, aber halt nicht zu lang. Ja, das wäre auch ein bisschen, nehme ich auch in meine Kappe, wäre meine Verantwortung auch als Moderator gewesen. Ich neige selbst eher zum Schwätzen, wie ihr ja alle schon inzwischen zur Genüge mitbekommen habt, da dann eher so auf Kürze und Würze zu setzen. Und wegen dem Chat überlegen wir nochmal. Ich sehe jetzt eben auch gerade im Chat, sagen auch viele so, das gemeinsame Reden hat ihnen sehr gut gefallen. Ja, genau, sagen sie bei mir auch, ja. Aber es ist richtig, dass wir uns auch vielleicht ein wenig schonen müssen. Es gibt ja auch Perioden, wo vielleicht auch gar nicht so viel passiert und man sich ein bisschen auf sein eigenes Reich konzentriert. Das können wir auf jeden Fall noch bereden, denke ich. Es wird auf jeden Fall wieder ein Ränkespiel geben und jeden hier würde ich jederzeit wieder einladen. Ihr wart alle fantastische Gäste und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns alsbald irgendwann mal wieder zusammenfinden. Vielleicht auch nicht gleich nächsten Monat, wir wollen auch noch andere Spiele hier in diesem Format spielen. Dazu auch gerne, schreibt mir im Chat oder auf Twitter unter Hashtag Ränkespiel, was ihr gerne hier noch für Spiele und für Gäste sehen wollen würdet. Ich habe zum Beispiel gedacht, nächsten Monat vielleicht mal Anno 1800 oder sowas wäre eine Option. Also wir wollen halt hier die coolen Strategiespiele dieser Welt wollen wir hier zur Schau stellen mit coolen Gästen, die sich auch auf sie verstehen. Und ich finde, man hat heute gesehen, wie verdammt unterhaltsam das sein kann. Ich bedanke mich sehr, sehr bei allen von euch, die ihr mitgemacht habt. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr alle Bock hattet und alle voll am Start wart. Das war nur deswegen eine so coole Runde, weil die Gäste so fantastisch waren. Und natürlich auch an all unsere Zuschauer Ich wollte nur sagen, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und an all unsere Zuschauer da draußen, auf allen fünf Kanälen, wo auch immer ihr seid, seid ihr auch ganz fantastisch. Vor allem an die, die jetzt wirklich ernsthaft diese acht Stunden mit uns verbracht haben. Vor denen habe ich sehr viel Respekt. Und ja, habt ihr noch was zu sagen zum Schluss? War super. War geil. Und ich kann jetzt auf jeden Fall befriedigt ins Bett gehen. Voll gut. Der letzte Kampf, der hat mir noch mal alles gegeben. Das hat sich so ein bisschen aufgestaut, weil Frankreich wollte nicht. Und jetzt konnte ich endlich mal Druck ablassen. Ja, genau. Wir brauchten ein Ventil. Ich hatte so 2000 Gold auf der Kante und das musste irgendwo hin einfach. Ja, absolut. Deine Probleme will ich haben, ey. 2000 Gold. Jetzt bin ich Quimsi nicht losgeworden. Ich hatte nachher diese sechs Kriegsfraktionen, alle auf Stufe 8. Hab, glaub ich, minus 50 alleine dadurch gehabt. Das war großartig. Das war cool, mal da drauf zu spielen. Krass. Ich finde es aber echt immer noch faszinierend an dem Spiel, wie unterschiedlich es sein kann, je nachdem welchen Herrscher und welchen Spielstil du wählst. Man merkt, finde ich schon krass, wie sich das auswirft. Wir hatten jetzt wieder so, dass wir ein paar sehr unterschiedliche hatten. Und das gefällt mir echt gut. Ich hab immer noch das Gefühl, dass ich nur an der Oberfläche von dem Spiel gekratzt hab. Obwohl das jetzt schon das dritte Acht-Stunden-Event war, das wir durchgezogen haben damit. Mega gut. Ja, echt cool. Ich werde mich da mal auskriegen. Jawohl. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wünsche ich euch ebenso allen. Ich werde auch ein bisschen mit meinem Chat hier noch reden. Dann verabschiede ich euch an dieser Stelle alle. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Und bis hoffentlich bald im Ränkespiel. Wie gesagt, jeden Monat ab jetzt, jeden letzten Tag des Monats, Samstag, wollen wir das hier machen. Mit vielen Gästen, vielen Spielen. Bis dann. Danke an alle. Tschüss. Tschau, schönen Abend noch. Okay, Leute. Wir sind unter uns, glaube ich. Müsste so sein. Wow. Was für ein Event. Schön, dass ihr dabei wart. Wahnsinn. Wahnsinn. War auch richtig geil, auch wenn wir verloren haben, dass es am Ende noch richtig gute Action gab. Das ist der Vorteil an so einem One-Shot, dass man es ganz gut krachen lassen kann noch zum Ende raus, weil hätten wir jetzt weitergespielt, dann hätte man wahrscheinlich das niemals riskiert, weil von den Zahlen her war es halt eine super knappe Sache gewesen. Es war klar, dass das heikel wird, aber das musste einfach sein. Und gegen Denzel zu gehen, das wäre nur eine Notlösung gewesen, weil er war ja nun massiv unterlegen. Das wäre ein bisschen traurig gewesen. Aber was mich gefreut hat, die Strategie, die wir am Anfang gefahren haben, die ist voll aufgegangen. Also das hat wirklich super geklappt. Mit dem Diplomatie-Weg, mit den kleinen Bündnissen, damit dann Böhm zu bekommen, das war übrigens auch super spannend, die ersten vier Stunden, wie wir König von Böhm geworden sind. Leute, da waren zwei Kriege dabei, wo es ziemlich schwierig aussah. Und das ist genau das Ding, auch bei diesem großen Krieg am Ende. Man darf da nicht in Panik geraten, wenn man mal eine Schlacht verliert, wenn der Gegner einen killt. Man kann in diesem Spiel durchaus immer noch zurückkommen. Aber gut, es war einfach das Problem mit vier Leuten, dezentrale Armeen, x Verbündete gegen einen, der alles zusammen hatte. Das war kaum zu gewinnen, ehrlich gesagt. Okay. Wahnsinn. Ihr habt jetzt in den letzten Stunden so viel unterstützt. Da würde ich mich nochmal bedanken. Bei dem geschätzten Bendaxon, bei Atlan74. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Für deinen Cheer. Bendaxon. Für die Geschenkabos. Alex von Schlesien. Herzlichen Dank. Gendroff. Danke fürs Abo. Bodypacks. Danke für die Cheers. RAL 9500. Vielen, vielen Dank. Alex von Schlesien. Nochmal am Start. Oh, mehrfach. Immer zu gecheert. Vielen, vielen Dank. Um Gura. Ebenfalls. Jon Rungholt. Danke für deine Abos. Goodbye Cube. Und wieder Alex von Schlesien. Mann, 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 Mann. Vielen, vielen Dank. Bloody Chromier. Darf Morley. Und nochmal Alex von Schlesien. Warum haben wir nicht Schlesien befreit? Hätte ich das vorher gesehen. Tillobief. Vielen Dank für dein Abo. Zyriana. Und Meister Davod. Mehr sehe ich jetzt hier nicht. Warum auch immer. Eben noch Rewebo. Eben noch Rewebo. Eben noch Rewebo. Elf for you. Cartoon. Reformed. Bröki. Und Volltrottel 27. Und Polaranga. Und Bingeli 4. Auch dir sei herzlich gedankt für die Cheers. Liebe Leute. Ich lasse das Ganze hier noch so ein bisschen ausklingen. Ich mache eine kurze Pause. Von vielleicht fünf Minuten. Dann hole ich mir noch ein Feierabendbier. Und dann können wir nochmal ein bisschen. Dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen sacken lassen. Ja. Die Birne raucht mehr. Acht Stunden. Ist schon eine lange Zeit. Aber. Ja. Es ist eigentlich gut gelaufen. Ich muss mal sagen. Also wir hatten. Wir sind konstant. Von Null auf König. Haben absolut mitgemischt. Hätten wir das Spiel solide weitergespielt. Wäre da noch sehr viel mehr möglich gewesen. Alles gut. Wobei Sepp mit seinem Lothring. Das war schon auch ein großes, gutes Reich. Respekt. Kalum90. Auch dir nochmal vielen Dank. So. Für alle, die jetzt ins Bett gehen. Denen sage ich guten Nacht. Ich weiß gar nicht, warum bei mir der Chat hier nicht durchläuft. Keine Ahnung. Hier ist irgendwas schief gegangen. Ist auch egal. Ihr seht ihn ja auf Twitch. Ich mache eine kurze Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn ihr Lust habt. Alle anderen gute Nacht. Beim Schief gez handickelt. Ich weiß gar nicht. Wenn ihr Lust habt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja cool man muss doch sagen vom von der zuschauerzahl war wir zwischenzeitlich bei fast 2000 habe ich gesehen das war ja noch mal von der aufmerksamkeit noch mal eine nummer größer als beim letzten event ja war im vorfeld glaube ich auch ein bisschen mehr getrommelt worden dadurch dass mit dabei war war auch noch mal die die sache ein bisschen größer einmal waren es 2100 crazy man sieht ja welchen whisky trinke ich ich trinke viele whisky weil wir immer an jeden zweiten freudag hier ein tasting machen da kommt einiges zusammen aber so mein geschmack ist relativ breit gefächert muss ein guter whisky sein schottischer single malt am liebsten alex noch mal vielen dank und candyman 5g ebenfalls ja die kriege am anfang die waren tatsächlich ein bisschen heikel das war sehr spannend aber gott sei dank wenn man ein bisschen ruhig bleibt dann geht das häufig es war ja auch von der gemengenlage ein bisschen knapp hätte es eine zweite dritte session gegeben da hätte ich schon die ehrgeiz den ehrgeiz gehabt irgendwie auch selber mal kaiser zu werden man muss dazu sagen ich glaube selbst ohne meine stimmen wäre maurice kaiser geworden also es gab ja zwischenzeitlich die situation wo ich vorne lag aber als dann maurice herzog war da hatte ich keine chance mehr er hatte einfach noch mal einen besseren diplomaten als ich das ist der entscheidende punkt glaube ich da das komplette event hatte 13.000 oder mehr ja geil sehr sehr gut sehr schön königreich erobern kriegsgrund nehmen das haben wir hat man als christen nicht ja da kriegt man halt nur braucht man anspruch und das ist sehr sehr schwierig halt geht in der regel über erbschaften und so was im langen event schwierig zu organisieren naja die sache wird sich ja etabliert die gäbe es da willst du ja jetzt jede an jedem samstag im letzten monat machen wobei ich habe schon von vornherein gesagt das ist mir zu viel also ich kann nicht jeden monat einen samstag da bringen aber so im schnitt würde ich sagen jeden zweiten monat bin ich gerne mit dabei allerdings echtzeit wird nicht mein ding sein also wenn die echtzeit spielen glaube ich eher nicht ne ich bin ein bisschen außer atem ja tatsächlich also mir geht's gut mir geht's gut bloß zu acht stunden oder ist ja auch noch eine vorbereitung man muss das technisch alles einrichten also ich bin im prinzip mit diesem event seit weiß ich nicht 14 uhr beschäftigt mindestens das ist schon eine menge anno 1800 naja wenn das nächsten monat so stattfindet bin ich nicht dabei weil ende nächsten monat dass die digitale steincon die convention in steinweins lager das ist die crowdfunding plattform bei patreon und steady seht ihr hier unten und da machen wir einmal mehr eine steincon diesmal klar digital und die findet dann da statt 3 gegen 3 weiß ich nicht ich finde es so eine feste team bildung muss vom spiel muss beim spiel irgendwie so funktionieren das kann man natürlich auch machen ja also bei cif mag das gehen bei ck3 finde ich es zu diffus also das muss man von spiel ging von spiel zu spiel ab machen bei ck3 muss einfach das ganze flexibler sein weil da viel zu viel unterschiedliches passiert die unabhängigkeit habe ich nicht erlangt der krieg ist verloren gegangen gegen moris plus das byzantinische reich hatten wir dann doch keine chance warum ich bin gewählt hatte weil wir sollten alle in die nähe unserer heimat gehen aber meine heimat ist zu dem zeitpunkt nicht teil des heiligen römischen reiches ich hätte dann weiter südöstlich gehen können aber das fand ich nicht attraktiv konnte ich mich nicht gut mit identifizieren zumal dort dass die ausgangslage auch schwierig ist sind da ist das volk überall slawisch und so weiter und böben da gibt es mehrere bezugspunkte der gute alte wallenstein ist ja ein böhmischer graf außerdem mein echter nachname bliemel heißt er übrigens das ist hat sich mal ergeben recherche technisch ein böhmischer also ein tschechischer ursprung irgendwie heißt irgendwie goldstück oder so offenbar gibt es da vorfahren aus der richtung und außer den pilsen ist doch auch der perfekte ort um zu starten es waren also drei gute gründe um in böhm anzufangen außerdem fand ich ganz gut dass das relativ kompakt war man sich hübsch da erstmal mit dem königreich beschäftigen konnte hat sich auch als gut erwiesen ob ich wegen rügen krieg geführt hätte ich glaube nicht was das ziel von denzel war ich glaube er wollte einfach nur groß werden aber hatte dann nicht das thema erbrecht glaube ich im blick als er gestorben war ist er sein reich zerfallen das ist immer so ein bisschen das problem dabei ja circa drei ohne pause ist quasi echtzeit das stimmt also grundsätzlich habe ich auch nichts gegen echtzeit aber ich mag keine echtzeit die wo man halt wie soll ich sagen wo die kompetenz dabei liegt seine seine bild order so schnell wie möglich abzuarbeiten und wo es wirklich um klickgeschwindigkeit geht das ist finde ich also habe ich also ich kann nachvollziehen dass das irgendwie einen reiz macht aber das finde ich total super stressig und es ist nicht das was ich an games mag mag deswegen ist das nicht so mein ding und gerade bei age of empires also da da muss man halt seine bild order kennen oder muss man klar man muss natürlich auf den gegner achten und das ein bisschen anpassen aber vor allem braucht man da auch unfassbar viele spielstunden erfahrung um richtig gut zu sein während hier man natürlich auch spielstunden braucht aber hier ist es so kompliziert man kann gar nicht alle details zu verstehen verstehen und dadurch kann man auch ein bisschen so mit gefühl spielen manchmal wenn ihr versteht was ich meine äh schlacht um mittelerde ist ja auch so klassische echtzeit das ist auch nicht so mein ding in fields of glory geht es erstmal gar nicht weiter das ist mit dem turnier jetzt erstmal beendet worden das projekt gute nacht joe hun stellaris weiß ich nicht könnte man auf jeden fall mal ausprobieren man müsste halt eine ganz kleine galaxie wählen und dann geht das schon also kann man in acht stunden mit geschwindigkeit zwei kann man schon lustige dinge da machen ähm also stellaris fände ich wäre für so ein format auch was gutes man muss halt bei der erschaffung der galaxis halt ein bisschen gucken aber wenn man ganz irgendwie eine ganz kleine macht mit nur beschränkten fraktionen dann hat man sehr schnell miteinander zu tun das würde schon gut gehen der stream den wird man nachschauen können ja äh erstens auf twitch sowieso aber ich denke ich werde ihn auch wieder auf youtube hochladen sind auch mal sehr spezielle geschichten vielen dank thamos 2 sie macht 3 heroes 3 das wäre allerdings auch geil ja fände ich auch mal ganz gut im multiplayer macht das auch sehr viel spaß ja heroes of my magic 3 ja ob sowas ähnliches wird es fehlt auf glaube ich zwei mini turnier kommt naja so ein bisschen ähnlich ähm demnächst startet eine multiplayer runde zu strategic command world war 2 gegen einen echten menschen und das wird glaube ich ähnlich spannend ist auch unten basiert playbar mail also hat eine gewisse ähnlichkeit moris ist von der games da ja die heimat von heidrich von skarlitz die gehörte uns doch schon ähm da war ich ja rewebo da war ich doch da habe ich doch videos drüber gemacht das liegt 30 kilometer von prag das ist quasi in ck3 ist das prag würde man das verorten wollen man kann in ck3 aber nicht einen charakter zeitgleich spielen wie meinst du das ein charakter ähm der chat wird dich angezeigt ich weiß es nicht ich weiß es auch nicht was mit dem chat los ist irgendwie stimmen da die links nicht ich habe auch irgendwie grad keinen bock da zu gucken wo ich den chat link jetzt gerade finde ja ja müsst ihr mal mit leben bin bisschen schlaff jetzt übrigens ich bin im im chat weit zurück ne nicht wundern ich schaue so nach und nach euren geschichten durch wie ich falco finde sehr geil Lars sehr geil moris hat schnell gelernt wenn man den ersten kreuzzug anschaut und dann den letzten krieg ähm ja ja er hatte halt den vorteil dass er überhaupt nicht auf das achten musste was im kreuzzug nötig war auf versorgung weil er konnte quasi in seinem heimatland sich ziemlich gut bewegen mit seinen mit seinen einheiten und dann konnte er zu unseren hauptstädten sehr schnell vordringen weil die alle am rand seines gebietes lagen und das hat er schon gut gemacht er hat erst shoyoka die hauptstadt rausgenommen dann meine hauptstadt ähm das war von ihm sehr gut gespielt also ich glaube aber das ist halt ein komplett anderer krieg als der kreuzzug gewesen total war ist nicht ganz so mein fall muss ich zugeben aus verschiedenen gründen ich könnte mir aber vorstellen für so ein event das mal ein bisschen bisschen vorzubereiten aber bin mir nicht ganz sicher also auch da finde ich das problem ist bei total war diese echtzeit schlachten wie machst du das in so einem event da kannst du eigentlich nur kooperativ oder so wo andere dann mitspielen weil wenn jetzt zwei leute eine schlacht ausfechten das machen die anderen in der zeit das ist irgendwie auch nicht so prickelnd nee es gibt doch keine ideen für das nächste mal wie lang brennt so eine lunte zigarello weiß nicht 15 minuten 20 minuten ja ja also runden basiert das ist schon mein ding oder halt so bisschen langsames grand strategy wie bei paradox warum bei hand of blood nicht dabei blatt ich bin nicht der organisator dieses dieser geschichte gewesen das das hat die gamester organisiert und die haben die einladung gemacht dazu kann ich nicht sagen wie lange ich noch streame bis mein bier alles relativ einfach ich hoffe es ist okay für euch dass ich jetzt beim chat ziemlich weit hinterher bin aber ich will jetzt hier keine keine wichtige nachricht verpassen würdest du mehr oder weniger spieler favorisieren ne ich finde muss sagen ich finde fünf ziemlich perfekt für diese runde weil du musst eine ungerade zahl haben drei ist zu wenig fünf ist perfekt sieben wäre schon zu viel gequatsche also ich finde fünf ist die perfekte zahl für dieses spiel zumindest für so eine runde naja ich lese durch was ich was ihr vor zwei minuten oder fünf minuten geschrieben habt ähm special force netten discord also mein discord server ist halt ich muss mich halt irgendwo beschränken und der ist beschränkt auf steinweins lager was ich vorhin sagte meine crowdfunding community ne ich habe keine weiteren infos zum dlc das lässt auch nicht blicken oder so äh killers was halte ich von eu4 oder heu4 ähm ich bin halt großer paradox fan alle spiele gibt es auf meinem kanal ähm eu4 großartig dieser kanal wurde gegründet mit eu3 das zentrale spiel auf meinem channel heu4 ist auch ein gutes spiel aber hat größere schwächen als alle anderen aber sind die beliebtesten fast mit die beliebtesten let's plays auf dem kanal als auf allen 4 ja ja das stimmt äh heroes of my magic 3 hat zu viel downtime das ist richtig ja bloodball turnier das ist auch witzig ja oh gott ich glaube ich bin irgendwie zehn minuten hinter dem chat ihr seid heute so schreibe lustig ww2 was war der größte fehler von mir ganz spontan abgesehen von einer unabhängigkeit also nie die unabhängigkeit muss ich sagen das war kein fehler sondern ich wusste es geht doch leute es geht doch am ende darum nochmal irgendwie ein richtig richtig geiles finale zu haben äh das war überhaupt kein fehler stellt euch mal vor ich hätte da safe gespielt dann wäre ich halt geiler könig vielleicht doch von noch einem herzogtum geworden und da hätten wir uns alle gegenseitig auf die schulter gekloppt nein da muss am ende muss er muss nochmal so richtig krachen also insofern war das kein fehler sondern das war das beste was wir tun konnten und wir hatten Glück dass selbst herrscher gestorben ist sonst hätte ich halt nur denzel angegriffen also ansonsten muss ich sagen nö lief ziemlich perfekt also ich muss sagen ich bin sehr zufrieden mit dem was wir mit böhmen da gemacht haben also das hat mir am meisten gefreut dass das sehr gut aufgegangen ist ich habe mir vorher tatsächlich auch ein paar gedanken gemacht wir haben am abend vorher auch eine Multiplayer-Runde noch gehabt in Steinmanns Lage da haben wir nachts uns auch noch ein paar gedanken gemacht über ein paar strategien und das hat gut geklappt ein bisschen anders als wir das da besprochen haben es hat nämlich tatsächlich geklappt was die Leute da ein bisschen gesagt haben das wäre zu schwierig das befreunden mit dem Papst das war geil ja was der Unterschied ist zwischen Surviving Mars und die Anno Spiele in der Zukunft Surviving Mars ist halt nicht so ich mag halt an Anno nicht dass es halt so schematisch ist Surviving Mars ist auch halt viel offener viel mehr also allein dass Bevölkerung simuliert wird echt simuliert wird mit Bedürfnissen und so weiter das macht den großen Unterschied aus also da wird es da wird die Bevölkerung anders simuliert so wie ich sie nicht mag ist jetzt ein bisschen komplizierter zu sagen bei Anno wird es eher Top-Down simuliert bei den anderen Spielen von unten nach oben ist aber jetzt habe ich jetzt keinen Bock ausführlicher zu erläutern die äußerliche Ähnlichkeit des hingerichteten Charakters am Schluss zu mir ja stimmt da gab es eine gewisse Ähnlichkeit jetzt wo du es sagst fällt es mir jetzt auch auf stimmt äh 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 dann wäre es vielleicht ein bisschen naja das Problem ist ne warte mal das Problem ist dass äh der Sepp halt komplett reingelaufen war und dann in dieser Schlacht war gerufen hat Steinbein komm da bin ich ja noch rausgegangen ähm wir hätten alle erstmal uns irgendwo sammeln sollen das war tatsächlich auch von mir ein Fehler man hätte das koordinieren müssen besser ähm es war so ein bisschen YOLO jeder geht rein an seiner Grenze und dann mal gucken was passiert und das war das war natürlich nicht die richtige Strategie ich hätte an dieser Schmalstelle des Heiligen Römischen Reiches hätte ich rüber gehen müssen nach Lothring und hätte selbst sagen müssen er soll auf mich warten das wäre der richtige Weg gewesen aber es war halt auch so ein bisschen YOLO es war überhaupt so ein bisschen so ein YOLO Ding und ich hatte auch nicht gecheckt dass er Byzanz als Bündnispartner hatte ich hatte so ein bisschen gehofft dass Maurice halt bis zum Ende nicht kapiert dass wir eine Fraktion hatten äh dann wäre es halt glaube ich noch ein bisschen anders gelaufen aber er hat es dann tatsächlich auch noch mitbekommen hat aber ein bisschen gedauert Tone War geht in der Kampagne sowieso nur zu zweit ach so ist das so da wusste ich gar nicht ähm Imperator Röm wäre auch eine coole Sache ich befürchte bloß dass äh da gibt es nicht viele Mitspieler weil das Spiel ist also TK3 funktioniert ja deshalb nur in dieser Zeit in diesem Format sagen wir mal ehrlich also so das so Streamer wie True Yorker und und Sepp mitspielen weil TK3 halt den Durchbruch zum zum Massenmarkt sag ich jetzt mal geschafft hat und das hat das haben die anderen Spiele alle nicht geschafft vielleicht also selbst bei Stellaris würde schon schwierig werden und ich glaube die Gamester hat schon den Anspruch jetzt möglichst einigermaßen große Streamer da zu bekommen gut ich bin da von denen jetzt hier der kleinste gewesen gewisserweise wobei mit 2000 Leuten da kann man sich schon sehen lassen würde ich mal sagen also das Verhältnis von Subscriber zu Zuschauern ist bei mir extrem gut insofern am Ende doch gar nicht so klein aber das ist halt das Problem bei den anderen Spielen wie so ungerade Zahlen weil bei geraden Zahlen sich immer eine komische Bündnislage ergibt häufig ist dann so eine Konstellation 2 gegen 2 oder so oder 3 gegen 3 und das finde ich für eine Spieldynamik also erlebt ihr sicher doch auch im Freundeskreis also es ist ich finde es immer cooler mit 3 oder 5 Leuten zu unterwegs zu sein als mit 4 Leuten ja gut ich meine wenn wenn man richtig befreundet ist ist es egal sagen wir mal so aber es kann einfach es ist angenehmer ich habe keine Ahnung von Anno ob das in 8 Stunden Sinn macht oh Gott ich glaube wir sind mega weit hinten im Chat aber ist egal was sind das für Bücher in den Regalen ja Bücher halt ne ich kann jetzt nicht jeden einzelnen Buchtitel sagen das ist eine Holodecke ja stimmt lief besser als in der ersten Runde in Skandinavien ja wobei im Prinzip in Skandinavien lief es auch ganz gut halt man wurde halt dann ermordet und dann ja dann waren die Möglichkeiten begrenzt aber von der Sache her war es auch okay welches Buch ich gerade lese ich lese gerade von ich glaube Bernhard Cromwell oder heißt der nee Cornwell Cornwell heißt er Waterloo das Sachbuch über die große Schlacht hat Rocket Beans hat Rocket Beans haben die richtig ähm hat Rocket Beans richtig auf dem offiziellen Kanal gestreamt oder Denzel auf Privatkanal gestreamt ja cool finde ich aber super wenn Rocket Beans richtig gestreamt hat das hat natürlich dem Ganzen dann nochmal ein Push gegeben ja ich bin am Ende das schätzt gleich äh Balalaika ja die ersten Streams da waren so 200 obwohl ich glaube mein erster Stream da waren auch ziemlich viele Leute da aber klar im Durchschnitt ist schon ziemlich hoch ne ich muss sagen ne also 200 Leute Herrenabend die ersten Streams waren mit diesem ach wie hieß es noch da hatten wir auch 500, 400, 500 Leute das ging von Anfang an ganz gut ab hallo Vergangenheit Steinwald ich bin jetzt bei 0.35 Uhr bei Ziv wäre ich gerne dabei obwohl ich Ziv lange nicht gespielt habe da bin ich mit Sicherheit ähm eher so ein mittelmäßiger Spieler aber das würde mir auch Spaß machen Lars ich habe keine Ahnung wie lange Tyranny noch läuft ich habe es ja nie gespielt ah Rocket Beans hat offiziell gestreamt sehr schön ähm Alex hab du hast mich durch Kreisverkehr kennengelernt der kennt Dalu Card und da gibt es mit Shuyok eine Verbindung ähm ne ich muss sagen Kreisverkehr habe ich nur deshalb kennengelernt weil Kreisverkehr offenbar super gerne mein Kingdom Come Let's Play geschaut hat als Zuschauer und hat das dann mal irgendwie so ein bisschen gehypt auf seinem Social Media und ist tatsächlich Supporter in Steinwalds Lager was ich irgendwie super cool von ihm finde ich habe ihn dann auch wir haben ab und an also wir hatten am Anfang ein bisschen hin und her geschrieben hab gefragt ob man sich mal treffen kann vielleicht bei der Gamescom oder so ist jetzt schon zwei drei Jahre her leider ist es nie zu einem persönlichen Kontakt gekommen und wir hatten jetzt auch ewig irgendwie keinen Kontakt über Nachrichten ähm insofern ich kenne Kreisverkehr tatsächlich nicht persönlich aber er macht natürlich was komplett anderes als ich aber ich finde ihn extrem so von seiner Art her extrem unterhaltsam und angenehmer Typ irgendwie aber schade äh Dalu Card kenn ich gar nicht und Shuyokka kenn ich halt jetzt durch diese Events äh das Konrad Buch von Borderlo ist historisch höchst umstritten ja das habe ich schon gehört ja werde ich mir auch mal rein ziehen was das was da die Kritik ist Gaius sagt eines der besten Bücher äh Sepp finde ich hat ähm also hat wirklich gut gespielt also man man hat natürlich gemerkt also wenn du jetzt nicht so viele hunderte Spielstunden hast auch und wie ich jetzt in CK2 dass natürlich bestimmte Spielmechaniken oder so dann nicht präsent sind bei mir ja auch nicht alle also es gibt unheimlich viele Details die ich auch nicht weiß ähm aber er hat halt eine ganz klare Strategie gefahren das war so die Geldmachstrategie und hat hat ein großes Königreich etabliert also das ist hat er super gespielt also ich würde mal sagen unsere beiden Reiche waren am Ende vorne gut Maurice hat natürlich das Kaiserreich gehabt ähm seine Hausmacht war eher gering ähm das hatte dann hatte andere Gründe aber sozusagen jetzt von herein Power der Reiche ich würde sagen waren unsere Reiche gleichwertig ich hätte glaube ich am Ende ein bisschen mehr Männer als er aber er hatte mehr Geld ähm das war schon ganz cool die Pete sind bei Ziff die absoluten Killer ja ich interessant ja ich habe die Sache ein bisschen gesehen wenn Writing Bull da mit am Start war der auch sehr gut Ziff spielt ja da hätte ich wahrscheinlich nicht so würde ich wahrscheinlich nicht so stark aussehen aber ich spiele Ziff wie ihr wisst seit Teil 1 also ganz so noobig bin ich auch nicht unterwegs oh sorry freut mich dass dir Kingdom Come die Videos gut gefallen hat ja das war auch schön hat Spaß gemacht die aufzunehmen ich war glaube ich auch der Erste der diese Art von Videos gemacht hat ob ich meine dass Victoria 3 in nächster Zeit noch rauskommen könnte ich glaube es wird rauskommen aber in nächster Zeit eher nicht ja ich finde auch Sepp hat gut gespielt ja The Council genau das fiel mir vorhin nicht ein The Council war das erste offizielle Streaming Projekt ich weiß gar nicht ist bestimmt schon zwei Jahre jetzt ja und da ging es los genau um die 400 Leute im The Seraphim weiß das sehr genau ja das war würde ich sagen für die für die ersten Streams auch eine super Zuschauerzahl gewonnen naja es ging ja es gab ja keinen offiziellen Sieger aber es gab nachher einen großen Clash Juppo und da hat da haben wir versucht uns unabhängig von Maurice zu erklären und das hat aber Maurice verhindern können und zwar sehr cool auch in gewisser Weise hat Maurice gewonnen wenn man das so sehen will wenn man das so sehen will ja 23.03.2018 es ist fast schon drei Jahre her dass ich streame krass oh Geburtstag Dacra Gratulation Happy Birthday freut mich dass du ihn hier verbracht hast und vielen Dank an ähm Maxi 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 TV ich habe gar nicht gemerkt dass du geradet hast ich hoffe du bist noch da und danke an x4711 für das Abo ich mache ja hier keine Pling Boing Sounds entschuldigt deswegen kriege ich ab und an das gar nicht mit ja den Chat ich ich kriege es im Moment nicht hin den Chat einzublenden ich weiß nicht warum er nicht da ist ähm keine Ahnung ich habe das irgendwann mal eingerichtet und ich kriege jetzt den Chat Link hier nirgendwo hin äh Lunaneo ne das da steht noch überhaupt gar kein Konzept ich weiß auch noch nicht ob ich das mache als äh Imperator Rome Community äh äh Let's Play keine Ahnung äh das ist noch schon sehr spezielle Sache ja Workers and Resources ist ja auch geil wie kommt es eigentlich dass EO4 oder Heu4 schon mehr Ableger hat als jetzt ein CK3 oder Stellaris na die Spiele sind einfach älter das erste Spiel war EU und das zweite Spiel war Hearts of Iron und ähm logischerweise ich glaube EU kam weiß ich nicht 2003 oder sowas weiß ich gar nicht mehr in der Dreh oder 2001 naja und danach kam Hearts of Iron 1 und weil die viel viel älter sind danach kam Crusader Kings 1 Sonst haben die natürlich auch Werbleger Stellaris ist ja erst vier Jahre alt oder so wie lang wird das CK3 oder Let's Play gehen bis wir zum Enddatum ankommen oder bis es keinen Spaß mehr macht Enddatum ist Mitte des 15 Jahrhunderts was ich hauptberuflich mache ich mache das hier hauptberuflich vielen Dank an alle die mich auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützen unter anderem auch vielen Dank an dich Alex durch diese Cheers trägst du einen Teil dazu bei ähm was Spielerzahl betrifft ist Hearts of Iron 4 glaube ich ganz weit vorne tatsächlich glaube ich noch mehr als Crusader Kings danke freut mich Gemdorf danke dir und ebenfalls vielen Dank für das Geschenk ja den Stream werde ich wahrscheinlich auf auf YouTube hochladen ja die Slytherin Kings naja kann man nicht so pauschal sagen weil die sehr sehr viele unterschiedliche Spiele machen aber Fantasy General 2 finde ich zum Beispiel sind sehr sehr gute Spiele ja habe ich tatsächlich im Iron Maiden Modus auch durchgespielt hat ein schönes Achievement gegeben was glaube ich nur 0,1 Prozent oder so hatten ja ich bin fast synchron aber jetzt geht es wieder ab danke nochmal Alex kein oder nein 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 keine oder Fragen machen wir jetzt nicht Empyrem Greek Wars ist auch schwierig weil es so gut wie kein Schwein spielt das Format was die Gamester da aufziehen will das lebt auch von wie gesagt von von Beteiligten die viele Zuschauer bringen und Imperium's Greek Wars das müssen halt auch Beteiligte spielen können und deswegen wird das nicht laufen das wird das müssen Spiele sein die halt eine große Community haben das heißt es gibt viele Spieler die spielen und es gibt viele Zuschauer die es cool finden was habe ich vorher beruflich gemacht ich war Angestellter ne ich finde den afrikanischen arabischen asiatischen Raum ehrlich gesagt nicht wirklich spannend weil ich vielleicht auch weil ich mich da nicht so gut auskenne historisch und auch weil ich glaube dass CK3 das auch nicht so gut darstellt für mich ist CK3 ein Spiel was in Europa spielt deswegen spiele ich auch nicht dort bei Leica Mark Bingo da gibt es Sachen die kommen in jedem Stream was machst du beruflich irgendwas mit Star Trek Whisky ja sehr schön ja sehr schön Imperator Home Projekt zeitnah zum Patch tja also bei mir ist es halt ja ich mache halt Let's Plays tendenziell immer erst wenn Slot frei wird Diablo finde ich an sich ein ganz gutes Spiel aber ich spiele es nicht wirklich nee Prince of Darkness Mod für CK3 habe ich nie gespielt ehrlich gesagt habe ich auch keinen Bock auf seine Mods ist auch nicht mein Ding Gute Nacht Prodac Through the Darkest of Times haben wir im Stream relativ intensiv gespielt deswegen wird da auch nichts mehr zu kommen weil wenn man einmal das durchgespielt hat und das haben wir gemacht bin ich nicht so richtig motiviert das nochmal zu spielen ist aber ein wirklich interessantes Spiel ja wenn wir nochmal eine Runde spielen wo würden wir anfangen keine Ahnung keine Ahnung Oh Zwergtub ist auch am Start habe ich gar nicht gesehen Hi sei gegrüßt entschuldige hab dich gerade überlesen tut mir leid schön dass du reinschneist wir sind so ein bisschen am Ende dieser Runde hier entschuldige bin auch ein bisschen erschöpft nach diesen acht neun Stunden Oh sorry vielen Dank für den Cheer Interessante Gebiete für die Runde ist durch naja man könnte noch iberische Halbinsel spielen wo das ein bisschen schwierig ist weil dann die eine Hälfte auf der muslimischen Seite spielt die andere auf der christlichen das müsste man ein bisschen anders organisieren dann mhm sci-fi XCOM ist ein tolles Spiel Privat finde ich es auch super für das Let's Play finde ich es eher nicht so super geeignet weil es halt am Ende zu wenig Sandbox ist also es ist wie gesagt ich finde es ein großartiges Spiel ich mag die Serie sehr sehr gerne aber am Ende ist das immer ähnlich was da passiert in jedem Run britische Inseln das hätte auch noch was das stimmt das könnte man auf jeden Fall auch nochmal sagen ja balalaika ich grüße dich auch nochmal extra weil es dir so wünscht äh ich war tatsächlich früher mal im Schach Club ähm als Schüler als Kind aber ich muss tatsächlich sagen ich hätte ich habe heute keinen Bock mehr auf Schach weil das mag ich so gerne an Strategiespielen oder auch an Brettspielen dass sie irgendwie noch ja wie soll ich sagen noch Schach ist halt super das abstrakte Spiel aber mich interessiert auch so ein bisschen das drumherum irgendwie mich in so eine bestimmte Zeit einzufinden das finde ich ganz cool deswegen mag ich so eine Games die halt ein bestimmtes Szenario haben Mann Zwergtyp was haust du denn hier noch rein vielen vielen Dank oh man das ist mir richtig peinlich danke dir alle im byzantinischen Reich hätte auch was ja das ist vielleicht auch ganz witzig ja Competitive Heroes mag ich als als Singleplayer Spiel aber ich wäre nicht am Start wenn das im Multiplayer gespielt wird Felix war und kenne ich habe ich aber nie gespielt die Zeitmaschinen Frage kann ich schwer beantworten ich finde jede Zeit irgendwie interessant ähm über geplante Spiele von Paradox bin ich nicht informiert da informieren sie niemanden Außenstehenden ey und ich sehe gerade OneProudBavarian ist auch im Stream lurkt hier rum alter das sehe ich nur weil Zwergtyp zufällig Abos verteilt hat hahaha sei gegrüßt gibt es nochmal einen speziellen Gruß der raus geht freut mich dass du im englischsprachigen Bereich so mega erfolgreich bist und gewachsen bist sehr sehr cool ich bewundere das ähm muss ich mal sagen wie also wie man sozusagen als Muttersprachler so gut Englisch sprechen kann dass man wirklich perfekt im englischsprachigen YouTube Bereich agieren kann das ist schon finde ich toll genau Zwergtyp loben hahaha jetzt OneProudBavarian traut sich jetzt gar nicht hahaha vielleicht ist das auch gar nicht vielleicht ist das nur ein Fake Account also ihr müsst auf jeden Fall mal den Kanal von Zwergtyp auschecken ähm der macht auch geile Sachen im übrigen auch ähm Work as an resources und guckt auf jeden Fall mal bei OneProudBavarian rein der als stolzer Bayer englische YouTube rockt was CK3 betrifft laut Chatlist ist er nicht anwesend ok aber wie hat er denn wie hat er das Abo bekommen hat er sich wahrscheinlich schnell raus gelockt weil es ihm peinlich war oder was hahaha den YouTube-Kanal vom Deutschen Panzermuseum den kenne ich ja mh 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 Ja, die Wargamespiele finde ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Ob ich was erwarte von Age of Empires 4? Ja, na klar, das sieht super gut aus. Freue mich schon sehr. Auch wenn ich nicht der große Echtzeitstratege bin, wie ihr wisst. Wie aber nochmal, um das zu klären, ZAP2 Streaming. Das heißt, man kann, wenn man Subs verschenkt, kann jemand einen ZAP bekommen, der gar nicht anwesend ist im Chat? Ist das so? Ich dachte, nur Leute, die da sind, die zuschauen. Das ist nochmal ein interessanter Punkt. Jetzt wird gleich mal getestet. Vielen Dank, Gamdorf. Und danke an Dani Leck, Erich, für deinen Cheer. Ah, okay, man muss nicht anwesend sein, um einen ZAP zu bekommen. Okay, das wusste ich nicht. Alles klar. Leck, Erich, ja. So was gibt's. Aber Dani Leck, Erich, ist das alles. Vielleicht hat er Sonderfeatures wie unsichtbar machen. Oh, wenn er das wusste, wie wir über ihn her philosophieren. Aber wir reden ja nur Gutes. Okay, alles klar. Habe ich wieder was gelernt mit den ZAPs. Sehr interessant. So, ihr Lieben, mein Bier neigt sich dem Ende zu. Meine Zigarette auch langsam. Damit neigt sich auch dieser Stream-Abend dem Ende zu. Es geht übrigens weiter. Nächsten Donnerstag ab 20.30 Uhr mit The Curious Expedition 2 starten wir dann. Und am Freitag geht es schon weiter mit The Banner Saga 2. Ich glaube nicht, dass es eine China- und Japan-Erweiterung gibt. Die Karte sieht so ein bisschen so aus, als ob dann was ramt käme. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Danke, 1-Metzger. Thea habe ich mal gespielt. Hat mir aber nicht so richtig... Also die Spielmechanik vom Hock ergerissen. Ne, ich habe bei Crusade... Ne, da habe ich noch nichts groß freigeschaltet. Aber auf jeden Fall machen wir irgendwie einen Run mit Iron Man oder so. Das heißt, wenn wir sterben, ist das Ganze durch. Um ein bisschen die Spannung reinzubringen. Ob ich Pathfinder Wrath of the Righteous spielen werde? Vielleicht irgendwann, aber vermutlich nicht, wenn es rauskommt. Da wird es vermutlich andere Projekte noch gleichzeitig geben. Also Disco Elysium ist das nächste Rollenspielprojekt. Und danach wird es vermutlich mal wieder so ein 3D-Rollenspielprojekt geben. Was wird sich da noch zeigen? Es gab ganz viele Veränderungen bei Old World, aber ich habe es lange nicht gespielt. Es wird irgendwann auf den Kanal kommen mit einem großen Let's Play, aber das dauert noch so ein bisschen. Ja, The Witcher 1 bis 3. Vielleicht, ja. Vielleicht. Ja, also Österreich, Habsburg bleibt spannend wegen der Osmanen am Ende. Planescape Torment wäre schon auch ein ganz gutes Projekt. Weil ich es persönlich noch nie tatsächlich gespielt habe. Gibt es da eigentlich eine Definity Edition dazu? Also, nee, so heißt es nicht. Eine Definity Edition? Was ist das denn für Quatsch? Naja, ihr wisst schon. Irgendwie eine HD-Edition. Game of the Year Edition. Okay. Wie vergebe ich meine Let's Play Slots? Die sind relativ lange voraus geplant. Spiele, die, wo ich glaube, die sind gut als Let's Play zu machen, die in meine Richtung gehen, die Zuschauer mögen. Das kann man nicht so verallgemeinern. GT Dimmy. Uns geht es gut, ja. Wir sind aber auch hier gleich am Ende. Definite Edition, ja. Okay, gibt es eine HD-Version? Das ist natürlich auch ein geiles Projekt. Wäre auch ein geiles Projekt. Gut, ihr Lieben. Definitive. Definitive Edition. So heißt das? Alles klar. Ein mega, 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 mega Dank an die Moderatoren, die hier große Teile den gesamten Abend, den gesamten Nachmittag mit uns verbracht haben. Der Navigo und Mr. Seraphim. Aber zwischendurch war auf jeden Fall auch Ben Axon dabei. Wer war noch dabei? Helft mir bitte mal. Ich habe zwischendurch nicht so gucken können. Auf jeden Fall ist das immer was sehr, sehr Spezielles. Nicht nur für mich logischerweise, sondern auch für den Moderatoren, so lange hier am Start zu sein. Akira und Ben Axon waren mit am Start. Und dann an dieser Stelle auch nochmal Dank an diese beiden. Schön, dass ihr die ganze Zeit über da gewesen seid. Und gerade, wo man nicht so viel mit dem Chat interagieren konntet, sicher viel Hilfestellung leisten konntet, während diesen wahnsinnigen acht Stunden. Also, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Unterstützung, für eure Tipps, Hinweise, die mir auch wirklich in zahlreichen Fällen geholfen haben. Hier mit Böhmen. Ohne das wäre es sicher das ein oder andere Mal nicht so gut gelaufen. Ja, und dann sehen wir uns wieder am Donnerstag bei The Curious Expedition 2. Bis dahin, mach's gut. Tschaui.